so hallo youtube hallo hoffentlich seht ihr das video demnächst das könnte wir laut sein so ist das locker für 100 bits dankeschön beste ansage immer man sagt mir auch nach ich bin eine bitte besten an moderation ich kann mich mit dem thema noch nicht so ganz an mann moderation so ist es noch reagiert irgendwann mal ist besser 100 prozentig verspreche aber momentan ist es noch sehr ja schräg da auch noch mal ne danke für 1000 abonnenten sind das glaube auf youtube ne danke für 1000 abonnenten dankeschön solltest moderator werden du solltest die bei ic kommen alles gut bei dir so so als er kriegt 1000 abonnenten dankeschön vielen vielen lieben dank vielen lieben dank so die brille muss noch anders ich winke mal aus dem fenster hört auf ihr wisst genau dass das fenster thema ist ein trigger thema hier ihr wisst genau das ist ein trigger thema bei mir seid super endlich wochen bei dir auch ja immer noch im arsch tatsächlich mein magen macht immer noch lehme momentan und ja weiß nicht so recht wo es hingehen soll habe ich das gefühl ihr wisst genau was mit dem fenster war habe die geschichte euch erzählt ein weiter gute besserung ja danke ich bin ich bin es gewohnt als ne es ist halt so aber ich glaube es ist wahrscheinlich ja wird schon besser nicht die größte baustelle so ich habe einen verpassten anruf was auch immer montoya von mir ach du scheiße ich mich nicht zurück gemeldet habe war noch ein paar tage in new york ich meine mich sonntag mal bei dir übrigens bewerbung als richterin hier in es ist raus vielleicht bin ich dann bald wieder mehr in ls wenn es sind lässtige pendeln wegfällt okay lulu ist wieder da chat mensch das ist ja super so klar dürft ihr das schreiben das ist vollkommen cool jo habt schon mitbekommen ist mega nah ist hätte nie gedacht dass mal ein einsatz zu sowas führt sie doch mega nice aus sie mega cool aus hey alles gut wir sollten mal reden über die ein oder andere sache sonntag werde ich ich habe zu hause sein und mein handy auf flugmodus haben so 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 ich kann mir gut vorstellen dass ihr da alle etwas am ausrasten seit was das thema angeht also cool ich finde das design auch sehr sehr cool und sehr schön so lulu antwortet lulu ist joskes beste freundin immer so ist mich mit dazu holen sie gehört zu meinem department ich möchte gern wissen was hier passiert etc ich werde ihr die woche ein gespräch führen da ich aus dem grund noch hier drinnen bin eine sache rund um davis diese keine straft hat das einzige was sie vorgehört und dienst vergehen ich habe die akte sich zurückgeschickt an punkt es wird sehr 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 interessant wenn lulu und ariane aufeinander treffen das wird gar nicht unangenehm von joske aber ich freue mich so lustig und macht auch cooles hp lulu sachen erzählt was soll denn wenn mr moore sein hat er sich etwa darüber beschwert dass er einen anschuss bekommen hat ja ja und wer noch andere sachen auch ein bisschen ja ich wollte natürlich dann fragen ich habe seine seite jetzt gehört wollte natürlich fragen was los ist weil so wie er das erzählt war doch nichts wildes es grundsätzlich sollte mr moore erstmal das thema respekt lernen tatsächlich wenn er meint vorgesetze nicht zu respektieren und meint die ganze zeit diese zu unterbrechen und durchgehend irgendwelche ausreden zu suchen damit an da die marke wahrscheinlich niederlegen wenn das dann alles so war dann ist das halt so ja dann tut mir leid wir können nicht jeden hinterherlaufen der hinsicht nach du kannst mir gerne erzählen was er gesagt hat die sache ist er denkt halt wir sind in disneyland und er kann machen was er will anscheinend hat sich überhaupt nicht so angehört deswegen du warst beim gespräch hat nicht dabei aber darum geht es noch nichtmals primär es geht ihr auch darum was für berichte noch über ihn hat reingekommen sind und seine hauptbeschäftigung ist jedes mal zu diskutieren und irgendwelche schulter sachen auf andere zu schieben und das funktioniert so nicht was war denn genau damit ich verstehe das problem genau er hat eine mangelhafte leitstelle gemacht hat nicht zugehört hat ausreden rausgesucht und hatte für alles immer eine eckwürdige aussage also er würde gerne noch mal das gespräch suchen jetzt auch unabhängig er musste nur mit jemandem reden weil sie auf der seele lag so ein bisschen ja weil ich mir natürlich angehört und habe gesagt das ist seine sicht der sache ja so wie er das erklärt hört sich höre ich noch nicht mal ein großes problem daraus er macht gerade ein großes problem daraus wo kann es sein sollte das thema ist eigentlich vom tisch für mich persönlich schon wieder jetzt kommt wieder das thema auf mich zu ich glaube was besonders auch also ich glaube vielleicht vor ort sagt er auch ob er sich im ton vergriffen hat und so ne so was kann gut sein damit hier haben weil das gespräch sowieso noch mal hier auf jeden fall aussuchen und aber da ich glaube was ihm so aufstößt ist dass da ihm gesagt wurde sie sind keine gute ausbilder und so weiter das habe ich zu ihm nicht gesagt da habe ich nichts mit zu tun es wurde ihm gesagt und es wurde gesagt und er kann es ist ja okay das kann ja sein aber er möchte dann das mit ihm gearbeitet wird das mit ihm in die richtung dann gepusht wird dass er ein guter ausbilder wird so er meinte das ist nie passiert er ist einmal mit gut herausgefahren und es gab nicht mal irgendwie ein feedback gespräch oder sowas hat er auch gesagt war vielleicht auch seine schuld hätte danach fragen müssen und so weiter die sache ist aber auch hier wieder also der spruch kam von gott hier fand ich auch ein bisschen merkwürdig da den spruch einzudrücken das sehe ich auch genauso grundsätzlich muss er aber die eigentliche tippe zeigen und sagen hey ich möchte gerne herausfahren etc weil es sind eine menge officer 1 hat da und gut hier fällt halt auch momentan bald aus wenn das so weitergeht mit ihm wie du dir vorstellen kannst dann haben wir noch unseren anderen sergeant der es ist nicht er konnte nichts dazu sagen hat er gesagt zu der ganzen sache wurde auch der mund verboten du sagst er hat so korrekt rein geredet er hatte die möglichkeit die ganze zeit zu reden hat auch geredet tatsächlich das trotzdem das gespräch mal suchen oder ich habe die eine sicht jetzt von ihm und jetzt natürlich deine aber nichts machen bringt ja auch nichts sollte auch werden versprechen ja ist der denn im dienst weil ich habe noch andere möchte erst mal ich rufe den an ist glaube ich erreichbar und das vielleicht später ja ich weiß nicht wie lange ich da bin da ich ein bisschen probleme mit meinem magen ab leider aber grundsätzlich können wir das halt gerne einmal führen das gespräch aber ich werde jetzt nicht anfangen hier irgendwelche nettigkeiten zu sagen das ist dir hoffentlich bewusst wichtig ist halt nur das dürfen wir nie vergessen die vorgesetzte müssen auch vorleben und nicht immer nur erwarten dass etwas gut wird wir müssen auch aktiv mit den arbeiten das habe ich das kumente auch das habe ich bei mir im department auch extrem gerade mit dem schreiber gehabt immer die vorgesetzten haben immer gesagt der schreiber kann dies nicht der schreiber kann das nicht ich habe den monatelang kein scheiß gesagt arbeitet mit denen und dann beschwert euch bitte darüber es nicht besser wird hat keiner gemacht keiner getan dann gab es jetzt ein vorfall warum halt aus der academy raus ist jetzt aber dass ich habe das sehe das halt bei mir die vorgesetzten denken jetzt auch ich bin sargent jetzt kacke ich hier mal jemanden an arbeiten muss man aber noch mit den leuten das ist das vergessen viele glaube ich erstmal leider bei einer anderen aktuell schon aufgefallen besonders auch in der prüfung von hopkins ist mir das aufgefallen und da ist ich weiß nicht was denen vorgelebt wurde als trainee und so läuft das aber auch nicht das ist halt auch kacke und das gleiche gefühl hatte ich jetzt bei muhr natürlich ist das seine sicht das mit ihm auch nicht wirklich gearbeitet wurde er sagt auch klar er hätte vielleicht auch mehr auf die leute zu kommen müssen also es ist da nicht und es ist seine verpflichtung auf die leute zuzugehen das funktioniert leider nicht anders ich wollte dir das sagen dass er nicht nur gesagt hat nö keiner macht mit mir was ich armes kleines würstchen sondern er war da schon recht reflektieren gespräch die sache ist dass mr muhr aber auch dahingehend lernen sollte und das sollte ihnen eigentlich doch erklärt worden sein er kann auch zu officer 3 halt gehen das ist deren aufgabe hier in lamesa und wenn ich höre wo das eventuell der fall ist dass sie das ihrer verpflichtung nicht nachkommen dann werden hier ganz andere gespräche denn das geführt weil ich bei mir auch schon machen also meine officer also höhere officer und so haben das auch eine weile nicht gecheckt dass die dafür verantwortlich sind die anderen auch weiterzubringen vorzubilden und so weiter das muss ja auch ein problem hat mr modern auch erwähnt dass ich am ende mit ihm noch zugesprochen habe oder wurde das hier in dem fall dann weggelassen doch das hat er gesagt und auch dass es erst noch eine modul wiederholen sollte das hattest du dann nachher auch weil das war unnötig erstens habt ihr die kapazitäten gar nicht dafür weil ihr genug rekruten habt und zweitens kann man das auch noch mal ein bisschen anders machen mit bahn zusammen und der ihnen einfach ein bisschen in die hand nimmt noch mal ein paar feinheiten erklärt wie man gewisse situationen im streifen ist am besten händelt genau ich würde aber den mal kurz anrufen ja macht euch ja und ob er sonst müssen wir gucken dann die tage ja ich bin nur noch montag im dienst ja ich bin im urlaub nächste woche nein nein du hast mich richtig los tut mir leid also machen klären wir vorher okay ich sage gleich bescheid genau perfekt ist gleich ist gleich ist gleich fängt schon gut an wollen wir aus der dienst gehen chat wollen wir wollen wir weiß nicht irgendwie im kreis fahren oder so ob der bock visage klang noch gut boah weiß ich nicht was was ist besser unnötige supervisor gespräche oder visage i don't know nein wir hören uns das an der spruch von gott hier war auch nicht cool sehe ich halt ähnlich hatte ich vergessen an den abend noch mal anzusprechen aber wir ja schon wieder direkt los mussten in der prüfung ja guck mal eine prüfung wäre auch mal ne 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 wir haben keine prüfung aktuell ne 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 ist beides horror kapper walking simulator ne 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 die richtigen dinge 413 funk check 423 aktiv check so mhm 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 hey abi na okay irgendwie funktioniert das können wir das bitte okay 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 pc system ist kaputt oder auch nicht weil ich finde ich finde so ätzend die müssen wirklich das mal machen dass die chiefs und assistant chiefs einfach auch zugriff auf dem handy bekommen mit venture das ist so anstrengend hier mal so rein zu gehen bin ich ehrlich auch der elfte 2023 für führung rechnungen haben wir ach der elfte 783 dollar ja das mag sein interessiert aber nicht wirklich eddie es ist super anstrengend tatsächlich marsch marsch der würde jetzt nach lamesa kommen so in fünf minuten willst du hier rüber kommen dann klar fahr ich zu euch bis gleich bis gleich mit wo ist denn wird hier im dienst ja vier eins drei Also bei Jo, müsst ihr halt so verstehen, Joskes Name ist halt hat halt viel Bedeutung für ihn auch, ne? Einerseits eine schlimme, einerseits aber auch eine positive. Das ist halt das Ding. Du darfst eintreten. Schließt du dich ein hier, oder was? Ja. Das sind die drei Minuten meines Lebens, die ich habe, um meine Mails zu lesen. Ey, cool. So, mein Kühlschrank ist geil. Schon ein bisschen brech, ne? Ja, ich habe mir was rausgenommen. Weißt du, geht so im Rücken gerade ein bisschen. Weißt du, seitdem in Lamesa die World Cards nicht mehr sind, ist mein Kühlschrank komischerweise immer voll. Merkwürdig. Und unser leer. Ey, dieser Greif hier, der sieht gefährlich aus. Warum guckt der mich an? Ja, weil du dich gerade so bequem hingesetzt hast. Mein Käpt'n kommt nebenbei auch. Ja, das ist gut. Weil wenn er da so ein Problem hatte mit dem, was der Käpt'n gesagt hat, soll er es ihm bitte direkt sagen. Nee, ist auch richtig. Alle Beteiligten ranholen. Ich habe jetzt nicht extra noch mit dem und dem geredet, weil ich wollte einmal mit dir und dann, dass man das vielleicht lernen kann. Ja, also ein ganz anderes Bild hatte ich von Herrn Muhr, als der bei mir war. Ein ganz anderes Bild als das, was Herr McKinney gesagt hat, was du sagst. Herr McKinney war ja auch mit dabei. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, was McKinney dir gesagt hat, ob sich unsere Aussagen dahingehend decken. Also Respekt war nicht wirklich vorhanden von ihm. Das kenne ich nicht. Das kenne ich von ihm gar nicht. So respektlos und immer ins Wort fallen. Besonders er wusste halt auch alles besser. Wo ich dann mir so unterstanden und dachte so, okay, interessant. Ich habe auch extra den Commander und den Käpt'n das dann in die Hand gegeben, weil meistens die Leute da ein bisschen das angenehmer finden, wenn andere mit denen reden als ich. Und das wohl liegt. Äh, ja. Geht's euch sonst so? Gut. Ey, super. Kann ich klagen? Krasse. McKinney, ihr müsstest ein bisschen lauter reden. Dieser Stüsch ist wirklich groß. Gefährlich draußen. Ich verstehe. Ähm. Hast du dich erholt von der Situation vor zwei Tagen? Ja. Also das war... Eieieiei. Das hat tief gesessen. Ich habe... Letzigerweise habe ich gehört, ja, SWAT-Training. SWAT 10,30 im MD. Hab ich bestimmt gedacht, McKinney. Tatsächlich war es unter anderem McKinney. Ja, ihr hattet mir bis jetzt nicht so ganz erzählt, was da... Ja, was ist denn passiert? Du hast so ungedruckst McKinney da letztens. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, alles okay. Ja, das ist nicht so gut angefahren. Ach, stimmt doch. Rückwärts. Ja, ja. Genau. Käpt'n, Sie können ruhig hier reinkommen. Magst du dein Rang, Gautier? Um, ja. Ja. Gut zu wissen. Ich fand Käpt'n auch immer cool. Nee, ähm, es geht um ein erneutes Gespräch von Mr. Moore. Genau, Herr Moore war bei mir. Hatte seine Sicht geschildert. Für mich, ich hatte ganz viel Fragen drin im Kopf. Ich hatte noch nicht mal einen Grund gesehen für ein Supervisor-Gespräch und so weiter. Und da würde er gerne halt noch mal auf jeden Fall auch mit dem Kurayame sprechen. Das denke ich, er macht Sinn, wenn sie alle dabei sind, die da beteiligt waren. Und, oder erst mal sie jetzt. Und eine andere Sache hatte er noch, dass gesagt wurde, ne, man sieht ihn halt noch nicht als Ausbilder, aber er sagte, mit ihm wurde auch nicht wirklich gearbeitet, dass er irgendwas besser machen sollte, könnte. Um dann vielleicht irgendwann, dass sie dann den Ausbilder in ihn sehen. Das war danach noch mal so ein Gespräch. Ja, das stimmt nur zum Teil. Wir hatten tatsächlich mal mit ihm gesprochen, weil er auch auf uns zugekommen ist. Wo es ja auch um das Thema ging, wo er sich halt Feedback eingeholt hat, wie wir das sehen, was er noch verbessern kann. Problem ist aber fernab davon, dass er sonst nie auf uns zugekommen ist. Also irgendwie mal gefragt hat, mit uns rauszufahren, also es gibt Officer, die kommen auf uns zu, wenn wir mit ihm rausfahren, die auf unsere Officer 3 zukommen, aber Moore halt nicht, soweit ich das mitbekomme. Ich bekomme auch von anderen das Feedback, dass er halt nicht von selbst irgendwie mal nachfragt. Und wir haben halt eine gewisse Menge an Officern hier, um die wir uns kümmern sollen. Logisch, klar. Aber das war bei uns im Department zum Beispiel auch ein Ding, dass wir, oder das vorgesetzte Erwartungshaltung an Officer hatten, obwohl die gar nicht mit denen gearbeitet haben. Das ist natürlich schwierig, wenn man nicht mit denen arbeitet, können wir nicht erwarten, dass das irgendwie besser wird. Aber wenn er halt selber nicht auf die Leute zukommt und nachfragt, dann kann man auch nicht arbeiten, weil sollen jetzt die Officer 3 von uns den Leuten durchgehend hinterherrennen? Fifty-fifty für mich, würde ich sagen. Nein, hinterherrenn nicht, das geht nicht. Aber so ein Fifty-fifty-Ding. Officer 3, die übrig geblieben sind bei uns, kümmern sich definitiv um die Leute. Ey, ich wollte jetzt gar nicht hier, vielleicht, ja gut, hier sieht das so aus, als wenn ich jetzt irgendwie Kritik äußern möchte. Wollte ich gar nicht, ne? Ne, ne, das wurde auch nicht so interpretiert, das geht dann nur einmal um das Feedback hier zu geben. Es gab vor kurzem eine Besprechung hier in Lamesa, dass auch an die anderen Leute weitergegeben wurde, die Information, und dass auch hier nochmal die eigene Verantwortung appelliert wurde. Und wenn Mr. Moore es halt nicht schafft, sich selbstständig darum zu kümmern und selbstständig mal nachzufragen, ist halt schwierig. Klar, unsere Leute gehen auch auf die Leute halt zu, aber wenn die Leute halt kaum greifbar sind, oder wenig greifbar und meist schon unterwegs sind, ist es halt eher schwierig. Warten Sie bitte noch einen Moment. 430S, wieder aktiv. Ne, deswegen. Ja gut. Verstehe ich. Ja logisch. Hol ich ihn mal rein. Mach ich mal hier Platz. Kommen Sie rein. Grüße. Hallo. Komm mal warm. Machen wir hier so. Genau, mit Kini kommen Sie auch ran. Herr Moore. Sie hatten mit mir gesprochen, weil Ihnen so ein bisschen was auf der Seele lag. Und natürlich das Beste ist immer, die Beteiligten am Tisch zu holen und dann nochmal die Sachen anzusprechen, die vielleicht aufgestoßen sind, die Sie vielleicht als nicht so schön, unfair empfanden und so weiter, dass man darüber redet. Genau. Also wie gesagt, nur schon mal. Oder halt auch viel Verhalten von Ihnen vielleicht auch einräumen. Ja. Also wie gesagt, nur schon mal, um das zu sagen, mit Herrn Kuckum wollte ich einfach drüber reden. Erstmal mit einem Außenstehenden, der nichts mit der Sache zu tun hatte. und weil ich ihn so ein bisschen hier als Vertrauensperson in der State Police für mich persönlich ansehe. Ja, leider hat er das schon verkackt, weil er sich an die Regeln von La Mesa nicht reiten hat. Das ist jetzt so tatsächlich so oder so, egal was jetzt Herr Kuckum gesagt hätte, das Gespräch gesucht, weil, ja, Kommunikation, sage ich mal, ist ja das A und O, beziehungsweise ich habe auch keinen Bock auf hier hinter Rücken um Getuschelei oder irgendeinen Scheiß. Das hatten Sie auch gesagt, dass Sie das Gespräch sowieso noch suchen wollten. Ja. Genau. Ich wollte mir jetzt erst mal gestern nur den Tag Zeit nehmen, um erst mal sowieso eine Nacht drüber zu schlafen und reflektieren. Nein, einfach weil, so wie es Herr Kuckum schon geschildert hatte, fand ich das einfach ein bisschen, weiß ich nicht, ich war einfach, ist mir sehr sauer aufgestoßen, wie das Ganze abgelaufen ist an dem Tag. Ja, das habe ich auch schon vorhin zu Herrn Kuckum gesagt, also bei Herrn Hopkins, leicht kann es sein, dass mein Tonfall an dem Abend ein bisschen angepisst war, einfach, weil ich schon mehrere Stunden an der Leitstelle stand, einiges dann zum Ende hin los war, wo wir gerade noch in der Übergabe waren, das war ja alles so ein bisschen übereinander gekommen, und dann halt gleich am Telefon kam, ja, wir werden jetzt ein Supervisor-Gespräch führen. Da war ich schon mal ein bisschen, ja, einfach schon direkt, wo ich mich gefragt habe, okay, was, what is happening? Ja, dadurch war ich so ein bisschen schon mal, äh, voraus vielleicht ein bisschen angepisst. Ich meine, es sind, spielen ja auch immer Emotionen mit, äh, in so einer Sache mit und ich habe sie vielleicht ein bisschen rauskommen lassen. Okay. Ähm, aber so, ich bin, da wurde so aus einem, aus einer, einem Mücken, ein Elefanten gemacht, und was mir halt am meisten eigentlich an der ganzen Sache sauer aufgestoßen ist, ist so ein bisschen, dass am Ende gesagt wurde, äh, ja, sie wollen, Ausbilder werden, da sehen wir sie noch gar nicht, ähm, in der State Police arbeiten wir von unseren Ausbildern, äh, mehr. Ist vollkommen richtig, gehe ich auch mit, aber so ohne eine Begründung, ohne zu sagen, äh, was, woran hapert es denn überhaupt bei mir? Ähm, und ich habe seit drei Monaten, seitdem ich hier im Lamesa bin, den Wunsch angegeben, Ausbilder zu werden, und da, da wurde, finde ich, nicht so wirklich, auch, äh, mit mir hingearbeitet, weil wenn schon gemerkt wird, okay, wir sehen ihn nicht als Ausbilder, ja, warum werde ich dann mit diesem Wunsch nicht dahin geschliffen, sage ich mal. Ich kann verstehen, dass man es nicht jedem Officer, äh, recht machen kann, aber ich habe halt zumindest immer positives Feedback von den Kollegen bekommen, sei es jetzt von Vorgesetzten oder von Rekruten, mit denen ich hauptsächlich auch unterwegs bin, im Streifendienst, Ich übrigens auch, das kann ich dazu sagen. Da war ich halt dementsprechend jetzt im Nachhinein ziemlich angepisst, weil ich fand einfach so die Art und Weise, klar, ja, es mag sein, ähm, wo, wo Sie jetzt, äh, gesagt hatten, äh, Herr, Herr, äh, Commander, haben Sie noch was im Gespräch? Wollte ich mich weiter erklären, aber meine Ansicht ist zumindest so, Herr, und du kannst da andere für ihn fortleinen, Andreas Depple, kann ich Ihnen helfen? Dann geh am besten nicht weg, McKinney, wenn du es ankündigst. Vielleicht ein unbekannten Anruf? Ja, dann ist es auch egal, wenn er weggeht. Also vorab, dass ich Ihnen schon mal sagen kann, warum Mr. Hopkins weggezogen wurde und alles Gespräch mit den anderen bei den Stadtraten hat, war, dass Mr. Hopkins ihn nicht ordentlich behandelt hat. Das war eigentlich schon mal klarzustellen. Okay, inwiefern? Das geht Sie tatsächlich in dem Fall nichts an. Das hat mit seiner Prüfung zu tun. Der, wie er sich gegenüber Ihnen gegeben hat, wie er das Gespräch geführt hat, entspricht nicht meinen Vorstellungen eines Supervisorgesprächs. Sie hatten schon zu dem Zeitpunkt ein Supervisorgespräch. Ja, das wurde mir ja auch so, äh, eröffnet. Ja. Zu der anderen Thematik, zwecks, ähm, Ausbildung, whatever, müsste Mr. Gutier einmal was sagen, weil auch das Thema wurde gerade besprochen. Ja, ich weiß nicht, wir können auf McKinney warten, oder? Nö, wir brauchen Mr. McKinney gerade hier nicht dafür. Ich kann nur sagen, also was ich gesagt habe, ne, dass, ähm, man vielleicht mehr mit Ihnen hätte arbeiten müssen. Das hatte ich angebracht. Ja. Und aus der Sicht, die Sie mir geschildert hatten, eben, oder? Entschuldigung. Ja. Also zu dem Thema, mit dem ich Ausbilder, ähm, im Endeffekt, wer Ausbilder wird oder nicht, entscheidet Schief-Kuckum, wenn sie ins MRPT versetzt werden sollten. Ähm, mir geht es ja darum, weil Sie meinen, dass Sie kriegen positives Feedback, was mich ein bisschen wundert, weil ich kriege eher sehr durchwachsenes Feedback, was Sie angeht. Aber von wem denn und welches Feedback? Das kriegen Sie auch nicht mitgeteilt, wer irgendwelches Feedback über sich gibt. Mr. Moore. Kann ich verstehen, aber was denn? Was ist denn negativ? Es geht bei Ihnen vor allem darum, dass Sie sehr viele Aufbilder haben, also sprich, Sie haben Tage, wo Sie gute Arbeit machen. Es gibt aber auch Tage, wo Sie dann irgendwie wieder sehr, wie sagt man das, lost sind. Ich weiß gerade, wie ich das anders sagen soll. Das sage ich ja. Sie haben ja auch einen Tag, wo es vielleicht nicht so richtig läuft. Und das ist insgesamt, dieses Bild wirkt dann dadurch wieder sehr durchwachsen. Aber was ist denn immer dieses, es läuft nicht? Tut mir leid. Es kam nie jemand auf mich zu und sagt mir, es läuft irgendwas nicht. Das ist doch jetzt auch schon wieder hinterm Rücken Geräte, wo ich nicht mal mitarbeiten kann. Ja gut. Ich sage mal, oder Sie müssen es so verstehen, das, was mir gesagt wird, ist die eine Sache. Dass mit Ihnen allerdings gleichzeitig positives Feedback gegeben wurde, ist mir nicht bekannt. Das wurde mir nicht gesagt. Muss ich auch dazu sagen. Wenn das so ist, dann müssen wir das klären, dass es halt anders dann läuft. Die Frage für mich ist jetzt aber gerade, wenn es dann mal Kritik gab, ist dann jemand auf Sie zugekommen und hat Ihnen gesagt, was nicht lief und wie man es besser machen kann? Nein. Also gab es die Kritik auch? Nein. Das allererste Mal, dass mir, sage ich mal, eine Kritik geäußert wurde, ist in diesem Supervisorgespräch gewesen, dass ich keine gute Leitstelle im Endeffekt gemacht habe, wo ich auch so ein bisschen den Anhalt hatte. Also für mich kam es so rüber, dass ich keine gute Leitstelle gemacht habe, wegen der ganzen Geschichte, wie der Verwahrhof dort ablief, wo mir teilweise Informationen gefehlt haben und ich ja schon drei Stunden unterwegs war. Ich will jetzt auch gar nicht das Groß wieder in die breite Masse ziehen. Okay, ja, da lief was nicht gut. Kurzum gesagt, Herr Muhr, Sie wussten nicht, dass zum Beispiel Rivera eine dieser Personen ist und Sie haben, haben Sie dann eine Streife zum Verwahrhof geschickt. Aber Sie haben es nicht gut kommuniziert, glaube ich. Das war so ein bisschen, ich glaube einfach wieder so dieses Durcheinander, was schon so ein bisschen sich die letzten Tage und Wochen teilweise ja allgemein ist. Also um einmal hier das kurz unterbrechen. Im Prinzip war das eigentlich schon mal gar nicht so, sondern Sie haben die Streifen ins Lameser Police Department geschickt. Die Streifen haben sich selbstständig dann verzogen Richtung Verwahrhof. Das ist das, woran ich mich erinnere. Zusätzlich, Moment, zusätzlich hieß es auch, dass Sie sich da nicht weiter aktiv darüber informiert haben, wie die Situation ist und was noch Phase ist. Zusätzlich gab es hier auch, zusätzlich gab es hier auch die Situation, dass diese zwei Officers in Gefahr waren, gerade in Lameser und ganz auf merkwürdige Art und Weise Mr. Rivera abgearbeitet haben, die aber hier in dem Gespräch keine Relevanz erstmal haben. Check. Ich wollte nur sagen, Herr Mu hatte das erzählt, dass aber eine andere Streife 10,30 war, die angefahren ist und dann war aber die Leute hier vor Ort, sind dann schon zum Verwahrhof gefahren und dann hat er eine Streife dahin geschickt. Das wurde aber, glaube ich, schlecht kommuniziert, Herr Mu. So hatten Sie mir das, glaube ich, gesagt. Genau, das habe ich eigentlich auch so im Kopf, dass das so im Supervisor-Gespräch ich auch wieder rübergebracht habe. Ja, die Situation war ja so, dass Frau Cunningham beziehungsweise Herr Taylor, die waren ja beide in Lameser vor Ort. So, die haben im Funk angefragt, ob Streifen kommen können, weil vier Leute erschienen sind. Ja, da ist leider nicht der Wort gefallen, dass da Rivera mit vor Ort ist, aber gut, das ist eine andere Sache, weil die nur zu zweit sind. So, dann habe ich die Supervisor-Streife hingeschickt, weil die gerade verfügbar war. Dann ist ihre Streife zweimal hintereinander, glaube ich, 10.30 gegangen. Währenddessen habe ich noch die eine Streife, die wieder verfügbar wurde, mit Herrn Karnia, glaube ich, war das gewesen, mit dazu geschickt nach Lameser. So, dann währenddessen, okay, klar, nehme ich irgendwo mit, dass ich mir vielleicht von den zwei Officern in Lameser das Status-Update hätte holen müssen, können, wie auch immer. So, dann hat mich Frau Cunningham per Telefon angerufen, dass sie jetzt nicht mehr in Lameser sind und jetzt zum Verwahrhof fahren und bitte zwei weitere Streifen benötigen. Das habe ich ja dann auch so wieder über den Funk durchgegeben, dass die beiden Streifen dann jetzt den Verwahrhof bitte anfahren müssen. Ich glaube, da hat sich das überschnitten, dass Frau Cunningham schon in Lameser losgefahren ist mit den Leuten und sie in mehr oder weniger kurz danach eingetroffen sind. Genau, das hatten sie uns ja auch im Supervisor-Gespräch erklärt, dass sie halt auch keine Information bekommen hatten, a, um wen es sich hier handelt und b, dass sie dann zum Verwahrhof fahren. Da hatten wir dann aber auch im Supervisor-Gespräch schon gesagt, okay, das Thema lassen wir dann außen vor, weil da müssen wir dann mit den anderen Officern reden. Da ging es nur darum, sie nochmal darauf hinzuweisen, dass sie als Leitsteller trotzdem gucken müssen, sich Informationen einzuholen. Gerade wenn eine Streife schon in 1010 anfragt, damit sie Bescheid wissen, warum überhaupt. Nicht, dass es vielleicht gleich knallt und sie bereit sind müssen, noch mehr Einheiten dahin zu schicken. Okay, ja, nee, genau. Das nehme ich so vollkommen mit. Haben sie aber gerade nicht so gesagt und es wirkte gerade schon wieder so, als hätten sie das ganze Gespräch nicht verstanden. Nee, das kam schon so an. Mr. Moore, wie viel Selbstinitiative haben Sie denn gezeigt und sind auf die Leute, Officer 3 sowie Aufwärts überhaupt zugegangen, dass man mit ihnen mal rausfährt? Mal anders gefragt, weil da habe ich auch ein Feedback bekommen, vorhin, so wie vor ein paar Tagen. Und da würde ich gerne Ihre Warte mal hören. Ich war ja jetzt direkt über Officer 3. Höher bin ich nicht auf die, also jetzt auf Herrn Gautier oder so separat, außer um mir da das Feedback, das einer mal einzuholen, nicht zugegangen. Er hört nicht zu. Ich habe mich im Endeffekt halt immer einfach von der Leitstelle einteilen lassen. Mr. Moore, was war meine Frage gerade? Ja, mit Herrn Barnes war ich häufiger unterwegs als Officer 3. Also haben Sie Eigeninitiative gezeigt und sind auf die zugegangen. Und haben gesagt, Barnes, Mr. Barnes, oder zuerst Officer 3 Barnes, können Sie mit mir rausfahren, ich würde gerne an meinen Fähigkeiten arbeiten. zum Beispiel. Ich habe gesagt, ob wir rausfahren können. Mr. Moore, Sie sind seit drei Monaten hier in diesem Department, meine Messlatte ist nach zwei Wochen sie weiter zu checken. Und als ich krank war, beziehungsweise im Urlaub war, krank war, zurückgekommen bin, war das Feedback so, ja Moore, lassen Sie mich überlegen, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, Sie sind nicht greifbar und man konnte mit Ihnen kaum rausfahren. Ich glaube, weil Sie in der Zeit irgendwie krank oder im Urlaub waren, Herr Moore, ich glaube, zwischendurch waren Sie längere Zeit nicht da, richtig? Ich war zwischenzeitlich, lassen Sie mich jetzt überlegen, ich glaube, zwei bis oder fast knapp drei Wochen war ich im Urlaub, da hatte ich ja Ihnen auch per SMS so geschrieben, aber davor, also ich war zuvor, wo ich hierher versetzt wurde, knapp vier Wochen komplett durchgehend da, dann war ich im Urlaub und jetzt im Anschluss war ich auch wieder komplett durchgehend da. Gut, was wurde im Einführungsgespräch in Lamesa zu Ihnen damals gesagt? Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie hatten kein Einführungsgespräch, werde ich meinen Käpt'n aus dem Fenster werfen. Ne, also wir hatten ein Einführungsgespräch gemacht, es war im August. aber was wird am Anfang den Politik von Lamesa Ihnen gesagt? Da wurde mir gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass hier auf jeden Fall die weiterführende Ausbildung ist. Das möchte ich nicht drauf hinaus. Was denken Sie, worauf ich gerade hinaus möchte, Mr. Moor? Das, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, auf Eigeninitiative möchte ich aber ja machen. Nein, tatsächlich auch nicht. Ich glaube Mr. Goethe weiß, ich hatte das Gespräch nicht, zu meinen Entschuldigungen. Können wir gerne gleich machen. Was ist das hier? Okay, wir machen das anders. Eigentlich möchte ich das nicht so machen, aber was ist hinter Ihnen gerade? Die Tür? Ja, korrekt. Und was wird im Gespräch Ihnen dazu gesagt? Also ja, auf die Leute zuzugehen und... Die Tür wird abgeschlossen. Ja, die ist abgeschlossen, wenn ich hier meine geilen Sachen in der Schublade raussuche. Ist okay. Immer das Bild von dir, weißt du? Das freut mich. Nein, Mr. Moor, ihm wird im Gespräch gesagt, die ist... Entschuldigung. Ihm wird im Gespräch gesagt, dass sie halt auf uns zukommen sollen, dass wenn sie irgendwas haben sollen, sie halt vor euch zu schreiben, uns anrufen, wenn wir da sind, uns einfach ansprechen und halt auch mit uns rausfahren, insofern möglich und halt Erfahrungssammeln genauso wie mit dem Office-Sandrein. Ich glaube, darauf will Herr Kureyama raus, auf diese offene Kommunikation und nicht mehr... Sie sollen ihren Mund aufmachen und hier reinkommen. Haben Sie das getan? Ja, jetzt. Drei Monate später. Warum sind Sie nicht hier ins Büro gekommen? Sie haben gesagt, Mr. Kureyama, warum... warum... läuft das gerade nicht so? Irgendwie geht es gerade nicht weiter. Was mache ich falsch, dass ich nicht dahin komme, wo ich vielleicht hin möchte und meine Sachen habe, meine Präferenzen? Gut, da muss ich halt zugestehen, da war mir jetzt halt auch nicht bekannt, dass ich nicht irgendwie... Also, dass das nicht funktioniert. Wissen Sie, wie ich meine? Weil jetzt im Gespräch gesagt wurde, wir sehen Sie nicht als Ausbilder. Vorher wurden wir ja nie... Also, ja, hätte ich mir irgendwo Feedback holen können. Ich verstehe, Sie dachten, Sie machen Ihre Arbeit, weil keiner ankommt und sagt, was groß schiefläuft, mache ich meine Arbeit okay und das läuft schon. Genau, genau. Das ist im Endeffekt so mein Bild gewesen, weil ich ja auch, wie gesagt, dieses positive Feedback bekommen habe, auch von meinen Streifenkollegen und da dachte ich halt, okay, never change a running system, so nach dem Motto, ja. Aber eine Sache muss ich Ihnen aber ausdenken, Herr Mufa, versteifen Sie sich nicht zu sehr auf dieses, Sie wurden nicht an die Hand genommen, das ist jetzt mal so auszudrücken, mir fällt immer kein besserer Satz ein. Nein, das will ich auch mal. Entschuldigung. warte, lass mich kurz ausreden. Dieses an die Hand nehmen, zwecks Ausbilder. Das ist Ihr Wunsch, ja, und wir versuchen auch, diese Wünsche zu rücksichtigen. Sie wissen aber auch selber, dass Officer nicht immer dahin versetzt werden, wo es möglich ist. Deswegen müssen Sie allgemein einfach sicher im Streifendienst sein, jetzt nicht nur Sie, sondern jeder Officer. Ich weiß, dass es nicht jedem gefällt, mit dem auf Zwang irgendwo hinversetzen, aber es ist nun mal leider so, weil die anderen Departments halt auch Officer brauchen. Okay, Mr. Mufa, wir kürzen das Ganze ab, weil sonst drehen wir uns jetzt Ewigkeiten im Kreis. Passen Sie auf. Ich fliege nächste Woche in den Urlaub und bis nächste Woche Sonntag oder Montag sollte ich wieder da sein. In dieser Zeit wird sich mein Captain sowie mein Sergeant einer Qualitätsmanagement mit Ihnen durchführen. Sollte dieses positiv auffallen und Mr. Kukum hat Bock auf Sie, kommen Sie in die, ins MRPD, wenn Mr. Weiß das absegnet. Sie können auch auf Commander McKinney zugehen oder auf Captain Palmer. Stehen Ihnen auch zur Verfügung. Mir geht es ja darum, dass du, ob du ihn haben möchtest. Achso, ja, ich meine für, weil die zum Rausfahren machen, tun und so weiter. Ich meine eher QM-technisch. Also mir ging es nur darum, ob ihr im MRPD im Hand haben möchtet. Ja. Woran Sie aber arbeiten sollten, ist, dieses Ewige diskutieren zu lassen. Das ist das, was ich mit auf den Weg gebe, weil sonst werden Sie irgendwann ganz andere Probleme noch in dieser Periode haben. Weil diskutieren ist wirklich nicht so geil. Sie haben ein bisschen was von Pearson. Kenne ich nicht. Ja. Ist nicht so. Glück. Ja, aber. Ja. Ja, okay, ich nehme ich mit. Gut, Mr. Barnes und Mr. Gautier machen nächste Woche eine QM mit Ihnen. Sie sagen Ihnen nicht, wann Sie das mit Ihnen machen. Sie werden es merken, wenn Sie spätestens bei Ihnen im Auto dran sitzen. Und die will erweitert sein. Ja, 4, 2, 3, 2, 3. In dieser Zeit, bevor das passiert, fahren Sie mit den Officer 3 hier in La Mesa raus und schärfen Ihre Fähigkeiten. Die beiden werden Sie ein bisschen testen, wie das ausbildungstechnisch auch aussieht. Okay? Sie sind damit einverstanden. Ja. Wenn ich da einen positiven Bericht bekomme, wie gesagt, schreibe ich Sie auf die Liste für Mission World Department. Und, äh, spätestens Montag, sobald ich Mr. Weiß erreiche, lege ich Ihnen die vor, wo auch die anderen Namen draufstehen und sollte relativ zeitnah die Versetzung passieren, sollte das soweit okay sein. 430S, aktiv. Super. Ja, dann vielen Dank nochmal für das Gespräch. Gut. Was nehmen Sie jetzt hier raus? Und worauf achten Sie demnächst? Reden. Ja? Und ja, auf jeden Fall noch mehr Eigeninitiative zeigen. Ja. Und was noch? Weniger diskutieren. Ja, super. Jetzt ziehen Sie Ihre Uniform an, falls Sie in den Dienst gehen wollen und fahren Sie auf Streifen. Tatsächlich ist es gerade eher schlecht. Ja, dann muss ich leider so... Nein, Spaß. Gehen Sie. Ab jetzt. Tschüss, Dein Hermann. Müssen wir auch noch mehr kommunizieren, dass die Leute mehr kommunizieren müssen? Ja, wie gesagt, es wird denen hier eingetrichtert beim ersten Gespräch, was sie hier haben, dass sie jederzeit hier vorbeikommen können oder halt durchrufen, damit wir im Büro halt auftauchen, natürlich, dass sie mit uns sprechen können. Dass man nicht mit mir sprechen möchte, verstehe ich absolut. Ist vollkommen okay, wenn Leute mich nicht kennen. Aber es gibt ja auch andere Leute hier deutlich neben mir netter wirken. Aber ich glaube, das Ding bei ihm, er wusste gar nicht, dass was schiefläuft. Da müssen wir auch, McKinney, bei uns gucken. Wissen die Leute wirklich, wie ihre Schwächen sind? Da müssen wir vielleicht viel mehr drauf eingehen. Aber... Können wir das nicht als Feedback-Gespräch in der Prüfung danach? Doch, doch, klar. Bei denen schon. Also die dann... Officer werden schon. Ich meine jetzt bei den Officern, die jetzt schon in Mischung sind, Officer und Vorgesetze, dass man auch mit denen weiterarbeitet. Man könnte aber auch selber... Wo man denkt, alles ist gut. Man kann sicherlich immer noch etwas besser machen. Aber man sollte immer auch selber kritisch sein und sagen, hier, das läuft vielleicht noch nicht ganz, ganz so gut. Ich bitte eigentlich darum, dass die Leute das machen. Aus einer Ego-Perspektive sieht man aber eventuell nicht die Sachen, die vielleicht nicht hundertprozentig laufen, die ein Vorgesetzter gerne anders hätte. Da müssen wir mit den Reden sagen, ey, du hast gute Arbeit, aber dies und das vielleicht noch ein bisschen machen. Achte mal da drauf. Versuch mal da und da ein bisschen stärker zu werden. Das müssen wir vielleicht auch mehr machen. Klaschi! Vielen Dank für die Whistup im zweiten Monat. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe mal ein bisschen vorgesagt, es ist vielleicht gekommen und man denkt, es klappt alles gut, weil ja, es kommt. Aber trotzdem hin und wieder mal drauf zugegangen hat, ey, gibt es irgendwas, was ich besser machen kann oder nicht? Kann man erwarten, ist aber so, funktioniert das aber nicht. Dann guck dir Schreiber an. Bei Schreiber haben wir doch genau das Gleiche. Wir haben nie mit ihm gearbeitet und er wüsste gar nicht, was denn vielleicht die Sachen sind, die wir anders haben möchten und jetzt ist die Scheiße, dass er rausgeflogen ist aus der Academy, obwohl wir nie mit ihm gearbeitet haben. Ich habe Schreiber halt oft Feedback bekommen, dass es bei ihm nicht läuft. Aus verschiedenen Rechnungen. Genau, operativ, aber jetzt nicht ausbildungstechnisch, sage ich jetzt mal. Ja, das ist unsere, unsere Vorgesetzten-Schuld, dass das nicht besser geworden ist, sage ich jetzt mal. Und jetzt probieren wir ihn halt im Mischenwoch operativ stärker zu machen, weil wir das auch nicht gemacht haben. Ihr habt ja noch einen weiteren Problemkandidat in der Hinsicht aktuellen da, ne? Mr. Friedrichsson. Wie? Ja, Mr. Friedrichsson, da gibt es ja auch massiv, oder ist der mittlerweile nicht mehr da? Der ist Recruit. Der hat nichts mit den Ausbeeren zu tun. Ja, nee, aber ich meine nur, dass man da auch auf jeden Fall schauen sollte. Ich weiß nicht, was für Feedback Davis da ein Kind euch gegeben hat, als er ihn zu euch zurückgeschickt hat. Wir kamen Anruf an, ähm, guck mal, der Kellen Wechsel, mein neuen Recruit. Ach so. Ja, warst du nicht. Ich dachte, du meinst unbekannt Anruf gerade. Ach so. Ach, das war auch witzig, Salami Salah ruf unbekannt an. Ich will aus dem Knast raus. So, ja, in welchen Farben sitzen wir denn? Ja, im Knast oben. Ja, da können wir nichts tun. Marsch ist ja nicht da. Ja, ich schau mal. Warum sitzt du im Knast? Ich glaube auch. Bei den Aufständen war er dabei, um es Marsoli bevollzugen. Ach so, weil das Thema gerade anspruchs, ich vergesse McKinney, wir müssen unbedingt die Officer dann sagen, die sollen uns die Namen endlich an Hopkins geben, denn wir die nämlich eigentlich alle abhandeln. Der hat aber bisher nur drei Namen bekommen und einer davon ist schon abgehandelt längst. Das FD will mir die scheiß Namen nicht geben, weil die möchten erst eine Mail der Administration von uns. Ja, Goyama macht doch fertig. Kommt doch vom Admin-Account. Was ist denn das für eine Scheiße auch? Also ganz ehrlich mit dem FD, letztens beim Durchsuchungsbefehl schon, da steht der Chef der Staatsanwaltschaft vor Ort, Polizei ist vor Ort und der FD sagt dann, ich warte erst, bis ich was schriftlich habe und dann melden die sich, wir lesen erst so. Was ist los mit denen? Das ist immer so. Immer wenn wir einen Durchsuchungsbeschluss haben, muss ich immer den ersten Staatsanwalt anrufen. Hey, kannst du denen das bitte zuschicken? Vorher macht das FD nichts. Außer es ist Gefahrenverzug. Also rechtlich ist das auch richtig so. Oder können die nicht so einem Generalstaatsanwalt sagen, so trauen und ja, wir schicken ihnen das gleich nach, das würden die nicht machen oder was? Ich glaube schon, aber die Richtigkeit, die ich hier sehe, ist, dass man, wenn man denen das vorab schickt und ich möchte jetzt niemandem da was unterstellen, sagt nicht, dass die wir ausplaudern und erst halt die Wohnung leer räumen. Ja, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja klar. Also man müsste das rein rechtlich schon so machen, dass die nachher einen kriegen und wenn die keinen kriegen, dann ist es halt nicht rechtens gewesen, dann kann man dagegen vorgehen, aber die müssen es erstmal machen, finde ich. Ohne, so auf spontan, stimmt wirklich. Dach ist, selbst wenn irgendwas im Nachhinein käme, dass zum Beispiel jetzt das FD verklagt wird, übrigens acht bestätigen, weil es unrechtmäßig war, dann werden die gar nicht verklagt, sondern die STA, weil die ja die Anwesung gegeben hat. Das FD hat ja nicht mal was zu befürchten. Kukum auch mal barat. Ah, das war eine andere Sache, ich hatte da mit Kukum, Frau und Chris Kehler schon drüber gesprochen. Wie handhabt ihr hier Nebentätigkeiten, wenn die Leute sich anmelden? Wären die irgendwo eingetragen oder merkt ihr euch das? Nö, wir tragen das irgendwann, wir merken uns das tatsächlich. Also für uns wurden bis jetzt nur eine einzige Nebentätigkeit angemeldet, das war von Martinez. Ja, weil wir hatten es vielleicht sinnvoll, weil gerade beim MAPD kommen halt viele Reihen von den Rekruten und ich hatte keine Ahnung, wer irgendwie wo arbeitet. Ich weiß nicht, ob man den kompletten Überblick hat, ich habe mir jetzt erstmal eine Liste angelegt und Unterführung. Warum packt ihr es nicht in den Mitarbeitertag einfach an? Das war ja viel sinniger und nicht schon wieder irgendeine Liste irgendwo im tiefen Dunkelheit unseres Systems. Ja, aber dann müsste man wissen, wer alles eine hat und ich finde, bei der Liste hat man einen Beckenüberblick über alle, die eine haben. Ja, aber es spielt ja keine Relevanz per se, außer wenn man da reinschaut und guckt, woran, ich sag jetzt mal, ein Problem anliegt. Also ich persönlich würde es halt eher in die Mitarbeiter Akte reinschreiben. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, schon wieder eine Liste irgendwo zu haben, wo ich irgendwas machen soll. Wir haben eh schon viel zu viele Listen. Was ich eher kritisch finde, ist, dass wir keine Urlaubsliste mehr haben, weil die muss da bleiben. Ich weiß nicht, worum die weggemacht wurde, weil daran entscheiden wir können wir entscheiden, ob wir jemanden suspendieren oder nicht. Ja, also die ursprüngliche Idee war, warum es entfernt worden ist. Ich habe es jetzt wieder hinzugefügt, was in der Zuhörer abschließt haben und die anderen Flussmitglieder das auch so gesehen haben. Also ursprünglich ist ja der Dienst anweise so, dass man es halt auch in den Status rein entscheiden kann. Das Problem ist aber, wenn es keine Urlaubsliste gibt, kann man ja erst für andere ab dem Rang Commander das eintragen in den Status. Das heißt, wenn ich jetzt als Officer krank werde, das nicht mehr selber einfangen kann, muss ich einen Commander oder höher irgendwie für uns erreicht weil ein Officer kann es nicht mehr für den anderen Officer eintragen. Oder es ist halt sehr mal übersichtlicher, wenn es halt in der Liste ist für mich. Und jetzt gibt es aber die solche erst mal hier angelegt, das ist ein Punkt im Schwarzen Brett einfach. Urlaubsliste. Ich weiß auch nicht, warum die ja weggenommen oder also ganz nicht mich stört die Liste da unten jetzt halt nicht. Unser schwarzes, ich sag dir, wie es ist, unser schwarzes Brett kann nie gepflegt werden und übersichtlich sein, weil spätestens nach drei Wochen ist es wieder zermüllt, ermüllt. Ist ein er von Fakt. Hast du nicht gesagt, Lamy Salah ist in State Prison? In my time State Prison. Und jetzt ist in einem Sanity und wie? Hä? 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 In welchen Farben sind sie denn? Ne, ich bin im Knast. Nee, manche sind nicht erreichbar. Okay. Gibt es irgendeine geheime Tudel von Zelle A aus dem Zelle B oder? Warum ist es denn jetzt Palito? Check 421 14 Die 413 hakt jetzt einmal ein. Ich habe jetzt ein, zwei Fragen im Funk. Frage 1 Es hieß erst gerade Mr. Salah liegt im Sanity Shores Department. Warum wird die Streife jetzt nach Palito geschickt? Frage 2 Sind Sie sicher, dass in einem der Departments ist, weil Mr. Salah gerade bei der Info-Hotline gesagt hat, er liegt im State Prison? Bitte dies einmal aufzuklären. 413 Ende Das Problem, ich kann euch auch nicht zurückrufen, weil er unbekannt angerufen hat. Wahrscheinlich über ein Telefon im Knast. Ja, oder wenn er bei uns das ist, ein Leitstil Telefon. Genau, da wissen wir es ja. Dieser Adler ist wirklich schwer und groß, ne? Wenn der versehen nicht auf meinen Kopf fällt, das ist doch nicht sehr tragisch. Kann man nicht mehr Kini-Lover nachdenkt. Ich glaube, ich kann keinen Käpt'n dazwischen springen. Naja, wenn man jetzt aber einen Käpt'n dazwischen drin springt. Er hat doch seine stumpfe Säge immer mit dabei. Im Dienst. Ne, nur ein Navi, was dauer eingestellt ist auf Rancho. Ich hab's auch für diesen Witz zu machen. Es gibt mir zu viele Zeugen hier. Ich hätte jetzt aufs Maul gehauen. Ich sag dir, wie es ist. Wir haben in einer halben Stunde Nahkampf Mut Ja, das ist super. Das guck ich mir doch mal an. Komm, Bahn zeig ich heute. Weißt du das? Ich muss beim Bahn noch mein Special Training machen. Weiß ich nicht. Hm, ärgerlich. Gibt's denn sonst noch etwas, worauf ich mich mental vorbereiten muss, was irgendwelche Supervisor Sachen angeht? Captain oder Commander? Gestern ist überhaupt nichts großartig passiert. Also ein Custerfuck Supervisor mäßig über der Schnell nicht. Was war da los? Will wissen? Es ist einfach nur ne. Es ist erklärt ob es da wieder nicht kommunizieren können. Würde mich schon interessieren. Es gab ja da wurde einer umgeschossen an Crossy Tankstiller. Das war aber ein Mordfall. Ist aber auch egal. Es hat nichts zu tun. Gerade als Outlaws MC rauffahren haben die auch so beleidigt bedroht und unter der gotten linie bedroht ist typische Rappen der rs bitch und sollte dann die akte machen um es zu ihm 2 8 daraus entstanden eine behinderung von bernstin und eine betrugungs akte die behinderungs akte wurde auch beaufsichtigt dann muss aber der off off cross team weg kriegen irgendwas machen und dann hat der rekrut noch die bedrohungsakte gemacht das Problem bei der bedrohungsakte war dass zwei sichten geschildert worden sind die auf der seite sagte ihm wurde nicht gesagt nur die behinderungsakte machen sondern nicht die bedrohungsakte und dass die bedrohung gewesen ist dass sie uns nicht wundern müssen wenn aufsag kugeln abbekommen dass er an sich eigentlich keine bedrohung ist und dass der rekrut geschrieben hat dass er auch seine tote und eine andere meiner wenigkeit dass die kugel abbekommen was diese aussage zu dem geschädigten machen würden also kann der rekrut eigentlich nicht die akte machen wo er selbst der geschädigte ist das ist die erste seite die zweite sagt dass die beitragungsakte auch aufsicht wurde und gefragt ob er die zweite akte machen soll und das wurde dann von der rekrutten die seite war dass wir aufpassen müssen dass wir nicht bald kugeln fangen das schon eher eine bedrohung ist soll ich die wirklich machen weil es ging mir ja also irgendwie war und am end im zweiten gespräch war noch ein bisschen gegen den rekrutten geschossen dass der ja sehr provozierend und ja also provozierend gegenüber dem outlaw MC gewesen ist und die betrogen quasi aufgeruziert hat drei verschiedene sichten auf eine sache ja spannend ja die frage die ich mir jetzt auch gerade stelle ist das Salah Problem jetzt gelöst worden was war das problem es werden drei verschiedene orte genannt wo Salah sein soll im State Prisoner nicht ne auf einmal ist ein Sanity House Department angeblich und dann schickt die Leitstelle die Streife nach Palito McKinney gesagt der ist im State ja es gibt drei Versionen gerade unser Ding dann jetzt ja und manche ist nicht erreichbar wir haben keine möglichkeit es gibt nur ein einzig Person in ganzen Behörden die Zugriff auf State Prisoner hat und das ist Stuart Trumbly ich was irgendwie heißt finde den und den ist das jetzt hier Momo oder wie heißt weiß ich nicht ich schon gehört mal so keine Ahnung ja spannend die leitstelle für vier 13 kommen wie läuft die suche nach mister Salah kommen ja 413 Ende super ja nee aber die gängig da hat er jetzt hier die Akte angelegt die aussage tun auch alle so langsam einen erstellt sterling bei der nächste geprüft werden sollen genau drei wochen ja glaube welches mal urlaub zurück wenn da kommt es fast wieder so prüfung oder ist eigentlich hinkommen aber wir mal ja es sind irgendwie viele aber irgendwie sind es auf einmal nicht mehr viele das ist ein bisschen schräg muss ich sagen dieks haben wir auch noch in der kette ja ja der ist nächstes Jahr dran also ich glaube dass er ein guter sergeant werden kann so von dem was ich bis jetzt mitbekommen habe was er tut im Vergleich zu früher dieks der irgendwelche leuten rücken geschossen hat zu jetzt dieks ist schon ein kleiner unterschied das stimmt die sache ist dieks hat eine fähigkeit die andere sergeant an werter oder sergeants nicht haben er interessiert sich auch für die meinung der bevölkerung wenn supervisor gesprächen das ist sehr viel wert er ist da ähnlich wie ich und das finde ich halt gut ne also suarez ist keine trainee mehr hopkins ist auch kein ist erstmal gesperrt es ist so sterling deeks hope mctavish und martinez tendenziell bei uns von teufel spricht das hätte ich sie beschworen das stimmt ist doch deine freundin ne ja mensch war ja was ja klar ich meine eigentlich kennst du die version der prüfung schon aber du hast halt hier in dem fall explizit immer gesehen jede prüfung ist halt anders individuell aber hopkins ist es halt die prüfung ohne gesetzes abfragen weil warum soll ich jemanden aus legal division gesetzes abfragen ist ja bullshit da gibt es keine geschenkte punkte ja im prinzip startest er ja auch mit 50 punkten du kriegst alle punkte abgezogen und kannst den punkte wiederbekommen aber hopkins hat die prüfung nicht bestanden auf jeden fall das war ja schon vor dieser katastrophe er hat seine prüfung abgebrochen ok warum weil er weil er sich selbst nicht als gut genug empfunden hat so wie ich verstanden habe ok er hätte sie aber auch er hätte ihn nicht bestanden theoretisch gesehen war strong nicht super strong er hatte da schon punkte abgezogen bekommen bei einigen fragen aber praktisch gesehen er hat teilweise zwei bereiche der prüfung gar nicht abgedeckt und sich null darum gekümmert und das war spannend und er hat sogar tipps bekommen also andeutungen manchmal führt man ja die person nochmal ein bisschen mckinny kennst er ich kenne mich ganz genau die frage er soll halt nochmal sich ein bisschen vorbereiten ich habe ihm meine zehn cent dazugegeben und ich denke beim nächsten mal könnte er eigentlich bestehen also er ist halt jetzt erstmal gesperrt bis nach meinem urlaub und dann kann die prüfung ja nach zwei wochen halt erneut machen naja das bedeutet tendenziell diesen monat noch sterling und nochmal hopkins effektivisch höre ich gar nichts drüber suarez ist gesperrt für ist ja kein sartreinig mehr ja und dann gibt es noch hope und tendenziell martinez halt kündigt gekündigt ach hope hat gekündigt genau 19 ok kommt nicht ganz überraschend irgendwie ne eher nicht was war ihre begründung also zu mir ist ja grandma nicht so gut in new york und sie ist irgendwie nicht immer zeitmäßig gelevelt bekommen das beides irgendwie vernünftig zu machen wen geht es nicht gut in new york ihrer ich dachte irgendwas mit silber weil die waren ja eigentlich zusammen die beiden das wurde mir nicht gesagt aber silber ist ja auch nie wieder aufgetaucht also von naja wie überraschend ja okay dann haben wir habe ich nur noch drei trainees mal jeweils acht ja können wir heute den rolli hier machen weil wir möchtest du den kühlfrag leer machen hab ich gar nicht an gedacht der foley hat mitgedacht und wir haben bewerbungsgespräch klar können machen das kein Problem perfekt sollte halt nur kommuniziert werden anzeiten also frühzeitig kriegen wir aber hin ja sonst sage ich der leitstelle das ja nö ist gut ich kümmere mich später drum okay sollte machbar sein wie viele leute sind überhaupt da bis gleich sieht besser aus jetzt gerade wo ich reingeguckt habe okay wir sollten sobald weiß wieder da ist wenn wir eine schiefbesprechung haben gleich mal das thema watch comment ansprechen weil ich sehe die notwendigkeit nicht mehr das eigentlich durchzuführen also dass wir die haben weil es ist eigentlich nur eine coole leitstelle ja und jeder vorgesetzte sollte so ein bisschen einwirken machen tun wenn was ist ja das ist eigentlich auch deren aufgabengebiet das wird ja sogar in der prüfung abgefragt dass sie halt wenn man merkt die leitstelle funktioniert nicht dass man da interveniert und einmal nachfragt woran hapert bitte abwarten sie dies das 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 gehört eigentlich zu den aufgaben des sergeants aufwert aufwert sehe ich auch so und jetzt haben wir genug sergeants rumfahren ich denke das kriegen wir alles hin ich hoffe ich habe noch eine frage wie das ist supervisor streifen sind wie soll die leitstelle die sehen soll die nicht so im streifendienst sehen also eine supervisor streife ich kann nur sagen wie ich eine supervisor streife mache ich weiß nicht wie andere das handhaben ich hoffe eigentlich dass es eher in die richtung geht wie ich das mache eine supervisor streife die die verschiedene situationen anfährt mal eine 1026 schaut wie es aussieht wenn wir eher frühshow officer sind einsätze community policing gehört auch ein bisschen mit dazu um sich ein bisschen den eindruck zu sagen der supervisor fährt zum ellis fragt man wie sieht es denn aus ist in letzter zeit was passiert vielleicht antworten die uns ehrlich darauf und man hört dann zum beispiel sagen es gab ein paar überfälle dass man super weiße sagt yo leitstelle kümmern sich die mehr als kontrollinstanz rumfährt aber auch für wenn die lage es nicht anders zulässt logischerweise normale einsätze antwortet aber primär geht es hier um zu schauen ob vielleicht Fehler sind wie bei kontrollen feedback geben so wie johnson das damals gemacht hat in die richtung ein bisschen ich sehe das halt auch so dass ich verfügbar bin für die leitstelle und halt nebenbei noch als supervisor dann gucke wie Leute ne ich fahre zum beispiel da ist irgendeine kontrolle gucke ich mir an genau also du bist du bist nicht die primäre wahl sondern die sekundäre wahl also primär sind es die anderen streifen und wenn es dann nicht mehr anders geht kommt die sekundäre wahl halt da mit rein okay aber dann sollten wir auch immer drauf gucken dann weil ich hab es bis jetzt immer reingeschrieben hab mich eher als ganz normales streifendienstmitglied gesehen dann sollten wir das so kommunizieren dass eine streife dann so als supervisor streife rumfährt so wie das du jetzt meintest ne und die anderen dann ganz normal halt sich nicht supervisor streifen man sieht ja dass da ein supervisor drin ist wenn man einen braucht also genau richtig ich sage mal grundsätzlich ist halt so dass die supervisor so oder so alle halt greifbar sind aber grundsätzlich ist das hier also ich selber fahre wenn ich mal rausfahre meist bin ich als supervisor unterwegs weil ich mich um meine operations abteilung halt auch kümmern muss und halt schaue wie es denn da aussieht da und da ob es da irgendwie auch nachschulungsbedarf gibt jetzt nicht im sinne von hey ihr müsst rekrutenmodul machen das ist halt bullshit das sehe ich als absolut unnötig anders sozusagen sondern dass halt ein sergeant unabhängig davon wo er ist einmal eine meldung kriegt hey pass mal auf wir haben hier officer xy der hat hier ein bisschen schwäche zieh dir mal ein bisschen zur seite fahr mal mit den raus und schau mal dass du da mit den drüber sprichst und nochmal etwas nachschulst auf praktische art und weise so das ist eigentlich das ich sag mal beste wie es sein sollte aber du weißt ja wie es ist bei uns wie es sein sollte ist meistens nicht leider so wie es ist aber das kriegen wir hin glaube ich das ist mein langzeitstil das problem ist meine world map obseitig moment mein telefon marschimorsch ist gerade wichtig ich bin gerade im gespräch nein ist nicht wichtig dann ruf gleich zurück weiter ne so ähm ja also grundsätzlich gab es eigentlich eine world map die jetzt wieder durcheinander gewürfelt wurde von mir und das nervt mich auch etwas um ehrlich zu sein ähm hast du ein bisschen mitbekommen dass ich halt gerade die units aufräumen möchte dass da mal struktur wieder reinkommt weil millard jetzt zwei monate drei monate lang sein ding halt gemacht dort mit dass die unit versucht selbst zu existieren ohne lead funktioniert nicht die mpu mpu mehr auch aber asu reden wir nicht über die funktioniert ja auch nicht ähm und jetzt ich habe mit millard darüber gesprochen ich sehe es halt anders für mich persönlich muss es auch und mein telefon klingelt schon wieder mach ruhig kurz gerade nicht ich bin in ein gespräch ja klar später jetzt unterhalten wir uns tatsächlich und die anderen können warten waren nur foley und davis also von okay also grundsätzlich ist halt für mich das langsatz hier wieder dass die units halt ihre lead seit haben ihre co-leads deswegen ist ja unter anderem habe ich ja mit dir gesprochen wie mckinney ob es für dich okay ist dass er co-lead wird und das halt der captain meiner rechten halt asu lead wird und die mpu komplett abstößt das problem ist jetzt nur suarez hat ja diese fehler unter anderem gemacht und stand jetzt soll sie halt ist sie ja kein trainee mehr und soll auch kein mpu lead mehr werden weil sie anscheinend nicht die selbsteinschätzung hat ob sie mit einer situation klarkommt oder nicht ist das so okay ja das ist so entstanden die sache ist stand jetzt ist es erstmal auf ice ich versuche hat Stuart zu erreichen weil ich mit Stuart reden möchte wie er das sieht weil es ist seine mitarbeiterin wenn er mir sagt er möchte trotzdem gerne ihr die chance geben mpu lead zu werden dann vertraue ich ihm und sag okay wir probieren das sehe ich aber dass es nicht funktioniert ist sie raus also als lead dann geht es halt nicht dann muss der co-lead das erstmal übernehmen der co-lead für die mpu soll halt 5 sein bei 5 ist aber das problem er soll erstmal lernen Sergeant zu sein so hart ist das gerade blinkt Finch macht einen guten job muss man auch reinkommen genau bei Finch ist so ich weiß nicht was in der Perro halt mit ihm gemacht wird und ich kann mich leider nicht zelt teilen im Moment weil ich soll ja eigentlich Finch und Barnes und meine Fittiche nehmen und ich habe mit Barnes gerade schon ein bisschen genug zu tun um ehrlich zu sein du zelt teilst dich die ganze Zeit dann klonen ich habe man ganz wichtig bei dem Vorfall am Genki die wurde nicht geschossen richtig ne wurde nicht geschossen warum ja weil richtig weil Observer ein Artikel rausgebracht hat indem wir angeblich auf Zivilisten geschossen hätten was soll Warnschlüssel aber mitten halt ja wie sich das liest halt ja aber das kann man dagegen vorgehen kann man gut Fake News Anzeige ja wir dürfen keine Unwahrheiten da schließen glaube ich also ja 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 hoffentlich also ich habe geschossen ich stande vorne die ganze Zeit mit hinter der Gruppe weil ich ja mit Dings gesprochen hatte und da hat keiner geschossen überhaupt ganz genau du wirst gebraucht ganz bitte Observer verklagen ne stopp doch doch es gab ein Warnschuss das ist korrekt es gab einen Warnschuss als die Situation maximal eskaliert ist und unsere Officer multiple angegriffen wurden gab es einen Warnschuss in die Luft aber nicht in Richtung Zivilisten in keinster Weise aber sicher dass es den Schuss gab ja weil ich den getätigt habe achso da bin ich mir ziemlich sicher dass es den gab den Silencer drauf nein nein es wurde in die Luft geschossen aber nicht ansatzweise in einer Hausnähe nicht ansatzweise in Zivilisten nähe sondern ganz kontrolliert in eine Richtung wo niemand verletzt werden kann logischerweise und ich bin absolut kein Fan von Warnschuss aber da ging es nicht mehr anders weil er wurde verprügelt mehrfach es geht nur darum Observer hat einen Artikel rausgebracht wo von mehreren Warnschuss noch die Sprache ist teilweise wo es gab nur einen das liest in Richtung der Menschen und langsam wird es wild was die dafür scheiße schreiben weil Davis hat nachher noch einen Termin mit denen wo er vermutlich auch dazu befragt wird aber ja einer von euch muss eben die OIS dann noch aufnehmen kann auch einfach ein Messer aus der Servatenkammer nehmen und dann muss Natschi sich einen neuen Commander suchen ich glaube der Arter ist wie Bernd wie einfach war ne wo waren wir denn jetzt wo Gott hier uns unterbrochen hat achso wir haben gerade über diese Leads hat gesprochen tatsächlich ne Unit Leads wie gesagt ich möchte halt dass Miller zeitnah da rauskommt weil er das SWAT hat leitet und die Operations Führung ist dann braucht er nicht noch mehr Leads haben Bullshit halt im Prinzip ich bin ja auch Ningo Lead ich bin halt nur Co-Lead im SWAT und halt das war's ich kann gar nicht mehr übernehmen will ich auch gar nicht weil andere Leute auch die Chance bekommen sollen sich zu beweisen man muss auch gucken dass dann nicht nur die ganzen Leute immer mit ihren Einheiten unterwegs sind also Hauptaugenmerk muss natürlich Streifendienst sein absolut aber die Sache ist es muss auch mal passieren dass die NPU mehr draus ist weil die NPU ist eigentlich nur ein Statistenverein aktuell ja und wir sind keine Grenzpatrolle deswegen und das ist halt was das Langzeitziel ist dahingehend wo ich sehr hinterher bin aber da muss ich auch sagen ich bin jetzt letzten Monat mal einmal die Grenze abgeflogen ja und das soll eigentlich auch passieren eigentlich soll laut System so wie es einmal besprochen wurde einmal am Tag mindestens die ASU die Grenze abfliegen worum sich der ASU-Lead kümmern sollte so wie wenn halt die ASU wenn der Heli da nicht lang flieht halt dann halt wenigstens das Boot einmal lang fährt Kommander ey das muss laufen ja Kommander ey das muss laufen bis noch nicht Kohli aber ich bin sicher wir kriegen das hin einmal rum da rum zu fliegen natürlich ich meine im Prinzip sollte man das ja eh ein bisschen verbinden man hat halt einmal den Grenzflug und man fliegt halt einmal im Luftraum San Andreas halt ab generell weil wir sind ja warum auch immer die Flugkontrolle also Flugbehörde wie auch immer also die Beschwechung sollte unser Helikopter dann auch in der Luft sein ich meine unser Start geht nicht pleite wie wir wissen es wird alles gefunden was wird gefunden? ja die ganzen Sachen wurden ja gefunden also sind wir ja nicht kurz vor der Pleite nee müssen wir da auch nicht mehr sparen wir haben schon wieder neue Arbeitsverträge ja wegen der Gesetze oder nee weil ihr einer uns verklagt hat deswegen müssen wir der hat seinen Spind nicht ausgeräumt und verklagt uns jetzt dass wir seine Sachen im Spind weggeschossen haben ja nun Mensch die Formatierung ist ja super ich hab da so sagen wir mal es wird mit Bildelementen gearbeitet und das war jetzt irgendwie nicht so strong oh nee Bildelementen? ja in deinem ah ja guck mal rein in den Arbeitsvertrag wieso benutzen die das ich hab so verschicken wie die jetzt auch McKinney super einfach ja nee müssen wir jetzt jedes einzelne scheiß PDFs selber machen oder was ja ja McKinney viel Spaß ey wie soll ich das ach so jetzt muss ich mir so ein Programm runterladen dass ich da unterschreiben wir können einfach Dinge so da schreiben also den Wisch hier zurückschicken ach so okay ja mit Unterschrift die dacht schon ja jetzt verrückt ja die Formatierung der Mails auf dem Fall sehr profil ist wichtig reicht das wenn ich nur meine Unterschrift zurückschicken äh ja einmal hier dass wir bestätigen ach das was ist das 501 natürlich Absorber können wir auch mal verschwinden lassen wäre ja auch ne Idee dann einmal das Verkehrsbetternis verschwinden lassen die Wüste ist groß kriegen wir östlich quickies und danach äh send ich Schwarz wie die anfahren wegen Winters welche kommen check hat die 501 zum mitkommen natürlich habe ich das Saison gebucht huch vielleicht sollte ich gleich mal einen Anruf führen einfach so lost ne wirklich ist und was die Monos wer auch immer das ist warum gibt es da eine Beschwerde ja es gab einen Angriff aufs Kasa wo Leute angegriffen wurden scheinbar niedergestochen unsere Einheit also ich waren die ersten die vor Ort waren hatten ja Leute flüchten sehen haben die Dame gestellt ist halt ein Ovi gefährliche Körperverletzung hat ein Messer auch bei ihr gefunden haben sie halt Geld gebracht in Absprache mit den anderen also wir hatten Hopkins und Coskey hat nochmal gefragt die Die einzige Beschwerde die Hopkins gerade sieht die zulässig wäre ist dass dieses ich verweigere meine Aussage der Dame nicht drin ist das soll wir einfach nachtragen und die Zeit ist vorbei 430 F wurde mir gesagt ok soll mal ein bisschen ordentlich machen das habe ich auch gesagt dann soll er weniger machen dafür ordentlich man kann ja nicht sagen ich mache halt viel ein persönliche Fehler ist halt auch klar stimmt das aber sollte man nicht argumentieren ja oder das ist wie der eine Staatsanwalt der in eine Akte reinschreibt diese Akte ist eine Unverschämtheit aber die Akte von ihm komplett verschissen wo er nichts gemacht hat sehr gut ich würde Markus auf die Latte gehen ja ich ziehe mich gleich um dann kommen los 417 30 MAPD das hier für eine Veranstaltung oh fuck ich bin mal immer auf Klo bis gleich 342 Punkt Check Check 501 1030 westlich Suburbanalter Check Leipstelle für 291 kommen 40 kommen 291 enteibereit MAPD kommt die Leipstelle mit kommen 291 Ende 430 S mit 1026 ein weißer PKW nördlich der Delperopia Einfahrt Check 416 1030 MRPD Check Check 4141 mit einer Überführungsfahrt ins Lamesa B Check Check 5 01 aktiv Check guter machen 423 vielleicht still kommen 423 höher was immer PD anfangen und den Kollegen 92 auf nehmen kommt hat die 423 somit ist noch bis 1020 gegen Yangtang Stelle kommen Ja Ja Check 423 3 über 4 zum MRPD. Check. So. 441. Ist aber hurtig. Check. Ich bin grad... Ich hör weg, so ja. Mit den Nuder ist grad ein bisschen erbost grade. Erbost. Moment. Hal. Warten wir uns auch ein bisschen. Hallo? Krosse Ente. Grad gar nichts, ich rufe später an. Tschüss. Ja klar, also wie gesagt mit dem Herrn Salah. Der hat auch die Info dann angerufen und sagte, send die Chance im Knast. Wussten wir nicht, dass der Brüssen wird. Aber ich fand diesen Funkspruch danach unnötig, mich im Funk vorzuführen, wie die Suche nach dem Herrn Salah läuft, fand ich nicht gut, ehrlich gesagt. Was mit dem Panikabay habe ich verwechselt eben. Check. Check. Das geht auf meine Kappe, aber das Vorführen muss nicht sein. Ich hab mich halt vorgefühlt gefühlt im Funk. Ja, es war aber nicht das Ziel damit, Mr. Tenota. Aber genau so habe ich mich gefühlt. Ich wollte nur sagen. Mr. Tenota, dann nehme ich das so zur Kenntnis. Okay. Good. Super. Jetzt haben wir... Der Herr Miller hat eben angerufen. Anderes Thema. Und sagte, wenn in einer halben Stunde, also jetzt noch sieben Minuten, wenn er nichts hört, dann soll ich die Kavallerie schicken, zu bleiben standen. Ich weiß nicht, ob... Welcher Mr. Miller dann? Es gibt mehrere hier. Brian Miller. Detective. Ah, ich weiß, wo der ist. Warten Sie. Da weiß nicht jeder groß gescheit. Nee, nur, dass Sie da Bescheid wissen, weil er sagt, soll er den Kavallerie schicken, wenn er sich nicht meldet. Und äh... Alter. Gibt's hier eigentlich... Oh mein Gott, gib mir das PD auf die Nerven. Alter. Ey, dann fahren wir los. Jesus Christ. Hast du gefühlt uns am Ende mit Kavallerie das Weg? Nee, okay, aber dann... Gut, dass er es gemacht hat. Bis später. Cheerio. Cheerio. Matane. Da sind wir ja heute im Kindergarten und jeder flennt über jede Scheiße rum, oder was? Alter Schwede. Ja, ich sag mal so, wenn sie keinen anderen Ersatzgrad haben, der es übernehmen kann, dann geht der Einsatz logischerweise vor. Gucken Sie, wie lange sie brauchen und rufen mich dann einfach nochmal an. So. Achso, Mr. Tinuta, kommen Sie doch bitte nochmal mit. Ja. Mr. Barnes, kommen Sie mal kurz her. 1... Mr. Tinuta, dann bitte beim nächsten Mal, wenn ich eine Frage im Funk stelle, antworten Sie auch auf diese Frage und äh... kommen Sie dann bitte nicht auf diese Art zu mir, wenn ich dann nochmal danach frage, ob Mr. Salar gefunden wurde, okay? Ich sag's nur, ich hab mich vorgefühlt gefühlt. Ja, und Sie haben mir nicht auf meine Frage im Funk geantwortet. Ich hab Ihnen geantwortet, dass sich das aufgeklärt hat, so. Ja, danach, als ich dann nochmal nachgefragt hatte. Mr. Tinuta. Okay. Nehm ich zur Kenntnis, wenn ich nichts mehr besser machen soll. Gut. Und selbst nicht wäre es nett, wenn äh solche Fragen schneller dann beantwortet werden. Mr. Tinuta. Check. Mr. Tinuta. Mh... Warum haben Sie sich jetzt genau vorgefühlt, vorgefühlt, gefühlt bei diesem Funkspruch? Das würde mich jetzt interessieren. Ähm... Warum? Das war halt, äh, die Art, wie Sie nachgefragt haben. Das war mit so einem leichten Lächeln. Also es kam mir so vor, als hätte ich das rausgehört. Und deswegen habe ich mich vorgefühlt gefühlt. Achso. Okay. Also Sie interpretieren etwas rein, ohne vorher zu fragen, ob irgendwas mit einem Lächeln war. Also Mr. Tinuta, ich habe in meiner Position Besseres zu tun, als irgendwelche Officer von mir vorzuführen. Und grundsätzlich war es auch nicht meine Intention, Sie vorzuführen, um das hier nochmal klarzustellen. Check. Bei sowas rufen Sie, bei sowas rufen Sie mich einfach direkt an. Alles klar. Gut. Mr. Tinuta. Machen Sie weiter. Sie machen regulär eigentlich einen guten Job. Check. Ah, ich sollte vielleicht außer Dienst gehen. Ich entschuldige mich nochmal, weil im Moment, äh, ein bisschen erkrankt und auch ein bisschen Schmerzen. Und vielleicht sollte ich einfach warten, bis das alles abgegangen ist. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung. Sie wurden noch verletzt auch vor kurzem, ne? Das ist richtig. Irgendwas. Ja, äh, Haar ist in der rechten Schulter. Das ist deswegen nur Indien. Hm. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch angeschlagen und nehme alles ein bisschen persönlicher. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte ja auch niemanden angreifen. Sie haben mich nicht angegriffen, ich wollte es nur klarstellen. Ja, das ist schon klar. Wie gesagt, Sie sind Teil meines Departments und das letzte Beispiel mit meinen, äh, Leuten in meinem Department-Tour ist, sie vorzuführen. Oder sonstiges. Ist klar. Wie gesagt, ich werde jetzt schauen, dass ich die Leitstelle abgebe, dann soll ich vielleicht besser erstmal, äh, warten, bis alles ausgeheilt ist. So reden Sie sich aus, das ist manchmal gar nicht schlecht. Alles klar. Gerade wenn man krank ist oder bei ihm, äh, was haben Sie gesagt? Äh, ist in der Schulter? Die Haare ist in der Schulter. Das, äh, ist unangenehm hier. Ja, etwas. Alles klar. Check. Dann gebe ich die Leitstelle jetzt weiter. Jo. Es sei denn, Sie brauchen noch Wasser? Nein. Wir sind soweit durch. Alles klar. Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Ich komme mir vor wie im Irrenhaus hier. Komm mit, wir haben was zu tun. Guck mal, was tun Sie gerade? Äh, Aktenschulung. Alright. Also wirklich, ich, äh, heute ist wirklich Wahnsinn. Merke ich schon. Weil ich gelächelt habe, habe ich mich vorgeführt gefühlt. Wie kannst du nur wirklich, ey. Wie kann Mr. Korayame lächeln. Ab demnächst bin ich dann nur noch streng. Und gut ist. Entschuldigung. Eine Fresse. Was macht ihr denn hier? Hey, komm. Was ist denn mit euch? Ich habe, äh, ja. Ich musste mir gerade von Mr. Tenuta anhören, dass er sich für meinen Funkspruch vorhin, als ich nochmal gefragt wurde, ob die Suche von Mr. Salah beendet wurde. sich vorgeführt gefühlt hat, weil man ein Lächeln in meiner Stimme gehört hat. Wirst du meine Marke an? Sorry, weil dann sind wir echt an dem Punkt. Ja, und das Gespräch mit Mr. Moore war ja auch besonders. Also... Ja, weil das Witzige ist, das habe ich vorhin nicht gesagt, aber erstens, es wurde schon cool mit ihm gemacht, mit Brand zusammen. Ähm, und da hatte er von mir unter anderem auch Kritik bekommen, was nicht so läuft. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich darum gekümmert hat oder ob er nicht verstanden hat, dass es Kritik war. Ich glaube, er hat auch eine sehr interessante Auslegung von Kritik. Die Sache ist, die Leute sollten mal verstehen, dass das... Also wirklich, ich komme mir vor wie ein Beispiel heute, wirklich. Sagt denen jetzt gar nichts mehr, ne? Ich lasse nur noch euch reden, weil ich lächle ja anscheinend. Mach mich fertig, wirklich. So, Herr Taylor. Damit ihre Ausrüstung dann auch mal komplett ist, ähm... Bitteschön. Ja, vielen Dank. Können sie dann auch gleich anziehen, wenn sie mitkommen. Mal fix am Rechner ran. Jo, kein Stress. Ja, okay. Ich meinte eigentlich Taylor, nicht dich bei uns. Hallo. Was kann ich für dich tun, Davis? Was kann ich für dich tun, Davis? Nein. Ob es... Nein, wenn es einfach noch eine Beschwerde gibt. Dass sie nicht gut gelaufen ist, weiß ich schon und kann ich mir auch denken. Ich dachte, Hopkins ist das Problem von Skoskela und nicht dein Problem. Ja, irgendwie so halbleibig auch noch meins, deswegen, ich weiß es nicht, wie es ist, deswegen... Er hat seine Prüfung abgebrochen. Okay, Prüfung abgebrochen. Und seine Prüfung war scheiße. Ist... Okay. Praktisch einfach eine Vollkatastrophe und, äh, Information... Also, Knowledge-technisch war es halt... War okay. War im besseren Viertel, aber... Nun. Okay. Ja, ich... Er ist halt auf mich zugekommen und wollte quasi... Ähm... Quasi, dass wir daran arbeiten können an seinen Viertel. Dementsprechend muss ich ungefähr wissen, woran ich arbeiten kann und Vollkatastrophe reicht mir als auch so. 4-0 wieder aktiv? Ja. Perfekt. Warte, nee. Okay. Dann bis später. Äh... Ja, Fahrzeuge kommen, ja, dann baue ich auf den Verwarten. Ah. Mr. Tinota, kommen Sie bitte noch mal. Geben Sie einmal die Leitstelle an die Kollegin ab und kommen Sie mal in mein Büro. Ja, ich habe übernommen. Ist gut. Okay. Auf den Verwarten. Das ist ein Gespräch, was wäre so unter vier Augen für Mr. Tinota. Ja. Wieder aktiv. Erstmal... Mensch. Sie haben nicht so viele Bürgungspunkte mit mir gehabt, aber Sie merken, dass nicht gerade die Sonnenblume auf der Insel bin. wenn man jetzt nicht im Dienst... Ach, das ist... 4-0 für Leitstelle gekommen? Ja, das ist auch richtig, wenn Sie in den Dienst will kommen. Ja, wir machen so alle super. Nur ich bin im Moment quasi so aufgeregt. Ich habe jetzt gerade hier Miss Nieberg als Kurde-Stelle genommen, sodass die Fehler gerade minimiert werden. Okay. Also ist es generell nur eine Entscheidung, dass Sie halt noch nicht ganz dienstfähig sind aufgrund Ihrer Belätzungsthematik? Nee, ich gehe davon aus, weil ich gerade nicht so aufnahmefähig bin. Ich habe jetzt auch keine Schmerzmittel genommen oder sonst irgendwas, sondern, äh, dass das bis morgen abgeheilt ist und so weiter. Mhm. Dann tun Sie mir einen Gefallen, dass Sie sich bitte nicht an irgendwelche Grenzen bringen, nur weil Sie weder Geld verdienen wollen oder für die Behörde da sein wollen oder was auch immer. Ihre Gesundheit geht vor, weil uns bringt es nichts, wenn Sie dann hier mit Schmerzen sitzen, vielleicht ein Fehler passiert oder Sie was dadurch verschleppen oder so, okay? Ich meine, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, in den Dienst zu gehen. Also ich bin der Letzte, der Ihnen da einen Stein reinwirft, weil ich bin nicht besser in der Hinsicht. Aber ich muss es trotzdem als die Partner und Leiter halt einmal sagen, dass sie bitte auf sich achten sollen. Und ich sie, wie gesagt, nicht vorführen wollte oder Sonstiges. Ja, wie gesagt, das war halt nur gerade eben etwas komisch, weil der Herr Salah wirklich gesagt hat, wer halt im Gefängnis ist, den sende ich aus. Und die in Portland hat halt gedacht, der wäre halt im Department und nicht im State. Was ich Ihnen halt sagen kann, was halt für uns ein bisschen hier ironisch gewirkt hat, das sage ich Ihnen aber auch ehrlich. Erst heißt es erst im State Prison, dann heißt es erst in Sandy Shores und dann heißt es erst in Palito Bay. Es kann ja sein, dass es ging ja nicht darum, dass die den Fehler da gemacht haben. Es ging eher darum nicht, dass Mr. Salah auch noch mal sie angerufen hat und gesagt hat, er ist in Palito Bay, weil wir reden nicht von Mr. Salah. Ja, das ist halt das andere Problem, genau. Deswegen. Also grundsätzlich, wenn irgendwas ist, kommen Sie bitte direkt zu mir. Ich habe nicht das Interesse, dass jedes Mal Officer meinen, zu irgendeinem Departmentleiter in einen anderen Department zu gehen, dass dann irgendwas im Raum steht. Ich bin ehrlich zu Ihnen, finde ich nicht okay. Ich dachte, Sie wären da, ich habe nicht gesehen. Nein, 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 alles gut. Das ist jetzt nicht unbedingt auf Sie bezogen. Es geht mir nur darum, wenn jemand ein Problem hat, soll er einfach hier hinkommen. Und so. Ich meine, ich sage Ihnen, wie es ist, ich bin streng, ich bin sehr direkt, aber letztendlich höre ich mir trotzdem die Probleme meiner Officer in diesem Department an. Oder in meiner Abteilung, glaube ich. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Wie gesagt, mit streng und so habe ich absolut kein Problem. Selbst wenn wäre es Ihr Problem. Nicht mein Problem, bin ich ehrlich. Genau. Ja, aber wie gesagt, ich habe damit absolut kein Problem. Nur, ich sage mal so, es liegt nicht an Ihnen. Wenn ich ganz ehrlich bin, sind es die letzten Tage, wo ich ein bisschen mir Gedanken mal über das PD gemacht habe. Das war einmal der Berührungspunkt mit dem Herrn Dupont. Okay. Was war da, wenn ich folgen darf? Ich war mit dem Herrn Evans auf Streife. Wir waren oben in der Kommune und da standen zwei Fahrzeuge von zwei. Wir haben alle Officer, die gleich am Nachkampfmodul teilnehmen. Wir treffen uns auf dem Innenhof des Lamiers seit dem Partner. 480 Ende. Ja, die prügeln sich gleich noch. Alles gut, Sie können weiter erzählen. Und dann habe ich dann halt den Herr Dupont kontaktiert, den CSI. Ja. Er war sehr patzig am Telefon. Da denke ich, okay, gut. Dann habe ich den Herrn Kowalski angerufen, weil er die Vermisstenanzeige aufgenommen hatte damals von der einen Person. Er sagte dann, es handelt sich um eine Entführung. Dann haben wir auf die Ladefläche von dem einen Fahrzeug geschaut. Da war Bleiche drauf. Also das war offene Ladefläche. Und ja, dann hieß es, kam das CSI dann doch irgendwie vorbei. Dann hieß es ja, als Detekt ist, wir können da nichts machen. Das ist nicht unser Ding. Machen sie eine Fallakte auch, wenn sie wollen. Und dann habe ich die STA angerufen und die STA hatte keine Lust irgendwie zu sagen, okay, ihr könnt die Fahrzeuge abschneppen, weil kein dringender Tatverdacht und sonst was. Okay. Und danach bin ich halt da noch dann von den Kollegen von Genkis Nier geknippelt worden. Das war halt so ein Scheißtag. Ach, der Abend. Ja. Ja, genau. Genau, dieser wunderbare Abend. Ich glaube, danach war jeder etwas nicht so amused. Sagen wir mal so. Genau. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll, weil es sind zwei vermisste Personen. Da stehen zwei Fahrzeuge von zwei vermissten Personen. Ja. Und dann hat der Herr Captain Palmer, hatte dann noch geäußert, ja, so nach dem Motto, es ist ja nur ein Landstreicher und gut ist so ungefähr. Ich glaube, er wollte damit ausdrücken, er kann auch weitergezogen sein, aber in dem Moment kam es halt sehr folgend. Und wo ich dann gesagt habe, okay, es ist vielleicht ein Landstreicher, aber trotzdem noch ein Mensch. Mhm. Und der Herr Elfens hat das genauso aufgefasst und so. Sie können ihn auch gerne fragen. Ja, ich glaube Ihnen das schon. Und das fand ich nicht gut. Und das fand ich einfach nicht gut. Und heute auch. Er ist mit zwei Rekruten unterwegs. Ich sage, er soll doch den Dispatch anfahren. Dann schaue ich aus Live-Tracking. Und er sollte das als Käpt'n eigentlich drauf haben und nicht dann nochmal die Leitstreicher anfangen. Wo ist das genau? 4-1-3-10-Fassenives Vision. Und er Herr Elfens hat gesagt, er hat einen auch gesagt, ich bin es im Live-Tracking nachschaut. Sie können es im Live-Tracking nachschauen. Er wird ihm da eine ordentliche Antwort eigentlich geben. Ansonsten lasse ich Mr. Williams verschwinden. Wie gesagt, er war, ich glaube, er war an dem Amt gerade oben. Wie gesagt, wer hat keinen Detektivfall. Da lag auch im Mülleimer, lagen auch diverse Zettel, auch von einer verstorbenen Person. Da war Zigarette angeordnet, wie so ein Kreuz, was falsch rum war. So Satanismus-mäßig. Dann wurde gesagt, ich darf das Zeug nicht nehmen, nur Fotos machen und dokumentieren. Weil der Müll gehörte trotzdem jemand, auch wenn der weggeschmissen wurde. Das ist für mich ganz neu, weil normalerweise, wenn ich Müll wegwerfe, ist der nicht mehr mein Besitz, sondern geht in den Moment in den Staat über, beziehungsweise in das Müllunternehmen. Aber ja, habe ich jetzt im Moment noch gar keine Fallakte eröffnet oder sonstiges, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich das handeln soll. Wer hat das gesagt, dass sie das da nicht rausnehmen dürfen? Die Detektivs, die da oben waren. Es waren zwei. Ich glaube, Herr Williams war dabei und noch jemand. Ich weiß nicht mehr genau, wer. Fragen Sie da bitte trotzdem nochmal nach. Tun Sie mir mal den Gefühlen. Das ist ein Ärger, bitte. Wegen der Schlacke. Irgendwas hat er da gesagt. Weil die Schlacke irgendwo aus dem Müll genommen hätten und wäre nicht mehr verwertbar gewesen, wegen Old Olympus. Ja, korrekt, weil hier kein Beschluss da vorhanden war. Zwecks Beweis mit der Sicherung. Und dass man sowas vorgerichtlich benutzen kann. 430-S löst sich auf. Und die SCA sagte, okay, wir können die Fahrzeuge nicht abschnitten, wegen Polizeigesetz Paragraf 18. Da wäre nichts erfüllt, aber Paragraf 19 sagt was anderes vom Polizeigesetz. Der Herr Tanaka sagt, ja, wir suchen wahrscheinlich nur jemanden, der jetzt auch seine Kappe nimmt, weil wir zu viel Schiss hätten, das selber zu machen. Das ist halt der Tanaka. Und ja, der hat gesagt, ja, das geht nicht darum. Ich wollte mich halt einfach nur rechtlich absichern. Jetzt weiß ich halt nicht, was soll ich jetzt machen? Das ist halt, die Fahrzeuge stehen jetzt auch schon länger da oben. Keiner kümmert sich um. Und ich frage mich halt, wenn das schon so so lange, warum hat noch niemand jemand in die Mülltonne geschaut und sonstiges, weil die Person schon länger verstorben ist. Wahnsinn. Die er da oben hinterlassen hat. Wir machen das mal ein. Das ist nicht Mr. Williams. Das ist jemand anderes. Ich gucke mal, ob Mr. Williams da ist, weil dann rufe ich ihn einmal hier ins Büro und dann klären wir das direkt hier. Einfach, was da jetzt genau Phase ist und was auch nochmal sie gerade geäußert haben. Aber ich glaube, Mr. Williams ist nicht da, wie es aussieht. Ah, ärgerlich. Da muss ich nicht verstehen. Polizei gesetzt. Hier vorne stehen zwei Bewerberinnen am MRP, die kommen. Park war auf 18. Nein, 19, was ist das? Vielleicht müssen sie sich noch gedulden, kommen. Der Mr. Williams ist leider nicht im Dienst. Das ist mir mal gefallen. Kommen Sie mit dem Thema, wenn Mr. Williams auch im Dienst ist, nochmal auf mich zu, dass wir einmal das Gespräch erfüllen, dass ich auch mal mit ihm darüber reden kann und ich stelle mich mit dazu, um mir mal anzuhören, was denn dann da gesagt wird. Allein die Aussage, dass immer gesagt wird, das ist kein Detektivfall, finde ich nicht okay, wenn man Rückfragen hat oder so. Ja, okay. Wie gesagt, laut Paragraph 19, Beschlagnahme Sicherstellung von Gegenständen, geht es hier auch, warum ist hier, zum Beispiel Entnahme von Fingerabdrücken und Spuren ist insofern zulässig, als dass sich ein Zusammenhang zu einer Ordnungswielfahre gehen oder Verbrechen herleiten lässt. Dies geht auch bei dem Verdacht. So, wir haben ja einen Verdacht, wenn zwei verschiedene Personen vermisst werden und zwei Fahrzeuge am selben Ort aufgefunden werden, ist das für mich ein Anfangsverdacht. Definitiv. Haben Sie recht. Und deswegen würde ich eigentlich die Fahrzeuge abschleppen lassen und verrennen Sie wieder suchen. 31.30, El Piero Pidin. Ah, was ist ein Zufall. Mr. Williams, sind Sie auf dem Weg in den Dienst? Gleich berufen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie einmal in mein Büro kommen. Ihr wartet ein Officer, der mit Ihnen sprechen möchte. Okay. Ja, kann ich mal. Kannst du bitte zeitnah auftauchen, auch kannst du eben hier dich einstempeln. Liegt jemanden, also ich finde, das Gespräch sollte auf jeden Fall geführt werden. Und dann stepple dich kurz ein, dass du wenigstens dafür auch bezahlt wirst. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Warte, nee. Gut, Mr. Williams ist auf dem Weg. Dann können Sie das einmal auch ihm nochmal sagen. Kann auch sein, dass die vielleicht im Stress waren oder so. Das wäre auch nicht so abwegig. Ja, klar. Aber ich verstehe, dass Sie das nicht okay finden. Ja, und Herr Depot wollte erst gar nicht vorbeikommen und sagte auch nur, ja, machen Sie eine Akte auf eben. Und ich fragte auch nur, soll ich Herrn Kowalski nochmal anrufen. Dann habe ich dann den Spruch abbekommen. Ja, aber ich brauche niemanden, der für mich Gespräche führt. Dann hat er dann aufgelegt und so weiter. Das muss alles nicht sein. Ich mache einfach nur meine Arbeit. Und ich finde es halt komisch, dass da keiner ewig lange nachschaut. Und man kriegt ja gesagt, ja, dann machen Sie einfach eine Akte auf und gucken, was rauskommt. Kann es ja nicht sein. Ja, grundsätzlich haben Sie halt Fragen. Ich meine, die Personen wurden als vermisst gemeldet worden. Oder beide Personen sind als vermisst gemeldet worden. Und im Prinzip hat man hier definitiv die Option, oder man sollte nicht nur die Option haben, sondern man sollte das Interesse daran haben, das aufzuklären. Und ich finde es auch, aus der Warte gesehen, vollkommen okay, dass sie das machen. Außer, und das ist die Sache, vielleicht sind die Detektors dann irgendwas ran, haben ihnen das aber nicht mitgeteilt. Das kann tatsächlich auch sein. Aber dann sollen die ihnen das zumindest andeuten, dass das momentan auf dem Schirm ist und dass sie das nicht erfahren, das ist halt normal, weil es halt nochmal eine andere interne Stufe hier bei uns ist. Manchmal erzählen die Detektors, was erkennt sie ja selber noch von damals wahrscheinlich. Ja, aber die hätten einfach gesagt, ja, wird sich schon darum gekümmert oder keine Ahnung was, hätte ich es verstanden. 4, 1, 2, 10, 3, 10, und so weiter. Und das muss das nicht sein. Das ist korrekt. Wie gesagt, müssen wir wenigstens jetzt auf den Weg gehen. Dann erzählen sie einmal bitte auch alles ihm nochmal. Und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Weil dann ist das Thema auch aus der Welt und das steht da nicht, also hoffentlich aus der Welt, dann steht da nichts mehr im Raum oder so. Das wäre, glaube ich, zielführend für sie oder auch wünschenswert für sie. Ja, weil das ist halt, wenn sie das aus meiner Warte sehen, man macht nur seine Arbeit, bekommt dann aber von links und rechts nur einen Anpiss oder sagt, ja, ist halt so. Das ist halt nicht zielführend oder das ist auch nicht das, was ich für eine Arbeit habe. Meine Arbeit ist zu ermitteln. Wenn ich einen Ansatz habe, verfolge ich den. Richtig. Können Sie zu den 10% unserer Office sein, die Dienstleistung verstanden haben. Das freut mich. Ja, steht so drin. Entschuldigen Sie, dass ich so zynisch bin, aber man muss den Leuten das leider immer wieder ins Gehirn prügeln gefühlt, dass sie ermitteln sollen. Und umso mehr bin ich gerade verwirrt, warum das so gehandhabt wurde, weil ich fördere Leute hier massiv, die ermitteln wollen, weil es da weiß, möchte er auch, dass jeder Office da ermittelt und mehr macht, als nur im Kreis zu fahren und fröhlich zu winken. Muss man so blöd auszudrücken. Schade finde ich halt, wenn ich dann höre, ja, das leuchtet wie immer, dass wir dann in den Sand verlaufen, kein Wunder, dass Fälle nicht aufgeklärt werden. So. Und sowas hört man, dann denke ich mir, warum das denn? Macht doch eine Akte auf, wenn man gut ist. Also, ich verstehe es einfach nicht. Ja, es ist auch nicht unbedingt das Richtige, das so auszudrücken, aber auch sie, sie waren ja eine Staatsanwaltschaft, da will ich mich jetzt gar nicht betonen. Ihr kennt ja selber, wie es manchmal mit einigen Fällen ist. Man hat zwar Ansätze, aber oft führen die leider auch ins Leere, ärgerlicherweise. Bedeutet aber nicht, dass man diese Mentalität generell durchgehend an den Tag legen sollte. Ja, selbst als Staatsanwalt habe ich da dort Begehung gemacht, mir alles nochmal angeschaut und so weiter, halt gründlich gearbeitet, weil man kann ja auch was übersehen haben, oder es kann ja sein, dass irgendwelche Spuren im Fazit kamen. Ein Moment, mein Telefon, entschuldigen Sie, Mr. Tenutter. Morschi, ich bin in einem längeren Gespräch verwickelt, also macht ruhig euer Zeug da. Ja, wir werden vielleicht noch mit dem Kollegen von der Thematik, der da ist, kommt. Right. Jetzt sind sie weiter. Entschuldigen Sie. Es kann ja sein, dass im Fahrzeug Kampfsprung gefunden werden, andere Fasern, Haare, DNA, sonst irgendwas, oder was auf den Kampf hindeutet, Waffen, keine Ahnung, irgendwas. Weil, wie gesagt, auf dem einen Fahrzeug, auf der Ladefläche, liegt halt hinten bleich drauf, ein Putzeimer und Lappen. Ja, was soll mir das sagen? Wofür brauche ich das Zeug? 4, 1, 3, 4, gesetzlich ist es ja auch hier die Sache, wenn man eine Verlagte hat, kann man auch einen Anfrager an Homeless schicken, was man ja auch nicht hier vergessen darf. Und die Person vielleicht einfach das Land verlassen hat, ohne was zu sagen. Kann ja auch sein. Ist ja nicht selten. Ja klar, aber wie gesagt, das ist halt, wenn halt zwei Fahrzeuge von zwei vermissten Personen an einem Ort auftauchen, finde ich das seltsam. Von welchen Personen sprechen Sie da eigentlich? Müsste ich, Moment, das eine ist das eine ist Leon Angel Marcias, also Gordo. Okay. Und einmal der war hier aufgeschrieben, wenn ich kurz am Rechner kann, dann gehen. wir dürfen gerne kurz am Rechner gehen. Aber nicht an die Ordnung gehen, wo steht Secret Pics of Miller. Da wollen sie nicht reinklicken, das wird sie verstören. Feuer nimmt sich an. Sad. Darfst gerne eintreten. Sind sie schnell gekommen? Das ist dann der Herr Pascal Wines, ist der zweite. Das ist der Pascal Wines, okay. Ähm, Tilo. Mr. Tinuta hat mich gerade mit etwas erzählt. Und ich bin etwas verdutzt. Und ich würde gerne, dass Mr. Tinuta einmal dir nochmal dir sagen, was er mir gesagt hat. Und ich würde dir ein paar Gedankengänge verstehen wollen. Ja, die Officer, die in dem Kärtchen Naka-Foodoo also es ging um den Fall, das heißt Fall an dem Abend wo wir oben bei äh wie heißt das? Bei der Klinik genau. Und darum ging es mir halt, weil ich jetzt immer noch nicht weiß, was ich jetzt machen soll, weil es für mich war ein Cedar-Officer mit denen ich geredet hatte oder war das beziehungsweise er immer geredet hat oder genau. Letztendlich wir sollten ja hochkommen. Herr Dipo hat uns ja Bescheid gesagt. Wir sollen uns das mal angucken, ob das detektivseitig was ist. Wir haben uns das angeguckt, da aber alles, was dort oben gemeldet wurde von ihrer Streife soweit, hatte Herr Kümmer gemeint, dass es alles schon bekannt ist. Und irgendwie Frau Rebecca Brandt vom Esti beziehungsweise mittlerweile ist es ja nicht mehr Esti, aber auch Frau Rebecca Brandt oben irgendwie das alles im Hintergrund wüsste, was da wäre. Und deswegen hat der Herr Kümmer dann ihnen gesagt, dass sie das, was sie jetzt alles aufgenommen haben, was scheinbar auch neu war, weil ich bin in dieser gesamten Nordthematik nicht drin, was auch dieses Dorf angeht, ja, die Akte aufhören, sollen sich mit Frau Brandt in Kontakt setzen, weil die hat das alles im Überblick. Und die macht das auch, ich glaube, im Auftrag von einer, von einer, von einer Frau, von Frau Nuck zu den Norden oben. Und das war letztendlich das, was wir ihnen dann gesagt hatten dort. Weil rein, also rein theopraktisch ist soweit mir bekannt war, hat Herr Kümmer ihnen ja gesagt, sie sollen die Vermisstenakte zu Herrn Weins aufmachen, aber da bin ich nicht ganz drin, weil ich dann auch nochmal auf dem Klo war, wo sie mit Herrn Kümmer geredet hatten. Mir wurde gesagt, ich soll eine Fallakte aufmachen und nicht aus dem Müll rausnehmen, sondern nur Fotos machen und dokumentieren, was drin war. Aber auf und vor Brand in der Thematik drin ist, das eine Fahrzeug ist verschlossen. Ich glaube kaum, dass sie mit DNA oder sonst irgendwas genommen hätte und wenn eine ausgeweist wäre, dann kann man die Fahrzeuge auch immer noch abschleppen lassen. Ja, das ist das große Problem. Wir haben keine Ansätze für eine Tat. Wir haben dort zwei Fahrzeuge stehen, wo wir gesagt haben, dass der Grundstück geklärt werden muss, ob das statt ist oder wir haben das gehört, vielleicht dürfen die auch dort parken und dementsprechend haben wir keine Grundlage, irgendwelche Fahrzeuge dort abzuschleppen beziehungsweise zu öffnen, weil das war illegal in dem Moment. Das ist so unkorrekt. In welchem Fall hätten wir denn, dass wir die Fahrzeuge öffnen durften? Polizeigesetz, Paragraf 19. Bei einem Anfangsverdacht dürfen wir die Fahrzeuge in Verwahrung nehmen zur Durchsuchung. Ja, was haben Sie denn für ein Anfangsverdacht? Dass irgendwas passiert ist, weil es sind zwei vermisste Personen und zwei Fahrzeuge an einem Ort von zwei vermissten Personen plus auf der Ladefläche des einen Wagens die Bleiche und so weiter und so fort ist für mich ein Anfangsverdacht. Ja, die Bleiche ist 353 für Leitstelle, komm. Haben Sie das Fahrzeug geöffnet bevor? Sie wussten, dass da Bleiche drauf ist oder noch? Das lag hinten auf der Ladefläche drauf. Ja, check, so mitkommen. Sie meinen, Sie sind auch vorne ins Auto rum? An dem Punkt, haben Sie das vor oder nachdem Sie das Fahrzeug gedeckt haben? Wie meinen Sie danach? Nicht davor. Haben Sie das Kennzeichen vorher gecheckt und haben es dann untersucht, weil Sie wussten, dass es jetzt, ich glaube, das war Herr das Kamal verstanden? Nein, nein, das war Masias, also Gordo. Wir haben beide vorher die neuen Schilder gecheckt und haben dann erst geschaut. Dann hatten Sie sich dann mal mit Frau Brand in Kontakt, bis jetzt, ob das nicht schon passiert war, als dass die Fahrzeuge schon mal gecheckt wurden? Ich habe bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, aber wie gesagt, das eine Fahrzeug ist ja verschlossen. Ja. So, und der Paragraf 19 Absatz 1b, die Entnahme von Fingerabdrücken, Spuren an Gegenständen ist nicht zulässig, als dass sich einen Zusammenhang zu einer Ordnungswiesigkeit vergehen oder Verbrechen herleiten lässt. Oh, Nina, vielen Dank für deinen Wissab im zweiten Monat, falls ich das noch nicht gesagt habe. Entschuldigung. Wo war ich denn? Ich bin zwischendurch irgendwie ganz woanders heute. Heute ist Long-Covid hier echt schlimm, muss ich sagen. Zwei vermisste Personen mit zwei Fahrzeugen an einem Ort finde, plus der Fund mit dem Saatal, mit dem Kreuz und so weiter in der Mülltonne. Ich wusste, dass bei Tenuta irgendwas im Raum steht. Ich habe es mir echt gedacht, deswegen ist Jos noch auf den gerade eingegangen. Deswegen ist Jos gerade auf ihn eingegangen, und wollte halt mal nachfragen, ob da noch was anderes ist. Ich weiß nicht, gibt es den noch, Jos? Ich meine. Bitte? Entschuldigung. Den BCSO-Reyder gibt es noch, oder wurde der jetzt auch seitdem... Soweit ich weiß, gibt es den noch und wurde noch nicht genommen. Und da gibt es eine riesen Ermittlungsakte zu dieser Kommune mit allen Zetteln, die da drin sind, wo das alles aufgeschrieben wird. Weil das Problem ist, klar ist, hinten Bleiche drauf und die werden vermisst. Reguliert es auch vom BCSO die ganze Zeit beobachtet da oben. Weil, selbst nehmen wir an, wir nehmen die Fahrzeuge mit. Dann haben wir keinen Indizmerk, die noch bewegt werden. Weil ich kann es Ihnen so sagen, wie es ist. Das letzte Mal, wo ich oben war, standen die Fahrzeuge anders. Das heißt, die sind noch im Bewege. Und jetzt habe ich in dem Moment keinen Verdacht, dass dieses Fahrzeug nicht vom Halter bewegt wird. Außer ich werde eines anderen belehrt. Klar haben wir einen Anfangsverdacht, dass es angeht. Ich wusste, dass bei Mr. Tenuta was anderes im Raum steht und es gar nicht primär um diesen Funkspruch ging. Hier stellt sich gerade mich was ganz anderes dar, wo er sich nicht ernst genommen gefühlt hat in einer Ermittlungssituation, was ich gerade am Aufklären bin mit einem Detektiv. Okay, hat er nichts von gesagt? Nee, nee, das, ähm, er meinte halt, ja, vielleicht ist an die Tabletten, dass ich da so reagiert habe und so weiter, weil er meinte, wir hatten Lächeln in meiner Stimme gehört, was ich was anfinde. Ähm, nee, aber im Prinzip geht es hier gerade nochmal um was ganz anderes. Weil ich bin nämlich nochmal auf ihn zugegangen, weil ich mich irgendwas stutzig gemacht hatte. Hm. Er war sehr sauer, ne, wiegte er. Hm. Aber darum ging es gar nicht so. Also klar, doch schon, aber ich habe ihm gesagt, ich führe meine Officer nicht vor. Das hatte gar nichts per se mit ihm zu tun, sondern es hat eher mit Mr. Salah was zu tun gehabt, weil er anscheinend die Reise nach keine Ahnung was gespielt hat. Okay. Du verstehst. Ja, das ist okay. Ja, aber das ist interessant zu hören, dass oft es halt nicht ernst genommen bei Ermittlungen, weil da müssen wir auf jeden Fall hinterher sein. Weil wenn die Leute Bock haben zu ermitteln, dann unterstützen wir das logischerweise und machen da nicht die ganze Zeit ihnen Regeln vor. Das ist ja auch unser Job. Ja, und das ist ja auch gewünscht durch die Führung von uns eigentlich, dass die Leute ermitteln. Und wer blockt da, oder was war das? Ja, blockt nicht. Das hört sich schon wieder nach einer ganz kuriosen, mangelhaften Kommunikationssituation an. Weil er hat irgendwie zwei Fahrzeuge gefunden oben beim Kommundorf, zwei verschiedene Personen, die auch vermisst gemeldet sind, unter anderem dieser Gordo-Typ und ein Pascal Weins und irgendwie waren dann was mit den Detectives und dass sie sagten, ja, nee und machen sie ganz merkwürdig schon wieder. Ich denke, wir Kommunikation für den Arsch gewesen. Aber Williams, also Thilo ist gerade hier, ich habe ihn hierher zitiert oder gefragt, ob er hierher kommen kann, um das einmal aufzuklären. Und das tut er auch gerade und das finde ich gut. Ja, das ist gut. Das hilft auf jeden Fall dann. Alles wie immer. Gut. Aber das ist wichtig, die sollen nicht die Lust verlieren an anderen Mitteln, natürlich. Das ist super wichtig. Ja, das hat, er hatte angedeutet, dass er gerade nicht so zufrieden ist und dann wollte ich halt wissen, was los ist. Man muss den Leuten ja gefühlt immer den Zahn mit einer Zange ziehen, bis sie anfangen zu reden. Ja, stimmt. Aber detektiv-technisch haben wir halt auch nicht ganz weitergegeben. 537 über die Luft war bei Lido B. So. Ja. Ja, right. Ich gehe dir jetzt zurück ins Gespräch. Genau, ich wollte zu Nabo kurz mitgeben, dass du es auch einmal gehört hast. Nicht nur ich. Ja, dann geht ihr. Alright. Das ist auch alles schlüssig und sowas. Aber es kann doch einfach nicht, es kann alles nicht sein, weil es kann man alles so oder so ausprobieren. Ja, das ist ja das Problem, weil es ein nicht geregelter Bereich ist in dem Moment. Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, die Fahrzeuge werden bewegt, ja, und die Personen werden von niemandem gesehen, sie melden sich nicht, die Zettel in der Mülltonne sind von einer Person, die verstorben ist durch einen Autounfall, kann ich genauso mutmaßen, kann ich genauso mutmaßen, dass halt ein Verbrechen vorliegt, Du bist heute mein persönliches Projekt, nur fürs Protokoll, brauchst gar nicht so weit weglaufen. Alles gut, ich muss noch kurz ein Supervisor-Aktur machen. Ja, alles gut, ich bin eh in einem Supervisor-Gespräch. Alright. Dann haben wir keinen Indikator mehr, ob die noch bewegt werden oder nicht. Oder wir machen es anders, wenn die Autos bewegt werden, setzen wir die auf Fahndung und die Fahrzeugführer werden dann halt an sich kontrolliert von den Kollegen. Wir müssen dann halt gucken, wer das ist und dass der dann halt nach genauer Befragung unterzogen wird. Aber wie gesagt, generell, das ist halt die Grauzone, in der ich mich auch mittlerweile bewegt habe, wo ich dann den Deckel vom Richter bekommen hatte, dass es halt nicht geregelt ist. Und... Ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde gesagt, der Verdacht ist da, aber wir haben halt die bewiesene Tat nicht. Was ist denn, wenn der Herr Weins oder so, wie gesagt, wie unser Kollege hier, wie hieß er, der hier auch ausgereist war, ohne jemandem Bescheid zu sagen? McFarlane. McFarlane. Also einfach Flughafen und weg. Keinen Bescheid sagen. Die Sache, ich habe noch mal eine Information für Sie. Moment, Moment, Moment. Darf ich einmal hier eine Frage aufstellen? Also im Prinzip geht es ja darum, dass ja auch keiner momentan nicht wusste, ob er eine Akte erstellen soll oder so weiter, weil eigentlich braucht man ja eine Akte, um zumindest mal eine Anfrage über Homeland zu stellen und zu schauen, ob die Person nicht doch irgendwie das Land verlassen hat, weil es nicht schon passiert ist. Das ist das Problem, ist ja bloß, wir haben keinen, wir können nichts aufmachen. Wir haben keinen Brauthafen. Ja, aber im Prinzip reden wir hier von der vermissten Person und bei vermissten Personen haben wir damals ja eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, überhaupt nicht anfangen zu stellen, Thilo, zu unserer Detective-Zeit. Was ist mal da anders und was ist jetzt anders? Bei allen Dingen, was den Fall angeht, ich habe noch weitere Informationen, die Sie vielleicht nicht haben. Vielleicht, äh... Also ich habe dazu in dem Fall überhaupt keine Informationen, das kann ich Ihnen so auch alles mal sagen, weil... Ich weiß zum Beispiel, dass Gordo gefoltert, entführt und gefoltert wurde damals und wurde gezwungen, Drogen zu verkaufen. Das war einzig, weil er damals als Scherzleiter erzählt hat. So, und jetzt... Ich habe es schon mal ein bisschen durchgetrunken, weil ich das und ich zum ersten Mal hatte damals die... Elena Moreno hatte das damals bearbeitet, Gordo hat aber mit mir gesprochen, wir wollten mich in die SDA ran, wir haben damals in der Garage von der SDA mit mir gesprochen, weil er sich der Bruder gefühlt hatte. Ich kann das... Wie gesagt, ich habe im Bundesgedächtnis... Das war so, dass der Herr Salah und der Herr Ecker ihn entführt haben, haben ihn gefoltert und haben ihn gezwungen, Drogen zu verkaufen. Das ist so der Grundtenor von dem Gespräch von damals. So, jetzt merke ich, jetzt höre ich, dass Gordo vermisst hat. Ja, das ist ja auch eine ganz andere Grundlage, die Sie da im Hinterkopf haben, als ich. Weil ich kenne Herrn Gordo beziehungsweise die Information, die uns vorliegen zu Herrn Gordo, ist, dass er ein Obdachloser ist, der in der Nähe vom Stadtpark wohnt, beziehungsweise in einer Gasse beim Stadtpark und halt, ja, wenn er mal aus der Gasse kommt, dann ist er da, aber sonst... Ich will nicht. Mit dem Faktenlagen arbeiten wir halt zurzeit. Wenn Sie natürlich da eine andere Faktenlage haben, dann ist das was anderes, weil dann muss man ja davon ausgehen, dass da wirklich das Verbrechen vorliegt, aber bei uns liegt halt mit unserem Wissen kein Gedanke auf ein Verbrechen vor, nur weil die Person aus hier nicht mehr auftaucht. Das sind halt die Fakten, die ich gerade genannt habe. Das kann ich auch beschwören. Und ob da jetzt eine Home-Anfrage gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe die Vermisstenmeldung nicht aufgenommen und ich bearbeite das auch nicht. Das... Ich weiß nicht, wir hatten im System die eingetragen, bei Gordo. Das ist zufällig einer von euch beiden. Ne, kann ich nicht sagen. Ich weiß, weil wir es gemeldet haben. Ich kenne die Frage. Wie heißt es Mr. Gordo mit bürgerlichen Namen nochmal? Marcias mit Nachnamen. Ja, er ist drei, wieder aktiv. Check. Marcias. Leon an äh, sonst dachte 2021 das Vermisst gemeldet. Ja, schon allgemein schwierig. Die Person, die man da befragen kann dazu, ist nicht mehr Teil dieser Behörde. 3,72. Es geht ab. Es geht ab. Super. Ich habe es gerade schon auf deine Frage, Joske. Also, normalerweise nur bei Verdacht auf Verbrechen tun wir es maximal noch bei Humlid-Anfragen. Und das ist halt kaum noch vorgekommen in letzter Zeit. Weil sonst bei jeder normalen Vermisstenmeldung haben wir es bis jetzt noch nie bei Humlid-Anfragen. Was ist mit der Info dieser Folterung, was gerade Mr. Tenuta erwähnt hat, das kann man ja eigentlich mit reinspielen lassen. Das ist zwar nur eine Info, aber jetzt hat man ja die Möglichkeit. Genau, jetzt ist es ein anderer Faktenlag und ich kann das, wenn ich die Mayor in Humlid schicke oder beziehungsweise der bearbeitende Detective dann, der kann das dann auch erklären, warum wir das machen. Willst du das mit Tenuta zusammen machen? So ein bisschen, weil es bisher gerade seine Herzensangelegenheit auch ist und irgendwo möchte ich jetzt nicht, dass er dann da raus ist aus dem Thema. also, also ich persönlich kann es nicht, weil ich habe eine zu große Last gerade, was aktuell angeht, aber ich würde die Frau Nuk, die Snortetektor mit Elena zusammen. Die greifbar ist der Nuk momentan. Nicht, dass es jetzt wieder Ewigkeiten dauert. Also, so von ihrer Anwesenheit ist die länger da als ich, beziehungsweise Elena. Also einer von den beiden, weil die sind halt für den Norden zuständig. Ich bin überhaupt nicht mehr eingearbeitet in das Thema. Also, bitte einmal anfangen, ob einer sich von den Zeitnah bei Mr. Tenuta meldet. Ich kann es machen. Das wäre ja sehr lieb von dir. Nee, kann ich machen. Das ist ein Gespräch. Ich meine, wir reden hier von einer Person, die vielleicht tendenziell nicht einfach verschwunden ist, sondern verschwunden worden lassen wurde. Merkwürger, englischer Satz. Und grundsätzlich, nachdem ja so Aussagen von einem Käpt'n getroffen wurden, die sehr pietätlos wirken, würde ich schon selber gewissen werden, damit der nötigen Ernsthaftigkeit auch rangegangen wird. Also, wie gesagt, mit dem Wissenstand, den wir hatten, wäre es halt nie zu einer Ermittlung gekommen, unsererseits. Wenn nichts vorliegt, nur Straftat, ähnlichen, weil dazu haben wir zu viel auf dem Tisch liegen auch mit. Nur, wenn jetzt das mit diesem Verdacht auf Straftat, besonders bei deinem Hintergrund schon die Fakten auf dem Tisch lagen, dann ist das besonders. Die Akten müssten bei der SCA, wenn sie nicht gelöscht worden sind, vorliegen. Die Aussage habe ich damals aufgenommen, niedergeschrieben. Und es war so, wie gesagt, dass sie eben die Finger verbrannt haben und auf ihn eingeprügelt haben, weil er keine Drogen mehr für die verkaufen wollte. Das war der Herr Eckert und der Herr Salah. Es wurde nie zur Anzeige gebracht, warum, weiß ich nicht. Das hat Miss Moreno bearbeitet. Aber diesen Kindergründen kenne ich halt. Und dann habe ich halt in der Mülltonne diese Zettel gefunden, Entschuldigung, Gordo, mit einem falschen Kreuz rum wie Satanismus und irgendein komisches Gedicht. Und dann ist für mich die Frage, war das vielleicht die Person, die verstorben ist, hat die mit was damit zu tun? Vielleicht ist sie beim Unfall gestorben, soweit ich das mitbekommen habe. Und so weiter und so fort. Also es sind für mich schon genug Verdachtsmomente da, um zu sagen, okay, vielleicht ist da was und der ist nicht einfach abgehauen. Und weil es ein Obdachloser ist, ist es trotzdem Mensch wie jeder andere vom Gesetz. Und deswegen... Das hat ja auch keiner gesagt. Naja, das ist das Problem. Und du weißt genau, du kennst mal Hintergrund, Thilo, ich finde es maximal daneben, was da getroppt wurde. Und jedes Leben, egal was die Person getan hat, ist immer noch ein Leben. Okay, vielleicht nicht ganz egal, wenn wir erstmal von ganz krassen Fällen ausgehen. Aber den habe ich jetzt nicht getroppt, den Satz. Nein, nein. sonst hätte ich dir schon aufs Mal gehauen. Aber wie gesagt, das war halt ein Satz, ich weiß, es war anders gemeint, der hat es dann auch noch nachher versucht zu erklären, nach dem Motto, er ist halt ein Obdachloser, der kann auch weitergereist sein, ja, aber dann sag es auch so, nicht, es ist halt ein Obdachloser. Ja, danke, was ist das für eine Aussage, ist das jetzt kein Mensch mehr? Und das finde ich halt ganz falsch, so eine Aussage. Ja, also wie gesagt, mit dem, ich kann mal versuchen, ob ich jemanden erreiche von den beiden. Und damit ist für mich der Paragraf 19 erfüllt vom Polizei-Gesetz. Ja, dann auf jeden Fall. Also Nuck ist nicht im Dienst. Du bist gerade mal bei Elena. Elena ist auch nicht im Dienst, zumindest. Ich kümmere mich mal darum, dass da jemand sich meldet. Wie gesagt, der Herr Evans war auch, also Herr Evans und meine Wenigkeit waren da abends, also wir waren, das war unsere Streife. Er hat das auch mitbekommen, falls da irgendwie noch Nachfragen sind, wegen dem Satz, er war genauso erbost wie ich über diesen Satz. War das ja Cream oder was, der das geäußert hat? Nein, nein. Nein, das war der Captain Palmer. Achso, Captain Schacht, Noah hat das geäußert. Nein, 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 nein. Achso. Dann hätte ich mit Noah reden müssen. Wir waren mal noch überlegen, ob wir das melden sollen, weil das geht halt nicht. Ich weiß, er hat es anders gemeint, aber trotzdem sollte man die Wortwahl ein bisschen drauf achten, was man sagt. Ja, nee, da stimme ich auf jeden Fall voll und ganz zu. Und wie gesagt, nee, ich kümmere mich darum. Ich quatsche mit Noah. Wenn ich Elena und Nuck heute nicht greifen kann, der wird es dann den Verein von den beiden geben. Kommt halt nur die Frage, fallaktentechnisch. Wir haben jetzt ein... Jetzt muss ich mal doch an den PC hineingesteckt. Darf ich kurz an deinem PC? Ja. Du wirst selbst nicht sagen. Deine Finger sind noch dran. Weil ich bin, ich muss dazusagen, als Staatsanwalt war mir das egal, wenn ich Fehler mache, mache ich einen Fehler, aber solange ich versuchen kann, Menschenleben zu retten oder sonst irgendwas, bin ich dabei. Ist auch wichtig. Und eine gute Einstellung, die sie hier nicht verlieren sollten. Ist auch gut, dass sie dahinter her sind, weil wie gesagt, hätte uns das vorgelegen, wäre das natürlich eine andere Betrachtungsweise gewesen. Ich habe die Geschichte auch erzählt an dem Abend, ich weiß aber nicht, wem ich es gesagt habe. Mir nicht, weil ich hätte mich daran erinnern. Oder ich war so im Kopf, dass ich es nicht wahrgenommen habe, aber das würde mich wundern. Ich glaube, das waren nicht sie. Jetzt muss ich kurz selbst gucken, wo der Vordruck ist, dann mache ich ihn kurz eine Akte auf, haue ihn in den Vordruck rein. Das ist das, mit dem ich sonst immer die Wenden was mal gemacht hat. Das ist ja dieses inoffizielle, wo die Richter mir auf den Platz gehauen hatten. Wie gesagt, mir geht es einfach nur darum, dass es bearbeitet wird und eventuell aufgeklärt wird. Von mir aus soll der Ausgleich sein, wenn ich mir Bescheid dass nichts vorliegt. Aber solange ich davon nicht Bescheid weiß, gehe ich halt von meinem Verdacht aus. Mit dem Hintergrund. Können Sie mal eine Fallakte aufmachen, dass die Akte direkt bei Ihnen ist? Moment. Wir müssen da keine Tat oder irgendwas eintragen, nur das Blanko. und oben bei, wo das Gesetz steht, Vermisstenfallermittlung reinschreiben. Also die, im Aktentitel tun Sie ein Aktenzeichen dem Geben, das Wort laufende Bitte. Dann schreiben Sie den Namen der Person rein. Beziehungsweise lassen Sie den Namen weg. Ich muss kurz selbst gucken, wie ich das gemacht habe. Nein, nein. Müsste die 0,2. Wie war das nochmal? Die Ovi zählt trotzdem. Also man muss die 0,2 nehmen. Ja, ja. Die Ovi zählt trotzdem nur Superweisakten zählen. Okay, also du hast die 0,2. Ich muss gewann warten, dass wir nur gefahren sind. Ich habe zu viele Akten. Äh, bitte? Wann warten wir das mit Farlane? Oh, mein Farlane ist ja schon länger her, ne? Sommer? Mitte Sommer? Juli, August? Kommen die Drehe? Ach, hier, Vermisstenfallermittlung. War da Kate noch da oder nicht da? Nee, wenn das so recht war, war das. Okay. So, okay. Genau, machen Sie da ein Aktenzeichen draus. Okay, gut, das habe ich jetzt erstellt. Tun Sie da das Aktenzeichen dem geben, fortlaufende Nummer, weil ich habe 99 dahinter geschrieben, war aber nicht. Das war auch eine rote Akte in mir. Und dahinter dann gerade der Strich Vermisstenfall, das nennen. Okay, also ich habe jetzt ganz normal Aktenzeichen und dann Vermisstenfall mit nach dem Strich. Genau, genau. Ja. Soll ich Sie da bei fehlenden Aussagen eintragen, oder? Nee, unten bei gesonderte Benutzergruppen. Tun Sie da mal bitte jetzt nicht sagen, dass das für Detektiv gerade Also hatte Noah sich da parallel doch noch drum gekümmert und nachgehakt vorgebracht. Noah hat uns hochgeschickt und wollte wissen, ob das Detektiv-mäßig interessant für uns ist, ob das für uns ein Fall ist oder nicht. Und mit der Infolage, die wir halt dort hatten, ich hatte da nochmal Rücksprache, war es halt nicht so. Ist der Tenute hatte da ein nicht so angenehm angenehmes Hilf- und Admin mit Mr. Dupont? Korrigieren Sie mich, wenn ich mich gerade da tue? Nee, ich sage es so, wie es ist, ich war richtig angepisst. Weil ich, ich habe nur gedacht, warum werde ich hier angeschissen, dass ich meine Arbeit mache. Das war halt. Ja, nee, also er hat uns hochgeschickt, deswegen kamen wir dort bei Sonst hätten wir in den Falle oder irgendwas gemacht. Er hat sie erst hochgeschickt, nachdem wir dreimal telefoniert hatten und es dann hieß auf der Ladefläche von dem einen Auto ist Bleiche. Vorher hat er nichts geklärt. Ach, Noah. Dann hat er gesagt, ja, soll halt eine Akte erstellen und war ziemlich genervt. So, wo soll ich das reinschreiben, dass das mit Ihnen, mit der Absprache von Ihnen war? Äh, noch gar nicht. Also noch nichts in die Akte schreiben, ich mache die Akte in den Blanken. Ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt erst mal die Akte auf. Genau, machen Sie die Akte kurz, dass ich die sehe. So, ist sie 0,2. So, willst du mal bitte nichts in die Akte machen? Nein, ich bin draußen. Ähm, 10.11. 26. Jetzt, wo ich das gerade sehe, wir kommen echt mit den Emots los, sich hinterher, ne? Ich mache ein bisschen schauen. Man hat zu uns das startet. 26. Hatten wir eigentlich einen? Warte mal. Warte mal. Ähm, Auf Anweisung Detektive 2. ich habe eine liste tatsächlich ich habe damals die liste meine grafiker und geschickt aber die antworten wir nicht im moment das ist ärgerlich also im moment haben wir 20 freie slots tatsächlich und wir so kurz davor den nächsten slot freizuschalten und die atmen da bisschen also das wild im moment leute ihr macht mich fertig das war nicht die intention dahinter das war nicht die intention jetzt ein halbier aus nein stopp ne leute ich möchte ich möchte individuelle mods haben und so ist sie versteht ja ich bin ja da nicht um mich an anderen orientieren das ist ja auch wie alt das war lieblich vielen dank für deine fünf verschenken subs an die community dankeschön nein 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 die wie vielen dank für deine verschenken subs an die community dankeschön sie die akte dann zu einer richtigen fahrer sternchen blub danke für deine zweifel weiterverfahren die haben seine community happy lenny vielen dank ja jetzt spaßt euch jetzt wir haben das hier erreicht ist okay jetzt in die vielen dank für deine fünf verschenken subs an die community dank für die fünf verschenken subs an die community dass er nicht also wenn jetzt vielen dank für deine fünf verschenken subs an die community dass er nicht also wenn es vielen dank für deine zwei verschenken subs an die community wir haben nicht die stufe 22 so blu ich bin spannend nicht gleich also dank für die zehn verschenkte subs an die community dankeschön sandel vielen dank für deine zwei verschenken subs an die community alina dank für deine fünf verschenken subs an die community immer danke für deine tausend bits dankeschön ophelia danke für deine zwanzig noch gut geht dankeschön was passiert bei 22 gar nichts was angetan wurde kann man nicht das noch mal passiert ist das ist noch mal passiert ist die argumentation der richter kenne ich nur zu gut deswegen überfordert es nicht haben wir brauchen nein die wette vielen lieben dank für deine leute leute warum level 9 ist aber meines wissens noch nicht als vermisst gemeldet leute leni vielen dank für deine fünf verschenken subs an die community dankeschön vielen vielen dankeschön sehr lieb leider genau deswegen es sind zwei vermisste personen der eine mit dem hintergrund was ich gesagt habe der andere auch schuldgefühle dass ich nächste woche kaum stüge ne wirklich jetzt auch gestorben ist die das nicht so der hergesagt hat und so weiter und so fort also wenn das nicht als umfangsverdacht zählt dann weiß ich halt leider auch danke für deine zehn glückswürz dankeschön das ist halt was ich jetzt an dem abend zum beispiel nicht verstanden habe dass ich da irgendwie keine 600 bits dankeschön mandu vielen dank für deine 100 bits dankeschön und lisi vielen dank für deine verschenken subs an die community dank ich mache immer meine arbeit was eigentlich jeder machen sollte ich habe verdacht ich sehe was danke für deinen glücksbit dankeschön ich merke schon glücksbit ich nehme euch zwischendurch auf instagram mit tatsächlich und es gibt mal eine story zwischendurch und vielleicht gibt es ein stream der läuft zwar nicht auf meinen kanal aber es gibt vielleicht einen stream wo ich dabei bin über den herr weins informiert zu werden ich habe keine ahnung ich wollte auch von dem herr kreuz gegen eine aussage aufnehmen ehrlich gesagt zu wissen was an dem tag gesagt wurde weil es hieß auf einmal erst hieß es vermisst dann hieß es entführung und dann hieß es wieder nur für die leute sind froh dass sie mal endlich für dies nachschauen können du kennst mich aber auch schon lange genug den roll dass ich halt jemand bin dieser zettel ich finde es klasse wie der chat immer es gelegt ja klasse nein das ist verliebt wirklich das ist so crazy na gut er ist vielen lieben dank für deine 100 bits dankeschön vielen vielen lieben dank wann kommt dein joe merch habe ich mir noch keine gedanken zugemacht über sowas leider cool talk ich muss erst mal mit anderen sachen klacken das gleiche ist alles liebe grüße so momentan ist crazy für mich und ich bin ein bisschen überfordert mache ich kein geheimnis das sage ich sehr offen aber auf jeden fall ich habe auch ein bisschen angst das falsch zu machen ich weiß nicht ob ihr versteht wie ich das meine kreuz eines kreuzes das entschuldigung schreiben ein gedicht und miss mimi danke für deine 50 bits dankeschön das ist so ein bisschen mit dem namen und man möchte halt die erwartung erfüllen wenn ihr versteht du bist eine tode frau und das ist so meine größte angst nicht eure erwartung zu erfüllen so i don't know ist komisch zu erklären sag ich auch nur einmal ich zerdenke sehr viel leider ich sehe nicht was ich hilfe für ralusi vielen dank für deine fünf verschenken subs an der community und leni vielen dank für den 300 bits bleib ah so wie du bist das passt ja kannst nichts weiter und die leute bleiben doch weil sie ja gerade weil du so bist wie du bist ja genau aber man möchte sich auch weiterentwickeln so dass es für euch noch ich sag mal cooler ist halt so zu für mich habe ich schon mehrfach gesagt ich finde es crazy und ich finde es mega geil dass ihr auch dabei seid wenn ich nicht nur also auch was anderes außerhalb von gta das ist so für mich ein ziel was ich mehr erreichen wollte man versteht wie ich das meine dass ich so bock habe generell zuzuschauen und das ist halt freut mich halt mega was ich halt einfach nicht verstanden habe und die ganze all right vielen dank für deine verschenkste von der community und auch wenn das bekannt ist beim SD so wie du machst ja nö verbiegen mache ich sowieso nicht das passiert nicht Auerficking ja ich bin Auerficker des Todes ohne jetzt wo es dir richtig mies ging war deine Filme noch auf ein sehr hohen Standard glaubst du kannst fast nicht enttäuschen kann man immer jemanden das ist ein begehbarer Weg ich bin mega sympathisch deswegen bleibe ich auch wenn ich da schon wieder weg das freut mich ich geh glaube ich über das Kasten und so weiter und so weiter also was ich ihnen auf jeden Fall für die Ermittlungen sagen kann ich bin kaputt mit dem Maze drinnen dieser Zettel Eplini danke für deine 200 bits dankeschön ja ich höre dir zu sein selbst wenn du nur redest ja kommt noch das ist seit 11.8 Uhr an Weihnachten machen wir Quatsch-Stream ich bin richtig schlechter Smalltalk wird lustig ja Auerficking ist eine meiner größten Schwächen tatsächlich auch wenn ich auch wenn ich Leuten Nachrichten schicke oder wenn ich mit Leuten chatte oder so hab ich immer Angst was Falsches zu schreiben ich bin da so lost in der in sich ne das ist so schlimm wenn du die Tettel rausnehmen in person kontaktieren usw und so fort also die Verstehung ist mega cool egal was dir zu führen wird das macht Spaß halt for my best ja ich verstehe ich verstehe auch alle Denkpreise tatsächlich bei der Nasen weiss vielen lieben Dank für deine 2 Verständnis als Abstand für die Komite dankeschön du bist da so jo also bei Visage zuschauen macht auch besonders Spaß ja total Visage ist ein so tolles Spiel ja danke für eure Hype-Trendstufe 10, Leute, heilige Scheiße. Noch in seiner Gasse redet ich. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, wie lange ich manchmal drüber nachdenke, wenn ich eine Nachricht schreibe. Ernsthaft. War mal besser, aber liegt aber ein bisschen auch daran, wegen dieser Long-Covid-Sache bei mir, bin ich ehrlich. Er wohnsichert mich in vielen Bereichen. Visage ist super. Ja, super. Er war jetzt hier vorne in der Stadt. In dem Weg zu, würde ich auch gerne bei dir sehen, ehrlich gesagt. Wie viele Herzinfarkte kriege ich in dem Spiel? Smalltalk für Dulis. Weil der graue Roller, der wurde ihm damals... Das ist einfach schlecht, Smalltalk, das fällt gar nicht auf. Und er hat da versucht, mich zu kontaktieren. Nun. Ich weiß nicht, ob ich noch so weit zurückschauen könnte. Ja, aus der Sicht ist das Visage angenehm, weil ihr könnt den Stream einfach rausmachen, Muten weggehen und ich sitze hier dann... Ich kann leider nicht so weit zurückkommen. Auf jeden Fall hat er mich versucht, zu kontaktieren. Manchmal schreibe ich hier so an, dass er traurig muss abzuschicken. Ja. Ich weiß aber auch, wie gesagt, wer es gemeldet hat, dass er verschwunden ist, weil das ist die beste Freundin von meiner Frau. Deswegen kann ich auf sie fragen, wann sie das letzte Mal kontaktieren. Also ich kenne genug Leute, die ich fragen kann, wann sie das letzte Mal kontaktieren. Echt, hier gibt es tolle Mods. Wo sind die tolle Mods? Hä? Oder wir machen was anderes? Ich sehe hier keine tollen Mods. Kappa. Dann sind sie jetzt Hauptermittler in dem Fall. Du machst ja auch kein Smalltalk mit uns, sondern nicht so Smalltalk. Hast du es mit Last Christmas allein gelassen? Oh, stimmt. Ich könnte mal wieder Last Christmas machen, wenn ich auf Toilette gehe. Cool. Danke für die Erinnerung. Dankeschön. Wir müssen dann mal gucken, wer das macht, dass sie das haben, will ich alles machen. Sehr nett von dir. Würde ich alle bei Majoro bedanken? Nein. Also, nur fürs Protokoll, meine Mods. Ich liebe meine Mods. Hatte ich ja auch geschrieben. Bisschen in der Findungsphase, aber. Ich würde nochmal da hochfahren und würde auf jeden Fall trotzdem. Ich bin sehr froh über meine Mods, die mir den Rücken frei halten. Beziehungsweise Bilder, wie die Informationsakte mit einfließen lassen. Und sowas. Und so weiter. Ich will jetzt nichts Nettes sagen. Sonst gewöhnen die Mods nicht daran. Und das wollen wir natürlich nicht hier. Genau. Aber das soll ich nicht so machen. Wegen Fallakte, weil das sollte ja dann Informationsakte sein, wie sie es gerade herausgestellt hat. Und so weiter. Ich drücke die Daumen, dass es besser ist. Es wird nicht untersucht werden. Was man dabei erst machen kann, wenn wir eine Rückmeldung von Homemade haben. Super sympathisch und geil, was mache ich heute gerne. Ja, was ich jetzt? Ich habe Polizeigesetz, Paragraf 19. Ich habe Verdacht. Verdacht ist für mich gegeben. Durch die ganzen Umstände. Mit Hintergrund. Zwei vermisste Personen. Zwei Fahrzeuge. Lass wir in den Keller gehen. Und ja, bezeihe ich den Keller wieder abschließen. Fahrzeuge abschleppen lassen nach Paragraf 19. Wir tun die Forensik untersuchen. Und die Personen sind ausgereist. Wir telefonieren, bin ich auch kein Fan davon. Ich sehe heute daran, dass ich einfach Discord angenehmer finde zum Callen. Bin ich ehrlich. Nun, hat er eigentlich noch Mods. Man kann sich bewerben. Also ja. Wir haben aber sehr, wir haben internen Kriterien. Und sowas. Das heißt, man darf. Also sagen wir mal, wenn ihr eine Modbewerbung schickt und abgelehnt werdet, dürft ihr es bitte nicht böse verstehen. Es wird sehr über Bewerbungen halt diskutiert bei uns. Also wir sprechen halt darüber. Und manchmal ist es aber oft in den Kriterien so, dass die Person noch nicht lange genug da ist, weil man muss natürlich schauen, wie man sich halt reinholt. Ich denke mal, das versteht ihr. Würdest du auch Spiele mit deinen Zuschauern spielen? Nein, tatsächlich nicht. Also, ohne Beuys, ja. Also solche Fertifizien, der Film, der natürlich gar nicht kommt oder so. Da kann man solche zusammen Inhalte gehen und sowas. Aber grundsätzlich eher nicht so, weil ich habe schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist halt so mein Ansatz, den ich halt nicht verstehe bei diesem Beobachten. Ja, dieses Beobachten, das sind zwei mögliche Einsätze. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Also es hat beides seine Legitimität, dass das gemacht wird. Ja, aber beobachten wir jetzt über Monate, so wie das aussieht. Das wurde über Monate. Also Leute, ich bin maximal introvertiert. Das heißt, ich tue mich schon schwer, andere Streamer zu fragen, ob sie mal was spielen möchten mit mir. Ich bin da total eigen. Deswegen, also, dass Markus nicht mal geschafft haben, zusammen zu spielen, ist schon ein Wunder der Natur gewesen. Und ich würde sehr gerne mit anderen Zimmern was zusammen machen, also bin ich ehrlich. Also mit... Denkst du auch immer, du möchtest dich keine aufkriegen? Correct. Das ist correct. Mein Freundeskreis hasst mich dafür aktuell. Mein Freundeskreis ist maximal supportive aktuell. Ja, das ist wirklich richtig, richtig supportive. Und, äh... Aber nochmal dazu, äh... Ihr wollt gar nicht wissen, was sie schreiben und so. Guck mal. Dass sie da Ärger bekommen haben oder sonst irgendwas. Mach mal da. Sag doch mal Ja dazu und so ist es. Naja. Nein, ich meine, weil sobald ich was wegwerfe, ist es nicht mehr in meinem Besitz. Ich gebe es ab an den Staat, beziehungsweise an das Müllunternehmen. Also es ist nicht mehr in meinem Besitz. Deswegen finde ich die Aussage falsch. Es sei denn, diese Mülltonne befindet sich auf meinem Privatgelände und ich schmeiße es da, dann ist es immer noch mein Müll. Ja, es ist ja, ich kann sagen, aus der Form, eigentlich trägt man sich niemanden auf. Genau am hier. Also, man merkt schon, wenn man sich jemanden aufdringt. Ich weiß nicht, was sie meinen, aber ich verstehe da auch Herrn Küm aus seiner Aussage. Einfach mal fragen, also ich bin jetzt der falsche, der das jetzt sagen sollte gerade, ne? Aber man sollte manchmal einfach nur fragen. Ich würde einmal kurz auf Toilette verschwinden. Ja, genau. Ach, Chat, ich muss auf Toilette. Ganz dringend. Trink schon wieder zu viel, ne? Und... Ah, stimmt, Blue, danke für die Erinnerung. Ich habe es schon wieder vergessen. Das ist schön. So, mein lieber Chat, ne? Ich liebe euch, ja. Ich mag euch richtig gerne. Bis gleich. Eine Frage von der 247 Deeks. Ist gerade ein Supervisor im Dienst, der sich um ein Anliegen im MRPD kümmern könnte? Lame Salah möchte sich höchstwahrscheinlich über einen Kollegen beschweren. Kommen. Die zwei... Bis gleich, Chat. Check. Fragen für Sie, ist es normal, wenn ich dabei bin? Kommen. Check, kommen. Welchen? 247. Ja... Ja. Warum? Nun? Vielen Dank. Ja. Während man Taser und Schlagstücke auf ihn riecht. Ja, ja. Ja, ist auch. Ja. 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 richtig 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 ja ich habe gelesen hat jemand klamotten abzugeben ja hätten sie das interesse natürlich am sonntag zwischen 16 17 uhr bitte bei dem peter wir sind aber nicht alleine sein jetzt schon also schlagen sie sich ja das problem ich nehme den schlag stoppen weil morgen bin ich nicht unterwegs höchstens morgen vormittag beziehungsweise mittags aber wie gesagt wenn wir das alles so zusammenziehen da gibt es halt so ein faden den ich dann ziehe und solange ich einen roten faden habe habe ich mich an die leute ich kenne keine guten weihnachtssieder nicht nur sagen wie der das sieht diese allgemein diese vermissten meldungen dass da halt irgendwie gescreent wird oder nicht so wie das bei dieses prozedere wie es jetzt ist das system muss überarbeitet werden dringend hat er zu gar keine hand im fuß weil ich habe gar schon gesagt eigentlich diese vermissten voll ermittlung haben wir damals ins leben gerufen ich weiß nicht das bd korrekt und das damals fand ich deutlich unkomplizierter und das sollte auch wieder so der fall sein es geht hier um vermisste menschen also so ja genereller standard ist halt wir nehmen es auf und wenn nicht ja dann hat es bd das eingetragen wenn ich das so persönlich nehme liegt auch in meiner kindheit wie ich aufgewachsen bin und deswegen wenn ich dann höre es ist nur ein obdachloser das macht mich rasend ehrlich gesagt aber ich habe auch mal auf der straße gewohnt und gelebt habe vom diebstahl gelebt dass ich was essen konnte und deswegen so aussagen finde ich aber nicht gut es sind alles menschen man kann halt was draus machen also ich sage gerne ich habe auch was aus mir gemacht ich hätte sowieso einige ideen ich mich da mal besprechen wollte weil er sagt ja was wegen dem felsen social center das kann man auch machen und das felsen social center so undercover mäßig was informationen für die technik und die gang unit liefern würde zum beispiel dann genieße dieses jahr umso mehr juni weihnachten über weihnachten in kranken weil er hat ja im volkoma was erwähnt dass er das felsen social center da die bewährung übers pd laufen lassen wir machen hier irgendwas weihnachtlich das noch psychologisch was vielleicht vergessst du es wieder aber irgendwas machen wir ja auf jeden fall überlegen hier nicht der kennenzahlung des pds halt nicht öffentlich dass es vom pd ist und man kann da halt informationen abgreifen müssen mal nach schauen wer da arbeitet weil jetzt sind sie mal ehrlich wenn sie jetzt sagen wir mal sie sind jetzt verbrecher sie werden eingeknastet sie kriegen dann eine bewährungs auflage sie sollen im felsen social center arbeiten da steht genau der officer neben ihnen der reingebraten kochstürme ist nicht so leicht umsetzbar bei mir leider das ist auch schon mal im leg zu machen aber es passiert spätestens nach der ersten stunde bin ich dann sowieso gebatten wird schon weil ich mir den finger abgehakt habe oder so was jetzt nicht wo nicht die pd dran steht sondern man nennt es anders oder man macht es über gemeinsätzliche vereine oder sonst irgendwas können die detektives die gang unit und so weiter wenn man da nicht so drauf hat auf diese massen muss man eher in eine kleine stadt gehen ich glaube das ist ein angenehmer zum beispiel weihnachtsmärkte sind super teuer geworden ist mir letztes jahr aufgefallen habe ich das erste mal wieder da gebrannte mandeln gefühlt 10 euro holy shit war so halt mal so mit dann aber ich wüsste zu geizig um ehrlich zu sein ich bin übernächste woche aber tatsächlich auf dem weihnachtsmarkt ja ich sag mal so rein theoretisch klaren vermissten fälle wird in unser budget fallen von den detektives okay dieser erweiterten vermissten fall ermittlungen zurzeit kann ich aber sagen kriegen wir uns nicht gewährleistet bei der verlassen ich finde zu sagen weihnachten ist anfänglich das fest ist nicht unbedingt mehr im jahr 2023 der fall also für mich ist weihnachten immer so ja klar auch mit familie logisch aber auch mit deswegen ist aber auch was mit freunden zu tun also wir haben immer deswegen so zur tradition dass wir weihnachten danach oder vor weihnachten feiern zusammen weil es einfach irgendwelchen dingen kommen dass der dann beraten und so ne ausführung zur seite stehen kann antonia vielen dank für den 15 monaten dankeschön von beiden ja gut ist ja egal hauptsache im backup sage ich jetzt mal so ja was gibt es nicht hier eingreifen aber auf sicht der uhrzeit dass der wolke gleich ist genau würde ich einmal will jetzt noch mal kurz alleine sprechen wollen alles klar ich muss auch gucken wegen ich hoffe es konnte ihnen helfen das gespräch mit auch hier noch mal was ist auch in solchen dingen kommen sie gerne jederzeit auf mich zu weil solche dinge kann man regeln wie sie gerade gemerkt haben werde ich mir merken machen sie weiter so danke all right sorry dass ich dich da jetzt so mit reangezogen habe aber ich preferiere bei solchen gesprächen er dich alles alles gut wie gesagt ist ein allgemeines problem für die krautzone weil ich hab da mal von dem richter einen auf den platz bekommen wo ich diese ermitteln gemacht habe ja ich muss damit nur reden dass er das mal beim kommissioner anmerken wenn er wieder mit ihm spricht dass er mal anguckt wir müssen halt das gucken wie gesagt unsere last ist halt auch immens und ich komme gar nicht hinterher deswegen ich habe für fälle jetzt anderthalb woche mehr gesetzt wird schwierig denke ich aber das triad würde ich sagen aber fühle ich ein bisschen die aussage jetzt noch mal kurz was privates du bist ja hier in schmuckläden unterwegs gibt es hier eigentlich kettentechnisch was talismann mäßiges wo man was eingravieren lassen kann gute frage also ich weiß dass bei der perlenkette müsste man mal gucken es soll auch gut aus dass kronen gewinnen machen kann ich weiß gar nicht wie das bei dieser herzkette war die ich länder mal geschenkt habe ich da was eingravieren konnte es soll eher ein talismann sein weil ich möchte aber etwas spezielles eingravieren lassen weißt du ich bin ja so ein symbolik mensch ja dann wäre auch glaube ich elena besser weil ich habe elena kaum schmuck gekauft weil ich genau über das was du mich gerade fragst auch immer stolper und sie kennt sich auf jeden fall besser aus was es da so für frauen im sortiment gibt man hat der laden dann mal offen generell gibt es noch also seriös gesehen nur noch kronen gewählen oder ich müsste ganz ehrlich sagen ich sehe bloß noch kronen gewählen als offen bei extrem ist habe ich schon ewig nicht mehr posten sehen dass die offen haben ja ich will halt etwas finden wo ich ja ja Ich gehe erstmal jetzt ins Department. Ja, mach das. Er ist nicht da. Ja, aber der hat so ein Gen, dann zu kommen, wenn ich immer an ihm vorbeigehe. Ja, ich denke schon. Sorry, Chad. Lasst euch überraschen. Ich mache es nachher kurz, dann ist gut, ja. Dein Roll Call. Theoretisch, ja. Ist die Leitschrift schon anwesend? Jo. Sind wir vollzählig oder fehlt noch wer? Die 413, die hat einen Supervisor, Bürgeranliegen im MRP-D. Sorry, Chad, aber... Also ist die raus, okay. Noch MRP-D, der dann wirklich fehlte, hierher ist oder sind wir dann vollzählig? Die Detectives sind 10.30 im MRP-D, sonst müssten wir jetzt vollzählig sein. Ja, okay, gut, dann machen wir es heute in einer etwas eigentlich kleineren Runde. Gut, okay, dann fangen wir quasi pünktlich eine Minute zu spät an mit dem Roll Call am 10.11. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir fangen auch direkt an mit den Abteilungen. Gibt es eine Abteilung, die eine Wortmeldung hat? Ja, ich hätte tatsächlich einmal was. Ja, selbstverständlich. Ja, steht auch schon am schwarzen Brett. Ich wollte Ihnen nur kurz nochmal Bescheid sagen. Sie haben heute alle die neuen Arbeitsverträge bekommen, nach aktueller Ausführung entsprechend. Ich würde Sie bitten, die innerhalb der nächsten Woche einmal zurückzuschicken, damit der bis nächsten Freitag, anschließend nächsten Freitag, die uns nicht zurückgeschickt hat, erstmal suspendieren müssen. Denkt daran, falls Sie keinen bekommen haben, kommen Sie gerne auf mich zu, aber das müsste ja nicht jeder einen bekommen haben. Dankeschön. Jawohl. Okay. Dann noch ein... Nachhalt von mir erledigen Sie es einfach direkt nach dem Roll Call, da haben Sie es hinter sich. Ja. Sie ist wieder aufgeschoben. Okay. Ja, noch eine Abteilung mit einer Wortmeldung? Gut, nehme ich als Nein, dann kommen wir einfach zu den Departments. Gibt es ein Department mit einer Wortmeldung? So, positiv. Ich bitte einmal, Miss Winchester nach dem Roll Call von meinem Büro zu warten. Ist nichts Schlimmes vorab gesagt. Es geht hier um ein Einweisungsgespräch. Weitere Officer, die hierhin versetzt wurden, noch nicht das Einweisungsgespräch von Lamesa. Bitte auch einmal vom Lamesa, äh, vom Chief Büro sich einfinden. Damit wir das einmal abhandeln können. Okay. Ein weiteres Department mit einer Wortmeldung? Okay, Sektor 5? Jemand anwesend? Wo fragst du extra nach Sektor 5? Ich glaube, es ist tatsächlich nichts. Okay. Gut. Dann, äh, gibt es ein Kolleginnen und Kollegen, der noch eine Wortmeldung hat, was Wichtiges anzumerken, zu sagen. Ja, die Leitstelle. Also, wer Lust hat, die Leitstelle gleich zu übernehmen, der darf sich bei mir melden. Ja, gut. Sie haben es gehört. Äh, Leitstelle laden Sie. Wenn Sie nach einer Minute keinen Anruf haben, bestimmen Sie ein. Ja, check. Gut. Okay, sonst noch irgendjemand? Äh, ich würde sagen, dass wir vom Watch Commander heute absehen, aufgrund der mangelhaften Streifendichte. Sind die anderen beiden Führungskräfte damit einverstanden? Ja, können wir machen. Ja, right. Gut. Eine Information für Sie. Die Führung der State Police hat heute entschieden, keinen Watch Commander zu bestimmen. Es gibt keinen, aufgrund der nicht vorhandenen Streifendichte. Okay, gut. Dann sind wir an dieser Stelle fertig. Äh, war ein schneller Rollcall. Dann ab auf die Straße, passen Sie auf sich auf. Stay safe. Ja, das nenne ich mal fix. Stay safe. Alright, Bans, du kommst gleich mit ins Büro. Jaja. Ja. Ey, es geht einfach, kein Problem. Nehm, es ist schon okay, dass du einfach gehst, kein Problem. Ich wusste nicht, dass du noch was von ihr braucht. Du bist ein Chief of Department und vielleicht sollte man zumindest mal kurz quatschen, ob vielleicht irgendwas ist, worüber man quatschen möchte. Weil das geht momentan auch zu oft unter. Kannst ruhig gestehen bleiben, Bans. Okay. Sagen die auch ins Gesicht, wenn wir dich kündigen, ist kein Problem. Das lachen wir schon etwas verzweifelt. Ähm, es gab gestern Abend ein bisschen Beef mit dem State Park. Bezüglich Fahrzeugabschleppung. Ähm, im Gesetz steht nur, die dürfen Fahrzeuge abschleppen. Mehr steht nicht. Niveau was. Dann stand es gestern bei uns vor dem Verwahrhof. Einfach so. Hat wohl, Deren Aussage, die Info-Hotline, irgendwann mal genehmigt, dass die das bei uns abschleppen dürfen, zu uns. Ähm. Spannend, ja. Fand ich auch super. Ähm. Geht es um abschleppen oder versetzen, das Fahrzeug? Abschleppen. Das hätten wir uns auf dem Verwahrhof gepackt. Aber dürfen die wirklich das komplett abschleppen, oder? Also im Gesetz steht, der State Park ist uns befugt, im Rahmen derer Aufgaben, also Naturschutz und so weiter, Fahrzeuge abzuschleppen. Ist nicht genauer definiert, was mit abschleppen gemeint ist. Ja, spannend. Ähm. Haben wir uns gestern mit denen nochmal unterhalten. Ähm. Wir kamen zu dem Entschluss, wenn das für euch auch in Ordnung ist, dass die Fahrzeuge einfach auf den nächsten Parkplatz abschleppen, es da hinstellen, dann bei uns anrufen, ähm, uns das Kennzeichen durchgeben, wir denen im Gegenzug, dass die den Halter informieren können, Nummer und Name durchgeben. Und dann eben, dass die uns ein Bild schicken, mit dem Kennzeichen, und dass wir dann die Akte machen können. Einfach, dass die halt das abschleppen können, ohne dass dann eine Streife hinfährt, das um uns jetzt. Weil wir haben halt oft auch nicht die Kapazitäten, um das eben anzufahren. Ähm. Also grundsätzlich sehe ich hier nicht das Problem mit der Hinsicht. Die Frage ist, ähm, läuft das dann übers, äh, Sektor bei Sektor 5, oder läuft das generell über State Police, dass sich jemand dann einfach drum kümmert. Äh, um die Akte meist, oder? Ähm, ja, grundsätzlich genau, wie mit der Abschleppung, wie das dann weiterverfahren soll. Also, dass die das abschleppen und wir uns im Endeffekt nur um Nachgang die Akte kümmern. Äh, wir machen jetzt nicht erstmal einen Akte auf, oder? Oder zeigen die dann hier die Umweltsünder, oder was auch immer dann ist, dort an. Oder wie läuft das dann? Glaube ja. Also wenn die eine Anzeige erstellen wollen, sollen sie uns das schicken. Also haben wir den bürokratischen Mehraufwand dadurch. Äh, also wir können ja dann auch selbst entscheiden, dass wir es einfach lassen. So wie es halt jetzt auch ist. Naja, die sollen die Situation halt beschreiben. Ich sag mal so, wenn jetzt einfach ein Auto steht, was ein bisschen falsch versteht, sehe ich jetzt nicht jedes Mal eine Akte dafür. Wenn es schon eine harte Sache ist, wie, keine Ahnung, da steht ein Auto, da fließt Benzin raus und alles verschmutzend. So ein übertriebenes Beispiel jetzt. Dann klar, muss man definitiv einen Akte aufmachen. Das sollte dann individuell gemacht werden. Ähm, ich bin da d'accord mit, per se. Ich möchte aber hier nochmal betonen, dass die Abschiebkosten nicht über uns laufen, sondern über State Park dann, ne? Okay. Ja, weil wir steppen mir dann zweckessen, glaube ich, sogar auch auf uns gelaufen. Ja, und das sehe ich halt hier in dem Fall halt nicht, weil das State Park entscheidet nicht darüber, ob wir irgendwas bezahlen. Ja, genau. Also, soweit kommt es noch. Wir machen eh schon auf Species Snowflake, wie ihr wart ja bei dem Gespräch damals dabei, bei den State Parks und bei den Rangers. Und ich sehe es halt hier nicht, dass wir dann nebenwie Kosten für die übernehmen. Warte mal dabei abschließend noch mal trotz alledem mit Commissioner besprechen. Das ist klar. Wie er das halt sieht, aber grundsätzlich sehe ich es halt nicht verkehrt, das so zu machen. Da muss ja nicht jetzt mal eine Streife hin, wir binden wieder Kapazitäten, dann können die einfach machen. Korrekt. Und wir schauen uns das an, wenn wir Zeit haben. Man kann ja auch noch mal mit Stuart sprechen, wie er es sieht, ob er das trotzdem über Sektor 5 eher ein bisschen laufen lassen möchte. Bin ich auch d'accord mit, aber wenn keiner da ist, sollten trotzdem alle gebrieft sein in der Hinsicht. Alright. 411, 727, Lamisa-Tankstelle. Quatschen, genau. Genau, einmal für dich, Davis. Wie sind die Newsweek auf dich zukommen? Wahrscheinlich noch eine Anfrage stellen, zwecks der Situation von vor zwei Tagen. Beim Genki, ich habe denen gesagt, die sollen sich bei dir melden, weil ich werde nicht mit der Presse sprechen. Ja, wir können es nicht schenken, wird schriftlich geantwortet. Das war direkt. Ja, die Sache ist, wir haben eine P-Abteilung dafür, also von daher. Alles gut, alles gut. Genau, und Vincent Ricks schreibt wohl, scheiße, dass wir öfters in die Luft geschossen hätten und auf die Menge geschossen hätten, das ist so negativ. Es gab einen Warnschuss, einen einzigen, nicht in Menschenmenge, nicht in Häuser, Richtung oder sonstiges, weil zu dem Zeitpunkt auf drei bis sechs Officern eingeschlagen wurde. Es gibt ein aktuelles Gegenstatement, das ich ausarbeite, das wird einfach komplett schriftlich veröffentlicht von uns, da wird gar nicht irgendwie mit einzelnen Presseunternehmen zusammengearbeitet, es gibt ein schriftliches Statement, können sie sich rauspicken, was sie wollen da dazu, den Rest können sie von der Straße runterlesen. Also Ricks dann auch ins Gesicht spucken danach, das wäre auch ganz cool, würde ich fühlen. Nee, nee, mach ich nicht so gern. Schade. Gut weggucken. Nee, nee, muss nicht sein. Also wirklich Wahnsinn. Das Problem ist, ich bin halt nicht verwundert, ich hatte Ähnliches am Alleyes. Ich hatte absolut Ähnliches am Alleyes, da standen auch Zivilisten, die gesagt, gehen sie weg, die haben sich quasi wegtasern lassen aus dem Stand. Ich habe Ähnliches erfahren, also deswegen. Was ist denn momentan los? Also ganz ehrlich, da standen Leute mit Schusswaffen in der Hand und Schrotflitte in der Hand. Ja. Du hast das nicht gesehen, also das mit Alleyes, das hat sich ja schon spannend angehört bei euch, aber das ist ja gar keine Vergleichsbasis mit dem, was wir erlebt haben. Das waren Aufstände. Jo. Das waren Aufstände gefühlt. Wir hätten einen Wasserwerfer benutzen müssen fast gefühlt, wenn wir einen hätten. Ich bin dafür, wir brauchen Crowd Control. SWAT Zusatzausbildung, Crowd Control und dann rein das nächste Mal. Die Kinder Ride Ausbildung demnächst, also Ride Will Gear sowie Ausbildung plus einen Wasserwerfer. Oh, wunderschön. Ja, da werde ich aber leider ein Veto einlegen beim Commissioner und sagen, das muss hart reglementiert werden, weil ansonsten sehe ich dennächst unsere SWAT Operator nur noch mit dem Wasserwerfer rumfahren. Erweiterte Turf Kontrolle und dann schst. Find ich auch gut. Nein, McKinney. Was kann ich für dich tun, McKinney? Der Rocker ist schon durch, wa? Der Rocker ist schon durch, ja. Ja, gut. Die Leute haben gesagt, du solltest bitte duschen gehen, wurde von den Officern gesagt. Wieso werde ich seit Vorbereitung nur gemobbt? Was ist denn da los, ey? Also schlimm. Du wolltest ins SWAT. Du wolltest da rein. Du bist ein Neuling. Selber schuld. Ja, ist in Ordnung. Schreib mal das Tierraum. Ja, mit dem muss ich Zeugenaussage machen, deswegen passt das, dass der hier ist. Wer ein SWAT kommt, wird geärgert, wer neu ist. Ab bis da ein SWAT-Rufname kommt. Wollte sagen, auch wer nicht neu ist, hat er kein einfaches. Ja, ist so, Davis, ne? Ja. Ja, Training nächste Woche, weiß ich nicht, wie es aussieht, ob Miller das auf den Montag stellen möchte, weil ich bin ab Dienst, also auf den Montag, auf Dienstagnacht bin ich weg im Urlaub, also länger weg, bis Ende der Woche. Und Miller hatte, glaube ich, auch gesagt, er ist Mittwoch nicht da. Ja, muss man da mal schauen, dass dann irgendwie Training trotzdem stattfindet am Montag. Jo, Montag wäre wegen mir möglich. Kriegen wir ja in 8 Uhr. Weil eigentlich würde ich jetzt nicht wollen, dass direkt in der zweiten Woche das wieder ausfällt. Also braucht ihr die, also du nicht, aber der Rest, der hier steht, braucht halt die Ausbildung. Ach, ich bin mal gespannt, wie weit ich diesmal in der Ausbildung komme zum dritten Mal. Komm, hast du vor, scheiße zu bauen und rauszufliegen. Nee, ich war noch nie vollwertiges Spotmitglied. Ich mache das zum dritten Mal, aber war noch nie vollwertiges Spotmitglied. Mir hat es immer nur bis zum Trainee-Status gereicht. Ja, stimmt, ihr seid wieder alle Trainees immer noch. Ich muss auch mit Miller sprechen. Ich glaube, Miller und E sind die einzigen vollwertigen Mitglieder. Ja, das ASU-Thema ist eine ganz große Red Flag hier gerade. Wirklich. Richtig riesig mit der ASU. Ja, die Sache ist halt, Silver hat einfach nichts mehr gemacht und das nervt mich, dass er jetzt nicht schon früher hin entzogen wurde. Deswegen, ich werde da ein bisschen Druck machen, dass das ASU-Thema halt dann läuft. Miller ist aber auch gerade krank, soweit ich weiß. Also, dem geht es nicht so gut. Dementsprechend muss ich mal schauen, wie ich mit ihm da kommunizieren kann in der Hinsicht. Aber woran hat das jetzt, dass das nicht schon Gauthier, Pörnitz und ich von denen? Aktuell, also es soll eine ordentliche Übergabe stattfinden, dass Miller Gauthier ranführt an das ASU-Thema-Lied. Das ist ja nochmal was anderes. Und da wird das halt ran geführt werden, weshalb ihr erstmal alle drei Co-Lieds seid. Ähm, Miller soll sich die Zeit nehmen, da werde ich auch ein bisschen Nachdruck machen, dass das hat passiert. Und am spätestens Ende des Monats seid ihr dann dafür zuständig. Das heißt, eure Köpfe rollen auch, wenn es nicht läuft. Weil ich werde wie ein Blutegel euch im Nacken hängen. Was das angeht. Das gleiche in der MPU, weil ich möchte, dass diese beiden Units laufen und nicht so ein halbherziger... Paketisalat sind merkwürdiger Vergleich, aber... Nun, ihr wisst schon, wie ich es meine. Achso, Banz, das Wort hier ASU-Kolid ist erstmal vom Tisch. Ja, alright. Weil wir jetzt nochmal auch ein anderes Department mit einbeziehen wollten. Naja, easy. Gut. Aber noch ein Flugschein, das... Jaja, du bist nun mal das ASU-Mitglied, wenn du es... Das ist alles noch genehmigt. Alright, okay. Soweit ich weiß. Ne, aber die Units sollen halt laufen. Das ist halt das Ding. Und SWAT soll sich Miller halt auch drauf konzentrieren. Mehr, dass halt das auch läuft. Und dann haben wir wieder unsere drei Units mit Leads, ETC, mit Ansprechpartnern. Und dann sollte das eigentlich passen, meiner Meinung nach. Das ist zumindest der Plan für dieses Jahr noch. Und dann gucken wir mal, wie es weiter geht. Zur HSU überlege ich Merktoll auch etwas, aber... Dazu sage ich noch nicht allzu viel. Aber das kann man auch ein bisschen anders ausarbeiten, finde ich persönlich. Okay. Wenn ihr nichts mehr habt. Wortschummen, da gibt es keinen, diese heute. Wir haben eine Führung beschlossen, dass... Aufgrund der mangelnden Streifenkapazität wir das halt heute mal nicht... Ja, ja. ...setzen. Gut. Ega, wird eine Hinstellung, das läuft eh nicht. Gut, waren es. Wir haben Gespräche zu führen. Ja, ja, ist gut. Wenn ihr nichts mehr habt, verziehen wir uns. Okay. Dann bis später. Warte, nee. Davis liegt nicht begeistert. Ja, aber Davis kann auch mal daran arbeiten, dass er nicht immer... Großes Kino. Wir haben beide unsere Karten, glaube ich, vorgehalten. Die Sache ist, Davis muss halt schauen, dass er nicht immer so negativ ist. Und wenn er negativ ist, sich drum kümmert, Miss Winchester, kommen Sie bitte mit. Hm, okay. Du führst das Gespräch. Komm mal mal, Miss Winchester. Meine Person kennen Sie ja schon. Es ist ein Chief Korayama, es ist ein Chief von Lamesa. Zu meiner Rechten ist Sergeant Barnes. Sergeant Barnes wird mit Ihnen einmal das Anführungsgespräch führen. Hey. Genau, haben Sie generell noch mit gar keinem hier gesprochen? Äh, mit dem Herrn Gautier. Okay. Also Sie hatten das eigentlich schon, das Gespräch. Ich wollte gerade sagen, weil dann haben Sie es ja schon... Das ist ja gut zu wissen. Aber die Rundführung, die hatten Sie ja mitgemacht, weil ich das ja mal mit Frau Fuentes, da waren Sie ja dabei. Hey. Und haben Sie nochmal eine neue bekommen? Hm, hm. Hat Ihnen das gereicht, was Sie da gesehen haben, oder wollen wir das nochmal durchgehen? Weil Sie waren ja dabei. Hey, das hat soweit gereicht. Okay, alles klar. Also Sie wissen nach, wo Sie was finden, sonst einfach nachfragen. Das ist ja gar nicht das Problem. Gut, Miss Winchester. Trotzdem interessiert es mich, wer Sie sind, warum Sie hier sind. Erzählen Sie ein bisschen was davon. Ich möchte Ihren wahren Grund wissen, warum Sie Korb geworden sind. Und Ihr wahres Ziel bei uns in der Behörde. Kein, ich will Menschen helfen und kein, ich will Officer 1 sein und gut sein. Das interessiert mich nicht. Seien Sie ehrlich und direkt. Hey. Also ganz ehrlich, ich würde gerne anderen Leuten ein Vorbild sein. Ich glaube, das sagen auch ziemlich viele. Ich würde gerne auch in die Academy gehen. Also mal eine Scheibe von Abfall schneiden, ne? Ja, erzählen Sie weiter. Ich würde gerne in die Academy gehen und mein Wissen weitergeben. Die Dinge, die ich falsch gemacht habe, damit es anderen Officern leichter fällt, diese Dinge nicht falsch zu machen. Damit aus allen, die nach mir kommen, ein besserer Officer wird, als wie ich es zu dem Zeitpunkt war. Okay, warum die Academy nicht Lamesa? Weil Lamesa ist ja die erweiterte Academy teilweise. Oh, das wusste ich noch nicht. Und da können wir Leute informen. Ja, jetzt wissen Sie es. Wie sieht es jetzt aus? Arigato. Vielleicht dann doch Lamesa. Ich möchte Ihnen damit eigentlich nur durch die Blume sagen, Academy wollen halt viele Leute rein. Und eigentlich haben sie eine ähnliche Möglichkeit auch hier in Lamesa. Und wir brauchen Leute, die motiviert haben und wirklich Bock haben, die Officer 1 hier zu formen und auf Kurs zu bringen. Weil das gehört zu den Aufgabengebieten der Officer 2 und Officer 3 in Lamesa. Ich bekomme jeden Tag eine SMS mit der Nachricht, Miss Wunschester, wir können sie einfach so viel Motivation haben. Davon habe ich genug. Ja, sie sind halt Japanerin. Es gibt die Japaner, die halt leuchten und es gibt die Japaner wie mich, die ja, nicht leuchten. Ja, die Metapher war schlecht. Ah, jetzt möchtest du die Metapher etwas besser darstellen. Nee, nee, nee. Och, möchtest du? Es ist ein Befehl. 4, 1, 6, für die Leitstelle kommen. Wir hören. Ach so, ja, nee. Das ist eine Anweisung. Ja, ja, ich habe das schon verstanden, aber was ist das? Ja, dann hol mal raus. Mach eine adäquatere Metapher, die das darstellt, was ich eigentlich sagen wollte. Boah, ja, das... Ja, wir hören. Boah, das ist schwierig. Hey, wir hören. Danke, Miss Wunschester. Ja. Mir fällt gerade nicht nichts ein, bin ich ganz ehrlich. Ja doch, da fällt dir was ein. So wie du schon wieder lachst, fällt dir was ein. Nein, 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 mir fällt wirklich nichts ein. Ich versuche gerade das so ein bisschen zu überspielen, deswegen lache ich. Mhm. Positive Energie kurz zu bringen. Ich denke gerade, du bist heute, äh, ne? Mein persönliches Projekt, ich würde jetzt darauf antworten. Und ich würde Ihnen raten, nichts zu überspielen. Wir sollen hier ehrlich sein. Korrekt. Ja. Ja. Mir fällt gerade nichts ein, wo ich das Metapher technisch besser darstellen kann. Ja. Sie dürfen es mir auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt zukommen lassen. Meine Nummer ist im System. Ja, das weiß ich. Hey. Wir schauen, ich überlege noch weiter. Jetzt so spontan, dass... Es gibt einmal das sonnige Gemüt und dann gibt es hier... Du bist mit dem Arsch. Darfst du ruhig sagen, was du gerade denkst. Nee, das habe ich... Ja, genau. Ich notiere ein Definit in Spontanität. Ich bin kein Entspannt. Es geht um Spontanität und nicht, dass du entspannt bist. Ich habe entspannt. Nein, um die Ernsthaftigkeit ja nochmal in das Gespräch reinzuholen, ähm... Sie haben auch grundsätzlich die Möglichkeiten, Lamesa... Also ich erkläre Ihnen das einmal in Kurzform. Lamesa ist ja so gesehen das Durchlauf-Department, um es mal so liebevoll zu nennen. Im Prinzip kommen die Officer 1 hier, die Officer 1 hier. Im besten Fall sind die zwei Wochen nur hier und werden weitergeschickt. Bedeutet, sie haben gerade den temporären Status von Lamesa und nicht den stationären Status. Den stationären Status bekommen sie zum Beispiel, wenn ihre Versetzung durchgeführt wird. Oder in dem Fall, wie ihren Status hier, auf stationär setzen. Dann sind sie stationär und sind dann im besten Fall relativ schnell Officer 2, wo sie dann die Aufgabe mit den anderen Officern übernehmen, neue Officer, die hier hinkommen, an die Hand zu nehmen, mit denen halt zu sprechen, zu schauen, wo Defizite sind und diese, soweit wie es möglich ist, auszubessern. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll, gibt es den Officer 3, der den Mentor-Status hat, oder natürlich Sergeant aufwärts. Also im Prinzip formen wir die Leute nochmal ein bisschen und zeigen denen auch noch ein paar andere Seiten auf, dass sie dann solche, ich sag ihnen, wie es ist, jeder, jeder, okay, von zehn Leuten hier stehen, neun wollen Detective werden. Was nicht möglich ist. Funktioniert halt nicht. Und dann wollen wir den Leuten natürlich noch andere Wege aufzeigen, was für Abteilungen es gibt, was für Units es auch gibt teilweise, und so weiter und so fort. Und das würde zum Beispiel ihr Aufgabengebiet hier werden, wenn sie hier stationär landen würden. De facto ist aber auch hier herrscht ein bisschen anderer Ton. Also wir sind ein bisschen strenger hier in Lamesa. Bedeutet aber nicht, dass man gegenüber den Leuten hier fies sein soll, sondern die Strenge hat folgenden Grund, zumindest ist es von meiner Seite gesehen, ich bin lieber streng zu allen hier und bewahre die Leute davor zu sterben. Im schlimmsten Fall. Also vor Fehlern zu bewahren. Bedeutet, ich erwarte hier von den Leuten, dass sie ihren Job halt ordentlich durchführen. Ich bin streng und fair. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt anfangen sollen, streng zu werden, sondern sie machen es auf ihre Art, solange diese Art zielführend ist. Und ich glaube, das kriegen sie hin. Ich meine, Mr. Barnes ist auch noch hier. Und nicht gekündigt. Also von daher. Haben Sie welche Fragen? Jetzt nicht mehr. Gut. Was ist die Innenpolitik von Lamesa, weil Sie das Gespräch schon geführt haben? Was sollten Sie machen, wenn Ihnen irgendwas quer im Magen liegt hier? Das direkt ansprechen. Perfekt. Das ist das, was ich hören möchte. Einfach Bescheid geben, Gespräch führen und eine Lösung finden. Wir haben heute zwei Gespräche deswegen geführt und auf einmal war alles gelöst. Mensch. Oh Gott. Sex. Also, dem wurde mir gesagt, den Kummerkasten nicht benutzen und wenn dann nur Liebesbriefe reinschreiben. Ich weiß zwar noch nicht, warum, aber ich finde das voraus. Er hat mir gesagt, dass da Liebesbriefe rein sollen. Ah, na, Mr. Gaultier natürlich. Ist das so? Hey, Moment. Oh, ich wollte ihn jetzt links voranreißen. Schleger, ich habe Nasenprobleme. Hey, ich glaube, mein Status hier ist jetzt schon wieder gesungen. Sie haben verkackt. Ah, das glaube ich auch. Hm, Mr. Gaultier geht nicht dran. Gut. Gaultier suspendieren und degradieren. Check. Nein, also, es war von mir so Gaultier als Joke wahrscheinlich gemeint. Ich habe das auch so aufgefasst. Okay. Ah, guck mal. Gucken Sie mal. Da ruft Mr. Gaultier an. Ah. Moshimosh. Gaultier. Hi. Du darfst gar nicht gerne Genders Lamesa-Pedian fahren und deine Degradierung zu Officer 3 abholen. Ja, gerne. Liebesbriefe im Kummerkasten. Ist das dein verdammter Ernst? Oh, das ist ein bisschen frech jetzt. Das Liebesbriefe im Kummerkasten. Du hast jemandem gesagt in der Einweisung, dass Liebesbriefe in den Kummerkasten sollen. Was erzählst du den neuen Leuten hier? Ich glaube, wie habe ich das erzählt? Ich glaube, Miss Winchester. Ja, der hat sich das erzählt, so aus Spaß, heraus. Ach, weiß ich doch. Weiß ich doch. Das habe ich ihr auch gesagt. Es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Alles gut. Warten Sie mal kurz. Winchester möchte gerne Vorbildsfunktionen sein und Leute ihre Fehler. Also sie möchte halt ein bisschen ausbilden und ich sage, wie es ist. Ich würde sie bei uns sehen tatsächlich in Lamesa. Ich auch. Das ist mein Gedankengang. Ich weiß gar nicht, was ihr Wunsch war. Also ich weiß, sie wusste, sie wusste, aber Detective und MAP, die waren. Ja genau, aber sie wusste tatsächlich nicht, dass man hier auch ausbilden kann. Und die Optionen habe ich ihr gerade aufgezeigt und ich muss sagen, wir haben ja, uns ist ja Charles Simmons weggebrochen und ich würde sagen, ich würde sie eigentlich nach Lamesa reinholen. Weil es wäre für sie auch okay. Ich sage mal so, ich hatte mit Winchester jetzt schon mehrfach zu tun, war auch mehrfach mit ihr auf Streife. Sie ist, also sie hört zu, sie, ja okay, es kommt Fehler vor, dass sie manchmal Funk nicht zuhört, da sind wir aber allgemein dran, weil das ist nicht nur bei ihr so. Sie hört aber sonst zu, sie versucht auch wirklich aktiv zu lernen, wenn man ihr halt irgendwie Kritik entgegenbringt, dann nimmt sie die auch an und arbeitet aktiv dran. Und ansonsten macht sie auch tatsächlich einen ganz guten Job. Die muss man schon vielleicht noch lernen, sich ein bisschen durchzusetzen aufgrund ihrer Art und Weise, weil, ja. Ja, das ist ja das reingeste Problem, ne? Ja, aber an sich, will ich sagen. Ich glaube tatsächlich, wenn man sie halt auch fördert, dass sie noch sehr weit kommen kann, egal, welche Abteilung. Okay. Na, dann werde ich sie jetzt einfach direkt fragen, ob sie Bock drauf hat und dann nehmen wir die. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das so. Dann viel Spaß beim Boxen. Du liebes. Brief. Warte, nee. Gut, Miss Winchester, ich habe jetzt mich mit meinem Käpt'n einmal besprochen. Grundsätzlich, wenn sie daran Interesse hätten, würden wir sie, wenn die Genehmigung durch den Commissioner natürlich auch kommt, in La Mesa gerne aufnehmen. Also, wenn sie das möchten, müssen sie sich jetzt nicht da gezwungen fühlen. Ich meine, im Prinzip haben sie eh nicht so viel Wahl, weil wir entscheiden, wo sie hinkommen. Aber ich würde halt das ihnen gerne transparent hier kommunizieren. Hey, Valkata, ich habe kein Problem damit, nach La Mesa zu kommen. Alright. Sehr cool, weil uns ist auch jemand vor kurzem weggebrochen und wir brauchen halt hier Unterstützung. Ist ja auch wichtig, dass die Leute da eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Alright. Gut. Dann, welche Module fehlen ihr noch zur Beförderung auf Officer 2? Ich bin seit Montag Officer 1. Mir fehlen alle und ich bräuchte noch denjenigen, der die Aktengrundlage macht. Also die erweiterte. Die ich innerhalb einer Woche aufhören soll. Da müssen sie am besten mal mit Mr. Koskela sprechen in dem Fall. Administration Technisch oder Miss Hope. Die macht das, glaube ich, auch in dem Fall. Das heißt, alle Fortbildungen fehlen noch. Check. Diejenigen schreibe ich auch an wegen den Verträgen und dem Klarnamen. Das ist so korrekt. Hey, okay. Und alle anderen Fortbildungen, sagen Sie Mr. Barnes Bescheid hier zu meiner Rechten. Der macht das dann. Ich habe mich eingetragen. Perfekt. Hey. Gut. Dann dürfen Sie gerne in den Streifendienst zurückkehren. Wobei, doch, mit Mr. Barnes mache ich etwas, was nur Mr. Barnes betrifft. Ich schreibe erst Ovis. Alright, dann viel Spaß beim Ovis schreiben. Ja, Spaß. Arigato. Danke fürs Gespräch. Mattane. Ich finde es gut, dass sie nach Namesa kommt. Warum? Ich weiß nicht. Keine Beziehung. Na, dass du instant daran denkst, ne? Nein, ich weiß nicht. Sie, keine Ahnung. Ich finde, so jemanden braucht man im Team. Sie bringt eine positive Stimmung. Tatsächlich. Deswegen. Und wenn sie Bock hat, halt auszubilden, wir brauchen halt Leute und dringend Unterstützung hier. Gerade nach dem Jahr. Das sind von heute, würde ich sie als Bereicherung hier sehen. Ich werde es auch Commissioner so vorlegen. Ja. Ja, wie gesagt, allein durch diese positive Stimmung, das habe ich hier gerade auch gesagt. Ja, ich bin zum Beispiel Vorgesetzter, du bist ihr direkt Vorgesetzter. und allgemein auch so, klar, man darf es nicht übertreiben, aber so eine gewisse Lockerung auch im Streifendienst mal vielleicht auch sich mal nicht nur über Dienstsachen unterhalten. Vielleicht auch mal, wenn es gerade passt, weil es halt gerade ein lustiger Satz war, einfach mal auch ein bisschen lachen im Auto. Das gehört dazu. Wir sind auch nur Menschen, die einen Job machen. Anländer. Mhm. Das ist es halt. Alright. Dann darfst du jetzt das Supervisor-Fahrzeug 420S fertig machen. Wenn der nicht in Gebrauch ist. Ich habe mich angeschrieben, ich soll. Was sollst du? Ich soll mich bei melden, jetzt schreibt er gerade, wird auch dann zu euch beiden kommen, geht um eine Durchsuchung. Wer soll denn hier hinkommen? Ich habe heute noch was mit dir vor, tatsächlich. Ich gehe jetzt erst mal auf Toilette. 413, wieder aktiv Richtung der Perubidie. Anderson. Hallo. Ab ins Büro. Check. Leitestelle für 488 kommt. 40, kommen Sie? Ja, die Office, seit ich beim Nahkampfmodul sind, überführen jetzt zum Lamesa-PT und gehören danach wieder hinzukommen. Ich hätte, ich bin mal schnell auf Toilette und es gibt kein Last Christmas. Keine Angst. Danke, dass du so mitkommst. 488 ist Ende. Einmal auf Toilette. 311, bis zum Lamesa-PT und 10, und 10, bis zum L chen. Führen zur LS-Überfügungspfad Richtung der Pau-PD. Check. 41320, der Pau-PD. Check. 41320, der Pau-PD. 41320, der Pau-PD. 41320, der Pau-PD. 41320, der Pau-PD. Check. Hello, hello, chat. Hello. Habt ihr eigentlich gesehen, dass auf dem Pullover hier japanische Zeichen drauf sind? Ne, ne? Das habe ich mir dann gekauft, weil ich das eigentlich ganz geil finde. Die japanische Zeichen mit dem schwarz und gold. Ich bin eigentlich ganz nice. Ich glaube hinten. Ich mag den Pullover, der ist auch mega anbequem, Leute. Wirklich. Ich bin ein cozy Pullover. Ich muss nur meine Paares wegkriegen, dass der zu groß für mich ist. Das kriege ich bestimmt hin. Sehr nice. Ja. 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 Ja, ja, ja. Das ist ja meine Songs und Discord ballern. Ja, ja. 41320, Morningwood Tankstelle. Wo ist Barnes? Äh, Pinkel. Also suspendiert werden muss Barnes, also ich verstehe. Gut, Anderson. Mal eine Statusfrage. Im Prinzip kann ich da jetzt nicht so viel darauf eingehen, aber was ist denn jetzt hier mit deiner Trainee-Zeit? Bist du Sergeant-Trainee? Bist du keiner? Hängst du von der Decke? Was ist so deine Mission gerade? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte Gutier letztens gefragt, ob der noch Zeit hat oder, also, ne, wie es halt aussieht, so mit Modulen. Äh, da kam nix wieder. Ich wusste jetzt nicht, ob ich dann jetzt nochmal fragen soll oder weiß ich nicht. Bei Ihnen alles in Ordnung kommen? Dann solltest du deinen Arsch bewegen und Miller mal fragen, weil ich bin bei dem Thema halt raus. Ich darf ja nicht. Okay. Ich bin der Prüfer. Ja. Nee, dann frage ich mal Miller, wenn der wieder da ist. Vielleicht schreibt es einfach jetzt erst mal. Check. Ja. Immer dieses Aufschieben. Wie mit den Verträgen. Es ist halt, ich hab's vorhin halt sogar noch zu Hause auf der Couch, hab ich eben kurz das Handy, hab ich eben kurz den Vertrag gemacht, zurückgeschickt. So. Dann hab ich meinen Dienst gemacht. Ja, dann ist es halt so. Ja, alles gut. Kommt Hilo jetzt hierhin oder? Ich hab, also er hat geschrieben, ja, also ich hab dann geschrieben, ja komm. Ah, ist auf dem Weg, schreibt er. Okay, besser ist es, weil ich möchte los mit dir. Und wir sind auch nicht verfügbar für den Streifendienst, sag ich mir, in der Zeit. Wir werden einen richtig schönen Tag jetzt gleich haben. So. Sehr schön. Super. Ernassen. Wie geht es dir? Ja, gut. Hoffentlich auch. Ja, super. Wir leften das Mentoring der Officer 1, die hierhin stationiert werden. Äh, ja, gut. Also wenn welche auf mich zukommen, dann... Ja, bitte mehr Initiative auch zeigen und sich aktiv drum kümmern, weil die Leute nicht die Fähigkeit besitzen, auf euch zuzugehen anscheinend. Na gut. Bitte auch den anderen Officer 3, das sagen, unter anderem Martinez. Ich glaube, es gibt nur noch Martinez. Ja, Martinez und ich sind die Einzigen. Einmal dort sagen, dass ihr bitte aktiv auch auf die zugehen seid. Und nicht darauf wartet, dass jemand auf euch zukommt, weil das ist nicht der Sinn hier hinter. Mr. Levante ist ja eher mittags da. Ähm, Miss Logan ist eher spätabends. Da auch bitte da Bescheid sagen, dass ihr aktiv selber auf die Leute zugehen sollen. Und wenn der Commissioner das absegnet, werden wir demnächst auch Miss Winchester bei uns in La Mesa stationär begrüßen dürfen. Welche natürlich dann auch die Aufgaben übernimmt und Bock auf das Thema hat. Also bitte aktiver werden und nicht die ganze Zeit darauf warten. Ist nicht Martinez dort hinten gerade? Die war hinten ganz durch am Computer, ja. Ja, kannst du die einmal kurz holen? Dann muss ich mich nicht wiederholen. Ja, klar. Kurze Frage. Gibt es diese Officer Transferliste nicht mehr? Doch, die gibt es. Warum? Weil ich die nicht mehr als Freigabe habe. 416 für die Leitstelle, komm. Hm. Oder ich bin jetzt komplett doof vorhin gewesen, aber... 416 für die Leitstelle. Gucken wir mal ganz kurz. Eigentlich solltest du die noch haben. Du wirst jetzt auch keinen Grund, warum du sie nicht haben solltest. Bis vorne gehört. Okay, check. Ja, nee, dann gebe ich dir das weiter. Pack dich nochmal gesondert hier rein. Eigentlich solltest du das haben und solltest auch nicht daraus sein, bei dem Thema. Darfst du ruhig rumkommen lassen. Du musst keinen Abstand halten. Ist schon okay. Ja, top. Hab. Okay. Alright, wir haben Miss Winchester hier. Die soll recht gut sein, meinte Gott hier zu mir. Dann... Packe ich die mal hier rein. Gut, hier sagt sie, es hat sowas nicht wollen. Einmal nochmal drüber schauen. Die soll nach Lamesa stationär. Ich möchte gerne, bevor ich in den Urlaub gehe... Möchte ich... Die Liste schon mal abgeschickt haben, aber vielleicht schon fertig haben. Was ist da? Was denke ich mir, Misser Tenuta, wo wollte der denn hin? Ich hab dir momentan unter der Perro stehen. Legal Division. Hat er nie was mitbekommen, tatsächlich. Ich stehe doch nicht drin, wohin wir. 4, 1, 3, 10, 30. Ich meine, wir nehmen jetzt nicht mal darauf Rücksicht, aber... Manchmal... Sind wir nett. In Nuta... Legal Division unter Umständen noch Redman und CSI. Okay, dann kommt er nach Delpero. Sol soll... nach... Davis. Paris soll nach Sektor 5. Mutter. Okay, wen haben wir hier noch? Was ist eigentlich mit Mr. Malloy? Wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir ihn suspendieren. Ich hab den ewig nicht gesehen, also... Vielleicht hab ich ihn verpasst, aber... Malloy war zuletzt im Dienst am 4.11.2023 um 13.47 Uhr. Einmal auf die Urlaubsliste schauen, ob der im Urlaub gemeldet ist. Warte. Ne, die wurde ja jetzt zurückgesetzt. Glaube ich, wenn es die alte nicht mehr gibt. Ja, die wurde zurückgesetzt. Gefällt er dahingehend auf. Ja. Hi, ähm... Malloy. Hat er sich bei dir abgemeldet? Äh, er hatte mir tatsächlich eine SMS vor. Ich hab zwei Tage so geschrieben, aber in der Abmeldung ist das eher so sieben. Man hat dann geschrieben. Also... Bist du in Lamesa? Ich bin gleich da. Ja, ich bin in Lamesa. Wir sind hier. Ja, da kommen wir ins Büro. Bis gleich. Bis gleich. Hat er, nee. Ich find's schön, dass ich so gut aus dem Büro rauskomme. Maloy ist auch nicht da urlaubstechnisch an der Seite gemeldet. Ja, gut, das... Nee, nee. Anscheinend hat er sich bei Gautier gemeldet. Ich hör mir an, was er da sagt, aber... Der Mann ist wenig da und sehr unzuverlässig. Das hat schwierig leider auf Dauer. Okay. Ähm... Gucken wir mal weiter. Du hast weiter in Zukunft auf die Liste, äh, Anderson, ne? Ja. Okay. Also nicht schreibtechnisch, aber... Nee, nee, das ist... Das geht nicht anders, leider. Davon muss es Sgt sein, da selber drin zu schreiben. Da solltest du dran arbeiten. Basta. So, gucken wir mal. Wen haben wir denn noch hier? Wer ist Mac Mahon? Mac Mahon ist die... Die ist sogar relativ aktiv. Ähm... Die hat so einen roten... Ja, nicht Zopf... Ach, kann ich schlecht erklären. Auf jeden Fall ist sie aktiv. Wo er die aber hin will... Also sie macht... Sie ist, äh... Sie machen guten Eindruck. Wo sie hin will, weiß ich nicht, was sie für einen Wunsch hat. Ähm... Aber so, ja... Macht sie... Ich kenne das... Die Person ist seit 18. Oktober bei uns, und ich kenne die Person nicht. Wie kann das sein? Weiß ich nicht. Ok... Nun... Crown Stream war ganz großes Problem. Quantis, ähm... Da ist immer noch ein Supervisorgespräch, glaube ich, offen. Ja, das habe ich auch noch auf dem Zettel, aber... Ja, bitte drum kümmern, zeitnah. Hm... Okay, da gibt es ja keinen, der ich auf die Liste noch draufpacken kann. Super. Gut. Dann... Schauen wir mal. Ähm... Du hast einen Einsatz eventuell heute inlassen. Machst du es zusammen mit Gautier, aber du sollst die Planung machen. Gautier ist nur dein QEL, sollte es heute dazu kommen. Weil Barnes hat heute was anderes zu tun. Dann... Gibt es da schon einen Grundthema, oder... Hm... Der Detektiv ist auf dem Weg. Der wartet vor dem Büro, glaube ich. Der kam gleichzeitig mit mir wieder. Achso. Achso. Soll er rein mit? Ja, oder? Ja, natürlich. Komm ruhig rein. 411, die Leitstelle kommen. Alles gut. Herzlich kommen. Bei Ihnen alles in Ordnung kommen. Komm, wann war... Ja, check und ging gleich. Wie lange nicht gesehen. Ja, lange nicht gesehen. Doch wieder erkannt. Ja. Ähm... Es geht um Hausdurchsuchung. 410, 11, 13, 13, Wiesenius. Na klar. Check. Ist ein relativ einfaches Ding, weil den Wohnungsschlüssel haben wir. Die Person ist tot. Das einzige, mit dem wir rechnen müssen, ist praktisch die anderen Gängemitglieder, dass die nicht so überzeugt sind davon. Ähm... Das wäre praktisch die Wohnung von Herrn Sean Kessel. Da ist... Lass mich kurz raussuchen. Der wohnt im Forum Drive 03. Mhm. Laut Aussage vom Staatsanwalt. Und ja, wie gesagt. Relativ easy. Ohne FD. Alles. Sondern Wohnungsschlüssel ist vorhanden. Letztendlich... Ja, wie ihr das planen wollt, überlasse ich dann auch nicht. 4, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Wir ändern das in dein persönliches Projekt heute. Gut, hier einmal briefen, worum es geht. Du bist Co-Einsatzleitung. Kannst dir den mitteilen. Bitte, wenn möglich, heute umsetzen. Warte, ich bin jetzt Co-EL oder EL? Du bist Einsatzleitung. Achso. Hier ist Co-Einsatzleitung, um einzugreifen. Jaja. Ich bin praktisch, was Detective-mäßig angeht, dein Hauptgespräch. wie gesagt wir warten auf gut hier dann könnte das eigentlich direkt planen weil wie gesagt müsste waren so nicht haben besser was anderes vor wie wer das macht letztendlich ist mir egal nur dass es halt relativ zeitnah mit durchgeführt wird ja das klar mehr wollte ich nicht sehr gut einfach ein kurz anrufen wenn es losgeht und dann schnapp ich mir dann wenn es also losgeht mal gucken wie kapazität das hat zuletzt natürlich grundsätzlich sollte das heute umgesetzt werden können die ganze zeit wir haben 23 uhr aber wir haben wir doch nicht so spät ja irgendwie ist heute kommt ja so eine kurze sms ab heute stattfindet oder halt wann ihr denkt man stattfindet dass ich da planen kann grundsätzlich können wir heute was sagen zu einer tanker mit der gar nichts sagen weil wir können nicht in zukunft schauen das weißt du ja ja aber dass man wiederheit bescheid sagt nicht dass ich da jetzt wochen daher rennen muss so ein lassen hoffentlich ich hänge mich dran dann wo ist gut hier wir haben möchte oder auch nicht so gut hier halt stopp halt stopp hier komm mal her da endersen hat heute mit dir was vor okay und was ja eigentlich ja wenn ich nicht so lange heute da das bockstor gibt eine revanche spaß wie ich planen oder williams hat gerade uns mich eingewiesen dass wir eine hausdurchsuchung planen im forum drive dabei ist schon kassel das weiß ich schon genau du sollst kommen das seit unseren ersten ansatzleitung ja frage wann soll das ganze passieren war eigentlich war ich um 12 und so dienst er macht das zusammen feedback wie er das gemacht hat waren zunächst bei dem thema raus ja gut ich gebe rumziehen viel spaß kommen bands er steht auch um die ecke so als wir uns gleich abstechen wollen da sollte die 420 ist aber nicht stehen ich gebe es wenn ich jetzt einmal ich gebe es auf dann aber ich pack regelmäßig die ganzen autos um ich habe übrigens mal eine idee im kopf ich wollte das nicht einfach machen bezüglich dem fuhrpark hier von der hinten wie wir das hinstellen weil wir fahren fährst du soll ich fahren ich war erst mal okay ja natürlich perfekt warte sie ist gut aussitzen hinten sauber alles gut ja das ist super lange die trend noch wieder zum was ich trage uns nebenbei wo bist du denn in dienst ja nicht verfügbar so wenn du jetzt mal hier gleich stelle für 413 kommen die information die 420 ist unterwegs und nicht verfügbar hat die leitstelle so mitkommen die dreizeit nennen ja hier wo die intercepter stehen mein gedanke war vorne wo der anmarkt steht der buffalo dass wir dort die zwei anmarkt hinstellen also buffalo und den karakara und die zwei parkblitze die dann noch frei sind die supervisor fahrzeuge dann hätten wir das ein bisschen einheitlich mit führung schrägstrich supervisor fahrzeugen und den rest stellen wir machen einmal mit null abklären also kannst du sie eintragen bitte die anmarkt fahrzeuge hinten und die supervisor fahrzeuge vorne damit es aufhört dass durchgehend anmarkt gefahren wird weil das soll nicht so passieren oder 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 ich habe extra aufgelassen okay nun gut dann kann der laden wieder zugemacht wird gleich jetzt dann mal von aus besser ist es wir machen wahrscheinlich das was du vor wann war das vorgestern schon angekündigt dass wahrscheinlich noch du wirst es herausfinden ich habe eine schaufel hinten drin aber bitte ein schönes plätzchen erde das ist ja ganz gut eine stumpfe säge jetzt nicht so geil ist es mir egal ja das also glaube ich nein wir machen das was ich ja angedroht habe ich hatte als du dich ausgedrückt hat ist für die sache prüfung mit ja vorgestern wer vorgestern nochmal geprüft man hopkins hat er nicht bestanden er hat die selbstständig abgebrochen ach so hätte sie aber wahrscheinlich auch so nicht bestanden auch da schon sehr schwierig aus er will es nochmal neu versuchen das sehe ich ihm sehr hoch an dass er die abgebrochen hat keine schwäche sondern eher zeichwort stärke wo ich kann sagen wenn er selber gesagt hat ich sollte das lieber abbrechen finde ich stark absolut auf jeden fall hatte ich mit miller dann als du dich auch ein bisschen kurz drüber gesprochen weiß ich miller ist ja jetzt irgendwie auch am wochenende meinte er wieder da irgendwie also jetzt morgen übermorgen und sagte dass wir dann auch mal raus fahren weil ich hatte ihn halt gesagt was ich halt cool finden würde entweder ist ja egal ob du miller oder gut hier dass wir irgendwie demnächst wenn es sich anbietet vielleicht mal eine einsatzleitung oder so machen sagte er kann man machen wir fahren einfach mal wenn ich dann samstag mal schön ein bisschen streifer quatschen generell mal so über über das ganze und wenn da irgendwas reinkommt dann machen wir das zusammen von ihnen wohl ja naja der weg ist nicht leute zu sanktionieren zu bestrafen und durchgehen zu degradieren sondern der weg ist daran zu arbeiten wo die schwächen sind woran es liegt weil sonst werden wir nie eine starke vorgesetzten abteilung haben wenn jedes mal alle weg sanktioniert werden das auch nicht mein stil und ich hätte dich auch nicht muskendiert wir fahren als erstes nach palito bay schöne palito wollte ja eigentlich in die pegasus apartment ich überleg gerade irgendwo in so ein kleines häuschen vielleicht sogar an den schuhmarsch oder so also palito nicht wie du willst nicht unser nachbar doch will ich eigentlich dann ist er hat mich angerufen aber die sind irgendwie nicht da ich hatte jetzt noch ich habe jetzt gesagt ich mache jetzt alle zwei wochen so eine anfrage weil die sagen ja immer wieder melden ich so okay mache ich aber die haben dich doch angerufen hast du gerade gesagt ja vorhin aber das waren abwesenheit da war ich noch zurück ja die waren aber die waren eben noch nicht erreichbar sie noch erst ab 19 uhr erreichbar die nicht dass es um deine wohnung geht und dann ripp waren es guten abend sie hatten mich heute um circa 15 uhr versucht anzurufen ja alles gut kein problem ach so ja alles gut alles gut 405 aktien mike barnes genau ich hätte ich verstehe es nicht warum ist es immer noch am verarbeiten das video so ewig schon zwei tage ja genau i don't get it das kann doch nicht normal sein oder eigentlich wie ich euch die folge von letztens die ganze zeit geben aber aber letztes mal schon so geht es immer neu ist aber mal wieder anfragen das mache ich jetzt alle paar wochen mal ja ja okay das ergibt dann ja ja okay machen wir können sie mir eventuell sagen was den preis für eine person wäre ja ich wollte die kollege noch mal 90 exportieren hat wohl nicht drum rum kommen ja zwei teile das weiß ich das kennen müssen wir hier aber nicht das ist unter zehn stunden das video so ab zwei stunden wird es schwierig ich bedanke mich schönen abend tschüss naja schade cool zoffen gehabt ne ja ehrlich gesagt also ja als ich gesehen habe dass die angerufen haben weil die haben mir vor zwei wochen haben die mir eine absage direkt geschickt also per sms halt deswegen habe ich kurz aber alles gut ich bin zufrieden in meiner wohnung in meiner wohnung schon wieder komm ja ja achso okay verwirrt aber wer hat der 406 vorhin gesagt 46 glaube ich gewesen sein schön im funk zuhören sollte da irgendwas passieren was nicht passieren sollte fahren wir natürlich sofort runter ich habe mein funk eben auf den regler hier am funk gerät stelle ich immer auf ganz rechts besser ist das grundsätzlich sollte da was passieren wechseln wir in palito bay auf ein schnelleres fahrzeug müsste grove gewesen sein glaube ich der name man ist aber okay kein problem ja ja mit den gang-memmern habe ich noch nicht so ich bin bekomme auch jedes mal da bin ich halt ehrlich in die gang-unit-akten rein bin ich ehrlich ich weiß mittlerweile wer wo aber ja das problem ist bei gang-unit man muss das thema mal ansprechen diese ganzen namen die da genannt werden dass man sich da noch nicht so finde ich hat dämlich man sollte bei den stadtteilen bleiben wie vor und drive rangeo und so weil da können leute eher was mit anfangen als wenn da 5000 millionen wörter in einem namen sind wenn du verstehst wie ich mein ja ich meine aber die person an sich also sagen wir mal keine ahnung irgendein bürger gehört weiß ich ist ja dmg angehörig jetzt beispielsweise das gucke ich halt immer noch in den gang-unit-akten nach welcher wo zugehörig ist so meine ich das also die einzelnen gangs dadurch jetzt auch schon ich hatte am anfang immer ja die gangs an sich benutzt also die namen da fange ich mittlerweile auch an die straßen zu benutzen ja halt einfach auch einfacher für die ganz neuen leute in der behörde am anfang rausgeschrieben hat sich angefangen hat als gut schon hatte ich mir die bezirke rausgeschrieben mit den gang turfs und hatte tatsächlich die gang namen was gelernt aber ja man kann relativ schnell rein okay das ist jetzt hier zum beispiel brooch avenue da war ich mittlerweile sehr oft drin deswegen ist das sehr schnell hängen geblieben was das für eine straße ist ja das ist ein bisschen dunkel hat die dunkelheit so an sich ja gut wenn du das prüfst manchmal hier kurz absicherung mäßig was scheint ein längerer toiletten gang zu sein wie er immer das aria mod macht wenn sie funkt ja ach so weil er sich umgedreht hat wahrscheinlich na hallo leuchtgegel jetzt seid ihr noch da hallo 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 seht ihr mich noch hallo jetzt jetzt war mir nicht so sicher ja es ist ein server crash ok 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 alles piano alles piano chat alles ich dachte das kann es kann ja doch internet manchmal sein weil momentan ist internet ein bisschen äh bisschen äh zickig nennen wir es mal zickig Also ne Diva, ja, absolut ne Diva. Das ist Internet. Internet ist ne Diva. Ja. Okay. wir haben wir haben schon lange kein weihnachtssong gehört na gucken wir doch mal weihnachtssong gucken wir doch mal weil ihr euch immer so drüber freut gucken wir doch mal haben wir denn hier schönes und 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 Abfall soll gut sein. Nee, 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 nee. So nicht, Chat. Ja, die Sache ist, ich find's grad nicht. Tatsächlich hätte ich ausweisbar euch nicht geärgert. Nee, ähm, ich hab einen Song gehabt. Eigentlich ganz cool warm. Japanischer Weihnachtssong tatsächlich. Ich war sehr überrascht. Aber ich find den grad nicht. Habt ihr Glück gehabt? Sad. Ausnahmsweise wäre es was Nettes gewesen. Der ist echt cool, dass ich, ja, ich find den nicht. Das ist grade das Ding, das wundert mich so ein bisschen. Ähm. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Um ehrlich zu sein. Hab ich hier meine Cozy-Playlist vielleicht reingepackt? Warte mal. Christmas. Nöp. 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 Nochmal. Eigentlich müsste der heute mein Lieblingssong sein, weil ich immer so Songs speichere, die schweres. Äh. Nöp. Nöp. Auch nicht. Und auch nicht. Nö, ich find den nicht. Schade. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der müsste hundertprozentig in der Cozy-Playlist sein. Oh, da sind noch mal so viele Songs drin. Geht der Server wieder? Jopp. Der geht wieder. Naja, loggen wir uns ein. Dann halt nischt. Dann halt nischt, Chat. Okay. Also, kleiner Funfact, ne? Ich mach so meine Witzelein mit euch. Aber ich hör jetzt auch nicht wirklich Weihnachtslieder an Weihnachten. Weil so auf so japanische Weihnachtslieder und so fand ich schon ganz cool. Muss ich sagen. Fand ich sehr angenehm. Und da kommt jetzt so ein Song. Äh. Oder ist das der? Moment. Nein. Das ist der nicht. Hm. Wir wissen, was japanisches suchen. Nein, ich würde der nicht. Bin ich noch da, Chat? Hallo? Boah, jo. Es steht ein Netzwerkfehler. Boah, ich krieg von die Paras gerade. Scheiße. No. Hallo, Nani. Hallo. Oh, man. Jetzt machen wir mal den Song an, der eigentlich laufen sollte, ne? Ja. Dann warten wir mal, ne? Weißt du, was tatsächlich sehr ungünstig wäre? Was? Wenn du wieder angeschossen wirst. Ja, wäre sehr ungünstig, ne? Ich bin ja auf einer Überführungsfahrt gerade. Okay. Du musst es rechtfertigen, warum ich dann da liege. Ich, ähm, ich rede, also, das war natürlich so ein Hide auf die Wester. Ja. Okay. Habe ich schon verstanden. Okay. Was soll schon passieren? Nein, generell, wenn ich angeschossen werde, könntest du Schwierigkeiten bekommen. Ja, wieso? Wollte ich damit jetzt noch gar nicht irgendwie, äh... Ich weiß nicht, wenn es sich beruhigt, können wir natürlich gern zum Kofferraum gehen. Ich hole meine Weste raus. Wie gut hier, ey. Wirklich. Oh Gott, schön nebelig, ne? Ah, kommt aufs Licht an. Sandig. Befrieden. Danke. Ja, ist hallo, also, ne? Geht mir um Sicherheit von dir auch. Ja, genau. Kann schon Leben retten, diese Weste. So setzen wir die nicht an. Ja, aber wenn ich irgendwo hier sterbe, kannst du nur aufsteigen im PD, ne? Oder gekündigt werden. Oder gekündigt werden. Nein, ist schon richtig, dass du mich drauf hinweist. Aber ich sag mal, es gibt auch Situationen, wo ich halt die Weste nicht trage, tatsächlich. Okay. Aber ist schon okay. Ich hab's mir halt angewöhnt, egal bei wem, da ist mir einfach, dass man nicht aus der Übung kommt, mal jemanden auf mich zu weisen, gerade auch, ne? Wenn wirklich jetzt jemand hier vorbeikommt, man schießt da, wo sonst, ja. Kann sonst halt sehr in die Hose gehen. Äh, by the way, das Auto Sophia Moretti, nur die Fahrerin, ist zugelassen auf Pacific Bank. Äh, aber alles nix. Also alles im Grünbereich. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Fahrer dieses Fahrzeuges auftaucht. 4-4, aktiv. 2-4, geht's ja ein bisschen bergab. Schienen wir zur Seite oder so? Ja, ja, genau. Und das ist der Langzeitplan. 5-26-Funk, check. Check. 4-4, 1, für die Leitstelle kommt. 4-4, 1, KOMBANWAR ist es den Chief von Sektor 5. Ja, check. 4-4, 1, du mit 4-4, 1, belegt in den... Ähm, Miss Suarez ist ja ein sehr spannendes Thema gerade. Mhm. Ich hatte in der Führungsgruppe schon so vernommen, dass Stuart bei irgendeinem Gespräch dabei sein möchte, was sie betrifft. Was für ein Gespräch meint er denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war bezogen auf das... Weil, äh... Warns wurde ja suspendiert. Ich glaube, dass er gedacht hat, dass es noch... Also, dass noch ein Gespräch mit ihr geführt wird. Was ich aber schon geführt habe und ihm auch geschrieben habe. Ich glaube, er hat die Führungsgruppe vor meinen SMS gelesen. Mhm, ich verstehe. Die Suspendierungsthematik ist ja auch nochmal eine Sache für sich. Ich hätte es halt anders entschieden, aber das Thema wird mittlerweile geklärt. Mir geht es halt darum, weißt du, wann Stuart greifbar ist? Ich bin ab nächster Woche im Urlaub und ich würde gerne vorher mit ihm sprechen. Leider nicht. Mir geht es halt darum, wie es jetzt aussieht, ob er trotzdem möchte, dass er in die MPU reingeht, also dass sie das MPU-Lied bekommt. Oder nicht, weil sie verliert ja jetzt gerade sehr viel. Ich meine, Sergeant Trainee hat sie ja jetzt auch verloren, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, sie hat aber beides sogar selbst so geäußert, dass sie sich, also dass der Sergeant Trainee für sie jetzt erstmal, so würde sie sich selber nehmen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn sie jetzt erstmal so ein bisschen den Dienst macht und sich wieder fängt, weil sie ja auch seit diesem Fehler, der ganze Abend war ja irgendwie... Warte mal kurz. Miss Winters hat mir gerade geschrieben, Barnes, und zwar die Frage... Dokumentieren wir irgendwo, wenn wir ein Drogen-Schnelltest aus der Garage entnehmen, wird das irgendwo dokumentiert? Weißt du das? Oder ist das free to... Du meinst hinten bei uns? Ja, genau. Nein, nein. Kannst du einfach nur aus, ne? Kannst du einfach mal kurz Miss Winters da anrufen, ihr Bescheid sagen, dass das nicht dokumentiert wird? Ja, ja. Perfekt. So, sorry. Kannst du weiter erzählen? Alles gut. Ne, äh, der ganze Abend war ja jetzt nicht unbedingt, äh, wo die State Police geglänzt hat. Mhm. Aber sie macht sich, glaube ich, seitdem ein bisschen an den Kopf und ich glaube, wenn sie sich jetzt erstmal auf den normalen Streifendienst konzentriert, ist das besser, als wenn sie Sergeant-Training macht, weil als Sergeant, sag ich mal, sollte sie schon bei der Sache sein. Ja, und das mit der MPU hat sie auch von sich aus selbst gesagt, ich hätte da auch nochmal mit Stuart gesprochen, wie er das denn jetzt sieht, aber leider Gottes weiß ich nicht, wann er greifbar ist, weil gestern war er auch erst um 23 Uhr da. Mhm. Und da war ich dann schon weg. Ja, grundsätzlich, wenn... Er hat ja gesagt, er ist wenig da die Woche. Die Sache ist, wenn sie sich selbst halt da nicht sieht, dann ist das Thema halt auch vom Tisch, tatsächlich, weil... Mhm. Wenn jemand selbst nicht bereit ist, so eine Verantwortung anzunehmen, das ist das Einzige, was man macht, kannst du mal mit dir halt drüber sprechen. Ja. Ähm, aber... Ich würde da... lasst euch ja mal überlassen. Mich interessiert es halt nur, wie ihr es dann seht, weil meine Roadmap für November wird gerade sehr durcheinandergebracht, wegen den ganzen Themen. Ja. Grundsätzlich habe ich mir diese ganze Situation objektiv halt angeschaut und mich briefen lassen von verschiedenen Seiten. Und manche Reaktion war leider auch etwas überzogen, muss ich leider sagen. Ähm, es gibt Schlimmeres. Ich meine, Stuart wurde nicht gekündigt und hat drei Leute entkommen lassen aus dem State Prison. Nein. Und die Situation mit Rivera war sogar etwas unübersichtlich, aufgrund, dass Tanaka auf Ort war und Tanaka als massive Respektsperson gesehen wird und vielleicht auch gewirkt hat, so, okay, es ist gerade richtig, dass er die Handshare nicht hat, einfach, damit es ein Gespräch auf Augenhöhe halt ist. Weil Handshare ist halt kein Gespräch auf Augenhöhe, wissen wir alle. Ne. Und deswegen, ich sehe es nicht so tragisch, Rivera ist ja eben State Prison einen Tag später gelandet. Ja, die haben ja nur noch gekriegt. Ja, genau. Ne, deswegen habe ich ja auch, ich wusste erst nicht, was ich machen soll mit ihr, weil sowas hatte ich halt auch noch nicht und dann hatte ich Gautier um Rat gefragt, habe mit ihm und Fabi das Gespräch dann auch mit ihr zusammengeführt und für mich war ganz klar, ich muss sie nicht suspendieren, weil es hätte wahrscheinlich eh nicht viel geändert an der Sache und ich glaube, wenn man da noch mal über das ganze Thema spricht, hat sie auch mehr davon, als wenn ich sie jetzt deswegen suspendiere, weil es gibt, du hast ja selber gesagt, Stuart, es sind andere Dinge passiert und der ist auch noch da, also von daher, mehr als Gespräch hätte ich mit ihr eh nicht geführt. Ja, Gespräch, Teaching, ich meine, Barnes hat jetzt die Ehre, dass er mein persönliches Projekt geworden ist, mit dem mache ich jetzt was ganz Spezielles heute, wo es um Einsatzsthematik geht, bei ihm wurde ja auch noch Druck zusätzlich aufgebaut und gesagt, das ist ein High-Risk-Einsatz und das war sein erster High-Risk-Einsatz, wo es klar deklariert wurde, ich sehe es halt jetzt nicht, dass es ein High-Risk-Einsatz war, weil danach geht es alles ein High-Risk-Einsatz. Ein High-Risk-Einsatz ist für mich, nehmen wir Beispiel, Rivera wurde von uns verhaftet und wir überführen ihn halt zum State Prison und es besteht akute Gefahr eines Versuchs der Befreiung. Das ist High-Risk. Also da sollte man nochmal klar schauen, wie man es definiert. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht so als High-Risk angesehen, weil, ich sage mal, bei High-Risk kommt keiner freiwillig und macht einem die Tür auf. Das ist korrekt. Was ich schon sehr mutig von der Bahnhof, wenn er auf der Bahnhof das steht, aber das ist eine andere Sache. Wahrscheinlich wusste er jetzt nicht, wie er seine SMS nicht gelesen hat oder so. Ja, wahrscheinlich, weil ich habe ihm die SMS geschickt, das weiß ich. Hm. Aber gut, ja. Nee, dann weiß ich da Bescheid. Das bedeutet, nur zu Hause kann ich wahrscheinlich nicht mehr rechnen als Ressource. Oder sie wird, wenn überhaupt Co-Lead erstmal. Finch soll auf gar keinen Fall den Lead bekommen, weil er erstmal Sergeant sein sollte, wurde mir so gesagt. Ja. Das heißt, ich bin wieder bei Punkt Null und weiß nicht, wo ich jetzt ansetzen soll, dass jemand den Lead übernimmt, weil ohne Lead funktioniert das Thema meiner Meinung nach nicht. Nee, das stimmt. Ich hoffe, dass Stuart heute nochmal kommt. Wäre sehr nett. Ja. Nee, gut. Weiß ich Bescheid, ich danke dir für die Info und man stört sich wahrscheinlich später eh nochmal. Ja, bestimmt. Matanel. Jo, ciao. 4, 71 min. Sicher. Gut, dann versuchen wir das Auto mal beiseite zu schieben. Na dann. Oh. Gerutscht. Die 413 wechselt auf die 417 und ist aktiv. Ey, der Bescheid ist erstmal hier auf den Sandweg. Ja, das ist ein bisschen das von hier hinten. Strenge dich mal ein bisschen an hier. Bayer schon. Ja, jetzt gerade, 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 einfach. Überfall, Suburban, heute ist nicht gemeldet, Gerade, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ne, so. Juckt es niemanden, dass das Auto hier steht. Ja. Ach, passt auch. Ich glaube, da jetzt nicht Ewigkeiten hier stehen und warte. Ja, das kann ich verstehen. Fernsehen für Leitstelle kommen. Ja, wir sind auch für Leitstelle Ende. Ich schaff's schon, die, äh, Leuchtkegel aufzusammeln. Keine Ahnung. Alles gut. Alles gut. Ich werd da nicht angeschossen, Barnes. Keine Ahnung. Alles ist gut. Das meine ich gar nicht. Ich hab das nur so drin, immer mit nem Kollegen mitzulaufen, weil ich jetzt in der Vergangenheit ein, zwei Mal deswegen angeschnauzt wurde, dass ich Kollegen allein lasse. Das ist so in meinem Kopf eingebrannt. Ja Gott, was ist das? Ich will keine Coyote aus dem Bus springen und mich mitziehen. Uh. Uh. Sind jetzt im Park Nord Richtung PSB-Bank. Ja, sind direkt in den Innen. Sind wieder in Park Richtung Süden, fahren auf nach dem Alter zu. Weiter in Fahrt in Lüden fahren auf den Stadtpark. Vielleicht hör auf Höhe Pillbox in die. Ich hab's ergänzt so ein schwarzer Wattekabel zwei weiße Schreibt auf dem Dach dritte zu drei Innsatz oder noch vier. Mami, vielen Dank für deinen Stufe Luisa und zweiten Monat. Dankeschön. Schön, dass es dir weiterhin gefällt. Und hier hatte mich in dieser Eins vorbeisagt und mit eingefügt mit dem Genkis. Mit dem Genki? Ja. Ja, genau. Soll ein bisschen schwierig gewesen sein, dauert ein bisschen viel. Ja, deswegen soll McKinney und du ihn unterstützen zwecks Supervisor gesprochen. Dass das halt adäquat aufgenommen wird, weil ja einigen Officers an Sachen vorgeworfen werden und wo wir natürlich irgendwo drauf uns beziehen können. Ist ja genauso, wie das wir ja mehrfach geschossen haben sollen und die Menge geschossen haben sollen. wow. Es gab einen Schuss, der wurde von mir abgegeben in die Luft. Richtung Straße, keine Haus, keine Menschen, kein gar nichts. Bei unserer Officer da auch zusammen geschlagen wurden zu den Zeitpunkt. Hätte ich ein Lesley für gehabt, hätte ich da wahrscheinlich reingeschossen. Also auf die prügelnden Personen natürlich. Ja, ja. Das kann ich verstehen. Ja, war schon sehr katastrophal die Situation. Sieht das eigentlich aus. Also ich habe mitbekommen, dass du alles ab O3 eine Lesley noch bekommen soll. Ja. Man kann die ausgeben. Ich werde dies nicht unterstützen, dass jeder Officer 3 eine personalisierte Lesley bekommt oder so. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich will ja auch nicht jetzt durchgehen in unserer Officer mit einer Lesley rumlaufen sehen, weil das zeigt auch ein komplett falsches Bild. Hey, Chat, ne? Was ist los mit euch? Besteht im Übrigen die Möglichkeit, wenn nicht, dann nicht. Alles gut. Für den zweiten Spind tatsächlich. Oder ist das so ein Norgos? Ja, das wird dauern. Ja, alles gut. Wie lange hast du jetzt angedacht? Lange, bis ich zufrieden bin mit dir. Okay, ich verstehe. Ich hoffe, du hast dein Zelt dabei. Habe ich? Nicht. Dann schläfst du unter den Freien. Dann ist das so. Ich mache für sowas keine Zeitansätze. Das ist halt einfach notwendig. Und von daher. Ja, alles gut. Kann ich verstehen. hoffentlich, ein 97 durchkommt. Ich sehe Potenzial dafür. Ja, leider. Genki wird ohne H geschrieben. Genki wird schon immer mit ohne H geschrieben. Gut, dann lasst mal kurz rein. Vielleicht kannst du dir hier ein Zelt holen. Hier. Ja, wer weiß. Muss ich halt schon die ganze Zeit von Mojis ernähren und eigentlich ist die von was anderes. Frieda, vielen lieben Dank für dein Grüße ab im zweiten Monat. Dankeschön. René. Eine Woche noch, mein Freund. Eine Woche noch. Vielen lieben Dank für dein Grüße ab im 18 Monat, Vielen lieben Dank. Und danke, dass ich dein Prime senden darf. Konntest du das mit Winchester regeln? Ja, ich habe sie kurz angerufen, sie war kurz nicht erreichbar, habe ich kurz gewartet, noch mal angerufen. Alles geklärt. Alright. So, die 417 meldet, sie wird sich wieder aktiv. Weiter Fahrt richten Süd. Sie ist auch wieder fleißig. 1060, 1030. 402 für die Leitzeile kommen. Kann den Automaten so gehen und so ein Geräusch von sich zu geben, na? Ist das schon frech. Warum? Also, Rainies Klöre trinke ich nicht. Ich spate auf dem Auto, deswegen, also ich denke, ich habe bald zumindest schon mal eine weitere Geldmarke geknackt, die ich knacken wollte. Okay. Weil das Auto immer näher rückt. Nun, ich gehe mal noch mal kurz auf Toilette. Natürlich kriege ich das. Boah, ich trinke so viel. Wirklich? Wett, eben schnell auf Klo, sorry. 4-4-1-27-Grip-Centure-Libs. 6-6-Sister. 6-6-6-7-Grip-Centure-Libs. Die 1.16.20, Sandy, die Partnerin, die 2.92, lässt sich jetzt dafür 1.6. 4.16.20, Sandy, die Partnerin, 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 die Partnerin Super. Sehr gut. Haus of Arts. Die war ja auch schon. Was ist dein Haus of Arts? Tattoo-Studio. Hm, okay. Arbeitet ein Kollege von mir. Ja. Ich hab mir ein Tattoo gestochen. Hm. Ach stimmt, es ist der Zusammenschluss gewesen, ne? Ja, ich glaub schon. So. Das ist korrekt. Alright. Deine Aufgabe ist es, mit minimalistischen Mitteln ganz Palito Bay abzusperren, weil hier eine flüchtige Person aus dem State Prison ist. Und du solltest... Und du solltest... Genau, die ist definitiv hier in Palito Bay. Du solltest ganz genau überlegen, wie du das hier handhabst. Du hast jetzt hier 15 Minuten Zeit, dir jetzt anzuschauen. Mit dem Auto hier die verschiedenen Gegenden und Möglichkeiten anzuschauen. Und dann sagst du mir, wie du das hier bewerkstelligen würdest als Einsatzleitung. So minimalistisch wie möglich. Solltest du zu viele Einheiten benutzen, zu viele Gedankengänge, werde ich dir Abzüge geben dafür. Hm, okay. Verstehe, also... Du darfst mit dem Auto hier rumfahren, um genau hinzuschauen. Weil du kannst natürlich auf dein Tablet auf der Karte schauen. Falls du überhaupt Tablet hast, ansonsten auf dein Handy. Ähm, das wird dir aber nicht so viel bringen. Hm. Verstehe. Okay. Dann, ähm... Ich bin nicht da. Du bist Einsatzleitung. Du hast keine Co-Einsatzleitung. Ich verstehe. Das ist Unicorn. Danke für den Resort dritten. Aber tut fine, danke schön. Äh, kurze Frage noch, bevor ich jetzt anfange. Also, gehört der... Ja, es ist nicht Forrest-Teil. Oben dieser kleine Sandabteil mit dazu zu Palito? Meinst du das mit? Oder... Geht es raus? Okay, ich verstehe. 15 Minuten hast du. Ich sprei mir einen Timer. Alright. Ab... Jetzt. Check. Ich bin 60 weiterhin aktiv, sind jetzt... Ich habe seine Gedankengänge natürlich gerne laut äußern, weil ich bin jetzt nicht 15 Minuten hier frei neben dir stehen. Also, ich gucke jetzt mir gerade erst mal hier auf der Karte. Also, das Ding ist halt, weswegen ich gerade so verwundert war mit dem rumfahren. Ich mache das immer gerne oder spiele das gerne so dann durch. Das ist jetzt ein spontaner Einsatz. Es ist ein Palito Bay. Hey, da kann ich auch nicht mal eben kurz rumfahren. Man muss gewisse Sachen im Kopf haben, können wir vielleicht mal kurz die Karte angucken. Und deswegen wollte es... Du bist jetzt hier. Ich habe nicht gesagt, dass du in La Mesa stehst. Nein, nein, alles gut. Ich weiß, aber die meisten Einsätze, die ich mitbekommen musste, sind quasi on the fly, weißt du? Deswegen... Ja, ist ja auch on the fly. Ich fahre gleich kurz rum, alles gut. Nein, ich wollte noch... Ich wollte schon mal auf die Karte schauen, um mal zu schauen, welche Punkte ich hier habe. Und habe direkt die, so hinverfügbar die MPU mitbekommen geplant, tatsächlich. So. Wir haben einen groben Plan, habe ich eigentlich schon. Ich will nur kurz ein, zwei Sachen noch abfahren. Denk dran, du musst mir erst Ergebnisse betreiben, wenn die Zeit abgelaufen ist. Naja, okay. Jetzt ging mir um die Gedankengänge. Naja, ist gut, ja. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, falls ich mich doof ausgedrückt habe. Okay. Ich betone hier nochmal, minimalistisch. Naja, genau, das habe ich ja im Kopf schon. Alright, ich werde kurz eine Runde drehen. Bleibst du hier, kommst du... Nein, 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 ich komme mit, es gibt keine Anzestreife. Ja. Ja. Ich erzähle mal nicht, dass du nie saßt, hier machst du für dich. Es hat sich um einen schwarzen Zulib mit zwei weißen Folien komplett über das Fahrzeug drüber. Es sind mehrere Inklassen gewesen, laut den Kollegen. Und war mit einer Gehördurchgeschwindigkeit quasi vorhanden. Ja, check. Okay. Okay. 417 menü mit der ATF-M, die kommt. Ja, das ist so, die hat sich hier, kann man das nicht drüber machen. Okay. Ja. Wenn man es einfach ist, fragst du dich gleich. 417 menü mit der ATF-M, die kommt. 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 517 menü mit der ATF-M, die kommt. 517 menü mit der ATF-M, die kommt. für die Gedanken, um die kurz zu teilen. Ich gucke oder ich versuche jetzt kurz herauszufinden oder zu schauen, wo gewisse Wege enden, um gewisse Dinge, um jetzt nicht direkt auf die Endplagen zu kommen, dementsprechend umzusetzen. Und mir hier auch die Gegebenheit gerade hier nördlich anschauen, wie hier dieses Wald-Strand-Gebiet ist, wie es jetzt einfach mal ist. Also die Supervisorakte ging, by the way, gegen Logan. Das hatte Finch mir vorhin gemeldet. Sie hat einen Trey White abgehandelt für eine OVI und hat den Strafenmaß war es aber offenbar übersehen und nicht abgehandelt. Das hätte sie noch gesehen müssen. Ja, davon muss man aber keine Supervisorakte aufmachen, sondern kann ein Supervisorgespräch führen. Genau, das ist jetzt das Nächste und ganz kurz. Einfach dann, also ich weiß nicht, grundsätzlich ist es doch gar nicht schlimm, dass eine bestehen würde, oder? Doch. Nochmal bitte, sorry. Eine Supervisorakte. Grundsätzlich, beispielsweise, ich muss dafür keine machen. Wäre es jetzt schlimm, wenn ich trotzdem eine machen würde? Nein, aber wir wollen ja entbürokratisieren. Grundsätzlich ist es nur wichtig, je nachdem, worum es geht, einen Eintrag in die Mitarbeiterakte zu packen. Je nachdem, da muss man dann sollte man schon eine Akte für die Machen machen. Okay. Mir geht es darum, also ich werde jetzt nicht überall eine Akte für Machen, aber wenn ich merke, ich hätte, ihr habt jetzt schon eine Supervisorakte mehr oder das ist schon länger her, dann mache ich einfach eine, dass ich einfach weiter mich ein bisschen festige mit den Akten. Ich meine, jetzt ist es nicht schwer, aber einfach, dass man nicht aus der Übung kommt. Ich weiß, glaube ich, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Also schaue ich mir noch an und dann habe ich eigentlich, glaube ich, genug gesehen. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe das, also ich orientiere mich gerade vor allem auch so ein bisschen an dieses nicht überdenken, sondern versuchen, das Logischste direkt zu sehen und das umzusetzen und das nicht zu zerdenken. Also mehr spontaner wie in einem Schachspiel so gesehen. Ja, so eine Mischung aus spontan, aber halt schon bedacht. Ja, grundsätzlich sind Einsätze bei mir immer, ich sage es extra, die westliche Version, aber normalerweise stelle ich mir einen Einsatz immer wie eine Partie Shogi vor. Shogi ist die japanische Version des Schachs. Komplizierter zu spielen im Vergleich zu regulären Schach. Im Prinzip versuche ich da immer sehr viele Züge vorauszudenken und habe für meine Pläne mal Tiefpläne. Also ich habe Reaktion, also Reaktionseinsatzpläne eigentlich. Ich selber, ich brauche auch keine Vorplanung. Ich mache einfach, ich sage, ich möchte so viele Einheiten, möchte die da und da haben. Ich verstehe. Weil das immer so ewig im Büro sich dafür Zeit genommen wird, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin mir auf den Sack. Ja, da bin ich auch ein bisschen von weg. Das ist das Ding, ich erwarte von meinen vorgesetzten in Lamesa und meinen vorgesetzten in dem Teil der Operations, dass sie deutlich spontaner arbeiten können und nicht Ewigkeiten rumgedruckst wird und überlegt wird. Naja, genau. Deswegen versuche ich jetzt gerade, wie gesagt, wenn man einen Satz zu lange plant, klar, manchmal hat es halt so eine Gründe, wenn irgendwie wer länger braucht, aber in den meisten Fällen ist es halt, weil man es zu sehr, also man zerdenkt es halt, muss man einfach mal so sagen. Deswegen brauche ich jetzt einfach mal. Siebeneinhalb Minuten hast du noch. Reicht aber, wenn ich dir das sage. Ich muss jetzt hier nicht auf dem Handy irgendwie so eine spezielle App auspacken. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Du sollst es mir nicht sagen, du sollst es mir zeigen, auch mit dem Auto einfach. Ah, okay. wie ich es mir besser vorstellen kann. Dafür ist es ja da. Da habe ich keinen Bock hier. Es ist einfacher, einfacher. Ein Auto ist zum Fahren da. Hm. Das ist korrekt. Er wird gleich feststellen, dass Palito Bay ein ziemlich fieses Terror ist, was Joska sich gerade ausgesucht hat. Ein ziemlich, ziemlich fieses Terror. Wie geht es dir eigentlich, Blue? Also wie ist Corona-Verlauf? Soweit immer noch, ich sage mal, aushaltbar, muss man so auszudrücken. Leitstelle für die 448 kommen. 30 kommen. 448, 1,3, das ist bereits am Meter, die die kommen. Hat die Leitstelle so mit, die Kuppertitum kommen. Check, 48 Ende. Leitstelle für 447 kommen. 30 kommen. Da die 1,16, gleiche Scheibe trennen, könnte die 447, dann die 447 kommen. Yo, stellt er mal vor. Gut, wieder, Tom. Check, in den. Yo, ist ein fieser Gegenspieler, aber nicht um ihn vorzuführen, sondern um ihm was zu zeigen. 30 kommen. Wir bräuchten einmal eine 1010 am Verwahrhof Airport kommen. Leitstelle so mit und kümmert sich rum, Tom. Check, 10, und zum Ende. Ich erkundige euch mal den Biosk. Ah gut, hier läuft. Alright. Hey, wie läuft's? Äh, sehr füßig. Was halt daran, dass hier keine Sau ist und Bennys in der von Sekunden hier war. Hm, perfekt. Also, es ist halt gerade parallel am Ansatz. Ja, es ist auch nicht, aber vielleicht noch 5 bis 10 Minuten. Alles gut. Ihr seid, ihr braucht so lange, wie ihr es braucht, ne? Im Prinzip, aber, dass so schneller es geht, dass so schneller kommst du im Feier. Ich hab' das jetzt noch aufgedrückt, aber ich bin hier gerade mit Barnes, äh, Dinge am tun und nachschulen auf meine Art und Weise. Ja, äh, wenn ich dich aber an Telefon hab, weil, das kann ich dir schnell erzählen, weil du vorgefragt hast, deswegen, Leu. Hm. Das wird das einmal kurz machen, weil du bist nicht erst, wenn du jetzt hier. Äh, was hat er mir geschrieben? Guten Abend, Captain. Ich entschuldige mich vielmals für meine aktuelle, kaum vorhandene Dienstzeit, hatte mich ja bereits letztes Mal krankheitsbedingt am Schwarzen Brett für knapp zwei Wochen abgemeldet und bin auch nach wie vor da immer noch etwas angeschlagen. Ich versichere ihn aber, äh, dass ich immer noch zu 100% Bock auf diesen Job habe und bin fest davon überzeugt, meinen Weg bei der State Police zu gehen. Ich versuche definitiv, so schnell wie möglich wieder voll und ganz fit zu sein, um endlich wieder regelmäßig im Dienst sein zu können. Ja, aber er hat keinen Zeitraum genannt oder so, ne? Ja, das ist halt auch mein Problem. Das ist halt so, das kann auch drei Monate noch zurückgehen. Ne, das funktioniert so nicht. Dann muss er halt sich dazu entscheiden, erst nur seine Dinge zu regeln und dann halt, ähm, sich neu bewerben, auf der langen Sicht gesehen. Ich gebe den Ganzen jetzt noch bis nach meinem Urlaub, wenn er bis dahin keine Rückmeldung dir oder Miller gibt oder mir hat PSMS. Das ist schwierig. Besonders, warum macht er das PSMS und schreibt das nicht per Mail generell an Lamesa, weil das wäre irgendwie ein bisschen smarter. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich meine, das Office, das ich bei mir abmähne, ist ja irgendwo in Ordnung, wenn sie jetzt eine Woche nicht da sind oder so. Wenn sie halt mal krankheitsbedingt ausfallen, da kann ich euch Bescheid geben. Aber gerade so ein Fall weiß ich nicht. Aber gut. Ne, okay. Weiß ich Bescheid. Ich danke dir. Und wenn wir was sein sollten, ähm, ja, alles okay. Ich dachte kurz, wir wollen hier das MD. The fuck. Wer hat sich aufs Maul gelegt? Ich glaube, bei uns müsste es sein. Oh Mann. Was ist passiert? Ja, ich bin hier gerade über ein, äh, Dings klettern mussten und ich glaube, dabei irgendwie hängen geblieben ist. Aber sie steht hier, also, scheint ihr gut zu gehen. Mh, okay. Weiß ich Bescheid. Ja, äh, es änderste angeht, Kurzfassung, äh, ich meine, er hat jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass hier keiner ist. Ansonsten, er muss ein bisschen schneller in manchen Sachen machen, nicht so viel diskutieren. Wo ist das Problem, was ich jetzt hatte, so die ganze Zeit über, ist Kommunikation. Ähm, weil er am Anfang mit mir halt nicht so wirklich kommuniziert hat, dass ich ihm halt mal auch hingewiesen habe, dass ich seine Co-Helb bin. Und er im Einsatz halt mit den Officern halt auch sehr wenig kommuniziert. Also erst nachdem ich ihm die Anweisung gegeben hatte, hatte er halt, äh, quasi gesagt, was gerade abgeht, und so weiter, damit er bescheiden ist. Hm. Check. Ansonsten, der Rest, ja, er wollte die komplette Straße sperren, statt einfach nur das Haus. Ja, das hab ich mir so ausgetrieben, aber, ja. Check. Okay. Ja, dass du dieses so massiv übersperren musst, auch wie vor aus den Köpfen von den Leuten raus, wenn es nicht angebracht ist. Da muss ich halt Kowalski schon recht geben. Ja, dann wieder bin ich auch bei dir. Ja. Ja. Ja, aber dass du dazu schon mal Feedback hast, sonst können wir morgen nochmal quatschen. ich weiß nicht, ob ich morgen da bin, aber wenn, können wir das, klar, können wir gerne machen. Nee. Ja, oder halt, wenn du wieder da bist. Ja, alles gut, mir geht's einfach darum, Anderson sollte mehr Einsätze bekommen, äh, einfach, dass er auf Kurs gebracht wird, und er hat jetzt ja Miller geschrieben, ob er Sergeant Rainey ist oder nicht, weil ich kann die Frage halt nicht beantworten, logischerweise. Da hätte ich aber auch gerne mal ein bisschen, äh, Übersicht drüber, ob es jetzt der Fall ist oder nicht. Alright. Nee, gut, dann, äh, schönen Feierabend dir gleich und wir hören uns tendenziell morgen ansonsten, spätestens Montag. Alles klar, bis dann, was hat er dir auch? du auch auf dich. Ähm, da am besten kurz mit Herrn McKinney auseinandersetzen, weil er muss, weil er seine Arkt ist, einmal ins Auto gucken. Wie sind denn die Schlüssel abgegeben worden? Ja, 15, 20, Verwahrung, 15, 10, 6. Es steht in der Personenakte, oder in der Fallakte, ja, Fallakte eher weniger, in der Personenakte, dass irgendwelche Schlüssel abgegeben wurden. Wenn nicht, das war, müssen sie halt gucken, wenn die Frist ausgelaufen ist, dann haben wir Pech, dann müssen wir es wieder auslösen. Dann ist das so. Äh, äh, also, wir haben es ja beschlagnahmt, wir brauchen aber auch den Schlüssel. Also, wir haben weitere 48 Stunden. Das heißt, seit Montag müsste es sein. Mhm. Genau, es sind die, die haben das hingebracht, das Auto, die haben das hingebracht und haben es dem Schlüssel eingetragen. Also, da wird nie, also in den seltensten Fällen, der Aktenführer, an der Erfahrplatz ist zu stehen, sondern die Officer, die das ein- und austragen. Allerdings, die Einsatzleiter für Einsatzleiter ist Hausdurchsuchung gekommen. Ja, sie kommen. Die Hausdurchsuchung ist soweit beendet, alle Straßen finden sich noch kurz zusammen in Lamesa zu einer Nachbesprechung und unterliegen dann wieder ihr Anteil. Warten Sie, ich muss uns gucken, ob das hier... Ah, die Leitfile so mitkommt? Wunderbar, ehemalige ELN. ich kurz hier was nachgucken zeit ist nebenbei abgelaufen ich muss nämlich gerade kurz rechnen sie montag also grundsätzlich hatte die schlüssel der wurde ja augenscheinlich nicht abgegeben das heißt wir sind ja aber ja hier noch sowieso und der frist war wir kriegen ja dann diese verlängerung da wir das ja aufbrechen müssen wie gesagt am besten kurz ja das war an dem abend für mich war ja einsatzleitung ist ein schwierig ich kann das wenn sie sonst zeit haben einfach nur kurz informieren dass das auto da steht weil er seine verlagte war dann es war nur ein auto am besten kurz das kennzeichen direkt mitgeben da kann er sich darum kümmern weil es hat seine verlagte ist vielleicht herr mckinney genau vielleicht mit der anmerkung dass die frist zwar noch da ist aber dass wenn wenn dann jetzt zeitnah passieren muss mit dem fd alles klar super bitte tschüss ebenso die zeit ist abgelaufen ich weiß ich die war eben schon ich habe auch aus fern ist aufgehört also deswegen nicht bewusst hingestellt ja ich habe würde ich sagen war ein ja dann abfall ich bin gespannt also hauptsituation oder hauptspiel war ja das state prison jemand ausgebrochen ist in palito wir fahren natürlich hierhin wir gehen natürlich jetzt davon aus ich bin schon hier aber auf dem weg erst mal also wir sind einfach schon hier wir sind einfach schon hier aber dann habe ich ja die grundsätzliche sachen schon mal okay dann komme ich direkt zu mir also fangen wir mal mit den ganz einfachen sachen an kurz ich hätte so vor ich hasse dieses ich hätte ich so besorgen wir sofort sofern verfügbar und genehmigt eine mpu die mpu vielleicht logischerweise hier direkt an der küste ein bisschen auf und ab und schaut halt ob sich an dem strand irgendwas auf diese person irgendwie zu sehen ist irgendwas verdächtiges halt halt patrouille am strand und hat hält halt die augen offen asu quasi das gleiche nur dass sie das nicht am strand macht die asu fliegt in anführungszeichen hier im palito überall rum sprich strand und gerade auch hier östlich bei dem industriegebiet warum gerade das industriegebiet da soll sich der overwatch primär aufhalten gerade auch bei den schienen da wir südlich am segewerk den tunnel haben ich meine nur weil das schienen sind gibt es lebensmittel personen die da vielleicht auch durchlaufen das gleiche spiel gibt es auch im norden heißt der overwatch wird sich primär wie gesagt östlich der schienen gerade auch beim industriegebiet aufhalten da dort auch hallen sind wo reingegangen werden kann also ziemlich große hallen wie gesagt wird aber auch generell überall rum fliegen dann haben wir hier sind wir schon mal beim ersten punkt hier werde ich eine streife positionieren die ist hier quasi genau vor uns hier auf der straße die quasi die südlichen den südlichen palito eingangs dicht macht dass hier weder person rein noch rauskommen wie viele streifen ihr eine warum meine weil zeige ich dir hier hinten werde ich gleich nämlich noch eine packen wir haben weil hier rechts ist nämlich auch noch eine ein quasi ja wie nenne ich das ein ausgang von palito so ein bisschen ländlicher nehmen wir die brücke das heißt hier auf der brücke werde ich die nicht also wird die andere streife stehen dass wir halt hier südlich bei der brücke ich sag mal südlichen ausgang von palito dicht gemacht haben aber auch direkt den südlichen palito eingang und hier wie gesagt am strand ist sowieso mpu das müssen wir kurz umdrehen und hier vor uns das sägewerk auch mit den gegebenheiten dort von der landschaft und auch den schienen da werde ich nämlich keine officer rumlaufen lassen logischerweise auf den schienen deswegen soll hier zum beispiel primär auch unter anderem der overwatch rumfliegen und spotten also zwei overwatch ist für mich das gebiet zu klein geben also da habe ich auch müssen die gefahr bezüglich einer kollision eventuell genau dann ja während wir hier durchfahren zur anderen sperre fahren wir gleich habe ich zwei streifen eingeplant quatsch habe ich eine streife eingeplant eine dreier streife die hier als allererstes also ich jetzt die frage ob sport verfügbar ist wenn ja auch angefordert wie spielen wir das durch ist sofort da oder nicht da bist du einfach ja gut okay dann natürlich jemand das ist im state ausgebrochen dementsprechend sport involvieren sprich das dann guter muskel ist ein bisschen um die streife ist das wort streife oder ist das eine normale officer also jetzt sagen wir so was die dreier streife macht ja dann genau dann noch anders die dreier streife ist die lspd streife also die fährt dann generell durch die stadt hier noch politik ist einfach eine springer streife oder sagen wir mal die nahbereichs fahrungsstreife muss man es gerade recht anstrengend und schaut hat ob die irgendwas hier in palito direkt sehen ohne irgendwas speziell anzufahren das wort jetzt werde ich angerufen er ist ein andreas ich würde sie gleich zurückrufen ist schwierig genau die fahren herum und schauen ohne irgendwo speziell davon aussehen wenn sie natürlich was sehen das wort an funken jetzt wirklich passen sollte auf so warten zusammen aber natürlich weiter verfahren das wort kümmert sich dann hier um die stürmung oder um das krieren bald gerade hier auch um die lagerhallen die rechts von uns aber auch sollten wir eine sichtung an irgendeinem haus zum beispiel haben dass auch da sich das wort um kümmert was heißt lagerhallen genau hier rechts hinter uns ist ja glaube ich die chicken fabrik oder so hier speziell wichtig ist glaube ich aus ich war glaube ich noch nicht drin wüsste zumindest nicht soll aber wohl sehr verwinkelt sein wie ich mitbekommen habe hier rechts gibt es auch das industriegebiet mit den schienen also können wir einfach ich lasse es dir auch da alles noch mal viel zäune etc deswegen hier noch mal der heint deswegen sollte der overwatch ein bisschen auch aktiver sein wegen dem ganzen verwinkelten gebiet und zäune so und dann habe ich noch eine streife die kommt hier hinten bin nämlich ja hier deswegen bin ich davon lang gefahren weil ich gucke wollte wo genau das aufhört hier links hier hört ja dieser feldweg auf wo man raus kommt quasi hinten aus dem gebiet dann würde ich hier quasi auf der straße die letzte streife abstellen die ich hier den highway sperrt damit auch hier auf der nordseite wieder leute raus und reinkommen so das muss ich kurz überlegen die frage ich bestelle was für eine besetzung hat hier die absicherung im norden also wie viele leute sind da drin also ich gehe prinzipiell weil so soll es ja eigentlich sein von zweier streifen aus außerhalb es gibt ja immer meistens eine dreier streife die ich halt bewusst voran lasse sollte da irgendwas sein ist direkt mehr sind also drei leute genau also grundsätzlich zweier besetzung außer diese eine streife in der stadt genau und das war es eigentlich schon von den streifen wie gesagt ich muss kurz überlegen ob ich das vergessen habe nö und dann halt durch kämmen das gebiet in der stadt auch irgendwas gesehen wird wenn irgendwie gar kein erfolg ist gut irgendwann muss man es halt dann abbrechen weil wir halt die person einfach nicht finden ja und wenn dann halt entscheiden je nach situationslage wenn die irgendwo im haus ist wie gesagt spot direkt bescheid geben dass sie direkt rüberfahren dann natürlich da alles absichern dann kommt die streife dazu die halt sowieso zirkelt in palito sperrt dann vorne den eingang ab mit dem swat je nachdem wie viel natürlich auch des swat ist okay genau das ist jetzt wenn er gefunden werden sollte und das ja quasi das gleiche spiel egal wo er ist dann immer wieder gleich dort informieren und wie gesagt je nach gebiet je nach situation dann vor ort entscheiden dann tauschen wir mal den platz aber einige kritikpunkte fangen wir hier oben an also hier straßensperre ist d'accord eine streife macht zu mit absperrungen und so weiter also so schleusen technisch das auch die leute kontrolliert werden die fahrzeuge das hast du jetzt hier nicht explizit erwähnt wenn ich das richtig überhört habe kontrolliert werden grundsätzlich würde ich hier eine dreier streife vielleicht im besten fall sogar eine vierer streifen packen so dass man den bereich hier im blick hat sollte ein auto hier raus fahren all right punkt 1 ich finde es gut dass sonst gedacht dass das wort existiert hier in dem fall aufgrund von high risk wir wissen ja nicht was von den personen ausgebrochen ist wenn er jemand sehr gefährlich ist sein das ist soweit piano korrekt so ich hoffe nicht dass sie denken dass wir mit der zusammenarbeiten weil das tun wir gerade nicht gut du hast deine ressourcenverschwendung ganz im süden von polito bay die an der brücke oder direkt am eingang hier bei der bay village thematik totale verschwendung weil ich habe Angst hier über irgendetwas hier gleich rüber zu fahren und zwar ist hier das problem das muss eigentlich genau jetzt die tiere herumlaufen wirklich also die rumlaufen weiß wie es mal auffällig sei ja ja genau also grundsätzlich die einheit die du dort ganz hinten gepackt hast die solltest du sinniger einpacken weil bei dir ist gerade der tatverdächtige geflohen ok weil du hast das hier vergessen ok hier kannst du halt runter dementsprechend stellst du halt eine einheit hier oben hin also hier oder vielleicht ein bisschen weiter runter je nach situationsbedingung dort hinten die einheit mit schleuse passt hier zu machen wäre besser als dort unten stimmt ja du kannst mich hier runter gehen die mpu auch gut bedacht ist nicht verkehrt aber meine klar wir sind hier bei ähm ähm du musst hier eine patrouillen einheit hinstellen also im prinzip brauchst du hier schon eine einheit mehr eine einheit die hier auf und ab fährt weil mpu ist ein guter gedanke aber wie du siehst hat die mpu eigentlich hier gar keine handlungsmöglichkeit oder wenig handlungsmöglichkeit hier unten ist halt die straße dementsprechend würde die einheit hier immer hin und her patrouillieren und versuchen äh tendenziell die flüchtigen hier ähm nennt sich das auf zu also abzufangen also statt mpu einfach eine einheit die hier patrouilliert oder ich finde die mpu nicht verkehrt aber ich würde die mpu eher austauschen gegen die einheit die patrouille patrouille fährt weil da musst du ja schon ein boot hier unten warten und das würden wir halt auch sehen wir haben ja auch noch ein overwatch im dienst halt ne genau also hier machst du halt zu lässt halt die ganze zeit hin und her fahren dann hast du mir das untere gebiet halt äh mit drinnen ähm weil du hier lang fährst ich sag aber trotz alledem trotzdem kann niemand helle wegkommen also das ist du kannst es hier nicht hundertprozentig abdecken aber du hast ja auch für die möglichkeit zu negieren asu einsatz ist soweit legit asu aber die ganze zeit im norden würde ich nicht machen sondern ich würde schon schauen dass sie auch ein bisschen über palito selbst patrouilliert asu würde ich gehen wir jetzt mal von vierer besatzung sport aus ähm würde ich zwei operator des sports in die asu reinpacken dass sie sich notfalls abseilen können und agieren können wenn die person irgendwo gesichtet ist wo man gut ich sag mal einen comet also kommen landing machen kann oder abseilen etc dann hast du hier noch eine stärkere bewaffnung ähm und weil man natürlich hier auch wieder situationsmäßig schauen muss grundsätzlich wenn man hier die luft und so weiter abgedeckt hat kann man auch das comet landing machen um das wort abzusetzen erstmal wieder und die chickenfabrik halt zu durchsuchen gut bedacht was war einer meiner fallen nämlich chickenfabrik ist ein sehr beliebtes ziel um sich zu verstecken logischerweise gerade weil die chickenfabrik halt so verschachtelt ist not bad in der hinsicht ich überlege gerade ob ich noch was zu kritisieren hatte ja inner circle eine streife ist zu wenig zwei streifen zwei streifen zwei zwei weil minimalismus ist zwar wichtig aber minimalismus kann manchmal auch fatal sein deswegen 22 plus die einsatzleitungseinheit vielleicht nochmal exkludiert wird je nach streifendichte man muss ja auch nach streifendichte gehen ja ja ähm grundsätzlich gucken wir mal ich bin gerade falsch eingebogen hier gibt es nämlich noch einen tückischer bereich wo der overwatch nix machen kann und viele officer gar nichts von wissen ob die nächste und zwar ich bin ein bisschen verwirrt um ehrlich zu sein ne tatsächlich nicht hier ok also ja klar hier natürlich auch müssen wir uns nicht so unterhalten aber ich meine eigentlich gerade etwas ganz spezielles die leute die hier wohnen denken bestimmt noch was ist mit der streifen los aber das ist mega hier ist die chickenfabrik ich war doch irgendwo den eingang oder bin ich dumm auch hier ne den eingang der ist jetzt wieder hinter uns du meinst den haupteingang hier an der straße ne 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 ich meine den anderen eingang tatsächlich gerade ne ne ich weiß wo ich hin möchte einmal hier genau also hier irgendwie ist das hier gut steigen wir mal aus halt ein bisschen die augen offen nicht das irgendwo ne coyote ans gesicht schränkt oder so Ja, das wäre fatal. Also. Hier ist natürlich, das Problem ist, du musst den Officern hier auch anweisen, dass die natürlich den Streifenwagen verlassen, was sehr wichtig ist. In dem Fall. Weil die müssen sich genau umschauen. Das machen unsere Officers leider immer sehr wenig. Gerade in Palito Bay mit den ganzen Gassen muss man halt schon genau hinschauen. Logischerweise. So. Schön nach rechts und links schauen hier. Aber ich sehe kein Zug kommen. Passt. Das hier vorne ist ein Abstellgleis. Und zwar. 5-3-0 wieder aktiv. Ich habe das Gefühl, dass die hier umgebaut haben. Hier rechts ist eine Halle. Diese Halle hättest du nicht auf dem Schirm gehabt, denke ich. Also ich weiß natürlich, dass hier Sachen sind, aber ja, nee, das ist jetzt speziell die Halle. Du wirst es gleich verstehen. Allgemein, ja, aber nicht irgendwie speziell. Die im Auge hatte ich nicht. Nein, nein. Ja, warte mal ab, warum ich diese Halle so erwähne. Ja, ich inzwischen, warte schnell. Die Sache ist, du bist natürlich noch nicht so lange hier im Staat und kannst natürlich solche kleinen, tückischen Gegenden nicht kennen. Hören wir hier rein. Ja, gut, nun. Ich glaube, du siehst, was ich meine. Ja. Mal von dem Zug hier links abgesehen, der natürlich jederzeit abfahren kann und sich hier mal drin versteckt. Darf man nicht vergessen. Ja. Aber hier hinten ist ein Kampfkäfig. What? Ja. Ach du Scheiße. Ich habe gesagt, jetzt nicht ich breche. Ja. Hier ist ein Kampfkäfig. Hier steht ja alles voll. Hä, was geht hier ab? Die These damals war, dass halt hier Kämpfe stattfinden. Es gibt mehrere Spots von denen. Also es gibt noch ein paar andere Gegenden. Auch bei uns in East L.S. tatsächlich. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ja. Das hat Kämpfe wahrscheinlich. Ob es die halt stattfinden mit illegalen Winden oder so. Aber nie wirklich jemanden dabei erwischt oder so. Es gab einmal so einen Sandyshaws. Da wurde gekämpft. Ist halt sowas legitim, solange wir kein Glücksspiel hätten nachweisen können. Aber der hat da nichts machen, ne? Tja. Kannst du schon mal so ein Ding, wenn du hast gekämpft? Ne. Sei froh, ist nicht angenehm. Also so ein Ding noch nicht. Ist wirklich nicht angenehm. Kann ich mir vorstellen. Ne. Hier kann man sich aber auch gut verstecken. Ich sag mal, der Overwatch wird hier nicht wirklich reinschauen. Sag ich dir, wie ist das? Muss man darauf hinweisen. Oh, true. Genau. Also im Prinzip zwei Streifen in der Circle. Einsassleitung nehmen wir jetzt erstmal raus. ASU ist soweit passt. Du hast das SWAT mit inkludiert. SWAT stürmt halt Chickenfabrik und andere Fabriken. Vielleicht auch den hinteren Bereich hier. Ähm... Du hast bedacht, den Nord- und Südbereich abzusperren. Das passt. Du hast aber nicht bedacht, ähm... dass, ähm... Ja, eine Sandstraße noch existiert. Die muss halt dringend zugemacht werden ohne Patrouille und Streif unten. Soweit wie es möglich ist. Ich hab's halt so weit gemacht. Also ich... Ich hatte halt nur vorne... Ja, da geht's... Da ist ja dieser Ausgang, hab ich mir gedacht. Es ist halt aber schon smarter, dass du gering wie möglich halten den Kreis. Das ist... Ja, das stimmt. So klein wie möglich, weil die Information war ja, er ist in Palito Bay. Ja, genau. Nicht, äh, außerhalb von Palito Bay. Das ist ja die kleine Feinde in der Art und Weise, ne? Grundsätzlich kannst du keine Perfektion hier an den Tag legen. Das kann niemand, selbst ich nicht. Ähm... Aber du kannst so effizient wie möglich dein Spiel halt hier spielen und schauen, dass du den auch irgendwo hintreibst. Wenn du mir jetzt, sagen wir mal, du kriegst einen Tipp bei Mountain Hair and Style irgendwo im Hintergrund war er. Ja. Ähm... Dann treibst du... Versuchst du die Person da wegzutreiben. Ja. Also so ein bisschen, äh, rauszutreiben immer eine irgendeine Ecke, wo man eine Falle stellt. Also ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir ungefähr den Ort wissen, kannst du mit deinen Einheiten mehr spielen. Und dann musst du nicht im Streifenwagen sein, du kannst sie auch laufen lassen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein State Prisoner aus, dass er eine Schusswaffe hat oder so, ist sehr gering. Ja, und ein Auto. Und ein Auto. Er kann das sicher klauen. Ja. Wenn du da jetzt haben wirst und rammt dir eine Person und sagt, ich ramm dir das in deine Halsschlagader. Ja, nein. Nein, ne? Alright. War aber soweit okay. Aber du hast gemerkt, es gab schon wieder ein paar Sachen, die man ausmessen kann. Ist aber nicht schlimm, deswegen mache ich das gerade mit dir. Damit du halt nochmal andere Blickwinkel einfach so einsetzen siehst. Fragen dazu? Ne, Fragen nicht. Nur eine Anmerkung zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Es stärkt ja gerade natürlich, klar mit Einsatzleitung natürlich, es stärkt aber ja gerade nochmal die Ortskunde. Weil wie gesagt, das da rechts ja eben, das kannte ich gar nicht. Falls wirklich mal was in Polito ist, weiß man direkt, hat man das im Hinterkopf und kann das halt genau direkt auch umsetzen. Ich gehe mit dir auch gerade so gesehen alte Einsätze durch. Hm, okay. Wo ich schon selber Einsatzleitung war. E30S, was geht? Ne, gut. Ähm, ich hoffe es hilft. War Spot eins von vielen. Also wir sind noch nicht fertig. Geht noch weiter. Ja, ist gut. Erstmal will ich mich bei etwas erkundigen. Leitstelle für 4.13, komm. E30, komm. Status Update, Palito Bay, wilde Tiere, komm. Hier sollte wohl ein Fehlalarm sein, komm. Check somit. Wir hatten den Dispatch hier wahrgenommen. Ich denke mal, das war auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ein Fehlalarm ist. Korrekt, komm. Diese Frage müssen wir weitergeben an die Info-Adline, komm. Info-Adline für 4.13, komm. Das ist Montoya, 62. 62 für 4.13, komm. 62, hört. Was wurde Ihnen am Telefon gesagt zwecks diesen wilden Tieren und wo ist der Dispatch aufgetaucht, komm. Da muss ich leider sagen, dass ich keine Informationen habe zu irgendwelchen wilden Tieren am Telefon, komm. Die 4.87 mit einem Break. Die Info-Adline wurde zu dem Zeitpunkt von mir übernommen und ich habe keine Informationen zu einem Fehlalarm bekommen. Check. Trennung. Leitstelle für 4.13, komm. Herzlich, komm. Vorher statt die Information des Fehlalarms, komm. Die Information kam tatsächlich von der 4.4.1, die sich mit den State Parkgrindern unterhalten hat, komm. Check. 4.4.1, melden Sie sich bei mir telefonisch. 4.13, Ende. Martiness jetzt in der 4.1.1. Oder Feef. 4.1. Feef. 4.1, Nevermind, Crowstein und Evans. Das war auch okay. Eine super Kombination, ich weiß. Wir haben den einen, der absolut schwach ist und dann haben wir den anderen, der länger nicht im Dienst war. Schmeckt mir nicht so ganz, so männlich zu sein. Ich wäre gerade neugierig, wie die Streifendichte aussieht. Marsch im Marsch. Guten Abend, TS446170, Groundstein. Ja. Ich soll Sie anrufen. Ja, ich hoffe, Sie haben im Funk zugehört und sagen mir jetzt, was ich wissen möchte. Ich habe gerade leider nicht im Funk gehört, weil ich gerade Befragung gehabt habe wegen den Wildtieren. Ich habe gerade mit Leuten geredet gehabt. Ja, Sie müssen trotzdem im Funk zuhören. Ja, so verstanden. Gut, dann erzählen Sie mir doch mal, was mit den Wildtieren ist, weil das ist meine Frage. Ich war jetzt gerade oben bei, wir waren gerade 10.30 bei der Bruno Speedstop, da kamen dann die Wildhütte auf uns zu und meinten dann, ja, das könnte, da war nichts bei Eagle Motors. Dann sind wir zu Eagle Motors gefahren nach der 10.30, haben dort mit den Leuten geredet, die meinten auch, da wäre nichts gewesen. Also, und jetzt sind wir gerade hier in der Gegend rum, gucken uns mal ein bisschen hier in der Gegend rum, ob da vielleicht irgendwas sein könnte. Und deswegen erst mal der Gedanke, dass es ein Fehlalarm ist. Es wurde ja im Funk aktiv gesagt, dass es sich hier um einen Fehlalarm tendenziell handelt. Ich habe nichts von dem Fehlalarm gesagt. Ich glaube, es müsste Mr. Evans gewesen sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Okay. Keiner von uns beiden hat das gesagt, Lord Evans. Das ist ja interessant, aber irgendwoher kommt die Information, ja, Mr. Cronstein. Sie wollen mir ja jetzt nicht sagen, dass ich mir das einbilde, oder? Nein, möchte ich Ihnen absolut nicht unterstellen. Okay. Gucken Sie sich einmal um. Sollten Sie in den nächsten drei, vier Minuten nichts sehen, melden Sie einmal die Situation Code 4 und beendet, okay? Damit Sie wieder im Streifen bis jetzt unterwegs sind. So verstanden. Mr. Cronstein, das Briefing war gut. Machen Sie weiter so. Warte, ne. Herzlichen Dank. Es war okay, aber er braucht das glaube ich gerade. Ja. Mr. Kowalski, was möchte denn Kowalski? Hallo Tom. Was kann ich für dich tun? Ja, und haben sich die Tiere telefonisch gemeldet, oder nicht? Nee, natürlich. Also mich hat gerade ein Koyote angerufen, der Riese Harry. Hast du es aber außerverstanden, oder? Ja, ja, ich habe es außerverstanden. Die Tiere haben sich telefonisch nicht gemeldet. Nee, ich habe mich erkundigt. Wahrscheinlich ein Fehlalarm oder so. Okay. Wie läuft das Liebesleben, Kowalski? Hä? Hä? Was meinst du jetzt? Nix, alles gut. Was wolltest du gerade sagen? Komm, jetzt leg los. Ich weiß über dein Liebesleben, du erfährst alles über mein Liebesleben. Nein, nein, alles ist gut. Ich habe ein Date, kein Date, warte mal, ein Kennenlernen, genau, oder was? Also ein Kennenlern-Treffen mit der Frau Barbara Barmgardt. Ja, und wir waren in Ellie's, und in Ellie's waren alle. Okay. Harald ist auch noch vorbeigekommen und wollte provozieren. Also ich glaube, der war wirklich außer sich, der Arme. Der hat sich bedroht gefühlt. Okay. Der hat sich richtig bedroht gefühlt, wirklich. Wie sieht es aus? Machen wir ein Vierer-Date? Ja, ich kann es der Ariane fragen, ob sie das möchte. Ja, okay, komm, das nächste muss, das nächste müssen wir mal etwas, es war schon sehr, sehr, warum habe ich das getan? Ja, ambitioniert das Ganze, muss man einfach so sagen. Wieso? Ja, also ich weiß, ich war angespannt ein bisschen, muss ich ja nicht sagen. Wieso habe ich das getan? Das ist ja auch, ich bin da schon ein bisschen eingerostet. Ich kann zwar ein Tipps geben, aber das selber zu machen, du weißt ja selber, ne? Also. Ja, kriegst du schon hin. Nee, aber kannst du ja mal, ja, natürlich kriegst du das hin. Ich glaube, jetzt müsste ich ein paar Tipps von dir jetzt, glaube ich, mal anhören. Ich glaube nicht, dass ich der richtige Ansprechpartner ist. ich habe ein Profi gefühlt. Nee, ich habe, ein verdammtes Denkmal in der Stadt, ja? Ja, aber ich habe halt, ich habe halt hier mal so auf mein Tablet so PDFs und da steht zum Beispiel, also so Bücher, die ich lese, flirten für du nichts zum Beispiel. Hörst du auch so, so diese Motivation? Do it! Nee. Make your dream come true! Nee, tatsächlich nicht. Do it! Okay. Aber kannst du ja vielleicht hören? Just do it! Vielleicht. Vielleicht sollte ich das. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Ja. Ja, aber wenn du das möchtest, können wir das bestimmt gerne mal machen. Kann bestimmt nur entspannt sein. Frau Barnes möchte gerne nach Davis kommen. Das müssen wir, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie jeder seht. Musst du dich mit, genau, musst du mit Commissioner machen und du musst dich mit Miller besprechen, weil ich bin raus bei dem Thema, da wir in der Beziehung sind. Da habe ich gar nichts mit dem Hut dann automatisch. Aber unter uns, inoffiziell gesagt, schau bitte, dass das funktioniert, weil sie hat wirklich Lust darauf und wie die sich da immens sehen und hat Angst, dass das nicht klappt. Ich werde mich da auf jeden Fall einsetzen. Also mach dir da keine Sorgen. Weil das wäre, ich glaube, da würde sie sich super drüber freuen, wenn das klappt. Ähm, genau. Also ich würde sie unterstützen zu 100%, aber ich darf halt nichts dazu sagen. Die Liste hast du gesehen, ne, die wir angefertigt haben. Welche? Tanya ist da sehr, sehr gut dran. Bei der, unten, unten bei schwarzem Brett und dann Gangunit und ein Davis. Muss ich mal nachher drauf schauen. Schau mal bitte drauf, weil dann habt ihr auch einen legitimen Grund, auch mal die Nase reinzuhalten. Weißt du, was ich meine? Dass du auch wirklich danach gehen kannst und sagen, pass auf, mit kurzem Vorspielen gehen. Hast du dann immer einen schönen Grund, warum du einfach da bist? Die wird auch aktuell zu schauen. An dem Datum. Äh, boah, jetzt so viele Listen hier. Ah, okay. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, da ist genau die Gangzugehörigkeit, welches Turf und wen wir suchen und was er verbrochen hat. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man gut mitarbeiten. Ja, also das ist, genau, das ist halt für die Officer einfach, pass auf. Und das, damit kannst du halt arbeiten. Das kannst du halt, damit kannst du, da hast du immer einen Grund. Damit kannst du immer, hast du immer irgendwas. Muss hier nix ausdenken oder sonst was. Mhm. Aber das ist ja auch ganz wild im Moment. Der ne, finde ich gut. Ich werde mal meine Obst darauf ansetzen, dass sie das auch abarbeiten. Ja, dass man da vielleicht einfach auch mal drauf achtet. Je mehr drüber gucken, desto besser ist es. Absolut. Ja, wir haben ja unseren Fahndungslistenbeauftragten, ja, hier waren es, beziehungsweise das Interview-mäßig macht das noch. Miss Martinez ist es mittlerweile, ich gehe mal davon aus, je weiß über die Liste auch schon Bescheid. Hast du das letztes Mal, glaube ich, mit mir die Akten-Schulung gemacht, oder? Wo ich dich gezeichnet habe? Mh, nee. Nee, war das nicht immer die Nächsten? Ich glaube, Akten-Schulung ist eher Miss Hope, oder? Ich wollte mal ganz kurz gucken. Ach, das war die Frau Hope, ja, genau, ja. Wollte mich jetzt, ja? 4,4,1, ne, das ist ein Junge, da muss das Nächste machen. Ich habe das einfach aus dem Gedächtnis gemacht. So, bist du bei mir. Hast du dir das ausgedruckt und in deine Brieftasche gepackt, wenigstens auch? Oh, unbedingt machen. Ich brauche ein Bild von dir. Ja, es gibt ja ein Vierer-Date, da können wir ja ein Save hier alle zusammen machen, oder wie man das so sagt. Okay, pass auf, ich male auch Ariane, ist das okay? Nö, das ist okay. Dann kriegst du das. Okay, ich male Ariane und dann hast du auch eine schöne Zeichnung von Ariane. Ja, das finde ich super. Okay, dann ist es 50-50. Ja, dann hat sie da ein hässliches Bild von sich, okay? Du hast das Bild sie bestimmt super aus. Alright. Pass auf, noch eine Sache. Mit der Muhr, wir müssen ganz kurz, die Listen mit Doppelbesetzung müssen wir mal jetzt abarbeiten, weil SD gibt es nicht mehr. wir müssen nach dem Dienstalter gehen und mal abarbeiten, weil, ja, wir haben uns noch eine neue Nummer bekommen, kümmern wir uns drum. Du wählst deine 81. der jetzt eine Doppel, ja, davon gehe ich schon aus, aber mir geht es einfach nur, dass jeder natürlich da auch, der doppelt besetzt ist, dass wir da auch was machen. Okay, also das einmal Cocklab jetzt umstrukturieren nochmal. Ja, wir haben ja zwei Listen immer noch in der Telefonliste und, äh, danach kann man das ja canceln und eine Liste machen mit allen Nummern. Damit wir mehr eine Einheitlichkeit wieder haben, okay? Ja, natürlich unbedingt, klar, wie es gibt, ist ja nicht mehr. Sollten wir auf jeden Fall nochmal in der großen Runde besprechen, wenn auch Kommissioner dabei ist, weil der möchte ja immer noch sein mit dem Beto halt tendenziell anwerfen, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass der es auch gut findet. Aber wir haben ja eh jetzt 100er Nummern und haben uns alle schon dran gewöhnt, also von daher. Ja, machen wir so. Alright. Perfekt. Perfekt. Danke dir. Bis später. Matane. 209, 1030 östlich, Acadia Tower. Tick. Muss auch mal kurz pinkeln. Tja, ich bin mal eben auf Toilette, der Klassiker. Bis gleich. Bis gleich. Nie. Ich bin mal eben auf Toilette, ich bin mal 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 auf Toilette, 441-1030, Red Rock, Pass. Red Ocean, Highboy. Check. 402 für die Leitstelle, komm. 4-0-0 für die Leitstelle, komm. 4-7-8-0 für die Leitstelle, komm. 4-7-0 für die Leitstelle, komm. 4-0-0 für die Leitstelle, komm. Leitstelle, Ende. So. Warst du Relle immer noch aufs Klo? Nein. Super. Vielleicht ist die Leitstelle, der jetzt kommen. Herzlich komm. Ach, vielen Dank. Mit der Leitstelle, die Leitstelle, der jetzt kommen. Letztelle, die Leitstelle, der jetzt kommen. Super, dann können wir ja weiterfahren jetzt, ne? Jawoll. Alright. Also, um dir vielleicht kurz ein Feedback zu geben. Ja. Also, alleine jetzt die erste Übung, jetzt hier, das hilft schon enorm, ne? So, vielleicht mal kurz das Feedback. Wer vielleicht, einfach, weil es mir gerade im Kopf kommt, ich weiß mit Finch und mir, wie das so ist gerade, also verstehe ich es nicht falsch, es geht mir einfach nur darum, weil du ja sagtest, dass du uns beide so ein bisschen an die Hand nehmen sollst, vielleicht, wäre vielleicht noch mal was für Finch, weil ich glaube, das würde ihm auch sehr, sehr weiterhelfen, tatsächlich. Bisschen in Planung. Wir machen das Ganze nochmal zu dritt und dann wirst du das halten. Achso, okay, ja gut, das ist aber gut, dass ich das schon weiß. Ja. Das gebe ich dir, wir sind Sergeant 2 und musst dich um die Sergeants kümmern. Alright. Und je nachdem, wie das läuft, entscheide ich, ob ihr wieder miteinander fahren dürft oder nicht. Also, ich bin ehrlich, ich habe es logischerweise keinem Krumm genommen, ich fand es halt ein bisschen schade, weil, na gut, ich brauchte ja nicht erklären bei ihm und mir, wir sind halt seit Jahren bestbefreundet, so, ne? Ja. Aber, ähm, nur, dass du es gehört hast, ich habe es halt keinen Krumm genommen. Ich fand es halt nur, schade, aber ich glaube, das ist verständlich, oder? Ja, habe ich jetzt auch nicht reininterpretiert im Prinzip. Mir würde es genauso gehen, wenn der Martino mir das unterbinden würde oder hätte man damals unterbunden. Aber grundsätzlich gab es die Auffälligkeit, ich muss das Hand haben. Ich habe auch gesagt, dass es nicht für die Ewigkeit ist, ne? Mhm. Na, naja. Na, fahren wir zum nächsten Ort. Warum kann ich mir schon vorstellen, wo wir hinfahren gerade? Echt? Na, überhaupt nicht, dass du dir das vorstellen kannst. Ich bin gespannt. Na, wo denkst du denn, wo es hingeht? Hier rechts in dieses Dorf hoch? Nö. Ja, perfekt, ja, dann weiß ich nicht. War nur immer wieder hier mal lang, um zu schauen, ob er es okay ist. Man hat das Gefühl, das wird hier vernachlässigt. Oh, er, sondern Andreas, hab ich vergessen. Scheiße. Ja, ich soll es mal zurückrufen. Ah, hallo. Entschuldigung. Einmal noch schön. Genau, ich wollte einmal nachfragen, wie es aussieht, jetzt quasi einen Pilotenschein bei Ihnen zu absolvieren, da ich das gerne in Anspruch nehmen würde. Naja, Infos an sich brauche ich eigentlich nicht. Also die Frage ist halt, wie sind Ihre Kapazitäten quasi, ob Sie noch jemanden mit reinnehmen können in die Ausbildung, sage ich jetzt mal. Hat die Leitlinie so mitkommen? Ihr und euer Tunnel, ne, wirklich. Marsch, Marsch. Das ist so korrekt. Ja, ist der telefonisch erreichbar oder ist schlecht? Also gerade definiert mit er ist dann Andreas. Grundsätzlich haben sie jetzt fünf Minuten Zeit, mit Mr. Barnes zu telefonieren, weil danach ist er wieder nicht verfügbar. Okay, es geht nur um Anliegen. Die Rechnung soll zu Händen zu gelangen. Soll das direkt mit in die E-Mail rein oder machen wir das zum Anschluss? Oder wie läuft das? Ich sage Mr. Matodia, ich sage Mr. Barnes Bescheid, dass er sich gleich zurückruft. Er war jetzt noch am Telefonieren. Okay, alles klar. Machen wir einfach. Gracias und ich warte. Adios. Warte, nee. Ja, genau. Deswegen frage ich. Ich finde die Behörde. Die State Police. Genau, wir haben da schon einige Anfragen gehabt. Achso. 4301, aktiv. Check. Das ist schräg, so auszuspielen, dass er keine Smileys kann. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ah, nee. Ja. Gut, dann machen wir es so. Dann danke ich mich für die Auskunft. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. So, interessant. Mr. Matoya hat zurückrufen. Matoya, ich glaube, danach kannst du mir das erzählen. Ja, der hat mir sogar angekommen. Nicht erreichbar. Perfekt. Kommen wir mal, Mr. Hopkins. Wie geht's Ihnen? Ja, alles gut soweit. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage genutzt zum Reflektieren. Da war ich noch ein bisschen niedergeschlagen, aber mittlerweile geht's wieder, ja. Okay, also soweit wieder auf dem Damm und motiviert, beim nächsten Mal die Prüfung zu, wie sagt man hier am besten, zu rocken. Genau. Ich tue die Woche Nutzen mit Herrn Finch und mit der Frau Carter. Das hier ist eingebig alles über, weil ich gemerkt habe, dass in Praxis definitiv Defizite sind. Wenn Sie schon mal bei Bahns, bitte. Und beim Herrn Bahns auch. Gut. Nehmen Sie bitte nicht die Vorgesetzten nur aus einem Department. Versuchen Sie verschiedene Blickwinkel zu bekommen. Ja, ich habe am Sonntag auch schon mit Herrn McKinney ausgemacht. Perfekt. Gut, Mr. Hopkins, ne? Wir haben noch anderthalb... Naja, okay, eine Woche und fünf Tage. Cooldown und dann machen wir es nochmal. Jawohl, machen wir es auch. Alright. Dann schönen Urlaub. Ja, Elegator. Das müssen Sie... Da hat ein Kollege vorhin schon angerufen. Die Fallakte zu dem ganzen Fall hat Commander McKinney. Das Auto ist aber noch in der Frist, weil der Schlüssel nicht abgegeben wurde. Das müsste aber sehr zeitnah passieren. Ich rede mal ein bisschen leiser. Was möchtest du mit deiner SMS mehr sagen? Wir hatten ja damals nach der TÜV-Kontrolle so eine Nachbesprechung. Da hast du mir auf den Weg gegeben, gerade wenn das Problem ist, dass man da eine Initiative zeigen soll. Das ist sowas wie eine Schulung von der Operation. Die ist nur nicht offiziell. Und die kriegt halt auch nicht jeder. Das, was ich mit Barnes gerade mache, ja. Alright. Ja, Barnes ist gerade mein persönliches Projekt in der Hinsicht. Grundsätzlich ist es aber machbar. Die nächste wird Barnes das mit Finch machen und theoretisch könntest du dich dem anschließen. Dann bitte mit euch das... euch beiden das machen. Ja, sehr gerne. Wenn du das möchtest, dann haben wir hier das Altersleitung und das Leitungsprinzip, ja. Okay. Ja, das ist einfach nur mein größtes Defizit. Und ich will da jetzt... Ja, was heißt... Ich will da jetzt... Ich will da jetzt nicht perfekt werden, ne? Ich möchte es stärker werden, in dem Bereich. Wenn du perfekt wirst, Respekt. Also man kann so eine Partie Schogi gegen mich spielen, dann gewinnst du vielleicht gegen mich. Weiß ich Bescheid, ne? Kriegen wir hin. Es wird aber wahrscheinlich nicht mehr... Ja, nein, 0. Nächste Woche muss ich nicht so erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Sex. Ich hab's ja nicht eilig, das ist gut. Super. Dann danke für den Rückruf und schönen Abend. Nein, problem. Matanami. Ciao. Oh, was ist jetzt Phase da, was du mir erzählen wolltest? Erster Andreas sagte, weil Miller sagt ja zu mir, einfach mal bei Erster Andreas melden, in Rechnung zu hätten. Lamesa. Also entweder stelle ich die Anfrage, dann geht die Rechnung auch zu mir. Wer es dann bezahlt, ist Brille. Aber er sagt, im Normalfall, sagt er, lief das immer so, dass das Department direkt die Anfrage stellt, mit mir direkt im Namen als, sag ich mal, Auszubildender. Und dann läuft die Kommunikation erstmal über, dann halt in dem Fall Lamesa. Also über die State Police. 405 rechnet auf 423. Also mir ist das am Ende egal. Ich denke an einfach mal, dass der Zweiter ist sinniger ist. Da hast du dann auch so einen offiziellen Austausch, und nicht nur eine Rechnung am Ende, die euch dann zusendet. Glaub ich, oder? Also weiß ich nicht. Nochmal bitte, sorry. Ich sage, ist Letzteres nicht vielleicht sogar sinnvoller, damit ihr auch so einen sauberen Austausch seitens der State, bitte Erster Andreas, habt das hier, sag ich mal, nicht nur von mir einfach eine Rechnung vorgelegt bekommt. Nee, nee, das soll eigentlich von Erster Andreas bei uns, sorry, ich war irgendwie lost gerade kurz. Alles gut. Das soll einmal bitte eine Mail uns geschickt werden mit deinem Namen, ETC, von Erster Andreas selbst, wo die Rechnung drin steht und alles drum und dran. 41011 aktiv. Genau das soll andersrum sein. Also er sagte, dass es wohl so war, dass das Department genau das quasi an die schickt. Ja, ich hätte aber diesmal gerne andersrum. Ja, okay. Nee, dann sagt Miller Bescheid, dass er das machen soll, bitte, als ASU-Lied. Weil das ist nicht meine Abteilung, sondern seine. Und dass er das nochmal bitte erst hinschickt. Ja, ja, ist gut, sag ihm Bescheid. Ich spreche mit ihm. Alpinel ist im S. nachher. Das vergisst du's. Aber nicht jetzt. Ist der Gronk-Shop. 41012, 1020 Klamesa-Tachstelle. 6. Moment. Ich habe es nochmals auf meinen Schmetzerlauf geschrieben. 4, 4, 1, aktiv. Das müsstest du hier finden. Gut, folgendes Szenario. Es kam hier zu einem Drive-By. Hier wurden drei Personen verletzt und du hast fünf Minuten Zeit, hier diesen Einsatz unter Kontrolle zu bringen. Wo liegen diese Personen? Die liegen hier direkt vorne am Eingang. Okay, verstanden. Ab, jetzt. 4102, wieder aktiv. 6. Ich würde wahrscheinlich gerne eine Frage mir stellen, ne? Eine Frage, vielleicht kriegst du eine Antwort. Sind die TV's noch hier? Also sind die Leute noch hier, oder? Nee. Die geschossen haben? Also sie sind alle weg. Okay, verstehe. Aber man weiß nicht, ob die zurückkehren. Naja, okay. 4301, aktiv. Zit. 4102, wieder aktiv. Ups, ja, es ist defekt. Witzigerweise Habe ich die gerade gar nicht mal zu 100% sowieso eingeplant. Das passt eigentlich. Okay, ich überlege eigentlich nur noch eine Sache, sonst meine ich, ich habe es schon fast. Für mich. 430S, 1030, McGinn-Olsen-Tower, westliche Seite. Ich muss eigentlich nur kurz nach vorne, kannst du kurz mitkommen, können wir laufen? Ja, natürlich, ey, klar. Ganz normal alles. Denk bitte nicht so kompliziert. Nee, nee, ich will nur wissen, weil ich gerade nicht weiß, ob jetzt diese eine oder zwei Eingänge, ne, nee, es sind alle hier vorne, da ist er. Ich sehe halt nicht so viel. Das sind zwei, das ist nice to know. Okay. Ich hätte es dann schon eigentlich. Okay. Ich versuche halt gerade, wie gesagt, nicht so kompliziert zu denken und halt direkt zu schalten, um dann hoffentlich was Gutes rauszuliehen. Tell me. Alright, also, ich habe jetzt als Haupteingang den gesehen, war richtig? Oder der andere ist gut? Eigentlich egal. Da liegen einfach verletzte Personen am Boden. Okay. Also, logischerweise, letzte Person im Vorfeld, direkt MD verständigt, dass sie schon mal auf dem Weg sind. Ähm, genau. Ähm, insgesamt, ich muss kurz rechnen, zwei... Ja, sagen wir mal vier Streifen, zwei Streifen, also wenn sie jetzt hier auf dem Gehsteig liegen, genau vom Eingang, zwei Streifen, die hier quasi eine Wagenburg, in, sag ich mal, einer Pfeilform aufstellen, dass die Personen sollten, sag ich mal, Personen irgendwo noch stehen und hierher schießen, auf jeden Fall zum Teil geschützt sind. Ich meine, kann man ja nie 100% sicherstellen. Hier die Erstversorgung dementsprechend einleiten und gleichzeitig auch die Absicherung. Bei zwei Streifen sind hier definitiv genug Einheiten, wo die sich aufteilen können, ähm, dass die einen erste Hilfe leisten und die anderen hier das absichern als quasi, ich sag jetzt mal, Perimeter. Äh, dann die beiden Ausgänge sichern, dass hier keine, äh, Zivilisten im ersten Fall erstmal mehr rein und auch rauskommen, weil, das wird hier gleichzeitig abgesperrt, hier werden Zeugenaussagen aufgenommen und wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Gleichzeitig auch da vorne die Sperre, um halt zu schauen, wenn die vielleicht nochmal sich irgendwo näheren, Personen mit Waffen, beispielsweise vielleicht da hinten von diesem kleinen Feldweg, äh, dass es direkt durchgefunkt werden kann, äh, und nicht erst, dass die hier vorne sind. Dann noch die letzte Streifer, die quasi so ein bisschen patrouilliert, allerdings eher, ähm, ja, an den kleinen Feldwegen eher zu Fuß. Da hinten kann man vielleicht noch mit dem Auto ein bisschen rein, ähm, aber hier, wo diese Wein, Räucher, ich weiß nicht, Wein, nee, ich weiß nicht, wie man das nennt, ähm, muss man wahrscheinlich zu Fuß ein bisschen durch, ein bisschen patrouillieren. Hier generell die Gegend um das Haus herum, ähm, und vor allem auch, ja, wenn die hier offen haben, da drinnen einmal die Leute befragen, schauen, und halt abschätzen, wie gesagt, wenn, es kann ja sein, dass Zeugen da sind. Ja, die sind da drinnen, die sind da drinnen, da muss man ganz anders umdenken, dann muss man, auch hier. Das Szenario war grad nicht gegeben. Ja, okay, gut. Nee, dann, vergess es, vergess es. Nee. Und dann, genau, der ganz normale Ablauf, ne, Aufnahme, Zeugenaufnahme. Ja, ja, alles gut, das bräuchte ich nicht, sowieso, ich sehe jetzt nicht hier. Ja, all right, nee, dann höre ich schon auf, dann, das war jetzt so meine Planung. Ist okay, aber nicht effizient. All right. Hier zumachen, korrekt, also hier vorne den Eingang, eine Perimeterstreife, dort hinten, korrekt, eine Perimeterstreife, hier eine Streife, Zwecksbehandlung der verletzten Person. Komm mal mit. Ich finde es schön, dass du so diese Weinfelder mit bedacht hast. Ist nicht verkehrt, aber, da musst du auch eine Streife zumachen. Stell dir mal vor, hier werden die Personile geschossen, um Copsälen zu locken, um Cops zu erschießen. Wäre nicht das erste, mal das so etwas passiert. Dementsprechend, machst du hier mit einer Streife zu und hast den Vorteil des Highgrounds noch. Hier vorne. Tatsächlich. Ja, das schon. Und zu allergut, letztlich, ich hatte kurz Hoffnung, dass du das bedacht hast. Ärgerlicherweise nicht, deswegen habe ich eigentlich die ASU rausgenommen. Guck dir mal diese Gegend an. Was für ein Vor- und Nachteil bietet diese Gegend? Naja, wir können entweder Highground, also Vor- und oder jeweils. Vor- und Nachteil. Naja, wir haben zum einen mehrere Highgrounds, die wir nutzen können. Ja, Highgrounds ist ein Riesenvorteil. Beispielsweise da vorne, dieser Felsen. Wäre für mich persönlich gerade sogar der optimalste Highground. Ja, würde ich auch jemanden stellen, korrekt. Und der Nachteil wäre... Ist der Felsen da oben. Was? Ist der Felsen dort oben. Im Prinzip könnte da schon Schützen sein, die sich verstecken und auf uns schießen. Das bedeutet, im Prinzip müsste schnellstmöglich die Highground-Einheit, die man dafür bestimmt, das oben absichern. Highground-Einheit, das müssen mindestens zwei Personen drauf sein. Das vergessen die Leute immer gerne, weil wenn ich im Highground mit meinen MP5 hocke, dann liege ich am Boden meistens. Kann aber logischerweise nicht nach hinten schauen, weshalb ich dann Backup brauche in die andere Richtung, je nach Situation. Das bedeutet, es stellt so um zwei Leute hin. Zwei Leute und wenn möglich den Streifen wagen so nah wie möglich, weil wenn dann was passiert, kann man die Highground-Einheit abziehen und als Springe-Einheit benutzen, um die Personen sich zu schnappen. Wagen. Ne, ist es ja nicht, tatsächlich. Oh Mensch, hier ist ja ein Eingang. Krass. Nicht bedacht in dem Fall, da kann auch ein Wagen durchbrechen einfach, also man sollte mindestens eine Absperrung hinpacken. Das war diese Springe-Einheit, die ich meinte, die wollte ich halt hier entweder zu Fuß oder mit dem Auto und halt auch direkt da hinten bei den beiden Stöckern, glaube ich, heißt das. Verstehe ich, aber das wäre eine Ressource-Versperrung. Ja klar, es wäre natürlich nice, wenn wir da die ganzen Sachen durchsuchen, aber da binden wir zu viele Einheiten wieder. Es geht erstmal hier primär nur darum, Zivilisten zu versorgen, in Sicherheit zu bringen und den Spot hier zu evakuieren. Alles andere kann später kommen. Oh, all right. Ein unbestimmtes Gebiet. Fragen? Ne, tatsächlich nicht, gerade. Gut. Dann fahren wir zum nächsten. Also wenn ich Fragen habe, glaub ich, ich stelle sie, aber es ist tatsächlich einleuchtend. Okay. Das sind nur Sachen, wie ich angehen würde. Dann lässt es sich hier wichtig bitte zu bedenken in dem Fall. Und das, was ich jetzt sage, heißt nicht, dass ich es so in der Situation mache, weil wir können ja nur theoretisches Szenario ja erschaffen. rüber, weil wir keine Info vorkommen. Dann sollte sich, besagter Herr, erst einmal in einem PD melden. Sex-Herausgabe kommen. Check, Info-Ordline somit Info-Ordline-Ende. 431, taktigen Richtung Michel-O-PD. So, jetzt muss ich gerade tatsächlich einmal überlegen. Es gibt halt so viele Orte, dass ich da die Qual der Wahl habe gelegentlich. Um ehrlich zu sein. Kann ich das OPB-Szenario mal durchgehen? Was ist denn so Szenarien, wo du sagst, du möchtest das einmal so theoretisch durchexerzieren? So von der Situation her oder vom Standort? Situation. Oder habe ich jetzt auch die Qual der Wahl gerade? Bin ich ehrlich? Guck, also ich überlege gerade, was wir so am schwierigsten, gängigsten haben. Also öfter. Sagen wir mal... Ja gut, okay, es ist eigentlich... Ich habe eine Idee. In der Zeit, wo du überlegst, machen wir mal ein bisschen was anderes. Weil meiner Meinung nach muss eine gute Einsatzleitung auch ein guter Ermittler sein. Weil ein guter Ermittler weiß, was Tücken sind, worauf man achten sollte. Ich verstehe. Man muss halt in beide Richtungen denken. Weil ein rein operativer Officer wird nie eine gute Einsatzleitung sein, genauso wenig wie ein reiner Ermittler eine gute Einsatzleitung wäre. Ja, das stimmt. Das ist meine Auffassungsgabe in der Hinsicht, so wie ich halt denke. Ich werde niemals die Messdaten so legen, so dass die Leute an meine Einsatzleitung herankommen. Ich bin bei Weitem nicht eine perfekte Einsatzleitung. Aber ich sag mal, ich gehe an die Sachen noch mal etwas exotisch heran, habe ich manchmal das Gefühl. Bin da ein bisschen, also, da muss ich sagen, dass in der Commissioner uns teilweise sehr ähnlich. Wir sind sehr spontane Menschen und entscheiden auch sehr spontan in solchen Situationen. Die Fähigkeit muss man sich aneignen, weil es ist super wichtig, dass man nicht nach Schema F geht, sondern dass man individuell halt an die Sachen angeht. Ja, mit in beide Richtungen denken, meinst du wahrscheinlich einmal in Richtung Polizeisicht, aber auch so in Richtung, ich sag jetzt mal Täter-Sicht, um so ein leicht Tücken-Daten geht schon zu sehen und das direkt zu bedenken. Dein Gegner, in dem Fall, wenn du so agierst, muss aber so, das so ein bisschen abwiegen. Aber das ist nicht im zerdenkenden Modus, sondern eher im spontanen Modus. Hm, ich verstehe. Ich habe übrigens meine Situationen daraus überlegt. Okay, die wäre? Ersten Armer. War mir klar. Wirklich? Ja, war mir klar. Ersten Arme ist das tückischste und schwierigste Thema. Das Ding ist, ich habe erst Hausdurchsuchungen angedacht, aber da dachte ich mir so, ja gut, das ist ja quasi erstmal nur auch wieder nur eine Perimeterabstellung. Da muss man auch viel beachten, aber bei einer Geiselhaus werden ja noch mehr, glaube ich. Also finde ich, beachten, deswegen. Und da hast du halt auch nicht irgendwie, dass du nur eine Wohnung durchsucht, sondern da hast beispielsweise eine Wohnung, wo definitiv der Geisel mit dem Typen drin ist, der Geisel in der Waffe am Kopf fällt, beispielsweise. Ja, deswegen. R3, aktiv. Und der R3 macht eine Flugpatrouille über die Grenzenübergänge. Über. Check. Komm, man war, Mr. Deeks. Was ist denn die R3? Eine ernst gemeinte Frage. Airfree? R3? Ja, aber welcher Helikopter ist das bei uns? Der Coast Guard. Ah, der Coast Guard, okay. Sind Sie auf die Idee gekommen, die Grenzpatrouille zu fliegen oder war das jemand anderes? Commander McKinney. Ah, okay, dann hat er das sich zu Herzen genommen. Wenn Sie, ab dem Zeitpunkt, wo Sie fest in der ASU sind, das gebe ich Ihnen mal mit auf den Weg, können Sie sowas gerne jederzeit durchführen, weil das viel zu wenig gemacht wird. Mach ich, Senor. In der Hinsicht. Sind Sie auch in der MPU? Äh, nein, nein, ich habe ein bisschen Angst mit Wasser und so. Ah, stimmt, da war irgendwas. Ich glaube, Sie hatten da mal was erlebt. Ja, wir werden ein bisschen schlecht, so wie das wäre. Achso, ich verstehe, aber Helikopter geht dann. Okay. Ja, wenn ich da auf dem Boden fliege, bin ich tot, das ist egal. Ja, okay, dann passen Sie auf sich auf, okay? Und denken Sie dran, sich um Ihre Sergeant Training Sachen zu kümmern, ne? Ich bin dabei. Aber hohe Erwartungen an Sie tatsächlich. Hatte Sie heute schon bei Mr. Kukum gelobt. War ich nicht so oft. Ja? Ja. Oh, Tunnel. Oh, tschüss. Ciao. Hört Sie, komm. Da senden Sie Einheiten zum Old Palito hin und darf gerade eine Schlägerei mit mehreren bewusstlosen Personen kommen. Hat die Leitstelle zum Mitbrennung 5.7S und 5.3.0 die Leitstelle kommen? 5.7S 10.40 Old Palito hin. 5.3.0 10.40 Ja? 4.1.0S aktiv und können Sie auch die Leitstelle kommen? Schreien Sie mal kurz den Motor aus. Check, tun Sie das. Komm. Alles okay bei Ihnen? 4.1.0S aktiv und Qualität. Ja, so weit schon. Ich frage nur. Community-Policing nehmen wir das bei uns. Also weit alles okay. Ja. Okay. Ja, dann. Leitstelle angenehm warmt. Nö, nö, ich wollte nur hier tanken. Ist eine sehr exotische Tankstelle. Ja, das ist eine super Tankstelle. Absolut. Ja, dann. Angenehm warmt, ne? Ja, so positiv. Ja, so positiv. Ja. War sehr so suspicious. Ja, so suspicious ist relativ. Aber was hat das grad mit dir gemacht? Das zu sehen hier. Ja. Mit mir gemacht. Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Warte mal. Tank mal bitte das Auto. leitstelle für 413 kommen sie eine streife in unsere nähe zwecks 10 10 die 420 es wird einer situation hier nachgehen welche gratis frisches war kommen check dementsprechend die einer sollte definitiv abrufbereit sein 413 ende zu sehr gebunden gerade normalerweise hätte ich hier gerne 10 26 durchgeführt das kennzeichnen angeschaut wahrscheinlich nicht nur aber ich wollte das jetzt gerade nicht sagen glaube ich habe gerade die augen offen 10 10 30 auf dem halber 530 10 20 hier links ist eine garage wo viktor meloschmann porno gedreht haben soll mit irgendwelchen leuten ok er hat die hose zumindest unten als wir ihn erwischt haben generell hat er sich hier mal sehr viel rumgetrieben ja das war gerade kurios wir hätten die anhalten von scheiß das ärgert mich jetzt gerade der andere ist auch relativ fluchtartig abgehauen vom gefühl ja ja wollen wir nochmal zurückfahren vielleicht mal in die bildern gucken das machen wir gleich ich werde den ganzen hier vorne noch mal fünf minuten geben wir schon im anderen kümmern uns um die andere thematik erst mal hier was abchecken ja bis sie sind da ist 8 mal gestorben wirklich herzhaft wenn sie jetzt eine bilden muss dann ja man kann auch eine andere in der abziehen also also ich habe gerade ein live-packing guckt aber die vielen zu lässt genau auf der abfahrt also die haben dann fahrt mal dem dem fahrer der werfen die zwei haben es ärgerlich erweiß nicht das richtige fahrzeug hier und eventuell sogar fahren oder einfach oder ein flusswert wer schlangen gegen gefahren falls wir noch sind weißer transporter hat besonders der baller hätten wir in der 1026 durchgeführt wäre er abgehauen wäre beim nachteil gewesen der ist schneller als wir auch zu dunkel um zu schauen ob man die person vielleicht kennt oder so also in solchen situationen wenn ich das so random leute anhalte solche so davor dass ich wegfahren können immer als kennzeichen aufschreiben kannst du nicht wissen bis so auf diese art und weise mit mir noch nicht unterwegs gewesen aber grundsätzlich habe ich immer eine ermittlung sehr sehr wichtig in dem fall darüber hätte man zumindest einen dienst bekommen können aus welcher richtung das kommt das ärgert mich jetzt gerade massiv ja kann ich verstehen weißt du irgendwas über kuriose treffen bei unserer wunderbaren tankstelle ich weiß ich kann nichts sein wir waren gerade dort wollten tanken und dort war ein auffällig getuntes fahrzeug mit auffälliger folierung mit einer person mit zurückgegelten haaren in braun müsste es gewesen sein und ein baller schwarz matt verdunkelte scheiben stand dort auch als hätten die sich gerade irgendwie getroffen hätten miteinander gesprochen zumindest wirkt die situation auf mich so wir haben jetzt hier keine 1026 durchgeführt weil 1010 technisch ja gerade gar nicht möglich ist und wir in der nicht so geilen ecke waren dafür muss ich zugeben ärgere mich aber auch gerade darüber und banz wusste jetzt nicht dass er das kennzeichen aufschreiben sollte im besten fall kann man aber natürlich nicht verübeln weil er kennt das halt in der hinsicht nicht so auf jeden fall kurios gerade die sache ist ich kann die person die person konnte ich auch nicht erkennen oder so es war viel zu dunkel kann auch sein dass es einfach nur bürger waren also normal tiefs aber der eine ist halt also waren so nicht sehen es hat so dass der eine etwas schneller zu sein fahrzeug gegangen ist und dann direkt abgehauen das als wir um die ecke gekommen sind kann zufällig natürlich jetzt wiederum sein kann aber auch mehr sein das ist halt immer schwierig ne wir hatten ja auch schon mal so ein fall ich so recht überlege womit angefangen haben wo die zivilisten sich ganz komisch verhalten haben und direkt dann uns weglötsen behindert ich glaube dass das wegen dem ein betrunkenen war aber es ist auf jeden fall gut zu wissen langsam wird es auffällig was meinst du das ist halt standard ne gut ich will nicht weiter aufhalten wenn er gerade macht wir untersuchen mal also war es meint er will sich noch mal genau umschauen mal eine mülltonne gucken das mit dem ich ja weglassen um ehrlich zu sein aber und zwar gucken ob irgendwas alles gut wir haben schon jetzt hier rumguckt das später also mülltonne die suchen machen ich wissen keine waschbären bahn also wirklich also ich meinte mit durchsuchen eher mausflüchtig reingucken aber nein das ist gut also die streife ist jetzt was ist mit der streife ja genau ja genau ja checkst du mitkommen ich hatte ja jetzt gerade gar nicht die streife gesehen weil wir hinter der container waren 3 wie auffällig möchte man sein ja aber ich glaube nicht dass jetzt hier noch irgendwas ist also es ist wenn was war wohl schon ja der laden ist auch gerade nicht so gut besucht und würde ich nicht essen gehen hier gab es mal ein salmonellen vorfall war nicht so geil ah ah mhm mhm onellen ist echt weiß ich nicht so schön ne nee lass mal lieber ein hm ich lieber warmlaus essen mmhm an die 10 für die 420s ähm Code 4 sie können wieder den regulären streifendienst verfolgen 420s somit wieder ähm nicht verfügbar 423 aktiv ja, fahr mal das Auto ein bisschen vor ach so, ne, warte irgendwie Tür klemmt da drüben ja, jetzt mal hier rüberrutschen scheiße, upsala, versehen auf die Knöpfe gekommen also je ja, rüberrutschen ist immer schwierig das macht man immer irgendwas anderes das ist die Weste hängen geblieben, ne ja, ja oh ja, fahr mal zum eigentlichen Ort so letztere Infoortland kommt warum geht eigentlich immer jeder davon aus, wenn ich sage, ich bin nicht verfügbar, dass ich am ermitteln bin ich bin nicht am ermitteln, ich mache gerade eine erweiterte Wortbildung für meinen Sergeant ach so, okay, weil jetzt wurde frei, es ist wachsichtig, die Highway Tank zufällige Situation, die gerade entstanden ist, weshalb wir das natürlich uns genauer anschauen, du kennst mich in der Hinsicht aber grundsätzlich sind wir hier auseinander in Konten im Moment ok, ne passt, weil sie sich beschäftigt ok, trotzdem danke für den Anruf, bis dann adios ok hier ist das Szenario das ist ein schöner Ort hier, ne sehr groß groß, schön verwinkelt, schön alles, also einmal alles, bitte also Thilo und ich waren mal hier vier Stunden unterwegs wegen Ermittlungen oder wegen Einsatz, richtig? wegen Ermittlungen hmmm, ok, also hier gab es auch mal eine massive 1099, wo über hunderte Kugeln verschossen wurden und aufgesehen davon ist niedergestreckt worden hier auf dem Parkplatz, war eine spannende Zeit alright aber das ist nicht das Thema hier gerade hier ist es wie folgt wir hatten eine riesige 1060 mit einem Fahrzeug welches ein Active Shooter war Leute auf der Straße wahllos angeschossen hat und es hat Abstand gehabt, weil es sehr motorgetünt war und unser Hinweis ist aber dass es hier irgendwo auf diesem Gelände sein soll Active Shooter Maschinengewehr also Schnellfeuer, Waffe und Co und du hast jetzt 10 Minuten Zeit alles zu bedenken hier, was wichtig ist und aktiv eine Lösung für uns zu finden wie wir die am besten hier bekommen ohne dass Officer von uns verletzt werden du hast vollumfängliche Möglichkeiten auf Ressourcen zurückzugreifen bedenke aber wir leben auf einer riesigen Insel wo natürlich auch andere Menschen Hilfe brauchen ich verstehe und du hast jetzt gehts los ich bin auf Toilette ja du hast mir eben was zu trinken, Old Chat ich hab Durst Durst Durst, Durst, Durst ich muss sagen Polaner Spezi, ne? wirklich Hilfe ich bin sofort wie er da bist gleich ich bin sofort wie er da ist ich bin sofort wie er sich Vielen Dank. 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 Ja, das ist toll. Ja, lass uns einmal eine Runde fahren, bitte. Ja. Ja. Könnt ihr sagen, das ist tatsächlich gerade etwas, also sehr anspruchsvoll, muss ich sagen? Ja. Das ist ja auch nicht einfacher. Das, äh, ne? 530 für die Leitfelle kommt. Und bis Sargent 2. Genau. Ich ruf mal kurz Pinsch in der Zeit an. 530. Jo. 530 für die Leitfelle kommt. 530 höher. Lage vor Ort kommt. Komm mal mal, Pinsch, warum schreist du mich so an? Ich stehe nicht. Ich gehe gerade. Ja. Da war eine Musikanlage, ich stehe beim Ohr, um mein Spanito hin. Ja. Bereite dich mal darauf vor, dass du die Tage spätestens nach meinem Urlaub eine erweiterte Fortbildung hast. Wenn Ihnen offizielle... ...hat mit Einsatzleitung zu tun. nur mittels schon mal weiß manche urlaub ab geht ich doch nichts vorbereiten sind ja nicht disneyland machen wir es auch morgen noch falls du da bist muss ich gucken ob man es morgen auch da ist aber wenn du da bist du auch da ich bin morgen da mehr wollte ich gar nicht du hast morgen auch eine fortbildung dass die fortbildung in der fortbildung 50 50 ich weiß nicht wie es mir geht ja okay also ich stelle mich einfach drauf ein nutzt die zeit nebenbei ja ich wollte nur ein zwei sachen schauen ich muss noch mal ganz kurz dort hinten an die wand ich hätte ich habe mein trinken vergessen ich bin so dumm wirklich ich habe ich habe es ich habe ich habe es es Ich bin kein Fan von Bockwürstchen, aber diese Würste sind so geil. Das sind so lange gerade Würstchen von Lidl. So super. Was ist denn mal, hey, wirst du los? Ja? Wie kommst denn, dass du außer Dienst gehst an einem Freitag um 22.48 Uhr? Was ist da denn los? Weil ich gleich wieder zurückkomme. Wollte schon sagen. Ich dachte schon aus Fieber oder so. Nee, nee, alles gut. Kleine Info für dich. Dein Sergeant Knecht hat dem Morgen Tendenz, da kommt drauf an, ob ich morgen im Dienst bin, eine erweiterte Fortbildung, die so nicht existiert. Wo es nur das Thema super, super, nicht super, weißer, Einsatzleitung auf koreanische Art geht. Muss man sowas so drücken. Welchen Knecht meinst du jetzt eigentlich gerade? Meinst du Hopkins? Nein, Hopkins darf ich nicht ausbilden. Genau, Finch. Okay, ja, ja, nee, Finch, ja. Man muss doch mal gehört, dass. Wir wollte ich nicht. Schadet dem nicht. Ja, schadet dem nicht, korrekt. Schadet euch allen nicht, davon mal abgesehen, aber egal, das ist ein anderes Thema. Das stimmt, ja. Bis später. Bis später. Ciao. Eine Minute 50 hast du noch. Nein, ich habe nur die Finalisierung. Ich denke mal, da gibt es gleich ein bisschen Kritik. Ich versuche es auch hier wieder sinnvoll zu setzen, mit ein paar Sachen, die ich gerade noch bedenke. östlich Maze Bank Arena. Ich wäre eigentlich schon soweit. Wir könnten eigentlich anfangen. Okay, dann steige ich an. Also, ähm, erste, bevor wir jetzt kurz rumfahren, äh, bestimmt gar nicht, aber wir fahren noch kurz hin. Fangen wir damit auch am besten mal an. Also, ähm, ich habe gerade schon geschaut, mit dem Auto, kommt mir definitiv nicht vom Gelände, ohne sich das kaputt zu fahren, außer hier. Also, heißt, hier würde ich, ähm, dementsprechend die Brücke einmal absperren, würde es quasi hier absperren, also nicht da vorne beim Ausgang, sondern hier, aber potenziell halt die Leute da vorne beim Torhof halt hier. Ja, kannst du mir mal sagen, mit wie vielen Autos? Ähm, hier mit drei Streifen. Drei? Okay. Ja, ich erkläre dir warum. Also quasi schon, wie wir stehen in der Fallinformation und ein Auto noch halt quer. Ja, also davor sollte nämlich dieses Auto, äh, weil wir sind ja hier bei einem Active-Shooter-Szenario, kann ja sein, dass sie so hirnverbrannt sind, dass sie in das Auto einsteigen und mit voller Gewucht durch die Sperre prellen wollen. Wäre damit unmöglich, tatsächlich. Schon vielleicht sogar bei einer Zweierstreife, aber so definitiv unmöglich, ohne dass dieses Auto komplett zu Schrott fahren. Okay. Ähm, genau. Dann, ähm, mach ich mal kurz weiter mit SWAT. Auch hier natürlich wieder Active-Shooter-SWAT, definitiv, wird, äh, wenn genehmigt, dazu gerufen. Äh, ist es genehmigt? Ja, klar. Alright, gut. Dann, äh, zwei ASU-Einheiten, eine ASU ganz normal besetzt von der State Police, äh, Pilot, Co-Pilot, die hier das Gebiet etwas höher abspotten, weil, äh, ich einen zweiten Helikopter, äh, mit quasi voll besetzt, ähm, warte, ich muss kurz überlegen, nee, mit drei, drei, drei SWAT-Operatoren im Helikopter hinten drin, das heißt, der Pilot müsste noch nicht mal ein SWAT-Operator sein. Entschuldigung, ich war kurz irritiert hier. Ähm, warum? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle SWATler da sind. Das sind ja, wenn ich mich nicht irre... Zehn. Zehn, genau. Ähm, alle sind da. Das heißt, drei im Heli, und die werden hier oben, äh, auf einem Highground abgesetzt, und ich rede von einem Highground, äh, quasi hier links von uns, das wäre... Kleiner Schlawiner! Ähm, ähm... Wie nennt sich denn sowas? Äh... Hätte ich nicht gedacht, dass er dran denkt. Wartung. Eieieiei, Respekt, Mr. Barnes, Respekt. Da oben ist auf jeden Fall, da kann man rumlaufen. So, dass die da abgesetzt werden durch eine Combat Landing, dass wir von oben da schon mal SWATler im Highground haben, zwei Stück. Der eine, der noch im Heli bleibt. Dieser Heli, äh, umkreist hier das Gebiet, äh, und lässt einen SWAT Operator oben als quasi Feuerkraft. Sollte es hier wirklich zu einem, äh, Beschluss kommen, dass wir da auch nochmal, ähm, mobilen Highground haben. Ähm, genau. Das dazu. Dann die restlichen SWAT Einheiten mit der Beer Cat. Äh, machen hier am Gelände, weil wir ja nicht wissen, wo genau, in Kombination mit dem Overwatch, ein Rolling Cover, dass sie quasi sich hier einmal durchs Gebiet kämmen und im Zweifel jederzeit, äh, Deckung haben. Sollte es beispielsweise, sag ich mal, hier vorne zu einem, äh, Beschuss kommen, können die SWAT Operator auf dem Dach halt, äh, dementsprechend unterstützen. Wenn nicht, gut, okay, ist ja dementsprechender Nachteil. Haben wir aber noch den mobilen Operator und natürlich noch die auf dem Boden. Naja, also der im Heli. Ähm, dann Streifen an sich. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Das ganze Gebiet ist eingezäunt. Es gibt, äh, ein paar Lücken, wo man rein und raus kann. Ich würde hier jeweils drei Zweierstreifen zu Fuß um das Gelände hier außen patrouillieren lassen. Das wäre quasi permanent. Leute haben, die um das Gelände herumgehen, während das SWAT hier das Gelände cleert, seit, äh, bezüglich eines Rolling Covers mit der B-Cat. Ähm, weitere Einheiten, das wären dann wahrscheinlich noch so, ja, ich würde zwei Einheiten noch positionieren an der Sperre, vorne an der Straße, die quasi, ähm, die, äh, Springer, beziehungsweise auch mit die Zugriffseinheiten in Kombination mit dem SWAT sind. Wenn sie gebraucht werden, wenn wir merken, wir brauchen sie nicht, würde ich sie überhaupt wieder abziehen. Ähm, genau. Und wer möchtest du sofort abziehen? Die zwei Streifen, die dann da auf Standby quasi sind, so als, ich sag jetzt mal, Springer-Einheiten. Ich glaub, da vorne ist das State Park. Das sieht so aus. Im besten Fall, ja. Ja, äh, genau. Das sollten sie gebraucht werden. Irgendwie SWAT hat Sichtungen, irgendwie wen erschossen, ähm, dass die Springer-Einheiten entweder eine oder zwei direkt hier rauf fahren können, können dann, sag ich mal, die erste Hilfe sicherstellen, währenddessen das SWAT hier weiter absichern kann, weil das SWAT in dem Fall definitiv die bessere Wahl dahingehend ist. Ähm, genau. Ähm, wie endet das Szenario? Weil sonst wäre ich so mit der groben Sache schon durch. Ja, dann bist du erst mal durch. Ja, okay, dann, äh, genau, mit den Leuten, die hier patrouillieren, die Sperre, ja, genau. Dann ist das erst mal, genau, auf der Wechsel. All right. Das tote Officer. Bitte? Du hast tote Officer. All right. Ja, ich darf mir schon ein Menge. Grundsätzlich, nett Idee mit dem Zaun hier. Aber wo ist der Schutz? Und wir reden hier von Leuten mit Maschinenpistolen. Ach, meine... Maximale, maximale Range. Und, äh, wer weiß, was für ein Munitionstyp hier haben. Schwierig. Was, was mich ein bisschen imponiert hat, ist, du hast tatsächlich das mit den Upsellen bedacht. Finde ich gut. Aber du hast noch ein Szenario, was du hast vergessen. Ein Auto, welches geflüchtet ist, mit Active Shootern, die auf Menschen geschossen haben, mit Maschinengewehr. Das Wichtigste ist ja erst zu lokalisieren, wo ist das Auto. Wenn wir jetzt mal in dem Szenario ausgehen, dass das Auto verschwunden ist, musst du erst mal wissen, wo ist das Auto und warum findet der Overwatch das Auto nicht. Seht ihr überhaupt noch hier? Und dann haben wir hier die wunderbare Problematik. Tada! Ein Cupport, wo man das gut verstecken kann. Weil ich kann dir sagen, wie es ist. Sie haben Instant... Instant... Meine Güte. Instant High Ground. Und das Wort kann von oben nicht zugreifen. Ja, perfekt. 424, Überführungsfahrt, Planeter. Ähm, sorry. Ähm, wir haben halt Instant High Ground und du kannst... Nein, nein, nein. Das nützt du Wartup sein, ist schon korrekt. Man muss nur wissen, wo. Das Problem ist nur, der Helikopter ist in Gefahr. Wie löst du das Problem? Und jetzt kommen wir zu der tricky Situation, wo die Leute nicht drangehenken würden. Du hast zwei Helikopter in dem Szenario. Und zwar hast du einmal den Helikopter, welcher die SWAT Operator absetzen soll hier. Ja. Und du hast den anderen Helikopter, der ein Gunship ist. Cool. Das ist etwas, was ihr im SWAT lernen werdet. Das war damals bei Operation Black ich unter anderem, wo ich leider mehrere Menschen töten musste durch. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, die Sache hier ist, der Scanship, der Gunship Helikopter würde ablenken. Und würde halt, wenn die auf uns schießen, schießen wir zurück. Je nachdem, wo die sind. Wir haben immer noch ein Elektrizitätswerk hier. Was halt super schwierig ist, ne? Ja. Bedeutet aber, wir würden Unterdrückungsfeier leisten. Währenddessen der andere Helikopter die Operator irgendwo im High Ground Bereich absetzt, wo die von oben kommen können und die Tangos ausschalten können. Ist schwierig jetzt hier, das, äh, den Ort zu nennen, weil wir müssen jetzt in den Helikopter ansteigen und uns das Gebiet von oben anschauen. Aber es wird eine Option hier irgendwo geben. Von wo aus wir das halt machen können. Das ist so Puncto 1. Und da sind wir schon bei vielen Schwierigkeiten. Generell ist es super verwinkelt hier. Und es gibt verschiedene Versteckmöglichkeiten. Aber wenn wir erstmal noch keine Officer hier draufsetzen, muss es ja nicht unbedingt das Auto dort sein. Machen wir es mal so. Weil die hatten ja eine gewisse Zeit wegzukommen. Und zwar, je nachdem, was ein Fahrzeug das ist, packst du es hier rein. Du packst es hier rein und die Leute sind dann gekommen. Weißt du warum? Du hast eine Sache nicht bedacht. Eine Sache. Und zwar, die Zäune. Nein, das war Zäune. Who cares? Da drunten ist das Meer. Ich ärgere mich gerade. Ich bin Active Shooter, ich mache terroristische Straftaten und nutze das hier, um abzuhauen, würde ich mir ein Boot da unten stellen. Irgendwie ein dunkles Boot würde mich verpissen. Ich habe die MPU kurz bedacht, aber aus meiner Person gestrichen, weil ich nur an den High Ground gedacht habe. Scheiße. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, bin ich ehrlich. Genau, deswegen habe ich das hier gewählt. Es gibt ganz viele schwierige Gebiete hier. Du kannst auch hier einfach über die Brücke drüber gehen und auf den High Ground kommen. Der High Ground ist das Kritischste hier, aber es gibt genug Alternativmöglichkeiten für die Leute. Schwieriges Szenario. Zusätzlich kannst du natürlich das auch hier so machen. Wir haben geländetaugliche Fahrzeuge wie der Scout. Die Idee mit den Officern hier hinstellen ist nicht verkehrt, aber ich würde das mit Geländefahrzeugen machen, dass sie eine Deckung haben und schnell agieren können. Ich verstehe. Ja, das Gelände ist sehr speziell. Das ist korrekt. Und du kannst hier mit Speeren arbeiten. Grundsätzlich haben wir hier einen High Ground gegenüber, wo du halt jemanden hinstellen kannst, der mit einem Fernglas rüberschaut, um zu gucken, ob er die vielleicht sieht, ohne dass wir den Helikopter direkt dafür benutzen. Alternativ wäre es die Möglichkeit hier noch rechts vielleicht oben aufs Dach drauf, weil der ist an der Treppe. Auf jeden Fall musst du sehr viel mit Scouten arbeiten, weil du möchtest ja eigentlich nicht aktiv unsere Officer umbringen. Muss mal hartzell sein. Jetzt bin ich gerade mal selber am Schauen, weil ich bin am Überlegen, ob es hier überhaupt die Möglichkeit gibt, für uns mit einem Fahrzeug hier rüber zu kommen. Tatsächlich ist das nämlich nicht der Fall. Also hier ist es aufs Gelände links? Ne, nicht aufs Gelände, sondern ums Gelände herum mit dem Fahrzeug. Aber hier ist schwierig, auf der anderen Seite glaube ich so halbschwierig, aber ich weiß es nicht genau. Es ist auch halbschwierig. Das ist alles nicht ausprobiert. Ne, das werden wir jetzt auch nicht ausprobieren. Nachher überfahren wir dann noch irgendwas. Wir probieren. Wir probieren. Wir fahren mit Lamesa PD. Die 487. Löst sich aus der 424. Die 424. Überführt zum Mission Roll PD. Normal. Check. Mal vorsichtig hier langfahren. Über Gelände brauche ich das Fahrzeug. Nope. Wir kommen hier tatsächlich nirgendwo rüber. Pieses Gebiet, muss ich zugeben. Das habe ich persönlich nicht bedacht. In dem Fall. Ja, dann sind wir hier im Nachteil. Da müsste man mit anderer Ausrüstung arbeiten. Tatsächlich. Aber SWAT, also grundsätzlich bei so einer Situation würde SWAT primär reingehen. Die Officer würden eher im Außenbereich sein. So doof es ist für die, ähm, für die, äh, Officer. Aber das ist halt, wie spielen wir mit dem Leben? Ja, ist halt sicherer, ne? Also. Ja. Oder wir haben ganz, 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 ganz andere Rüstung als, äh, also Ausrüstung. Ja, nicht, aber grundsätzlich ja. Ja, aber Ausrüstung allgemein. Ja, ja, also wir haben ne andere Waffe. Aber der Rest ist halt, äh, wir kriegen ja bald, Gott sei Dank wieder unsere Rüstung ausrüstung. Wird auch überfällig. Im Moment tragen wir einfach nur ne Kampfhose und ein Kampfpullover. Achso, ihr hattet mal so richtig? Ihr hattet mal richtige Ausrüstung. Ja, ja, wir kriegen die nach neun. Das find ich jetzt ein bisschen geil, sag ich, sowas ist da. Ja. Dann verkackst du nicht. Ja. Glaub mir, ich möchte nicht noch ne Suspandierung. Glaub ich schon. Oder schlimmer. Ja. Nochmal tanken? Ja. 424, 1020, MAPD und hat sich aufgelöst. Check. Vor allem dann auch zum nächsten Gebiet. Hab noch ein Szenario. Jawohl. 424, 1020, MAPD und hat sich wieder aktiv. Check. Eben welche Fragen zu dem Szenario noch? Boah, ähm, vielleicht später noch. Also ich, ich, äh, werde da nochmal jedes Szenario nachher so mal, oder wahrscheinlich nach Feierabend nochmal so ein bisschen, nochmal so den Kopf ein bisschen durchspielen. Ich würde nochmal auf dich zukommen, aber jetzt erstmal für den Anfang. Es ist halt, wie gesagt, ein sehr schwieriges Gewinner. Also das, worauf du dich mental vorbereiten kannst, was deine Fortbildung in der Fortbildung sein wird, sollte es morgen stattfinden. Ähm, ähm, ich werde Szenarien ähnlich stellen an die beiden, die haben den Vorteil der Einsatzleiter-Co-Einsatzleitung und deine Aufgabe ist es nachzubessern, was hätten die besser bedenken müssen, was ist wichtig zu bedenken. Und dann bessere ich dich nochmal nach, wie du nachgemessert hast. Ah, okay. Ob du irgendwas vergisst. Das, was wir jetzt machen, in quasi, ja, okay. Im Prinzip mache ich mit dir jetzt die Sergeant-2-Ausbildung in einer gewissen Hinsicht, wo eigentlich gar keiner existiert. Ähm, wie du als Sergeant-2 Sorge tragen musst, ähm, dass es halt besser läuft bei den anderen. Das war ein sehr beschissener Satz, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Gut, aber auch da lernen ja dann morgen wieder alle, ne? Und selbst ich dann, ja. Weil ich verbessere die, dann sagst du, ja, hättest du so und so machen können oder müssen. Und dann haben die gelernt, ich hab gelernt. Also, ne, also ist ja nur Vorteile, morgen dann, wenn das morgen stattfindet. Oder wann auch immer dann halt. Ja, wenn wir jetzt ja nachmittags sein. Das ist echt nicht erst nicht abends. Muss ich mal schauen. Komm ein bisschen drauf an, wie es, äh, mir geht. Wie gesagt, wird das angeschlagen im Moment. Ja, sonst halt nach deinem Urlaub vielleicht irgendwann oder sowas. Ja, ich schiebe sowas nicht gerne auf. Ja, verstehe ich. Weil ich will das gerne durchhaben, so, weil du lernst daraus, deinen Pflichten als Sergeant-2, äh, schon mal ein bisschen mehr zu lernen. Du kannst auch theoretisch zum Beispiel auch Miller und Otee sagen, dass man vielleicht Sachen anders angehen sollte. Mir ist grundsätzlich aufgefallen, dass Vorgesetzte, äh, ab Sergeant-2-Auswärts gerne sich beschweren, aber nicht versuchen, was zu ändern. Und das versuche ich aktuell ein bisschen auszulöschen. Obstieblich. Weil, mimimi kann jeder, aber eigentlich seid ihr dazu verpflichtet, die Leute zu schulen. Und nicht nur zu sagen, die Leute sind scheiße. Und zu sagen, hey, pass mal auf, deine 1026 war jetzt nicht so geil. Guck mal, dass du das, das und darauf achtest. Also konstruktive Kritik gibst du nicht einfach nur, war scheiße, weil das kommt wohl auch in der Zeit wieder öfters vor. Ja, war scheiße ist halt null, also das kannst du einfach sein lassen, weil das hilft halt keinem. Korrekt. Also kannst du ja sagen, aber musst halt, also würde ich sowieso nicht machen, ja, war kacke. Aber wenn, dann musst du halt direkt auch was dahinter hauen an Lösungsmöglichen. Korrekt. Obwohl ich so oder so diesen Weg mit war scheiße, nie wählen würde, weil das auch eher unprofessionell ist, meiner Meinung nach. Naja, ich sag mal so, das Auftreten macht viel aus und das mit scheiße ist, muss ich nicht direkt gesagt. Aber manchmal kann ein Supervisorgespräch oder ein Traininggespräch nicht so auf dich wecken, als würdest du sagen, es ist scheiße. Aber letzten Endes vermietest du es als scheiße, weil wenn du dich da nachschulzt. Und das kommt wohl momentan öfters vor. Auch bei uns in Lamesa ist das wohl vorgekommen und das finde ich nicht okay. Und das bedeutet, ich werde hier eine stärkere Kontrollinstanz bilden. Spätestens nach meinem Urlaub, weil das finde ich nicht okay. Ja, verstehe ich. Wir fahren heute, weil ich den ganz besonderen Ort habe. Wir wissen ja, wir wissen, was in unserem Sektor hier abgeht, ne? Bro. Ist leider auch alles sehr vernachlässigt im Moment. Hier oben weißt du, dass es das News-Gebäude ist, ne? Ja, das weiß ich. Du weißt auch, was dort passiert ist? Ne, das tatsächlich nicht. Zur Zeit von Operation Black? Ja, Operation Black. Ich habe nur mitbekommen, dass es das gab. Also, dass da was abging, aber spezielle, so ganz detaillierte Sachen. Also, ich habe eine Grobfassung bekommen, aber was so ganz detailliert irgendwo abging, das weiß ich jetzt nicht. Okay, grundsätzlich ist hier die Sache, dort waren die Server drin von uns, welche in die Luft gejagt wurden. Und Mr. Weiß wurde dort als Geisel gehalten. Eine Situation, wo es zu einer massiven Schießerei kam und zu sehr vielen Verletzten und Toten. Was ist da passiert? Also, wir sind auch gleich schon bei unserem Ort. Also, wir werden nicht vergessen. Wer sitzt in der U-11 drin? In der U-11 sitzen... Dieks, McKinney und Logen. Einmal erkundigen, warum halt die mit deiner Anmarktstreife unterwegs sind. Ja, da sind zwei Streifen drin. Die Federer 0S und die Anmarktstreife. Welche Leende? Okay. Steht da irgendwas speziell mit Einsatz oder so? Supervisor. Ja, ich würde halt trotzdem gerne wissen, warum die mit deiner Anmarkt fahren. Soll ich... Die soll ich nachfragen? Ja, dass du in der Anordnung von mir nachfragst, warum die mit deiner Supervisorsteife fahren. Ja, mit der schwarzen Anmarkt. Also, direkt McKinney an, hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. Ja, natürlich McKinney. Checktrennung 415 für die Leitfelle, komm. Hörst du, Dekam? Könntest du nicht dem annehmen, komm. Hi. Sendra, wo ist der Auftrag, komm. Ich hab... Ich soll im Auftrag einmal ganz kurz, ähm... Denkel, dort soll bis zu dem Gegelwert, komm. Ah, Matthias, für gestern. Erstes Mal heute. Mit der ersten Mal. Alright, stay safe. Ähm, die wollen eine To-the-Turf planen. Und mit der Anmarktstreife einmal schon mal ein bisschen... Ich sag jetzt mal spotten, dass die halt nicht direkt auffallen. Was sie eventuell sogar... Ja, was hat einen Grund. Ja, ist keine Streifenfahrt mit Anmarkt. Sorry, ich hatte gerade auch einen kleinen Funkausfall. Äh, ja, alles gut. Ich hab jetzt laut geschrien. Schein, direkt wie mein Letziger. Natürlich nicht. Oh, der Turf. So, so. Warum auch immer man da irgendwas plant und nicht einfach reinfällt. Aber okay. Wir machen uns alles auch immer gerne komplizierter, als es sein muss. Leitstelle für 415, kommen. Hört, sie kommen. Gibt es eine Täterbeschreibung von den Personen, die hier mutmaßlich drogenziehen soll, kommen. Leitstelle gibt die Frage weiter am 204. Gibt es eine Täterbeschreibung von den Personen, die hier mutmaßlich drogen solltet werden 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 solltet werden. Feierabend aber anpeilen und frech. Feierabend machen. Wird auch nicht so lange. Ach, alles gut. Ich wollte nur sagen danach, wenn es jetzt halt noch ein bisschen dauert. Das wird auch noch dauern. Hörer die begeistert. Na? Nein, nein, alles gut. Ich hab gerade gekauft, was ich auf den Handy geschafft. Natürlich, dann ist das halt so. Alles gut. Achso. Check. Ja, ich hab nur gelernt. Das hab ich sehr schnell in der Rekrutenzeit schon gemerkt. Rechtzeitig anzukündigen, dass man einen Feierabend will. Ja, das mach ich eigentlich einfach direkt. Bei mir funktioniert das so. Außer bei Commissioner, da muss ich... Ja. Das ist ein paar Mal Sachen. Ja. Du steckst mich aber jetzt nicht an hier, ne? Bist du ganz am Husten. Ich hab keinen Bock drauf. Ne, ne, also es ist einfach nur... Einfach nur, ja. Einfach nur, ähm... Also, bisschen Allergie. Ne, ja, nicht Allergie. Einfach nur Husten. Ich hab mir nicht kann, aber... Ich hab mir nicht kann, aber... Sie ist vor Ort und kann Ihnen wahrscheinlich weitere Info geben. Bruno Fjall. Ja, das ist ein Telefon. Ich hab generell hier die ganzen, teilweise Bäume, die hier in der Stadt und so rumstehen oder sowas, je nachdem, was da dran wächst, da bin ich ein bisschen Allergisch gegen. Hm, verstehe. Aber... Das ist mittlerweile zum Glück nur noch ein bisschen Husten. Das war die Jahre schon mal schlimmer. Hm. Das ist zum Glück vorbei. Jetzt muss ich mich grad selber einmal orientieren, wo wir sind. Was hast du denn auf? Das ist nicht, ja. Auch hier nochmal zur Erinnerung. Bitte nicht drauf warten, dass Sie irgendwelche neuen Office 1 auf euch zukommen, sondern aktiv auch auf die zugehenden Zwecks, äh... Ja, wie nennen wir das? Zurechtrückung, dass die weitergeschickt werden können. Weil anscheinend schaffen die Leute das nicht selbstständig, auf euch zuzukommen. Naja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, dementsprechend aktiv drum kümmern und die Liste halt auch abarbeiten, damit die Leute sich hat hier nicht bei uns staunen. Rein wohl in letzter Zeit sehr schlurig gelaufen zu sein und das ist nicht so okay. Ihr habt ja letztens auch Aufgaben, die ihr auch erledigen sollt. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ja, aber hier die Ermahnung an die Officer 3 und Officer 2. Also bezüglich, ähm, Finn schon mal kurze Frage, bezüglich, weil wir ja nicht fahren dürfen und die L und so, gilt das auch für Supervisor Angelegenheiten, wenn ich jetzt jemanden brauche, der bei mir beisteht? Wenn keiner dafür zur Verfügung steht, äh, ist das okay. Okay, aber wenn, dann nehme ich wen anders. Im besten Fall eben wen anders, außer, das sollte morgen von mir revidiert werden. Dann ist es ja eben. Ja, okay, 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 deswegen frage ich ja. Weil wenn ich zum Beispiel sehe, es sind zwei Leute da, aber Finch ist gerade greifbar, dann würde ich den halt nehmen, aber wenn du sagst, ey, versuch wen anders, dann, oh Gott, dann mach ich. Dann jetzt erstmal wen anders. Ja, ja, okay, alles klar. Alright, folgendes Szenario, dort ganz hinten am Ende ist ein Boot, welches tendenziell mit einer terroristischen Straftat in Verbindung steht und da steht auch ein Lieferwagen. Du weißt nicht, was hier Phase ist, du weißt nicht, ob hier Personen sind, du weißt nicht, ob hier irgendwo irgendwas ist. Dementsprechend viel Spaß bei Planung. Alle Einsatzmittel verfügbar. Ja, ganz hinten durch. Alright. Das ist ein reelles Szenario, dass es so passiert. Hm, schön. Das klingt ja aufregend. Wenn ich mich da hinten hinfahren sollte, sag ich dir auch ganz genau, wo das Boot und der Lieferwagen steht. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall hinfahren. Ich gucke nur gerade schon mal einmal Gruppe auf meiner Karte hier, auf dem Tablet. Mhm. Hm. Also, wirklich krass viele Möglichkeiten habe ich halt eigentlich jetzt gerade. Also, ich habe schon welche, ja. So. Okay, lass mal rumfahren. Also, auch hier noch zusätzlich vor zwei Tagen gab es Kampfkämpfe in der Luft. Luftkämpfe zwischen der State Police und den Terroristen. Zwei Tagen? Nein, das ist in dem Szenario. Achso. Okay, ich verstehe. Okay, ganz hinten durch. hier rechts oder moment genau einmal hier rechts von hier steht der lieferwagen und direkt parallel im wasser das boot ja du sollst dich da runter fahren jetzt war also wirklich 402 402 402 somit fährt md ankommen ich hab ja auch kein zeitverkrank und dann wieder gemerkt dass ja ich will nur einmal links einmal herumfahren den szenario bin ich etwas netter es ist kompliziert ja obwohl okay 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 das ja okay weil eigentlich wollte ich gerade sagen ich habe eigentlich schon mein plan ja okay dann ja okay das wird interessant ja ich bin gespannt noch einmal gucken was die genauer das ist also auch von 0 12 20 md all right zurück muss ich kurz einmal noch auf die karte gucken und dann so meine hübsche karte ein tablet also ich war mir die frage dass er aus der dienst gegangen ist hey das hat benutzen wir bei terroristischen anschlägen nicht also ich würde gefallen tun hier ein bisschen weg war irgendwie gas ja ich werde jetzt eh losgefahren also first of all hätte ich erstmal hier sind ja oder hier führen ja die ganzen zufahrtsstraßen zusammen und beginnen und enden ja gleichzeitig genauso wie da hinten ich würde erstmal hier quasi die komplette weil wir reden ja hier von terroristischen straftaten hier ist irgendwie ne deswegen hole ich mir halt logischerweise ein paar mehr einheiten hin hier alles dicht machen dass hier keiner mehr von der brücke aus hier runter fahren kann und auch hier von der straße würde da muss ich kurz gucken fahren das habe ich gar nicht gesehen wenn man nämlich auch durch kann ja perfekt nun ja perfekt wird dann ja komplett durch einmal auch hier bis zu den lagerhallen also wirklich hier hinten sondern da vorne bei der brücke also quasi hier auch noch einzig wo wir gerade fahren hier sag ich mal auch noch hin dass wir alles abgesperrt haben genauso wie die zufahrtsstraße da hinten das ja auch noch eine da kann ich dir kurz zeigen dass du das gesehen hast ich rede jetzt nur von den sperren hier aber da würde ich das vorverlegen nämlich bis hier gleich weil hier ist ja eine irrelevant also quasi ja hier hier reicht schon also hier quasi auch noch dicht machen dass wenn hier hinter uns einer kommt hier nicht auch zumindest aufs hauptgelände kann sag ich jetzt einfach mal so dann genau wie das wort damit fange ich an am besten du hast ja von luftkämpfen gesprochen die zuvor passiert sind ich würde zum einen natürlich wieder das wort hier auf dem dach ab sein dass wir halt blick haben auf das boot auf den lieferwagen würde aber da wir luftkämpfe hatten auf jeden fall die armee informieren das wäre wie so also ja finde ich schwierig da sollte auf jeden fall die armee sich mit einschalten die sagt nein okay gut dann ja dann wieder die das ganze chip oder videos eben gelernt hast auf jeden fall quasi wieder an der art in der form aber auch hier jetzt rechts von uns dieses riesengebäude oben ähm mehrere ich sag jetzt mal auch hier wieder also sagen wir vier sort operator absetzen die dann von der wo ist hier genau rechts von uns hier oben an der ecke quasi ähm da wir davon dass wir von hier oder kann man das nicht schon ne die sehen das gar nicht schert oder na obwohl doch könnte klappen auf jeden fall zwei mpu einheiten ähm die einmal jeweils ähm also südwestlich und südöstlich hier im hafengebiet rumfahren das boot im blick haben ähm auch da mehrere officer auch höherrangig gerade drauf sind die äh eine potenzielle langwaffe vielleicht mit sich führen können egal ob schrotflinte oder sowas ähm falls sie wirklich flüchten sollten wir zwei abfangboote haben die mit der asu zusammen oder dem gunship schon im zweifel auch auf offenem meer wenn da eh keiner ist das feuer darauf eröffnen können ähm um schon gefahr abzuwehren äh jetzt hattest du gesagt die armee sagt nein ist hier jetzt auch ein aktives luftgefecht ich sag das sogar nix achso gut ich find's da raus ja gut okay dann funkspruch so mitkommen genau hier da vorne wo wir abgesperrt haben wieder die bierketten mit den restlichen SWAT Operatorn ähm also sind halt aufgeteilt auf dem dach äh in dem gunship jeweils zwei und der rest also vier auf dem dach zwei im gunship der rest hier vorne dass wir halt ein vierer ein zweier und wieder ein viererteam haben ähm das zweierteam halt im gunship das viererteam auf dem dach und halt hier vorne find ich sehr also find ich am sinnigsten äh genau und dann ja ja äh achso ähm ist in dem lieferwagen irgendwas drin oder sind das wirklich nur diese Personen mit Waffe wieder wieder tja das ist die Frage aller Fragen ne okay ich würde zur Sicherheit auch das FD ich ich hasse dieses mit ich würde ne das geht mir so auf den Sack ähm komm ein bisschen spät jetzt irgendwie ähm ja ist egal ich äh ich äh jetzt hab ich schon wieder gesagt ich hol mir das FD zumindest Standby dazu dass die ja das IOD Team bereit machen sollten wir hier vielleicht noch irgendwas ganz anderes finden und wenn wir irgendwelche derartigen Waffen und Luftkämpfe gehe ich schon davon aus dass wir irgendwo auch Bomben finden werden ähm und da schon alles vorbereitet ist alles informiert ist dass wir hier im Zweifel sofort eine Entschärfung einleiten können äh genau boah es ist ähm 4 3 0 S ja genau und dann halt mit dem SWAT langsam vorrücken zu dem Van mhm der Helikopter spottet vorher natürlich ob hier irgendwelche Personen außerhalb vom Van sind also irgendwo hier auf dem Gelände ähm ähm relativ zeitnah kurz bevor wir am Van sind da drüben äh anhalten aussteigen rolling cover Richtung Van mit gleichzeitiger Deckung vom Dach vom SWAT ähm Richtung Van und Richtung Boot und dann halt dort wenn dort die Personen jetzt sind äh halt der Zugriff ja das ist jetzt ich überlege noch aber das ist ja 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 pfff okay dann lass mal wechseln dann äh wechseln sehen wir mal die Toten mhm mhm also boah wo fangen wir an also wo fangen wir an also grundsätzlich luftgefährdete schwieriges Thema zwei Helikopter in der Luft ne fangen wir damit schon an zwei Helikopter im besten Fall jedes bildet auch ein Gunship womit es sein SWAT-OFREITER bei der MP5 dran sitzt mhm hier kreisen fangen wir erstmal mit den simplen Sachen an soo du hattest vorhin gesagt du würdest hier Leute hinstellen ne damit da niemand umkommt mit mit Wagen genau cool ja 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 sehe tote Menschen ja mhm oh man ey ich sehe tote Menschen gut aber schon mal Fehler Nummer eins mhm gut gehen wir zum nächsten Fehler farmen wir zum nächsten Fehler ähm kann es sein dass du Kollegen in der State warte ja so halb so 30 minuten dann bin ich im feierabend wenn ich dich nicht umbringt ja 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 mach ich aber ich kann man rüber und finde ich wahrscheinlich dort ist hier einheitwinsch stellen wollen warum schickst du denn eine schon direkt ins kampfgebiet rein wenn du gar nicht weiß wo die tangos sind das ist ja schon mittendrin wo dächer sind wo alle ich habe ab und zu diesem gebäude gedacht kannst du nicht machen also muss tatsächlich ein bisschen aufstoßen zwischen stupe wirk ja leid ich auch zwischendurch also grundsätzlich ist es hier super schwierig das ab zu ab zu abzustecken also im prinzip er ist hier sinnvoll eine absperrung zu machen ein bisschen schwierig für die kollegen dort vorne aber die müssen halt ein bisschen umsicht schauen ich meine mir mehrere einheiten also auch jede absperrung hier muss immer zwei einheiten tatsächlich haben wenn es möglich ist und wenn möglich vorgesetzte mit schrotflinte mindestens weil wir wissen ja nicht was vor der bewaffnung vielleicht noch haben das ist so der anfang jetzt nur so zwei einheiten finde ich das ganz nette idee kann man machen wenn es umsetzbar ist sollte umsetzbar sein aber mit ist es eine sollte rum fahren gesagt plus die zwei helikopter die hier schweben die sache ist wir haben noch einen hock one falls du sie noch nicht kennst das ist ein swot helikopter ich habe ihn mal von gehört müssten wir auch zusätzlich noch einsetzen für combat landing weil dieser ist mehr dazu geeignet als die regulären für die helikopter das heißt wir haben zwei normale helikopter die herumfliegen absichern das ideale szenario jetzt nur hier die drei operator hat die direkt ins geschehen rein geflogen werden das bedeutet man muss versuchen in großer höhe eine überprüfung des gebietes durchzuführen zum beispiel auf das große dach was hat nicht die verkehrteste idee ist zu nutzen wenn dort oben als freies combat landing direkt hinlegen und wegfliegen wieder wenn natürlich da eine kampf situation ist hast du bei der hock one im vorteil die operator kann daraus schießen weil die anderen beiden helikopter dann den luftraum mehr überwachen falls der andere unbekannte helikopter ist weil es ist ja unbekannt den szenario gewesen ob dieser abgeschossen wurde damals war dabei so nicht abgeschossen wieder muss sein zu machen hier super wichtig ist korrekt jetzt komme ich zur nächsten schwierigkeit du hast ja gesagt die bierkett die soll hier so dass ich nach vorne arbeiten zu der transporter dort hinten korrekt ja was sind hier mit den lagerhallen rechts ein bock drauf dieser lagerhallen operation black drin fun fact am rande perfekt perfekt darfst du nicht vergessen das ganze dieses ganze gebiet ist absolut für den arsch du musst halt schauen dass du mit einer sportgruppe mit der einheit und wir haben die einheit masse gar nicht um das wirklich durchführen zu können und das war das problem damals auch du musst schauen ob die tore hier abgeschlossen sind oder ob da irgendwie geräusche rauskommen naja ich verstehe als fd hast du nachgaben bedacht das fd würde ich aber nicht hier reinschicken das ist so gefährlich die sind nicht geschult grundsätzlich da warte ich mir auf rückmeldung der army in dem fall soll es ja fünf leute in unserer behörde geben die eine ausbildung bekommen und hier wäre der fall wo unsere eigene person benutzt wird und nicht das fd und kontrolliert wird was ich aber sagen kann wenn es jemand versucht er ist tot hier stand der transporter der wurde in die luft gejagt da war eine bombe drin genauso wie in dem schiff oder was das schiff das schiff war eine bombe drin und der transporter wird von uns hochgesprengt als primitiv maßnahme also hier war volle explosion und ich kann jetzt sagen was auch war und hat niemand auf uns nämlich geachtet miller und ich wir waren die beiden operator die auf dieser seite waren sich hier vorgearbeitet haben irgendwo hier ein bisschen weiter vorne aber geräusche gehört und plötzlich ist alles explodiert man genau das haben wir uns auch gedacht ja dieses szenario dafür gibt es keine ideale einsatzleitung wichtig ist hier in dem fall du brauchst hier mehr als 1 1 1 kurs leitung 23 co einsatzleitung das wollte ich dir halt nur zeigen das szenario hier dass es auch einfach einsätze gibt da gibt es keine perfekte einsatzleitung und es wird hier so oder sowas schief gehen in dem einsatz dessen muss man sich bewusst sein man kann auch hier nur agieren und nur reagieren ja und naja ja das ist ich dachte das eben wäre schon tricky am werk ist es auch ich sag dir ehrlich ich fand das hier gerade aufgrund ein paar andere gegebenheiten bisschen schwieriger sogar noch sag ich dir so wie es ist also vielleicht nicht schwieriger aber zumindest gleich auf hätte ich nicht gedacht ich dachte ja hier so ein kleines hafengebiet und so das ist das schwerste szenario da hast du schon recht habe ich aber auch extra so als letztes erst mal genommen und da gibt es noch viele andere sachen und wir werden noch andere sachen durchsprechen ich werde das mit dir jetzt immer so ausführlich machen weil ich möchte persönlich dass du auf den stand von gotier kommst und gotier ist nicht ansatzweise perfekt oder ansatzweise da wo ich ihn gerne haben würde er denkt über vieles nach er macht vieles gut aber es geht noch einen tag besser weil er hat leider auch dieses problem wie du dass er immer zu sehr auch sachen zerdenkt und zu lange plant viele sachen für viele alltägliche einsätze wie in den turbs und so weiter brauchen wir keine planung in irgendein department und wir können einfach mit schwingerschnipsen hinfahren das ist wie letztens wo wir dir die einsatzleitung gegeben haben wo wir schon durch die 1060 in der wagerhausgasse gelandet sind da hast du leider viel zu spät bei manchen sachen reagiert und viel zu kompliziert schon wieder gedacht weshalb ich ja gesagt habe einfach nur südwest südost und nordwest perimeter in eine einheit entschicken ende wenn es für dich okay ist wenn wir noch eine sache besprechen können wir machen weil das ist etwas wo du dich im sport darauf vorbereiten muss ich habe eben gesagt so ungefähr eine halbe stunde wäre es erst zehn minuten her muss auch gleich kurz noch jemand zurückschreiben das und ich muss auch gleich langsam aus der dienst war ich noch auch etwas cooleres vor allem also bitte verstehe ich nicht falsch nein 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 alles gut ist hier wie gesagt ich habe auch noch ein video call der wo habe ich bock drauf ja alles gibt es aber schon verstanden guck mal wie es morgen aussieht ich plane es mal auf jeden fall fest ein wo du dann einfach die andere seite bist die ich jetzt hier gerade bin die leuchtung ist tatsächlich nicht also richtig ist laus dann ja weil das ist das ist ja auch rausgezogen werden weil ich habe sehen und die leuchtung im auto glaube ich müsste eine fury sein fast jetzt 60 gesicht aber wir schon wieder verloren wie schockierend ja zehn minuten hsu erlaubnis aber nicht die krokett das andere macht das auto nicht kaputt ich habe keine punkt ist in dem fall was eine anweisung war ohne sollte er ist nicht besser aber gut ich muss einmal ganz kurz schauen wo es war sofern die möglichkeit besteht immer wieder mal stündlich oder halbestündlich eine streife zum md führen um zu gucken ob alles in ordnung ist kommt ich merke schon die begeisterung seid richtig gegeben von mir ja ich muss nicht von dir von den dinge ins funk ist du keine begeisterung mehr hast du es schon okay dein kopf qualmt wahrscheinlich ich kann dir aber auch sagen warum warum weil das hier halt wie du ja schon deklariert hast du als fortbildung hier können wir uns gerade voll und ganz einfach nur darauf konzentrieren wie was ich wollte dich gar nicht anrufen es war keine funktisziplin es war eine anweisung von mir das machen wir auch nicht mehr das machen wir nicht mehr im funkt was kommt wieder jemand um die ecke denn das schneeflock ist und sagt das fand ich nicht so cool so vorgeführt zu werden bei dem machen wir das nicht mehr kommt gleich das telefon mit der funktisziplin ja was soll das wollte der private gespräche führen oder nein der sollte einfach das auto nicht schon wieder kaputt fahren das sagst du mir das sagst du mir nein aber ich bin immer aus dem bist du auch nicht besser manchmal ist auch ewige funksprüche dann musst du mich darauf hinweisen ich weise dich jetzt auch hin dass der funkspruch nicht gut war war ja auch nicht aber es ist manchmal muss man ein bisschen lockerer sein aber arbeite dran bitte ja ich glaube ich habe ein funkloch wollte sie mit anderen anrufen ich muss gerade schauen wo es war ja genau es spannend dass man so einfach auf das gelände hier kommt interessant anzarella ein bisschen schneller du hast ein video call muss mich einmal kurz umschauen wo das nummer genau hier war 247 für leitstelle kommen aber in fortlein übernehmen kommen übernehmen in fortlein kommen leitstelle ende ok warte mal ich muss eben eine nachricht zurück schreiben mach mal 415 1030 westlich von little italy check 415 jetzt kriegst du von mir als wort szenario verstehe und danach erzähle ich dir was hier passiert ist ok gut du hast hier fünf operator die hier hoch gehen hier sind zwei active shooter auf dem dach auf zwei ja hier auf diesem dach zwei stück bewaffnet mit einer ak 74 maschinengewehr modifiziert und einer von den vorn an der ecke und kann in diese richtung feiern und dort hinten ist noch einer das sage ich dir wenn es soweit ist ein ziel ist es ein sport es ziel ein team muss diese beiden ausschalten und das war uns hat auf dem weg oder das wort ist auf dem weg hoch ja gut ich ok ich verstehe 517s 1020 chicken fabrik verkehrsabsicherung check 517s also ich habe einen plan ich überlege hat nur gerade wie man hier am besten ich werde anrufen mr deaks ja ich habe kurz zeit alles gut ja erst mal den smiley falsch kopf machen check 415 winterswäsche in dem sandyshow office oder wie oder du wirst es gleich die cf fahren prinzessan ja ja ich verstehe ich muss aufhören wenn es sich in apollo oder spezi schluss 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 Ja, ein Highspot-Unit ist halt nicht sinnvoll. Chili-Cheese-Nuggets-Sucht habe ich ja leider auch. Oh mein Gott, ich habe schon wieder Chili-Cheese-Nuggets im Küffel. Ich bin so dumm, ne? Keinen dummen Menschen wie mich, wirklich. Hol mal Paulana Spezi, wirklich. Paulana Spezi, Chat. No, keine Werbung und so. Also wie willst du Info-Hot-Line machen, wenn du eine Highspot-Sitze sitzt und mit 100... Ihr habt mir bei meinem Vertraut, also holt euch auch Paulana Spezi. Holt sie euch. Jetzt. Holt sie euch. Ihr braucht die Paulana Spezi. Warns, hör auf zu telefonieren. Ich habe besseres zu tun, als die ganze Zeit hier auf dich zu warten. Was die halt auch als Führung dazu sagen. Also Messer, in dem wird auch ganz gut aussehen, ne? Also prinzipiell annehmen, klar. Aber du kannst es ja auch nicht mal eben schnell weitergeben, wenn du in der Highspot-Unit sitzt. Ich jetzt prinzipiell, wenn ich in der Highspot-Unit sitze, abgenennt. Mit der Begründung Highspot. 56. Leitstelle hört. 556. Einteilbereit. Mal die du in die Karte. Ja, checkst du mit. 527S. Komm. Ich finde aber, ähm, dass der Lassenkollasche besser. Gigi, also ich finde es besser, tatsächlich. Ja, ja. Ich sage euch, wie es ist, wenn ich eine Kooperationsanfrage von Paulana Spezi würde ich ja sagen. Ja, ich verstehe. Da würde ich ja sagen. Ich nehme es erst, wenn du die schlimmen Sachen... Er ist ja auch von Namesa. Ich nehme das trotzdem mal. Okay, genau, andersrum. Ich meine, das Dose ist auch cool, aber ich finde sowas flaschen ein bisschen geiler. Ich muss aber auch sagen, ähm, bei Dosen habe ich leider immer so ein Bild vor Augen. Ich habe mal, äh, mir hat mal jemand erzählt, dass man ja Dosen, die drüber beispielsweise sauber machen sollte. Weil da will Ratten drüber laufen gerne. Ja, davon aber auch nicht im Dienst auf einen rauslassen, weil dann muss man nämlich über ganz andere Sachen nachdenken. Aber ich muss sagen, äh, Coca-Cola, 1 Liter Flasche. Ja, nee, ich nehme das mal mit. No joke, Chat. Ich danke dir für den Namen. Mega, mega geil. I love it. Bis dann, stay safe, ciao. Das war dumm. Also, das ist sehr interessant. Ähm, es gab Winters Wäsche, die, äh, zum Sandyshow Office sollten. Und, ähm, Evans hatte wohl wen angefunkt. Ähm, was ist das? Leitständer? Genau, der hat als Leitständer eine Streife angefunkt. Wir haben sie in den vorherigen Funk. Wo die mir damals gesagt hat, dass die Dose, wo sie eigentlich das Ratten darauf umlaufen können. Dass diese Funksprüche mit, ja, haben sie das so mit, nicht mehr so gewollt sind. Und er hat ihn halt angerufen, ähm, dass er das vielleicht, dass er das halt so nicht funkt. Ich weiß noch, worauf ich die Dix hinaus will. Dass die Leitstelle direkt eine Anweisung gibt. Ja, beispielsweise Ferienzläs, Einsatzmeldung für sie. Fahren sie das Handy, Showoffice an, zwecks Winters Wäsche. Dass wir diesen Funkspruch gar nicht mehr haben. So soll das auch sein. Genau, Mr. Evans war nicht so wirklich erfreut darüber. Ähm, die Dix hat ihnen das erklärt. Und er sagte, ja, die Funksprüche könnten ja kürzer sein. Also Mr. Evans, er sagte das, wenn man zuhören würde. Ähm, prinzipiell ist aber das, was Mr. Dix sagt, aber eigentlich richtig. Ja, Moment. Haben sie das zum... Ja, Moment. Äh. So, es geht jetzt so weit... Ja, warte, ich ruf mal den Mr. Dix an. Mr. Dix, Sie waren heute Abend als Sergeant Trading unterwegs, korrekt? Das ist schon... War ich als Sergeant Training unterwegs, McKinney? Ja, oder? Dann sagen sie einfach ja. Dann fragen sie sich so, dass ich dann nämlich ein bisschen wundere. Ähm, nein. Worauf ich hinaus möchte ist, mir wurde gerade mitgeteilt, dass Mr. Evans Ihnen Widerworte gegeben hat. Kann man so sagen, ja. Und sie haben ihn darauf hingewiesen, dass seine Leitstelle anweisen soll und nicht fragen soll, ob jemand was tut. Korrekt. Ich habe ihm gesagt, es sollen nicht funken, weil sie mein Thema bis aus dem Scheibenwagen rausnehmen. Ähm, viel Spaß, McKinney. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht dieses, haben sie den Funkspruch so mit dem weitergeben soll, weil es einfach Zeit kostet, wenn eine Streife das nicht mitbekommt. Es ist unnötiger Traffic, korrekt. Genau, da drauf hat er, dann hat er sich, ich würde sagen, verteidigt einerseits. Hat er gesagt, ja, wenn eine Streife das ja allerdings mitbekommt, weil es ja mitbekommen soll, dann verkürzt es die Ding und so weiter und so fort. Aber ich habe halt nicht weiter diskutiert, weil ich nicht muss, ob es jetzt schlau ist oder nicht. Naja, grundsätzlich sind sie halt gerade der Sergeant-Training, sind ja mit Commander McKinney unterwegs und wenn sie sagen, das soll nicht so gemacht werden, hat Mr. Evans hier nicht zu diskutieren. Mr. Evans ist Officer 1 und sollte auch dementsprechend die Anweisung Folge leisten und nicht da weitermachen, wo er vor einigen Monaten aufgehört hat. Also sie sind absolut im Recht, Mr. Deeks, und sie können auch dann dementsprechend schon in diesen Diskurs eingehen als Sergeant-Training oder zukünftiger Sergeant. Und sollte es dann da Probleme geben, melden sie sich bei einem meiner Vorgesetzten aus La Mesa und dann kommen die dazu und dann unterhalten wir uns nochmal etwas genauer darüber. Sie haben das alles richtig gemacht. Ja, bei Mr. Evans ist gerne mal ein kleiner Problemkandidat in der Hinsicht. Laura, Loretta, vielen Dank für deinen... Wait, danke schön, jetzt für deine Zuschauer. Danke schön. Mmh, die Situation. Genau, also ich vermute, ich wollte damals ein Gespräch mit ihm führen und dieses Gespräch ist aber während die Dame Rosegarden verstorben ist, nicht zustande gekommen, weil es nicht gut ging, auch okay gewesen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ein Hass gegen mich hat und das ist mir auch relativ scheißegal, weil er hat das Gespräch nie mit mir danach gesucht. Ja, verstehe. Nee, ähm, wie gesagt, sie sind da, äh, sie haben da meine Rückendeckung. Das wollte ich Ihnen eigentlich im Tenor gerade sagen. Also, ich glaube, ich werde irgendwann echt nicht so viel Anerkennung, ich kann das gar nicht glauben. Ja, ich hoffe, sie kriegen keine Nase. Ja, boah, warum machen, warum müssen sie das so unangenehm machen? So wie, oh, Funkloch, Dix. Oh, Funkloch, tschüss. Ich bin Dix, ciao. Oh mein Gott. Ich höre auf, Dix zu loben, heilige Scheiße. Nee, äh, er ist im Recht im Tenor, ich wollte, ich, also ich wollte dich jetzt nicht übergehen, aber ich wollte es von ihm nochmal selber hören. Ähm, dahingehend, Evans ist ein Problem, Fall, dass es öfters vorkommt. Sollte ich vergessen, dass gut hier, und Miller hat zusammen gesagt, du wusstest dem bitte, dass das Probleme sind. Ähm, das Ding, es geht ja noch weiter. Er hat mir erzählt, er hat weiter diskutiert die ganze Zeit. Und dann hat Dix aufgehört. Ja, noch was. Oh nein. Das genau, zum einen das, Dix hat die Highsmith unit besetzt, und Evans, äh, hat ihn die Info-Hotline reingedrückt, was ich komplett schwachsinnig finde, wenn du die Highspeed-Unit besetzt. Wie willst du denn da die Info-Hotline machen? Und Dix hat, äh, jemanden gab, der sich direkt angeboten hat, und hat es halt übernommen, aber, ey, sag ich dir ganz ehrlich, das würde ich im Funk prinzipiell, wenn ich HSU fahre, gerade ablehnen, weil ich kann mit 100 MPH keine Info-Hotline machen. Sorry, das geht nicht. Das wäre für mich so ein Grund, wo ich das im Funk sogar ablehnen würde. Die sollen das ja nicht machen, aber ich kann mir auch da keine neue Info-Hotline suchen, wenn ich gerade, wie gesagt, mit 100 MPH fahre. Da kann ich nur negativ funken, weil ich sonst, äh, meine Kollegen und die Mitmenschen auf der Straße gefährde, wenn ich kurz versuche, jemanden anzurufen. Allein mein Handy zu zücken, ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, das ist korrekt. Spannend. Ist ja, ja. Also, wenn Elvins so weit machen wir heute, so sehe ich ihn wieder auf einer ganz speziellen Reise. Aber Elvins sollte nicht das Thema hier sein, weil hier oben haben wir gerade was anderes. Ist auch sehr qualitätlos hier oben, das zu besprechen. Also, ja, das stimmt. Also, äh, SWAT will hier hoch. Wir haben da vorne ja schon einen auf der Ecke. Genau, fünf Operator. Genau, fünf Operator. Ähm, ein Operator gibt, ich muss halt gucken, ob das überhaupt möglich ist von der, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, Sperrfeuer auf die Ecke, sodass der gar nicht, also natürlich nicht komplett halt in taktischen, ähm, Einzelschuss salven, damit man halt nicht innerhalb von fünf Sekunden seine Magazinen erschießt, sondern halt schon ein bisschen braucht, dass immer nach und nach ein SWAT-Operator hoch kann. Eventuell klappt es in einem Rutsch, vielleicht sogar zweimal. Sprich, zwei gehen beispielsweise hoch. So, blieben wir das einfach mal so zu Ende. Dann sind alle oben, außer der letzte SWAT-Operator. Dann gibt einer von hier oben, also halt hier die Absicherung, das ist ja klar, wieder Sperrfeuer, der letzte kommt hoch, dann sind alle auf dem Dach. Bei, gehen hier oben rauf, auf das nächste Dach, sichern sich da wieder dementsprechend ab, ähm, beziehungsweise, warte, kommt man hier durch? Nö, okay. Ähm, dementsprechend hier wieder aufs nächste Dach, ähm, und rücken zusammen in diese Richtung vor, dass wir automatisch einen High-Ground haben. Der eine, wie gesagt, ich sage jetzt einfach Absicherung, weil ich mal davon aus, das wird sich hier selbstständig von alleine dementsprechend absichern. Ähm, weiter vorrücken, versuchen ihn auszuschalten, wir gehen das Spiel durch, es wird ausgeschaltet, also er wird ausgeschaltet, ähm, dass sie parallel voneinander laufen. Immer hier, das hier noch logischerweise nutzen, wie gesagt, ich nehme das jetzt bewusst nicht mit rein, bis zu der Ecke, und wir gehen jetzt davon aus, sie haben ihn ausgeschaltet. Dann, ähm, ähnliches Prinzip, ähm, wie man es halt generell lernt, und ich denke mal, das ist ja auch nochmal eine separate SWAT-Ausbildung. Hier sind die schon? Ja, komm, fuck off. Echt? Ja, okay. Na, Moment, also, sind die hier oder noch weiter da drüben? Weiß ich wahrscheinlich gerade nicht, oder? Okay, dann, ähm, egal, dann gehen die, die auf dem Dach hier oben sind. Soll ich es für dich einfach mal auflösen, wie es wirklich war? Ich meine, ich finde deine Idee schön, aber... Ah, schlecken. Ich erzähl dir, wie es war. Alright. Ich war die Erste, der hier oben war. Und bin, äh, sofort hier hingegangen in Deckung. Zu dem Zeitpunkt war davon nur noch keiner ersichtlich. Aber es ist dann auch wüsste, dass man hier in die Deckung geht. Ja. Dann, wo gab es Feuer? Und wir haben natürlich zurückgefeuert. Also, ich habe zurückgefeuert. Die restlichen vier Operator sind hochgekommen. Drei wurden hier ausgeschaltet. Na, scheiße. Ja, war spannend. Und gut, hier und ich waren die einzigen, die noch übrig waren, hier oben. Wir haben Unterdrucksfeier geleistet. Mehrfach Richtung den Typen geschossen. Hatte natürlich eine Schussweste an in dem Fall. Eine sehr starke Schussweste. Wir haben uns hier weiter vorgearbeitet. Einmal weiter, einmal weiter. Ja, die Decke, Ecke. Aber wir waren noch nicht ausgeschalten. Dann sind wir hier lang. Und Gautier und die sind hier langgelaufen, uns zu decken. Und dann ist der Typ aufgetaucht und ich habe ihn ausgeschalten. Also, er ist die Person, die ich getötet habe hier oben. Oh, ich verstehe. So. Dann ging es natürlich weiter. Wir haben uns umgeschaut. Hier sind überall verwinkelt Daken. Aber interessanterweise waren sie hier. Hier war der andere Active Shooter. Welchen wir dann versucht haben hier anzuschießen. Währenddessen Gautier ausgeschaltet wurde in seine Weste. Er hat mehrere Schüsse in die Weste bekommen. Und ich war dann hier. Und er hat die ganze Feuer auf mich gemacht. Miller ist dann plötzlich als sechster Operator aufgetaucht dort oben. Und wollte gerade was machen. Miller ist nochmal ein bisschen versteckter gegangen. Und ich habe dann die zweite Person hier oben getötet. Das sind meine ersten Menschen, die ich töten musste im Dienst. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Helikopter mehr, den wir benutzen konnten. Die waren schon beide beschädigt tatsächlich. Und von hier oben haben die beiden die ganze Zeit auf unsere Officer geschossen. Durchgehend. Ich wollte gerade sagen, ist das hier nicht irgendwo das, wo wir beim ersten Officer, hier weißt du noch mal tactical Officer-Ding waren? Wo du mit uns das allererste Mal hingefahren bist. Aber hier, ich zeige Ihnen jetzt was. War das nicht irgendwie sogar irgendwo hier dann her? Das ist der Ort, der mich immer wieder daran erinnert, dass wir immer wissen müssen... Der Handy brennt heute ein bisschen, ne? Dass wir immer wissen sollten, dass wir mit unseren Waffen Menschen schnell töten können. Das sind meine zwei Personen, die ich hier oben getötet habe. Und noch die zwei weiteren, die ich vermeintlich getötet habe, im Hafen. Aus dem Helikopter heraus. Okay, strange. Ja. Damit sind wir freut hier durch. Ja, das... Oh Mann. Hoffen wir mal, dass das hier so in dieser Art nicht nochmal passiert. Ja, ich sag mal, bei Golden Olympus war ich auch schon wieder sehr gewappnet, das zu tun, was getan werden muss. Ja. Aber es mussten viele Officer Dinge tun, damals zu Operation Black, die man sehr ungern getan hat, logischerweise. Na. Aber es geht ja nicht anders. Ich meine, unsere oberste Führung wurde ja auch entführt, ne? Das kommt noch hinzu. Was viele sehr... Alles okay. Alles safe. Alles sehr emotional gemacht wurde. Manchmal muss man die Leiter halt richtig packen, ne? Ja, ja, es ist... Ja, ja, es ist, äh... 4, 0, 2 für Leitstädte kommen. Nach Community Policing einmal MD anfahren, Kontroll, äh... Aber zum Glück nicht zu hoch. Mhm. Ja, es hat wahrscheinlich gebackt bei Ihnen. Er hat die L-Taste nicht benutzt. Das ist so mein Dingens. Kowalski! Mit dem Dank für deinen Rate, Mann! Ich hoffe, da hast du schön streamen. Du warst mich so fertig, Junge, ne? Aber tatsächlich ein sehr informativer Abend, muss ich wirklich sagen. Spannende RP-Kombi aktuell bei Kowalski und Jurski. Ich bin mal zusätzlich bedacht, auch mit verschiedenen Einsatzszenarien. Irgendwie sehr, sehr cool. Aber auf jeden Fall weitergeholfen, kann ich so sagen. Mhm. Okay, perfekt. Dann sollte es ja demnächst weniger Probleme mit dir geben, oder? Jack 4, 3, 4. Ich, äh... Ja, klar. Ich wollte schon sagen, wollte schon wieder diskutieren. Ich brauchst du gar nicht so dreckig lachen. Hab ich sofort rausgehört, ja. Ah, schön. Müssen wir noch tanken vorher? Ja. Okay. Dieses Bild Kowalski, ey. Hab ich so fällig. Ich muss aber dazu sagen, wenn du sagst, mit Nachmittags... Ich weiß nicht, ob ich morgen Nachmittag schon im Dienst bin, ne? Ob es halt da, wenn du da bist, wenn ich dann wieder auszuliehen muss, wenn du kommst, dann ist es halt so. Ja, ja, das geht so. Wie gesagt, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auch morgen. Es kommt wirklich darauf an, wie es mir halt geht. Momentan kann ich das nicht so wirklich einschätzen. Ja, alles gut. Gesundheit geht da angeht auch sowieso vor. Ja, das, äh... Steht wohl außer Frage, ne? Tja. Hoffen wir mal, dass es bei allen Leuten außer Frage steht. Ja. Sollte es eigentlich. Ja. Ziemlich, äh, entspannter Dienst heute. Tatsächlich. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir das hier so nicht machen können. Oh, schlaf gut. Danke für dein Rates fürs Kurz einschalten, ne? Keine Ahnung. Entweder Einsatz, 10,99 oder irgendwas. Mhm. Wir wollen es natürlich nicht beschreien. Ja, wirklich, nach gleich wieder Feierabend. Komm ins PD rein, 10,99. Ja, wirklich, ist das, äh, auch schon mal vorgekommen. Mhm. Mhm. Plötzlich ein Risse gehabt, joh. Wow. 4, 2, 0, 10, 20, lab. Und du hast da aber nicht anschaue. Check 4, wenn du lehrst. 4, 2, wieder aktiv Richtung MD. Mhm. 4, 2, 0, 10, 29, 29, 30, das wird daneben und löst sich auch. Check 4, 2, 0, 10, 20, 20, 20. Sä ich uns deine Streife entschicken, in das Auto schleppen. das kann sich immer darum kümmern während ich das müssen aber sie trotz nicht zu packen dort 430s 1020 MAP Lissi auf 430s ah bahren sie waren sie das war ein test mein freund ist das so nicht bestanden ich bin ehrlich möchte oder gerade nicht rein gerät schon weil er mit dem officer spricht ich wollte mal mit deinem chef man war könnte mir gefallen tun das auto bitte nicht hier entstehen sondern auf dem gäste parkplatz ich habe mir nur rausgelassen gerade so ja ich nur wieder weiß schon hier die leute fahren wie die idioten und nachher brettert euch da jemand hinterein wollen wir vermeiden wer ist das denn hier ach mr lavendel nix levante relevante oder irrelevante da eine spannende situation mit einem mitglied der mayhams ja das war für mich ein bisschen unglücklich tatsächlich warum weil die fragestellungen die da passiert sind äußerst nachteilig waren für die ermittlung weil es überhaupt nicht mit den beweisstöcken gepasst hat was da gefragt wurde james hopkins hat die befragung hat geil wir tatsächlich genau hat er heute eine e-mail geschrieben dass das ein bisschen unglücklich war ich werde mal mit dem herrn telefonieren und mal ja er hat das im bordcomputer nachgeschaut ich müsste aber etwas in schutz nehmen leider hier die situation war sehr interessant an den namen dort da gab es ein paar aufstände nehmen es mal so okay ich frage also das ist keine kritik oder was böse gemeint ich frage mich damit ist für mich selber registrieren warum man das dort gemacht hat die situation so kritisch ist nicht mal diese eine situation war schon aufgelöst tatsächlich zu dem zeitpunkt und jetzt ging es da um ihnen wahrscheinlich entgegen zu kommen dass das thema dann und durch ist wenn man natürlich nicht weiß dass da noch mehr hinter steckt oder so oder sie andere fragen hat ja gut das können sie ihn gerne mit ihm ausmachen ein bisschen unlucky timing weil brian und ich ihn extra geschickt haben ja das hat er erzählt dass irgendwelche detektors ihn weggeschickt haben ich fand das sehr passend seitdem heißt brian bei mir ein satz im ende ja geht's ja fand ich sehr passend du kannst ruhig in feierabend gehen alles gut ja war ganz ruhig in feierabend gehen ich glaube dein chef wollte die damen werden dass du hier nicht empfehlen sollst ja eigentlich nicht das ging nur darum dass seine feierabend will so weit ich weiß ja muss ich verstehen ja wenn der wollte das auch okay jetzt weiß ich auch warum ich immer so gut wie ich glaube ich gehe jetzt ich wünsche auch hier noch mal an sie weil ich sie ja gerade stehen habe ich gehe davon aus sie machen das schon aber bitte aktiv auf die neuen offizie zu gehen das ist mehrfach auf dass die officer als die frische hinkommen sich nicht trauen oder nicht initiative besitzen auf die offizie waren drei zwecks nachschulungen zuzugehen als ich heute im dienst bin habe ich leitsteller so was angekriegen dass sie mir bitte ein bis zwei officer eins ja dringend er hat gerade den streifenwagen gerammt und ja wo die andere leute hier in die richtung nein ich denke mal hier ins auto mit ein das ist immer wieder unterwegs sind nicht eingeladen ja dann lass ich wieder raus ich möchte aber nicht verletzt werden heute ja das ist diesmal sein lavendel als wirklich relevant tschuldigung müssen wir überhaupt hier ist der perro plaza das ist jetzt egal hier kommen die richtung golfplatz letztlich zum karten ich gehe jetzt ja machen ja gerade 10 30 auf der kreuzung westlich von kasa in fahrten wir ja auch mal an der perro pier wenn der einsatz 10 30 ist mit der dementsprechend alle einheiten erst mal kurz auf der kreuz gehen der wagen fährt gerade wieder los weiter in westliche fahrt richtung auf der perro pier der wagen fährt richtung hier weiter in fahrt richtung wir waren jetzt Richtung ja einfach weiter Richtung Norden Richtung Norden abgebogen Sicht ist allerdings verschwunden es ist vom Golfplatz bei den Häuser-Siedlungen die Sicht verloren Machen Sie bitte einmal die Sirene aus, Mr. Levanta Nee Danke Machen Sie mal komplett aus, bitte damit wir mehr komplett unterwegs sind Mr. Levanta, alles okay Mr. Levanta Ah, Entschuldigung Hat er gerade gewusstes Ah, ich verstehe Machen Sie mal bitte Code 1 ein bisschen inkognitiv mehr unterwegs sind Okay Mr. DeFore ist nebenbei auf Toilette Da wollte ich fast folgen, ich sag's fast Er ist der Farbenblende, ja ich weiß nicht was Er ist der Farbenblende, ja ich weiß nicht was Wir haben jetzt erstmal ein Ziel, dementsprechend sehe ich das Er explodiert, dass wir nicht hier gesucht sind Mr. DeFore ist tatsächlich etwas mehr Nähe des Casos auf Toilette gegangen Aber wir müssen zurück, ja Eigentlich hat Mr. DeFore und ich heute, die vor allem brauchen müssen wir an Keiner 67 teilnehmen, weil wir ungefähr alle 5 Minuten Ich bin verflucht und werde nie wieder irgendwas sagen, wenn ich ihn feiern will Ja, es gibt eine Suspendierung wie der Barnes Ey, das würde ich sogar voll verstehen, bin ich ehrlich Aber Mr. Barnes, ich komme mit Machen Sie die Suspendierung? Ja Hauptsache ich muss heute gar nicht 67 mehr fahren Okay Es ist heute ein Kacktag Geradeaus weiter? Ja Und noch eine weiter und dann rechts Das ist die übernächste Das ist heute echt angenehm Ah, wir können auch gerne an La Mesa zurückfahren, weil ich eigentlich fast nichts möchte Ja, bitte, ich auch Ja, Mr. DeFore lass mal hier stehen Ja, den nehmen wir noch mit Ja, sind dann hinter uns Ja Ah Du VIP mache ich auch die Lichter an So Würde dann natürlich aber auch gerne machen Ja, Moment Ja, Moment Wie viele Schreifte sind dann beim Einzelaktuell beteiligt inklusive meiner kommt Ja Dann überführen wir Korrekt Was für eine Nummer sind wir nochmal U08, ne? U06 U06 Es zieht sich hier dementsprechend raus, da diese geschlossenen Feierabend möchte anscheinend Ich hoffe ihr wollt alle in den Feierabend Ja Nur aber gehst du in den Feierabend? Was? Was? Da gehst du in den Feierabend War mal ein Plan, ja Ich hab's ja grad gecallt versehentlich, dass du auch in den Feierabend gehst Das ist deine Chance Wo hast du das Fluchtseil nennt? Mit einer Streife, die oben auf dem Eclipse Boulevard Korrektur hinter dem Eclipse Boulevard fährt Sprich, äh, Rückseite Lunar, Marcus und so weiter entlang Eine Streifenkennung melden einmal im Punkt Das war's so cool jetzt hier eigentlich? Hm, fahren wir doch ein Hardestart oder was soll das? Das sah eigentlich nicht nach dem grünen Autohaus gerade aus meiner Sicht Das habe ich doch nicht erkannt Hm, das sah eher nach einer dunklen Farbeweise von Bau her Ähnliche Bauweise wie ein Komoda-Jubeler im Gefühle Hm, aber schwierig zu erkennen Das hat Jubeler gesagt, was ein bisschen massiver war Hm, gut laut Ich weiß nicht, wie laut ein Komoda ist Hm, Komoda ist leiser als ein Jugeler Jugeler ist, der Mutter eines Jugeler Das ist schon die Beutelung, äh, auffälliger Mhm, das ist ganz sehr kernig auf jeden Fall Könnt's ja ausprobieren, denn Lamesa steht auch ein Jugeler, oder? Das ist gerade, äh, der Pfeisern, ja Machst du den noch, oder? Ja, natürlich Den verkauf ich nicht Außer höchstens für eine Wohnung Ja, wieso? Willst du eine Black Beauty oder ein City-Apartment? Ne, ich möchte mal ein Pegasus-Apartment kaufen Achso Warum? Ähm... Ich bin mal aufwärtser Banz Jetzt hätten wir aber warten können bis zum Department, oder? Guck mal wie praktisch, genau hier verkauf ich eine Wohnung Hm, verkaufst eine Wohnung, okay Ja, wenn der Preis stimmt schon, ja Also die verkauf ich die Black Beauty, die verkauf ich nicht Okay, was ist denn hier für eine Wohnung? City-Apartment habe ich hier im Angebot Okay Ist auch mit einem sehr guten Mieter im Moment ausgestattet Mhm Ich hätte übrigens meinen Fall mit diesem Cooper angefangen, in dieser Straße Im Cooper? Mhm Wer ist denn Cooper? Dieser Ezekiel Cooper Dieser Ezekiel Cooper Ach, der Ezekiel Ja Komm ein bisschen auf die Lackierung an, dann ist das nicht so auffällig mit den Nieten finde ich persönlich Okay, täuschen und tarnen quasi Genau Ja Ja, sonst die restliche Form finde ich auch super Wieso stehst du eigentlich noch zusätzlich zur Sperrfläche auf dem Bordstein? Weil wir einen Kollegen haben, der höchste Prio hat Was anderes So Läuft dieser Einsatz jetzt eigentlich noch? Ja, aber der bis 10,30 ist, fühlt sich wohl keiner mehr dafür verantwortlich Achso Also ich glaube, der hat eine Rastererfahrung vor Vorher im Funk Ja Für x Minuten glaube ich Okay, dementsprechend weiter, wir brauchen noch eine Streife für die Straße, die am Suburban Altar entlang führt, dafür brauche ich noch eine Einheit Warte ich jetzt Echt? Ist auch eine schöne Wohngegend hier Kann ich schon noch verziehen Check 402 Overt, sind Sie mittlerweile fertig mit Ihrer 10,30? Ey Barnes Noah hat eine Wohnung zu verkaufen Ja, die kann ich nicht bezahlen Ich habe eine günstige und eine ganz teure Was ist die günstige? Ein City-Apartment Wie viel? Was zahlst du denn? Ja, ich Wie gesagt, ich habe unter 100.000 405 negativ Ja, kannst du nochmal bei deiner sich fahren Ja Ich möchte mir eh gerade ein Auto kaufen aus der Wohnung bin ich sowieso raus Also mit kaufen Aber ich vermiete eine Black Beauty im Moment Für wie viel vermietest du die? Ja Ja Bist du zu eint oder zu zweit? Alleine Ja Ist du bereits in drei Einten und in so richtigem Kopf habe eine davon mit einer blauen Latzhose Bekleidet Was, wir suchen eine blaue Latzhose? Gekleidet Kannst du bitte Können sie uns bitte in einer Lamesa-Pemonnaie voraussteigen? Ich gehe bei Festus Wir sollten nochmal durchzählen Wenn Banzler auf Toilette muss, lassen wir den zurück Ja, vielleicht gehe ich auf Toilette fahren Nein Nee, ich halte aus Nein Mr. Banzler im Respekt, ich mache nicht den Banzler 413 melde sich ab 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 Ich habe hier Ich zieh durch Ich zieh durch So Müssen wir noch tanken? Hast du sie mal bis 6 Uhr da? Äh Nee Okay Wobei bist du zurück Das ist okay, ich stelle mich immer noch als Detective überall vor Ja Für mich bist du der Detective Captain Ist das nochmal okay, wenn wir mal hier halten? Ja Raus aus meinem Auto Schönen Feierabend Passt auf euch auf Matane Ich hoffe du siehst die Krümel von Banz nicht hier hinterlassen hat Ja Banz, kommst morgen zum Staubsaugen, ne? Ja Ja Machen wir Delegier das weiter An Evans oder an Ben Nein, so bin ich nicht, sowas mache ich nicht Ja, ich würde es noch verziehen Er hatte damals super viele Supervisor Fälle schon, das war wirklich schrecklich Na, glaube ich 440 melde sich ab Beep Ja 7 Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, schreibst du dich gar nicht jetzt außer Dienst rein oder was? Äh, ne, ne, du musst dich noch rausziehen. Tatsächlich. Aber ich bin schon rausgezogen. Bist du schon rausgezogen? Weiß ich nicht, ob ich rausgezogen bin. Führung ist keiner mehr drin. Nö, wir sind auch schon raus. Das ist doch nett. Na dann, aber ich mach das trotzdem. Mir wurde eine Mail tatsächlich nicht, äh, ersetzt. Bezahlt wurde. So, halt. Dann, äh, ja. Vielen Dank für den Abend. Bis morgen. Schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss. Ich muss mir mal eine Asia, also so eine Asia-Playlist machen. japanisch-koreanische Songs, oder so. Ich kann es nicht drüber nachdenken. Ich kann es nicht drüber nachdenken. Schönenfeierabend. Ja, aber ich werde nicht drüber nachdenken. Ich werde nicht drüber nachdenken. Ich desdeember nachdenken. Ich Bin komplett läuft. Ich bineki Gitys gesagt, ich werde nicht drüber nachdenken. Schönenfeierabend. viewer Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Song heißt nebenbei Run Away Nuden. Oh, es ist kurz hier Nachtschicht Energy. Boah, schwierig, schwierig. Bug Angel Suki, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Dankeschön. Schön, dass ich dein Prime sein darf. Mit Night Fingers, danke für dein Follow. Wo versteckt sich mein perfekter Preis? Ah, nee. Wie ist der Mode? Äh, 413 inaktiv. Mhm. 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 gerade eine Trilogie gekauft, wisst ihr? Okay, eben kurz nebenbei was lesen. Ah, ich muss eben noch was nachschauen. Moment. Moment. Ich lebe mir gerade ein. Jetzt muss ich noch gucken. Ich lebe mir gerade ein. Ich lebe mir gerade ein. Was macht ihr denn, wenn wenn Jooske bald im Urlaub ist? Oh je. Trauern. Ja gut. Direkt voller Eskalation. Okay, okay. Es gibt ja auch so cooles App hier, wo man zuschauen kann, würde ich sagen. Nee? Weinen. Er will uns loswerden. Nee, nee, nee. Hoffen, dass du eine schöne private Zeit hast. Das ist nett. Es wird spannend. Also Mittwoch wird auf jeden Fall... Ich bin gespannt, ob ich den Weg nach Hause finde. So fühlt sich Mittwoch für mich an. Und Freitag, Samstag, Sonntag wird witzig. Wie gesagt, Samstag? Vielleicht könnt ihr mich in einem Stream sehen, wo ich merkwürdige Sachen probiere. Oder so ähnlich. Ich muss nochmal schauen. Nun. Nun, 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 nun. Freue mich ultra auf die nächste Woche. Wird so cool. Ich glaube, auch Anfang der Woche werde ich meinen neuen Stuhl bestellen. Endlich dann, wenn wir zurück aus dem Urlaub sind, wieder bequem sitzen. Ah! Das wird so eines meiner Highlights, ey. Und vielleicht neue Cam, mal gucken. Ich bin auch unentschlossen. Aber eigentlich will ich die mir gerne holen. Bisschen upgraden und so. Hätte Rino. Ja, ist ja kein wirklicher Urlaub eigentlich, ne? Es gibt ein paar Sachen, die ich so... Äh... Die ich noch so, ähm, klären muss. Also es ist viel so... Auch so ein paar Sachen im Mittagrund, die laufen werden. Also wirklich... Wirklich ein bisschen freimachen werde ich halt an dem Wochenende nur. Tatsächlich. Welcher Stuhl wie jetzt, weiß ich noch nicht so genau. Ähm... Ich hab zwei in der engeren Auswahl. Ich bin auch am überlegen. Weil ich glaub, bei den einen Stuhl ist die Sitzfläche breiter. Und da kann man sich gechillt da reinsetzen. So auch mal mit Schneidersitz und so. Mal gucken. Wartet doch lieber bis zum Black Friday heute. Ich mein, nee, nee. Ich muss mir, äh, einen Stuhl nächste Woche holen. Der Stuhl kommt weg. Tatsächlich. Ähm... Auf Sperrmüll. Und... Der wäre es halt nicht verkehrt, dass ich dann... Bis dahin, ne? Einen neuen Stuhl holen. Also, dann kann ich nicht mehr warten. Alter, Cam und so warte ich wahrscheinlich bis Black Friday. Stimmt, gut, dass du's erwähnst. Ich hab'n Gamecrash. Okay. Der Gamecrash war massiv random gerade. Alright. Er war random. Heilige Scheiße. Der Gamecrash. Hallo, vorher schon geleckt, oder? Oh, oh. Oh, oh. Der ist richtig. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 oh nein eh mein jugular ist kaputt wer was ist so mein innerer triggert es ist die ganze zeit ist das dinge vor der kopf ist der klapper schlag ich der jugular Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das... ... ... ... ... ... ... Entschuldigung. Mein Gott, ey. Fett, wisst ihr, was mir auffällt? Mein Magen macht gar keine Probleme gerade, nach dem, was ich gegessen habe. Hm. Ja, es ist super, das ist korrekt. Bin gerade sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Ah, ich denke, ich hatte irgendeine Magenverstimmung oder hab noch eine leichte, irgendwas falsches gegessen oder so. Gute Würstchen. Ich dachte, dass das erstes an den Würstchen liegt, um ehrlich zu sein. Oh, die haben einen Gamecrash. Ich muss sagen, es gab, dass die uns irgendwie reinfliegen. ... ... ... ... ... ... Nee, nee, so gut sieht die dann auch wieder nicht. Das war's für mich. Vielen Dank. Das ist nichts Besonderes. Aber irgendwie fand ich es lustig, als ich es gesehen habe, vorhin. Eine Kirsche? Gegen Kirschbögen? Vielleicht. Ich weiß, war schlecht. Nein, was? Oh mein Gott, habe ich was falsch verstanden? Nein, nein, das ist schon richtig. Aber irgendwie dachte ich... Nein, das finde ich sehr süß. Danke. Ich freue mich über Kleinigkeiten. Über alles, was du machst. Wenn du einfach nur da bist. Ja, das geht mir genauso. Ich wollte eigentlich gar nichts. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob... Naja. Ja, hau raus. Ist schon gut. Ich wollte dich eigentlich ursprünglich fragen, ob man da nicht herkommt und wenigstens Hallo sagt. Aber das haben wir ja jetzt. Hallo Kaya. Hi Joske, wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht es dir? Ist eh ja die Frage. Ja? Ja. Okay. Auf dem Weg der Besserung. Auf dem Weg der Besserung. Ja. Also, ist nicht so, als wäre es... Jetzt wollen wir jetzt auch gleich irgendwie alles super, aber... Es gibt mal gute und mal schlechte Tage. Wie lange es aufsteigend ist, im höheren Anteil, ist das da schon mal gut. Ich denke schon, ja. Sehr gut. Jo. Und Kata, wie geht's dir so? Mir geht's gerade wunderbar. Ich bin auch ein bisschen irritiert. In dem Laden steht Aziz. Hab den ewig nicht mehr gesehen. Okay. Mhm. Mhm. Aber warum bist du irritiert, dass Aziz da steht? Ja, weil ich ihn, wie gesagt, ewig nicht gesehen habe. Er halt einfach verschwunden ist und plötzlich schaut er halt wieder auf. Mhm. Okay. Der verwirrende Mensch, der. Ja, aber ansonsten... Komm mal wahr. Komm mal wahr. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ansonsten geht's gut. Soweit. Jetzt könnte ich fragen selbst, aber hast du ja eben schon beantwortet. Ja. Mhm. Find ich gut. 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 Jetzt ist gerade so ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen. Ariane hat mir heute sehr viel Eis. Sehr viel Zucker. Und sie ist irgendwie... ...sinnigend heute. Genau, es liegt nur am Zucker. Nee, sie ist auch ein bisschen hart verknallt, aber ansonsten. Ach Gott, ich sollte einfach die Fresse aufhalten. Mein Gott. Alles gut. Alles gut. Hat ja meine Märchen gerade auch schon wunderbar funktioniert. Ich kam von Klo wieder, ich habe nur meine Worte mitgekriegt. Ich möchte sagen, ich habe nur Märchen. Ich habe ein Märchen erzählt. Okay. Was für ein Märchen denn? Über Feen in einem fernen Land. Okay, willst du es mal erzählen? Ich bin neugierig. Ich habe keine Märchen. Heute wurden überhaupt absolut keine Märchen... Heute wurden keine Märchen erzählt. Ja, sie hat von einem weißen Pferd und mit einem weißen Ritter erzählt. Nein, es wurden keine... Nein. Ray! Bitte! Ich rede von Yozke. Ja, nein, es wurden... Aber wir lassen die das Thema Märchen, weil es wurden keine erzählt und es ist nicht relevant. Also Ray, was für ein Märchen war das? Nein. Wusstet ihr, dass auf Bull, was er heißt auf koreanisch? Ja. Ja, das hast du euch schon mal gesagt. Der hat heute schon mal funktioniert. Ich habe in letzter Zeit auch zwei japanische Wörter gelernt. Das war koreanisch, das habe ich auch nur gelernt, weil das in einer Wehrbahnzeit gestand. Ah. Im Ausland. Gut. Das wird so lustig ist. Gut, dann wären wir hier so... Was hat denn eigentlich noch so schönes drauf? Genau. Guck mal, was so schönes drauf hat. Was sind denn die zwei Wörter, die du kennst? Ja, was sind denn die zwei Wörter, die du kennst? Einmal Hi. Ja. Ja. Ich sehe es genauso aus... Ich sehe es genauso aus... Alligator. Oh nein! Entschuldigung, beim langsamen Aussprechen kriegst du es auch hin. Also kannst du Hai und Alligator sagen. Ich frag mich warum wir Tiernamen benutzen. Also Hai und Alligator, you know. Nun. Genau, das solltest du Matthew auf jeden Fall schreiben. Jetzt hast du es gerade auch noch mal gehört. Hast du ihm das geschrieben? Genau. Ja, ich habe ihn nun geschrieben, ja. Oh Moment, hast du das? Das war gerade nicht gut? Naja, es sind keine Tiernamen. Aber es klingt, also... Arigato klingt nicht wie dein Tiername, nur weil du es falsch aussprichst. Kann mir ja jemand den Gefallen tun und mir das irgendwie aufschreiben, weil irgendwie... Nein, 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 warte. Stell dir einfach vor, ich werde von einem Alligator gefressen. Arigato. Arigato? Und dein Kopf guckt nach oben raus. Ja. Ohne das Ohr am Ende dann. Aber ansonsten wird es schon besser. Ohne das Ohr? Was? Arigato. Kann mir das bitte jemand aufschreiben? Ja, ich bin schon dabei. Ich versuch's wirklich, ja. Aber kennst du nicht mehr als zwei Wörter? Lass mich doch oft kommen und Bahre sagen hören, Matane. Ah ja, genau. Wie nennt man das? Kon... Ach, es klingt... Es klang bei, bei, bei... Ich hab Arnaudo damals immer ausgelacht, weil es bei ihm so gestolpert klang. Ja, gut. Kon... Da ist irgendwie ein B zwischen, ne? Kon-Ban-Bah? Ja. Was hieß denn das nochmal? Irgendwie Hallo Nuno, ne? Ne, Kon-Ban-Bah ist ja Abend, guten Abend. Ah. Ja. Okay, und was, wenn man guten Morgen oder Mittag sagen will? Ohayou gozaimasu. Gesundheit? Nein. Welche Reaktion auf eine Sprache? Ähm... Kannst auch einfach... Nochmal bitte. Kannst auch einfach nur Ohayou sagen. Ohayou? Ja, Ohayou. Genau, guten Morgen. Und Konnichiwa ist guten Tag. Und ab so einer gewissen Uhrzeit sagt man Kon-Ban-Bah dann. Wobei Konnichiwa halt schon relativ verhöflich ist, oder? Ja. Okay. Gut. Äh, Kaya hör dir mal das Lied an und äh schreib mir im Finale-Semester. Ja, mach ich. Okay. Gut, dann werden wir mal äh von hier verschwinden. Hm, ich würde einmal Kaya noch beiseite ziehen. Okay. Oh, ja, ja. Vielleicht vergehen Kaya. Ja. Machst du in naher Zukunft wieder Musik? Äh, vielleicht mal schauen, ja. Kannst du einmal dein Handy beiseite legen, so wenn du verstehst? Ja, kleinen Moment. Ja? Ja? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 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 ist gut. Okay. Ja, wie gesagt, guck ich mal. Perfekt. Hallo. Hallo. Okay. Fertig? Ja. Ja. Warte, ich geb dir den Zettel. Äh, äh, da. Ja. Das ist auch so geschrieben. Okay. Okay. Ach. Ah. Arigato. Mhm. Okay. 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 Ja, ich meinte natürlich, ähm, ich meinte, ich meinte natürlich die Hauptstadt von, ne, warte. Moment. Es ist, ähm, Bundesstaat oder bin ich dumm? Ne, ist ein Bundesstaat. Ist ein Bundesstaat. Ist ein Bundesstaat. Und, genau. Weiß ich doch. Und, ähm, Hauptstadt ist, ähm, Chios? Oh, Rea, vielen Dank für dein Wissen im siebten Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Nun, ja. So, was haben wir noch? Äh, Kon... Konnichi? Konnichiwa. 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 Oh ja. Oh ja. Das Matane, das kenn ich. Ja. Da gibt's noch Sayonara. Aber das, äh, sag ich persönlich immer nur, wenn der Abschied, äh, nicht so nett gemeint ist. Sayonara kommt aus dem Japanischen? Ja. Ja. Aber dachtest du, dass es kommt? Ich hatte tatsächlich kein wirkliches... Ne, 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 ich hatte tatsächlich gar keinen, also... Ich wusste es nicht so. Ich hatte jetzt keine Sprache dazu im Kopf, aber ich hätte tatsächlich nicht unbedingt an Japanisch gedacht. Als erstes. Hm. Hm. Ist okay, wenn ich als erstes ungefähr so spanisch gedacht hätte, oder so? Ja, ich... Ich... Ich kenn mich... Okay, meine... Ich und meine Sprachen, das ist nicht so... Es ist nicht so mein Ding, okay? Alles gut. Geht mir Mühe. Das ist okay. 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 Ah. Und nun? Bumm. Ari, möchtest du mit den beiden noch was machen, oder? Äh, wieso möchtest du, äh, was eigenes machen? Bray, wir können jetzt zwei Schritte zur Seite gehen und die beiden können mal kurz sagen, äh, so in offen reden, ob sie was alleine machen wollen oder nicht. Wir müssen ja nicht komisch drum rum reden. Nein, nein, also... Darum geht es mir doch gar nicht. Alles gut. Also, ich meine eher, man kann gerne mit den beiden noch was unternehmen, wenn du möchtest. Hast du... Hast du mit hier dabei, das? Mit... Nein, Ari! Ich kann auch wieder fahren, wenn du möchtest. Ja, noch im Mittel. Entschuldigung. 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 Er scheint ja auch um Märchen gegangen zu sein. Nein, es ging absolut nicht um Märchen. Nein. Keine Märchen. Absolut nicht. So öfters ihr das sagt, desto mehr glaube ich, dass es hier um Märchen ging, ne? Nein, nein, wir lassen das Thema wirklich ganz schnell hier raus. Keine Märchen. War Max dabei, dann frage ich den einfach. Nein. Apropos mit Max, habe ich eh noch ein Hühnchen zu rupfen. Echt? Ja. Was denn? Ja, der ist zu Matthew Dunaham gegangen und hat ihm gesagt, ich hätte scheiße bei ihm gelabert. Oder schlecht über ihn geredet. Was ja auch stimmt, aber... Oh, unangenehm. Ja, dann möchte ich nicht in Max Haut stecken. Nee. Willst du nicht? So. Aber es gibt jetzt hier keinen Platz für Negativität. Weg damit. Okay. Gibt übrigens auch keinen Platz für Märchen. Was wir noch mal gesagt haben. Ich sag doch, gut, dass ihr nichts gegen mich habt, ne? Okay. Ich weine. Also, man sieht's nicht, ne? Ich versuche das zu verkneifen. Also, man sieht's nicht, ne? Ich versuche das zu verkneifen. Ach. Ja, wir müssen sowieso noch mal kurz in den Pegasus Apartments. Ich muss Ray da ne Tasche übergeben. Ray, dann kannst du schon mal die Sachen geben und gehst mir über die Tasche wieder. Und dann packe ich's dir nochmal neu. Genau. Und du hast immer noch ne Tasche in meinem Wagen. Also in Amos Wagen. Du weißt, was ich mein. Apropos Amos. Stimmt. Was ist mit dem? Ja, der ist nicht mit... Ne, äh... Hier. Der Speedo. Danke fürs Ausladen. Was ist denn... Was ist nicht mit ihm? Hm? Du hast nen Satz angefangen. Nix. Solange er noch unter uns weilt, ist alles super. Der muss sich noch um mein Auto kümmern. Aber nur deswegen. Mhm. Ja, ich meine, irgendwie muss ich mein Auto hier rüberkriegen, ohne dass mein Name fällt. Mhm. Ja, Amos kümmert sich jetzt darum. Mhm. Wollt mein Auto auf seinen Namen hier rüber. Okay. Wollen wir runterfahren zu den Pegasus Apartments? Ja. Mhm. Können wir machen, ja. Ähm. Okay. Okay. Alles gut, Ray? Ich hoffe, Josh gut meinen Blick auf sich. Eigentlich nicht. Okay. Arsch. Jetzt laufen wir in die... Genau. Ja. In der Richtung. So und so und so. Alles super. Willst du deine Tasche noch aus meinem Wagen haben? Hm. Fährst du bei mir mit, Ari, oder fährst du mit den beiden? Bei dir mit. Okay. Ich wollte nur fragen. Okay. Ja, brauchst du nicht fragen, das ist normal. So, Ari dann... Ja, vielleicht wir sind jetzt so eklig auf dem Parkplatz. Bis gleich. Bis gleich. Im besten Fall, ja. Mhm. Verliere sie nicht. Will ich niemals. Bin ich gut. Siehst gut aus. Danke. Du auch. Ja... Nee, du siehst besser aus. Nein, du siehst besser aus. Du siehst fantastisch. Du... Du wirst irgendwann eingebredet, wenn ich dir so viele Komplimente mache. Nee, ich hab da nicht so den Hang zu, glaub ich. Mhm. Mhm. Ja. Warum? Hast du das Gefühl, ich werde eingebildet? Nein, nicht wenn du das so deutlich betonst. Das war einfach nur, um zu sagen, dass es nicht passiert. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ich hab dich viel mehr vermisst, als du mich. Wir haben uns beide gleich viel vermisst. Mann. Das ist eine diplomatische Antwort. Was macht sie? He. Habe... keine Ahnung. Aber du solltest sie überholen. Wenn du kannst. Also... Das ist kein Problem. Wir warten mal mit den Überholen. Warum möchtest du, dass ich sie überhole? Der Abend war die ganze Zeit einfach nur so dumm und lustig. Also... Aber ich weiß nicht, was ich in dem Moment rausschreien soll. Okay. Du überlegst, was du rausschreien und ich fange an, die zu überholen. Ähm... ähm... Okay, okay. Okay. Also hast du heute einen schönen Abend? Nein, ich weiß nicht. Jetzt versteck ich immer noch nicht. Äh, ja, schönen Abend. Das hört sich gut an. Das freut mich wirklich sehr. Okay, ich weiß nicht, was ich sag. Okay. Jetzt musst du nur warten, dass die Dinge ins Zweisprung gehen. Mhm. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt wird die Zweisprung, siehst du das? Ja, ich sehe das. Jetzt überholen wir die gleich, wenn die Kurve hier enger wird. Okay. Ja, immer sehr vorteilhaft. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie uns umbringt, aber ja. Ja. Ich werde das Königreich zerstören. Es wird nicht mehr hier. Ich werde das Königreich zerstören. Okay. Es wird nicht mehr hier. Mhm. Er fing anstrengend an, weil wieder ich sehr viele Supervisor-Gespräche führen musste. Danach war es eigentlich ganz interessant. Ich habe heute Mr. Barnes geholfen, seine Einsatzleitungsfähigkeiten zu verbessern. Okay. Ich habe mir sehr viel Zeit heute genommen für ihn. Sehr schön. Ja, ich möchte... Und das ist wirklich? Ja. Ich fahre nur. Ja, ich meine, ich bringe halt ihn auf Kurs, weil ich nicht möchte, dass er fällt, sondern aufsteigt eigentlich. Weil er Käpt'n werden soll. Ja. Und Kubaiski will ein Doppeldate haben mit uns. Ja, irgendwie ja. Ich habe gesagt, er soll dich fragen. Ja, gut. Ich werde das noch nicht an mein Telefon gehen. Ich... Gut. Kannst du auch an dein Telefon gehen. Das ist okay. Nein, ich meine... Ich stelle mir das irgendwie sehr chaotisch vor, weil ich habe sie dir ja privat noch gar nicht vorgestellt. Ich meine, du hattest sie jetzt einmal kurz erlebt und... In Rage, ja. Genau, da hat sie sich ja zurückgehalten tatsächlich. Oh. Oh. Okay. Nun. Ich bin sehr temperamentvoll davon. Hm. Ach. Das wird schon... Habe ich eigentlich erzählt, dass Max sich bei mir entschuldigt hat? Ich kann mir denken, warum. Ich habe auch eine lange SMS bekommen. Warum war es bei dir? Wegen dieser Punishment-Dungeon-Thematik und so. Und... Ich habe gesagt, dass du... Hm? Nein? Gibt's hier bitte? Nee. Er hat halt geschrieben, dass das nicht dein Ding ist und dass es leid tut und ich wollte, dass es ihm Streit zwischen uns gibt und so. Ich habe jetzt nur Arregato zurückgeschrieben, weil ich nicht wusste, weil ich darauf antworten soll, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe ein bisschen allergisch reagiert wegen dem Thema an sich. Ich wollte nicht, dass es da jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Das ist auch egal. Also... Nur... Das kannst du Max gerne sagen. Der muss sich da nicht so den Kopf eigentlich machen. Ich habe jetzt da nicht irgendwie böse über ihn gedacht oder so. Oder... Ja, ich glaube, ich bin schuld, dass er sich so einen Kopf gemacht hat. Es ist aber auch allgemein so ein Ding, dass bei Max und Barbara auch, wir hatten jetzt ein paar Gespräche, immer alles so sehr aufs Sexuelle bezogen wird. Und ähm... Es ist auch bei mir jetzt gerade ein würdest Thema, weil ich hatte dir ja so ein bisschen erzählt von Neri und sowas alles und ich äh... Wenn es dann heißt, ähm... Wenn die dann frei raussagen, hast du schon... Und dann äh... Ich reagiere nicht. Es ist halt einfach allergisch darauf. Ah, ich verstehe. Ja. Die meinen es nicht böse, aber... Ja. Die haben halt ihre eigene Art von... Humor. Nicht Humor, sondern Direktheit wahrscheinlich. Ja, so ist es. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das sind deine Freunde und... Du hast ja auch viel Gutes erzählt und wie sie dir geholfen haben und so. Also... Du musst dir ja nicht so den Kopf halt machen. Und so. Okay. Also Max mag ich halt. Ich find Max sehr sympathisch. Tatsächlich. Äh, Joska, einen Moment kurz. Ich hab was auf den Ohren. Ja. Ja. Den Gamequish. Bin verwirrt. Ah, okay. Alles gut. Akku leer wahrscheinlich oder so. Problem hab ich auch schon mal gehabt. Äh, Entschuldigung. Alles gut. Ich hatte nur noch gesagt, ich bin dein Max sympathisch und so. Okay. Ah, okay. Oh. Okay. Oh. Also ich müsste nur ganz kurz einen Rucksack holen. Das dauert nicht lange. Kommst du dir trotzdem mit? Also hier warten. Ich kann mit? Ja klar. Also wie gesagt, wenn du möchtest, können wir mit den beiden noch was machen. Schon okay, wenn du nicht mit mir alleine sein willst. Ich... Wow. Das... Ich will auch mit dir alleine sein, aber ich bin es auch okay mit den beiden was zu machen. Ähm, ich werde ganz kurz nach oben, also wir werden ganz kurz nach oben gehen. Ich bin sofort wieder da, ja? Warte, 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 warte deine Tasche. Dankeschön. Okay. Will ich? Ja, das habe ich auch gesagt. Also ich würde auch mit dir alleine sein wollen, aber ich finde es auch okay mit den beiden noch was zu machen. Also... Ja, schon... Schon in Ordnung. Sicher? Ja, ich mache noch keinen Spaß. Okay. Ich bin aber auch immer gerne zusammen mit dir alleine, aber es ist natürlich auch mal eine Abdenkung mit anderen und so. Ich meine, wir können ja ein bisschen was mit dem machen und danach machen wir noch was alleine. Nein, schon in Ordnung. Ari. Alles in Ordnung. Sicher? Schau mal, schau mal in den Schrank und schau mal in den Kühlschrank. Ich bin sofort wieder da. Okay. Ich hoffe, es ist nicht das Falsche. Ich bin nagyon- Ensinn, der werde immer voller! Die Hähääa, der wird immer voller! Tausche! Ich werde immer voller! Sie hatten leider nicht mehr von den Flaschen. Du bist süß. Ich hole eben eine andere Brille. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe gesagt, ich sorge immer für Nachschub. Ich kümmere mich drum. Sind die Flaschen richtig? Ja, die Flaschen sind richtig. Nein, davon werden wir beide trinken. Wann denn? Wann immer du magst. Aber hattest du nicht noch eine andere Flasche? Oder vertue ich mich da gerade? Ne, eine habe ich doch an Pain verschenkt. Zur Hochzeit. Ich dachte, da wäre noch eine besondere Flasche drin gewesen. Meine Erinnerung spült nur wohl ein Streichgarten. Ne, die besondere Flasche, die würde ich noch besorgen. Dann war es das vielleicht? Ich dachte, da wäre eine mit so einem krass goldenen Band drin gewesen. Gerade auch, wer wird's? Ja, ich auch. Also, wir hatten eine Idee. Also, wenn ihr euch geeinigt habt, ob ihr noch was mit uns unternehmen wollt oder nicht. Wir können auch, also Ray und ich, wenn ihr nämlich Nein gesagt hättet oder so, keine Ahnung, wenn ihr Alone Time haben wolltet, irgendwie bei euch in der Wohnung. Wir wollten mit unserer, ihr habt bestimmt auch so eine schicke Konsole bei euch in der Wohnung. Wir wollten vielleicht so ein bisschen so Spiele spielen wie Among Us oder Plasmophobia oder sowas. Ah, ich glaube, das würde ich tatsächlich heute eher auslassen. Achso, ja. Nein, das wäre ja nur unser Backup-Plan, wenn ihr jetzt... Ah, okay, okay. Also, ich weiß nicht. Habt ihr euch denn jetzt entschieden? Es ist also Alone Time. Okay. Nein, 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 nein. Du schweigst! Nein, nein, ich schaue einfach mal, was... Was ist denn mit euch? Ich schaue einfach mal, was Auffahrt. Was hat denn so auf? All Palito Inn, Bennys Motorworks, ja, Evans Bestes ist jetzt schon wirklich fantastisch. Wundervoll. Wir laufen es genau dahin. Oh, der Thrift-Shop hat... Okay, da gehen wir natürlich nicht hin. Wir können auch zum Thrift-Shop gehen, wenn du möchtest. Nein, das muss ich nicht. Wir können auch zum Thrift-Shop gehen, wenn du möchtest. Lass mich erst mal runterkupeln. Harry, ich sehe deine funkelnden Augen gerade. Ja, guck mal. Dann fahren wir zum Thrift-Shop. Aber auch nur, weil ich da mal einen Hochzeitshut in weiß und rot und zwei Unicorn-Masken bekomme. Da bekommt man nicht, was ich lieber nie gelegen bekomme. Ich wollte gerade fragen, was du mit Hochzeitshuten willst. Ich habe die gekauft, weil... Ich dachte, ich heirate irgendwann, aber... Na ja, ne? Jetzt sind die Mahnmal im Schrank. Und ich hatte sie zu Kostüm-Partys tatsächlich an. Ähm. Hm? Hm? Was war das gerade für ein Geräusch aus deinem Mund, Jo? Hm? Ich habe gehustet. Ich habe... Wie du gehörst, habe ich gehustet. Ah ja, genau. Genau. Das war ein Husten, genau. Ja. Was hast du gesagt, Ariane? Was ist das Thrift-Shop? Weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Okay. Dann Thrift-Shop, ich müsste aber kurz nach Hause mit meiner Tasche holen, ja? Ja. Machen wir. Wenn ihr jetzt auch was sagen könnt, ich hätte auch einfach von oben meine Runde... Ihr könnt auch kurz mitkommen, dann könnt ihr meinen wunderbaren Balkon mal betrachten. Oh, stimmt. Ist wirklich schön. Ja. Habt ihr eigentlich einen Balkon? Also wir haben eine riesige Hinterrasse. Wir haben eine Dachterrasse, ja, ja. Ach, der Rasse. Also eigentlich haben wir einen Hinterhof, wenn man es genau nimmt. Ich weiß, ich bin schon gesehen. Von dem wir auf die Rüder-Lieder gucken können, ja. Ein wunderbares Getränk trinkt ihr da. Bestes Getränk der Insel. Wirklich. Wir können auf ihren Balkon-Lieder gucken. Ist das so? Das ist wirklich so. Okay, interessant. Hab ich schon ausprobiert. Ich hab sie beobachtet. Ich hab sie beobachtet. Gar nicht gruselig oder so. Ja, okay, dann, ähm, ich fahr mit der Double-T rüber. Fahrt mir einfach hinterher. Dann würde ich einmal bei euch mitfahren, wenn das fein ist. Ich denke. Ja. Okay. Ich bin auch lieb, okay. Bin zwar ungefiltert, leider, aber... Nein, wenn du keine Chipstüte dabei hast. Nee, die hab ich oben gelassen. Tatsächlich hab ich's vergessen. Weißt du, wer ungefiltert ist? Barbara ist ungefiltert. Wir hatten letztens, äh, einen kleinen Unfall. Mhm. Oh, Yosuke ist ja dabei. Ich weiß nicht. Egal, ich will dich später machen. Okay. Das ist so ein Ausschusskriterium, wenn ich dabei bin. Ich bin verwirrt. Nein, ich kann's trotzdem erzählen. Also, sie weiß halt, dass ich mit jemandem zusammen bin, aber sie weiß nicht, wer. Und, äh, wir hatten einen Unfall und sie hat zwei Polizisten, die uns angefahren haben, ähm, sehr verbal angemacht, laut. Ähm, und dann hab ich von Weitem dann später, ähm, Yosuke gesehen. Und, äh, ja, der war dann dabei bei der Befragung und ich hab vorher zu Barbara gesagt, Barbara, bitte, da ist jetzt wirklich der Mann dabei, mit dem ich zusammen bin. Und der ist mir wirklich sehr wichtig. Könntest du dich ein bisschen zurückhalten? Bitte, mir zuliebe. Ich weiß, du meinst, das ist nicht böse. Und dann ist sie, äh, hingegangen und hat gesagt, ich bin, ich bin Ariane peinlich und hat da wirklich einen Aufstand gemacht. Das war so unangenehm einfach. Ja, das klingt sehr nach Barbara. Ja. Das klingt halt wirklich sehr nach Barbara. Hm. Also meine Antwort wäre ja gewesen, wegen peinlich. Ja, das ist halt, man muss mit umgehen können. Ja, das ist ja. Ist ein Argument. Irgendwie bin ich fast glücklich. Warum? Ach, nur so. Bin hier sehr wichtig. Willkommen beim niederen Volk. Und dann hat man so einen Spruch gekriegt. Weiß ich nicht. Bei uns steht nur einer vor der Tür hier. Oh, Kaya, ist das so ein bisschen wie das Fußball? Ja. Beim niederen. Ist offen. Ich weiß, wo Kaya wohnt. No way. Cool. Das muss ich hier später schreiben. Ah, ja Mensch. Benutz mal deine Ört... Hä? Hallo? Ich glaube, ich glaube, die haben einen Game Crash. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe den perfekten Spruch drauf. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe schon den perfekten Spruch drauf. Oh, ich habe schon den Spruch. Ich habe schon den Spruch. Ich habe schon den Spruch. Ich habe schon den Spruch drauf. das ist nebenbei meta was geschrieben wurde das ist so korrekt es ist da ist es genau die wohnung das ist die wohnung tatsächlich genau gleich wieder da ist noch mal schnell auf toilette gerannt erneut ok und kaya auch ja kaya meinte sie muss hier häufiger aufs klo ist das ja das land das klo ist halt direkt daneben von nun das problem ist sie muss einmal rein und raus sie müsste einmal geportet werden damit sie wieder richtig sehen kann ich glaube in den neustadt muss es auch gehen interessant dass das getriggert wird wenn man hier in der wohnung ist ja und so und so ja doch wie geht es denn dein kranken mann naja es geht eigentlich also er macht den beifel halt damit kaya ihren wagenkrieg wieder geht ja er war ja krank als ich das letzte mal mit ihm gesprochen habe ja es ist so ein semi ding dazwischen keine ahnung du kennst ihn noch sitzen kann er ja trotzdem nicht natürlich deswegen verschleppt er sich das ja schon seit ja ich kann dir noch abstechen dass er halt für eine zeitlang nicht arbeiten kann kein problem nein ja ich will nur helfen ich kann ja auch suspendieren wenn du willst kannst du nicht tatsächlich kann ich das oha aber ich glaube nicht dass du einen Amos zuhause sitzen haben möchtest der nicht arbeiten gehen kann naja ich würde es an sich nicht stören aber ihn würde es aber glaube ich stören ja das ist das ding dann lieber nicht er soll lieber bitte gesund werden das wäre immer schön ok aber wir müssen auch nochmal was zusammen machen also wir vier ja das stimmt war eigentlich ganz nett du meinst wir vier und Tilo vier und Tilo was gehts Aries kurz auf Toilette also falls du auch nochmal musst vielleicht oder wir gehen einfach alle auf den Balkon wartet wollen wir wirklich ja wir können gerne auf den kommen wir gehen auf den Balkon das kriegen wir glaube ich alles noch hast du vielleicht eine kleine Leiter womit man vom Balkon runter kannst du über Homie und Julia ne leider nicht man kann ja auch springen letztendlich aber es wäre nicht so gesund ne kaya kannst gar nicht erwarten ja ja wie geht es denn das war einfach ein joke oh mein Gott du bist ein bisschen zuhören du bist eine Wohnung die ich mir angeschaut habe echt jetzt mit der Reins damals ja guck dir das an direkt wo wir mal gewohnt haben da gegenüber ja ich kann da oben alles stalken die da oben stehen oh mein Gott Ray hat unten gewohnt rechte Seite ganz unten und ich habe ganz oben in der letzten Wohnung na ganz unten habe ich nicht gewohnt ne aber da habe ich dich getroffen wegen der Pizza damals ich dachte du wohnst da ne ne ich musste einmal die Treppe hoch ah ok sogar zweimal weiß ich gar nicht mehr ich bin einfach fast untergefallen ich brauche noch ein paar Möbel hier drauf oder so hast du doch schon schön dekoriert hier ja hab mir Mühe gegeben mhm war hier irgendwas mit dem Geländern das mir nicht gefallen hat und äh ja die Wohnungstür fand ich jetzt auch nicht so schön ja das Treppenhaus ist auch ein bisschen lang ich weiß ja das ist sehr lang ja ja so und von dort oben da sieht man auch unser den Hinterhof und da kann man es so hier wunderbar beobachten mhm red ich nicht aus Erfahrung oder so oh ja stimmt nicht wahr oh scheiße ja wieso scheiße ich kann dich einfach immer stalken ich liebe es jetzt schon warum hast du überhaupt ein Fernglas dabei Ariane ich habe auch eins dabei wir können das so machen wir telefonieren und gleichzeitig beobachten wir uns creepy ist nicht creepy oder ja also wir können schon ziemlich gut sehen muss ich sagen das heißt aber jetzt hätte ich beinahe was gesagt oh mein Gott das heißt aber alles was da passieren würde können andere Leute aber auch locker beobachten ne in der Theorie mhm also er ist das andersrum weil das zwar erhöht ist aber mhm also ihr könnt mich mehr beobachten als ich euch korrekt dort siehst du wie dir sich wieder gegenseitig in die Augen starren ist ja schlimm ja ist doch süß so ähm ja ist äh ich bin in der Scheidung ich darf das ähm ich hol mal ne Tasche ja so da hatte ich mich ein bisschen zurück ich glaube Kaya hat dich grad gerufen äh Ray ja ja ich geh schon viel Spaß beim Knutschen nicht zu nahe an der Brüstung bitte sonst fällt einer runter Gleichgewicht und so wow ja mhm bei mir hofft man alles sehr gut da beobachten mhm mhm wie geht's dir denn jetzt gerade super super bist du denn auch äh äh Genki also ne warte das ist jetzt irgendwie falsch steht das ähm ähm warte genau äh anata anata mo also wie geht es dir hat Frau Manchester mir noch beigebracht heute ok mhm Genki Desk hätt ich das mal lieber so gemacht ah super echt ich kann das eigentlich schon unter Genki Desk haben mhm und wie geht's dir jetzt? noch besser und jetzt? immer noch immer noch super meinst du man kann von dem Balkon hier auf den anderen springen? mhm das sollten wir nicht ausprobieren ne will ich auch nicht ausprobieren denn ich lebensmüde und wie geht's dir gerade? sehr sehr gut glücklich fantastisch happy es könnte nicht besser sein und jetzt? noch besser jede Sekunde ein bisschen besser ja das verstehe ich ja können wir rein zu den anderen? ja wir können rein zu den anderen ja wir können rein zu den anderen eines Tages machen wir eine Feier und dann bist du da auch wollen ja 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 weih irgendwie ja natürlich ist auch cool der song hört sich so cool an chat und dann heißt er einfach ghetto project da ist cool voll stumpf aber der hat was so gute laune ist dann so ein bisschen oder ich sage ich mache eine playlist es ist ja nicht meine playlist aber irgendwelche eine eigene playlist haben wo so meine favorites drin sind packe ich dann auch ins discord entschuldigung boah ich liebe den saft also chat auch dahingehend keine werbung ne aber es gibt von fana so ein lemon litchi saft ist so geil schön vitamine und so haben ist das gefühl mein jure verfolgt nicht alles gutes liegt in der wohnung die türen sind nicht ja irgendwie das war ja ich habe gesagt kaya sollte definitiv zu deines sie wenigstens die mietwienerung beantragen das ist kein zustand hier mit den türen jetzt guck mal bitte noch hier in den kühlschrank jo ähm ari will sollte sie jemals heiraten ihre ihr stück torte wieder einfrieren nein ich habe nicht gesagt sollte ich jemals heiraten ich habe gesagt das machen leute 25 jahre lang also ich habe und ich habe gesagt dann sag mir nicht dass du das eines tages machst naja je nachdem wollen wir einfach hier raus ja ja doch lieber mal raus ich würde euch auch sehen aber kaya hat unterbrochen naja wie gesagt ich würde es auch sehen dass ihr seines ahhh ich muss hier raus ja gottseidank ein nehmende ein nehmende wohnung ja ja eray kann ich vielleicht heute bei dir schlafen ja das sofa ist breit was würdest du denn sagen also je nachdem je nachdem was wäre das ok wenn du da deine torte einfräst naja ok dann nehme ich die mit kaya nein 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 stop stop nein nicht die hier ich meine eher auf die andere situation bezogen aber ok was denn ich weiß dafür nicht wovon du redest ich habe gerade kurz gedacht dass ich meine torten mitnehmen kann nee also nicht die torten ich könnte mal bitte bitte gehen nein alles super nein ich habe da eigentlich was anderes egal keine ahnung ach so ich habe übrigens klamotten von dir hier das ähm Jackett und die Weste und so mit die du mir ausgeliehen hast ja 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 wir lachen wenn der thrift shop schon zu hat weil wir sie einfach drei jahre brauchen ja klar ich gucke einfach im auto also fahren wir alle in einen auto wäre wahrscheinlich logischer ja ich mache es uns einfach raus irgendwo möglichst zu hause bei mir kaya ja was sag ich dein motorrad da vorne ja möchtest du im wahrblick aus ne ne das ist aus ist es aus ich glaube mir ist es aus sie hat halt schon mehr einfach den klopf betätigt alles gut so ich gucke auf der ladennacht noch offen natürlich nicht dazu gemacht wundervoll ich schaue mal ich schaue mal ganz schnell ähm gibt es kein restaurant wo man einfach was essen kann um die uhrzeit nein gibt es leider auch nicht ähm das taxi hat auf ja gut das innen ist ja mehr oder weniger was zu messen ja also oder das ellis ist ne kpop night von äh palace moments aufwenden ok polizei gewahrt bei einsatz am ellis ach das hab ich auch schon gelesen ist da auch schon polizei statt kommentar drunter nein keine kommentare oh ja jugular den äh streckenwein verfolgt finde ich gut der arme uhr eins der da drinnen hockt ach ich hab's nicht genehm wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin zum ellis oder zum old palitzer innen entscheidet euch ich muss mal kurz hier raus er muss auf toilette ja Okay warte bei der baustelle Oh, Ari, machst du auch? Kommen wir mal, Mr. Taylor. Saßen Sie gerade in einem Victor? Zufällig. Ja, das ist korrekt. Nur weil ein schwarzes Auto und Jugola hinter ihnen herfährt, müssen sie nicht Angst haben. Ja, das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. War ein bisschen cringe, ne? Ja, ja, okay, gut. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid. Danke, das Gleiche. Ciao. Was war seine Aussage? Ja, das ist sein Argument. Ich glaube, hinter uns ist auch irgendwo noch ein Streifenwagen nach hinten. Bei deiner Ziel, kann das sein? Und da kommt der... Oh mein Gott. Manchmal unsere Aufmerksamkeit, ne? Mhm. Unter Sache, unser... ...unser Highspeed-Fahrzeug steht dort. Bei der Dynasty. Ja. Hinter uns. Ja, ich verstehe schon. Mr. McKinney, was machen Sie mit der Highspeed-Unit bei Dynasty 8? Ach so, worum sind Sie noch mit der HSU unterwegs? Nix. Also, wir haben Sie jetzt endlich wieder weggepackt. Ja, dann war ich auf dem Weg in den Feierabend. Ja. Da müssen wir gleich hin, da ist Ari. Einer mit fucking blauen Ziner. Ziner liegt da an, wenn ich vorbeistet. Er hat auch ein scheiß blauer Rester mit Unterbodenbeleuchtung. Ja. Kann man sich... Dann machen wir erst nicht hinterher. Lassen wir ihn ja gut, dann holen wir uns jetzt nochmal, den da Highspeed-Unit. Ja. War noch am folgenden Tag, kurz hervor. Wo ist Ari? Geradeaus noch zu? Was? Ah, ich muss auf Club. Ja, natürlich müssen Sie das. Ja, vielleicht schicke ich hier von uns ein. Nee. Okay. Okay. Was passiert hier? Hm, 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 hm. Jetzt ist aber der Wurm drin, ja, so ein bisschen, ne? Nun. Das war jetzt der Vorteil der neuen Kamera ist, Chad. Kann ein bisschen so die verschieben in dem System. Ist nie so ganz mittig. Äh, äh, senpai, senpai, eu. Slow check, kann man ja auch nicht korrigieren. Sorry. Meine Mods sollen es auch einfacher haben. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Vielen Dank. Ganz der Dank startet, dass wir uns jetzt wieder recht schnell mit Altvieh. Easy. Ja, wir haben entschieden, dass wir, äh, Ray und ich, dann doch vielleicht zu Ray und... Nein, Ariane hat nichts damit zu tun, aber... Von den beiden, das ist so Kajas Blase. Es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir einfach den Abend zu Hause ausklingen lassen und noch ein bisschen, ja, auf dem Sofa sind und zocken oder so. Also ich hatte vorgestellt, dass wir uns alle einfach einen Ort suchen und da ist nur bleiben. Meinst du, das wird dann besser? Ah, das hat vorhin auch funktioniert. Hm, wir können auch an einen Ort fahren, äh, wo wir uns nicht mehr wegbewegen. Hab da in dem Sinn. Okay. Finde ich gut. Wo wir uns nicht mehr wegbewegen. Ist das eine Drohung? Ja. Oh, dann versprechen. Wir knebeln euch von Ari und ich von dann weg. Ja, ich glaube, da hat der Amazon-Problem. Und Domani, vielen lieben Dank für den Rüstab im zweiten Monat und Laura, vielen lieben Dank für den Rüstab im zweiten Monat. Dankeschön. Jetzt muss ich nur überlegen, wo das war. Übrigens, ähm, Streifenwagen ist jetzt wieder weg. Ja, ja. Ach da, uh, ja. Ich hab so ne Ahnung, wo du hin willst. Ist das so? Vielleicht. Ist das so. Außer du drehst jetzt komplett weg. Ja, gut, dann lieber im Moment. Verwirrt. Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Ah, cool. Geht schon mal vor. Ich komm nach. Gerade noch groß rumgetönt. Ich war die Einzige, die nicht musste. Park-Situation hier ist sehr ätzend. Okay. Gut. Dann warten wir mal auf Ray. Dann warten wir mal auf Ray. Wie war denn dein Tag so? Genau, meinst du von uns? Äh. Ja, ja. Ich? Du kennst meinen Tag viel mehr. Ach so, das war der... Also, ich war vorher noch mit Ray da bei diesem Herzblatt-Ding, aber... Ich hätte dich zu gern gesehen, wirklich. Was ist denn ein Herzblatt-Ding? Ja, war tatsächlich diese Veranstaltung, diese Herzblatt-Veranstaltung. Und was ist das Ziel bei dieser Veranstaltung? Ähm, da ist irgendwie ein... Also, das ist der Veranstaltung für Singles und da setzt sich jemand... Also, setzt sich zum Beispiel eine Frau hinter eine Wand und dann auf der anderen Seite der Wand sitzen drei Männer und circa drei Kandidaten quasi. Und die Frau stellt dann ihre Fragen an die drei und muss sich dann hinterher entscheiden, mit wem sie ein Date haben möchte. Das war sehr... Also, ich würde da niemals selber mitmachen, aber es war sehr... Kennt ihr Trash-TV ungefähr so? Ja, ich verstehe. Erzähl doch noch mal von den Fragen. Hast du die noch im Kopf? Ja. Also, die eine Frage... von der Frau war... Du lernst meine Familie auf einem Familientreffen kennen und erkennst, dass du meinen Vater letzte Nacht in einem Stripclub gesehen hast. Wie reagierst du? Dann war noch... Ja. Was? Ja. Ja. Solche Fragen waren das, genau. Oder... Ich habe von meiner Oma eine rosane Feinripp-Unterhose mit Elefanten drauf geerbt. Was hast du... Was erbst du von deiner Familie? Solche Fragen waren das da. Hallo. Oh, ja. Ja, ne? Ja. Ja. Genau. Also... Ja. Aber hey, anscheinend will irgendeine Security von Meriwether... Ähm... Keine Ahnung, was sie will, aber irgendwas will sie. Jetzt sind wir wieder bei dem Start eines Gesprächs, das in eine andere Richtung ging und ich finde, wir sollten jetzt mal einfach zu diesen wunderschönen Kirschbüten bogen. Ja. Klar. Das zweitwunderschönste hier. Achso, Ari Noah möchte eine Wohnung verkaufen. Wer ist nur? Also Mr. DuPont. Entschuldigung. Oh. Äh, irgendwie City Apartments oder so. City Apartments? Aha. Aber nicht die Pegasus. Habe ich nicht nachgefragt, weil... Hat jetzt, äh... Nicht auf dem Film, was für Wohnungen das sind. Achso, ja, ich kann mir, ähm, jetzt alleine so keine leisten. Hm. Ich dachte, wir wollen eher die Pegasus holen, oder willst du doch woanders hin? Ähm... Nee, tatsächlich nicht, aber... Also, okay, ja. Also, ja, das... Boah, das ist doch ein Thema, das war nicht... Das passt jetzt gerade irgendwie... Oh mein Gott, hier sind ja Kirschblüten auf dem Boden, die ich gerade sehe. Ich muss mal kurz... Äh, achso, ihr könnt ruhig weitergehen, ne? Ich, wisst ihr was? Ich mach das einfach später. Du findest es einfach wunderschön, nicht wahr? Deswegen... So schön. Da vorne ist nämlich auch nochmal so ein... Wunderschöner Baum. Da sind wir auch schon dran vorbeigelaufen. Ja, ist sehr, sehr schön. Okay. Ja, Ariane ist mittlerweile verliebt in Kirschblütenbäume. Ja, ich kann das verstehen. Der Kirschblüt ist halt schon was sehr Hübsches. Definitiv. Kann man auch richtig sehr gerne haben, ne Kirschblüte. Wenn man auf Bäume steht, ja? Ja. Oh, Ray. Was denn? Gar nichts. Guck mal, Ray, Wasser. Ja, wow, Wasser. Kannst du mir jetzt damit sagen? Nichts. Äh. Okay. Bull. Also, ich hab jetzt... Ich mein, es ist ein schöner Ort und so, aber wie kommst du darauf, dass wir hier nicht mehr weggehen? Ich dachte, ihr wollt an einem Ort festbleiben und nicht weggehen erst mal. Ja, ja. Klang nur vorhin so wie... Ihr werdet den Rest der Nacht nicht mehr hier weggehen. Nein. Was? Äh. Okay. Ja, so klang... Ja, nein. Ich meinte... Oh Gott. Ja, egal. Es ist doch hinten, werden auch Sitzplätze bei den Kirschblütenbäumen. Man ist hier viel zu selten tatsächlich. Ja. Das stimmt. Wir müssten noch mehr Geschäfte aufmachen. Oh, ja. Irgend so ein Szene-Geschäft. Irgendwas, was total modern ist. Das Up-to-date würde hier gut hinpassen. Stimmt tatsächlich. Gut, ein Souvenirladen. Oh, ja. Ja, Ray. Ein Souvenirladen. Da hab ich dich dran. Ich hab's vergessen. Beziehungsweise ich hab's angefangen damit, mir das aufzuschreiben. Möchtest du vielleicht ein Jahrzehlen von deiner Idee? Ja, ich hatte zwischendrin mit dem Gedanken gespielt... Stimmt, irgendwie klingens. Mhm. Ähm, einen Geschenkeladen auch zu machen. Der... Hm. Weil wenn man vor allen Dingen länger hier ist, hat man halt immer irgendwie dasselbe. Und die Leute können sich nicht mehr so viel einfallen lassen. Wir haben ja schlicht und ergreifend... Von der Queecher hätte 50.000 Versionen. Ja, stimmt. Ähm, und da könnte man halt damit arbeiten mit Geschenkboxen, wo... Keine Ahnung, Badebomben bei sind, Flüchtiere, sowas in die Richtung. Das ist eine gute Idee. Was hat die mit den ganzen Kirschblüten immer? Versteh ich da was nicht? Japanisch. Also vor allen Dingen die japanischen Kirschblüten. Ok. Also, was hier immer fehlt, finde ich, ist einfach, das könnte man zuhause schön mit Freunden machen, einfach ein schönes, großes Puzzle. Zum Beispiel? Das ist so simpel, aber irgendwie fehlt das hier. Ich hab noch keins gefunden. Ja, das stimmt. Das oder generell so Boardgames oder so, ne? Wortspiele. Ja, das stimmt. Ja. Alles okay? Alles okay. Ich hatte mal mit... Ja, oh Gott, ich hab da hier ein Talent für meine Küche. Hau raus! Äh, ich hab mal mit Freunden hier Werwolf gespielt. Das war tatsächlich, äh, sehr, sehr lustig. Damals, ähm... Woom in diesen... Ja, Kannibalen-Dorf. In einer sehr, sehr großen Runde. Das war tatsächlich sehr schön. Was ist Werwolf? Ähm... Warte, wie erklär ich das jetzt? Ray, erklär einmal Werwolf. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nie gespielt. Naja? Ich auch nicht. Naja, man ist in einer ziemlich großen Gruppe. Und es gibt einen Spielleiter. Und die anderen müssen sich die Augen zu halten. Ach, wie setzt man das in der MP? Da darf man aber nicht mogeln. Man hält sich verschwunden die Augen zu. Und, ähm... Aber Jiro natürlich nicht. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Jeder hat vorher eine feste Rolle. Zum Beispiel gibt es da die Seherin. Und die Seherin, die darf... Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Vergessen wir das. Ich muss das mal venturen. Ich hab's vergessen. Ich hab's wirklich vergessen dann. Okay. Hm. Ja. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, das wird vielleicht ganz gut. Würde ich sagen. Auf zu den Kirschbäumen. Romantisch. Hm, was ist mit romantisch? Mit Halsstühle oder Holzstühle? Romantisch hier. Ja. Äh... Wo saßen wir denn letztes Mal? Ich meine, bei den Teilstühlen... Nee, hier hinten saßen wir letztes Mal. Echt? Meint schon, oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaub, wir waren hier zu weit auseinander. Nee, ich glaub, wir haben umgeräumt. Tatsächlich. Das Geschäft hier. Ihr wisst, wir können uns auch einfach hier auf die Steinbank setzen. Nee, wir machen das einfach. Ihr setzt euch hier hin. Ich hol mir einen Stuhl. Ist schon okay. Und ich bin ganz kurz wohin. Setzt dich, Arianna. Ich hol mir auch einen Stuhl. Ich geh mir kurz auf Klo. Ich rück ein bisschen zu dir rüber, wenn du möchtest. Also, wenn's okay. Also, wenn du willst. Also, du weißt schon. Ja, nein, natürlich. Natürlich. Okay. Gerne. Ja, nun. Lassen wir die Gesprächsthemen doch jetzt der neuen Runde ein bisschen an. Okay. Finanzen. Hast du grad Finanzen gesagt? Wir können nicht über die gleichen Themen reden wie gerade. Soll ich wegrücken mit dem Stuhl da hinten in die Ecke, wo ich das so... Nein, 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 nein. Aber es waren so typische... So typische... So wie das Märchen, über das ihr geredet habt. Wir haben über kein Märchen geredet, hört's auf. Die Antwort kann man nur dezent schnell. Ihr wisst schon, da ich mein Detektiv war, ne? Ich wollt's nur einmal in den Raum werfen. Ja, aber da wirst du nicht rauskommen. Wollte immer einer werden. Ich war mal so halb bei einer und weiß immer noch nicht, warum. Ich weiß schon, warum. Ich weiß auch, warum. Okay, ja, ich vermiss das so wirklich. Haben wir uns nicht mal mitten in der Nacht irgendwo getroffen? Ja. So ganz eben geheim... Oh, ich vermiss das so. Ja, ich auch irgendwo. Naja. Ähm. Ähm. Was sind jetzt deine Pläne, Kaya? Meine Pläne? Ja. Ich hab absolut keine Ahnung. Noch nicht. Also... Ich hab jetzt erstmal einen Job. Wo ich auch mal wieder auftauchen sollte. Die kommt nicht mehr in Frage. Äh. Das ist im Moment tatsächlich eher die Frage. Also, ich hab absolut keine Ahnung darüber. Zerbreche ich mir im Moment sehr den Kopf. Mhm. Okay. Weil... Also, ich hätte die Möglichkeit... Ähm... Der... Commissioner Weiss hat mir gesagt, ich kann zurückkommen, wenn ich eine gewisse Zeit clean bin und mir nichts zu Schulden kommen lasse. Er hat aber auch gesagt, dass er mich mehr im MD sehen würde. Das Problem ist, ich sehe mich da selber nicht. Warum im MD? Nach seinen Worten, ich wäre... sehr empathisch. Ich hab selber schon so viel Scheiß mitgemacht. Ähm. Und könnte verstehen, was andere da so durchmachen. Und... Ich find das irgendwie auch völlig random irgendwie. Ja. Und ich wäre jemand, der definitiv nicht korrupt wäre. Ja, ich glaub, deswegen hat er es. Weil wer ist dann, ich glaub, trotzdem eine Bereicherung für die State Police? Einfach weil du diese Empathie dann gegenüber Leuten, die vielleicht eine nicht so gute Zeit haben und eine Fehlentscheidung getroffen haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wollte immer Detective werden, aber irgendwie hab ich mir das aus dem Kopf geschlagen. Und ich weiß nicht, ob ich als Streifenpolizistin... I don't know. Mhm. Mir hat das Ermitteln halt damals sehr viel Spaß gemacht. Weißt du? Ja. Also ich hab ja damals... Ich meine, ich kann ja... Ihr könnt ja gegenüber mir nicht offen reden, aber ich kann ja offen reden, weil es ist ja eh schon länger her und du weißt es ja sowieso. Ariane und ich haben ja dann dem Fall da mit Evan Andersson ermittelt und es hat halt wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das heißt Spaß. Es hat halt wirklich sehr motiviert und es hat mir... Ja, ich hatte unglaublich viel mit Motivation, was man eigentlich auch daran sieht, dass ich sehr viele... Ich hab halt so Grafiken sogar extra erstellt zu Übersichten und so weiter und so fort. Hab mich da richtig hintergeklemmt, da bin ich richtig drüber aufgegangen. Und ohne, dass ich da jetzt wirklich hart drauf eingehe, was ich eh nicht wirklich kann, was warst du in der ganzen Zeit? Officer. Und was konntest du die ganze Zeit machen? Vermitteln. Merkst du es einfach, ne? Ich weiß. Weiß ich ja. Aber es war nicht mein... Es war ja nicht mein Hauptjob. Quasi. Verstehst du? Nein, das war schon irgendwie. Manchmal ist der Zwischenweg der unkompliziertere Weg. Um es mal so auszudrücken. Kannst du bitte bei uns wieder anfangen, da kann ich auch noch sprechen. Es fragt Daria nämlich auch ständig. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, mein Entzug ist noch nicht so lange her und ich bin ja im Prinzip immer noch auf Entzug. Das ist ja nicht. Ich werde auch immer Alkoholikerin sein. Das ist nicht heute oder morgen, das ist halt schon klar. Aber nimm dir deine Zeit und denk wirklich drüber nach. Du musst es ja nicht überstürzen. Aber ich sehe es halt so, dass du auch eine Bereicherung für die Behörde wärst. Aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Dingen, die du schon erlebt hast. Ob wir jetzt von damals, vor zwei Jahren, dass er Mann nimmt oder anderthalb Jahren. Oder halt die Sachen, die du vielleicht aktuell erlebt hast. Ja. Aber die Entscheidung musst du selbst treffen. Jeder von uns kann jetzt hier irgendwas sagen. Aber im Prinzip musst du in dir den Weg finden, der für dich deiner Meinung nach der richtige ist. Ja. Weißt du, bevor ich darüber, bevor ich da eine Entscheidung treffe, ich meine, ja, ich vermisse die Zeit mit Ariane vor allen Dingen auch, das, und generell die Zeit im PD. Und im Prinzip ist meine Entscheidung ja schon, ist sie ja im Prinzip schon da. Aber ich werde das so lange nicht in Angriff nehmen, wie ich mich, nicht wie ich selbst wiederfühle. und das ist mir wichtig. Ich will erst wieder mich wieder wie Kaya fühlen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich denke, ich weiß, was du meinst. Also im Prinzip hast du Bock, aber willst erst dich wieder gefunden haben, richtig? Ja, richtig. Gut, ihr habt es gehört, dass er Zeuge sie möchte wieder anfangen, sobald sie sich gefunden hat. Super. Wir wissen, das höre ich manchmal. Ja, ich melde mich dann. Wenn es weit ist. Ja, du musst dich halt beim Kommission halt melden. Ja, das muss ich. Muss ich das? Ja. Man kann sich auch ganz normal wieder bewerben. Ich bewerbe mich dann nochmal, ja. Aber aus Respektsgründen, glaube ich, ist der Weg über den Kommissioner vielleicht der intelligentere. Ich meine, ich habe ja schon mit dem Kommissioner geredet und der hat ja gesagt, ich könnte wieder so. Muss ich dann nochmal? Ich würde es trotzdem nochmal machen, wenn du dich gefunden hast. das solltest du nochmal machen. Du stellst dich da hin und sagst, bist der Weiß, ich bin clean, ich habe Bock. Whatever. Was du sagen würdest halt. Also, ich soll ihn da anrufen und sagen, Herr Weiß, ich bin clean, ich habe Bock auf, also, ich habe Bock. Vielleicht solltest du das face to face machen und nicht per Telefon. Ja. Sag, du bist ready. Vielleicht solltest du auch da dir ein bisschen mehr einfallen lassen als, ich habe Bock, weil das kann man falsch verstehen. Ja, was sollte das sein? Weiß ich meine. Darauf wird doch niemand kommen, oder? Doch schon. Wenn jemand draufkommt, dann, mhm. Was? Was? Dass man es falsch verstehen kann. Ich habe Bock. Keine Ahnung, kann ja mal sein, dass du Bock hast, jemand zu erschießen oder so, keine Ahnung. Habe ich schon, kann ich nicht empfehlen. Ja gut. Also, keine Ahnung, wie viel von meinen Kugeln da, aber ich, naja, Operation Blackheart. Ja gut. Wie dem auch sei. Äh, ja, ich werde dann wohl nochmal mit dem Commissioner reden. Kannst du dir eine Torte mitbringen? Hast du eine im Eisfach? Entschuldigung. Kind. Ist ja auch gut. Ja, sehe ich jeden Tag, danke. Für die Erinnerung. Mhm. Nach mal außerhalb meiner Wohnung. Ist nett, dass du dich adoptiert hast. Hey, das ist nicht lustig, das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Weil nachdem ich jetzt von diesen Digital-Den-Leuten angerufen bin, angerufen, oh mein Gott, angerufen wurde, und die mir gesagt haben, dass es keine Mini-Kühlschränke gibt. Ja, aber so alt, wie die teilweise sind, kann man wirklich von adoptieren reden. Wie oft wurde da die Kühlkette schon unterbrochen? Ariane, ich will nur fragen. Aber ihr habt eigentlich recht, ich sollte wirklich nach einer kleinen Kühlbox mal anfangen. Mit Gitter. Es gibt, nein, es gibt doch wirklich diese, die man wirklich nur damit ich nichts anspringt, weißt du. Ich hab gerade noch mal geguckt, da ist kein Schimmel, die sind einfach nur ein bisschen ranzig an den Seiten, das war's. Und die vierte Torte gibt's ja im Januar dann wieder. Man sollt, dass die anderen zumindest abgeschafft haben bis dahin, sonst werden sie eifersüchtig. Hier können wir einfach die Torte nehmen, die vom letzten Jahr war, die anschneiden, so damit die nicht ganz in meinem... Willst du ihn umbringen? Oder was meinst du? Das fragst du doch. Ob diesmal mehr als vier kommen? Ich glaube, einige in der Stadt würden zu mir kommen und wir sagen, teach me senpai. Die nächste Feier wird besser. Hm, das stimmt. Ich bin gespannt, ja. Wenn nicht die Hälfte von den Leuten aus dem PD ist und unbedingt dann noch arbeiten war. Aha. Und nicht dann noch Mayhams auftauchen. Das waren nur die Wolves. Ja, die Wolves. Also, Joske, die Idee ist, dass wir... Und ich halte jetzt an der Idee fest, Leute, ne? Ich werde ihm kein Liebeslied sein. Nicht nochmal. Nein, aber von seiner Lieblingsband. So, wir mieten das Bahama Mamas für ihn und dann gibt es eine Motto-Party und die Motto-Party heißt einfach nur Crime. Und da gibt es dann Leute, die Anzüge tragen, dann gibt es dann die Fouchure-Leute, dann gibt es die die Fouchure-Leute und so. Und jeder vom PD zieht sich halt die Fouchure- und die Fouchure-Leute. Jeder im PD zieht sich dann entsprechend an und das ist dann weiter weil es Geburtstagsparty. Ne Motto-Party. Das klingt, äh, interessant. Ähm, geht der Feuer außer Dienst dann, oder? Äh, Ray hat vorhin schon gesagt, dann kann er jeden von uns wieder knüppeln und festnehmen. Nein, aber die Idee per se ist eigentlich nicht schlecht. No. Danke. Die zweite Idee wäre, in den schrecklichsten Tag seines Lebens zu bescheren. Das ist tatsächlich auch so, hört sich jetzt doof an, aber... Das haben wir schon, Ariane, letztes Jahr. Dieses Jahr. Er hatte trotzdem Spaß, glaube ich. Ja gut, wir waren zu dem, Wer bekommt zu seinem Geburtstag nicht gerne Lass nicht sein Trauma nochmal aufleben. Und bitte nicht mein Schade, dass es dort nur Treppen gab an dem Tag. Du warst im Rollstuhl, ne? Ja. Ja, ich glaube, er wollte weg. Bringt. Du warst auch dabei. Ja. Ja, das war der Rollstuhl. Das war der Rollstuhl, Mann. Das war derjenige, der sich die ganze Zeit geweigert hat zu singen. Oh ja, so langsam klingelt es. Ja, ich bin da dein unscheinbares Licht am Tisch. Ich war das Liebeslied auch für euch, wer weiß das schon? Genau. Oh mein Gott, kann ich mir das bitte einreden, dass das Liebeslied einfach nur für euch war und dann... Also zu der Zeit hatte ich noch richtig Angst. Ist mir egal, das Lied war für euch, dann ist das Trauma nicht mehr so schlimm. Ach so, apropos, kannst du mir, Ariane, kannst du den Song aussuchen und mir dann sagen von seiner Lieblingsband, den ich... Also, ich weiß nicht, hörst du seine Lieblingsband? Ich höre die halt nicht. Ach, du machst mir den weiß jetzt. Ja, ja, kann man Recherche anstellen, aber... Ich habe mir nur den Bandnamen. Tatsächlich erkenne ich mich wirklich gar nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung. Jetzt da holt Clay, oder? Ja, aber ich weiß es halt wirklich nicht. Offensichtlich interessiere ich mich gar nicht für ihn. Nein, ich weiß es wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Da kann ich dir leider nicht weiterhören. Da musst du... Die wissen aber schon, dass die echte Mark nur sagen dürfen im App gehen, ne? Ich weiß nicht, ich schaffe ihn. So fürs Protokoll. Na okay, das ist aber jetzt gemein. Ja, tut das schon. Ja, nein, es war nicht beleidigt, also es gab sogar irgendwann mal eine Aussage dazu in einem Community-Treffen oder so. Hilffragen. Es ist vollkommen fein, wenn man auch nicht richtige Marken sagt. Natschi kriege ich auch nicht wieder. Du weißt, wie lange er gebraucht hat, um mich zurückzurufen? Obwohl es hieß, ich rufe dich gleich zurück. Nein, also es ist okay. Vielleicht waren zwei Wochen später. Ja, aber vielleicht hat er da Angst, es wäre, und ich ginge dort um dein Licht. Also ich weiß das aus Gründen. Es wäre mir neu, dass es nicht erlaubt ist. Aber stimmt, wo bleibt da der Spaß? Gut, ähm. Anderes Team. Ja, ich bin noch am überlegen. Ich wollte es nur schon mal ansprechen. Ich habe es heute irgendwie nicht so, ne? Heute ist irgendwie nicht so. Ich muss auf jeden Fall nach Holt Clay suchen. Und da mal ein bisschen. Ja, solange du nicht nach Holt Clay guckst, ist alles okay. Wieso? Was ist das? Ach, das ist doch eine Coverband. Richtig schlimm. richtig ekelhaft. Sind nicht gut. Das weiß ich sogar, obwohl ich Holt Clay gar nicht höre. Stille. Stille. Du könntest Juske mal diese Danna-Him-Geschichte erzählen und mal nach seiner Meinung fangen. Du hast ja jetzt nur nach unserer Meinung gefragt und wir sind ja direkt auf den Hass-Train aufgesprungen. Gut, bei mir ist auch nicht wunderlich, der Penner. Ich bin da auch ein bisschen biased halt, ne? Hättest du eine neutrale Meinung? Wer ist Danna-Him? Matthew Danna-Him-Geschichte total, er kennt ihn nicht mal. Mal gehört, da war doch irgendwas. Ja? Worum geht's? Gebt ihr gerne meine Expertise mit auf dem Weg, worum auch immer es dir gerade geht. Okay, also Matthew Danna-Him ist der Gründer von World of Music. Ist er wohl nicht der Gründer von World of Music? Nein. Ah, okay. Er war der Gründer von World of Music oder ist der Gründer von World of Music? World of Music hat er drei Monate lang mit seiner besten Freundin Tiger geführt. Nach drei Monaten hieß es, ich muss nach Hause, weil mein Vater im Sterben liegt, nach Texas. Also ist er quasi von jetzt auf gleich von einem Tag auf den anderen abgehauen. Hat gesagt, du musst meinen, oder kannst du bitte meinen Part im Verein übernehmen? und ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Ich werde den Verein für dich in Ehren halten. Zwei Wochen später, nachdem ich wirklich zwei Wochen jeden Tag versucht habe, seine beste Freundin zu erreichen, die sich auch nicht bei anderen Vereinsmitgliedern oder sonst was gemeldet hat, habe ich sie dann endlich erreicht und sie sagte mir, du kannst Matthew nicht ersetzen, ich möchte dich nicht mit dem Verein und meldete sich dann nie wieder bei irgendwen. Also die ist auch irgendwie verschwunden plötzlich. Also habe ich mir den Verein über das Kasa wieder zurückgeholt. Ich habe den Verein über ein Jahr gehegt und gepflegt, habe Konzerte veranstaltet, vier, fünf Stück, glaube ich, nicht mehr jeden Monat, weil ich das allein noch gar nicht hinbekomme, weil ich stand halt plötzlich alleine da und nicht mit einer zweiten Leitung und habe so viel Arbeit da reingesteckt und so viel Stress, dass ich selber kaum noch wirklich arbeiten war. Ich habe, glaube ich, auch durch diesen Stress meine Narbe auf der Brust zu verdanken, weil ich in der Zeit auch einen Herzinfarkt bekommen habe, der auch erblich bedingt ist, aber kann auch sein, dass das durch den Stress halt noch mal, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte ich dann hinterher Hilfe erst von einer anderen und dann von noch drei anderen Leuten, die aber im Endeffekt nicht wirklich was gemacht haben und irgendwann hatte ich halt keine Lust mehr, etwas zu tun, weil es mir niemand gedankt hat und die Musiker selber haben sich kaum noch dafür interessiert, niemand hat geholfen, niemand hat es mir gedankt. Ich habe zwischendrin versucht, den Verein zu einer Firma umschreiben zu lassen und zwar zu einem Label, das staatlich gefördert ist, damit die Musiker nichts von ihrem hart erarbeiteten Geld nochmal abgeben müssen an das Label, weil ich das unfair fand und man weiß, dass es bei Madani damals nicht funktioniert hat und das hat nicht funktioniert. Also habe ich dann den Schluss gefasst, okay, ich werde World of Music jetzt zumachen. Ich mache noch ein letztes großes Konzert und damit hat es sich. Also habe ich versucht, Paradise ein großes Konzert zu organisieren, Paradise hat mich aber immer wieder vertröstet. Ja, machen wir dann in einem Monat, die machen wir dann in zwei Monaten immer wieder. Da habe ich irgendwann gesagt, fuck your Paradise, ich gehe jetzt zu Alice Moments, habe das mit denen gemacht und geplant und kurz bevor das Konzert stattfinden sollte, stand wer wieder vor mir? Ding, 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 Matthew Dunaham, richtig. Und sagte, hey, ich bin wieder zurück, kriege ich den Verein wieder. Ich war zu dem Zeitpunkt fertig mit allem und hatte auch gar keine Kraft mehr, irgendwie groß zu sagen, nee. Ich habe einfach gesagt, hier, nimm, ist gut, wir machen die große Veranstaltung oben am Weinwood Bowl einfach nur noch als Übergabe-Event für die neue Leitung, neue alte Leitung und dann ist okay. Also ich habe nicht mal ohne groß zu kämpfen den Verein wieder an ihn abgegeben. Dann bin ich ja gegangen im Juli und jetzt, als ich wiedergekommen bin, durfte ich mir plötzlich von mehreren Leuten anhören, dass Matthew Dunaham durch die Stadt geht und Leuten erzählt, ich hätte ihm den Verein weggenommen, dass ich den Verein gegen die Wand gefahren hätte, dass also quasi, dass ich einfach der komplette Sündenbock bin, um sich selbst besser darzustellen. Dann gab es noch ein Interview mit dem Observer, da gibt es auch einen Artikel, wo er drin schlecht über mich geschrieben wird, was den Verein betrifft und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe es absolut nicht kapiert, warum er das plötzlich macht, weil wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, so gut, dass ich, ich hatte kurzzeitig eine Freundschaft mit ihm, ist aber auch nur nebenbei, aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, so. Wir haben uns wirklich sehr gemocht. Und dann komme ich wieder und höre das. Und dann habe ich ihm geschrieben, habe gefragt, was das soll, warum er rumläuft und sowas über mich erzählt und was ich ihm getan habe. Dann kam eine SMS zurück, die literally fuck off drin stehen hatte. Und ein paar Tage später wollte er sich dann doch mit mir treffen und hat mir eine Entschuldigungs-Mail geschrieben, wo drin stand, dass ihm ja jetzt genau das gleiche passieren würde, dass Leute plötzlich schlecht über ihn reden und Leute, von denen er gedacht hat, sie seien Freunde und so weiter. Also so eigentlich richtig Karma. Ja, und dann habe ich entschlossen, okay, ich höre mir das jetzt einfach mal an, weil ich finde, auch wenn er mir diese scheiße SMS geschrieben hat, er soll die Chance bekommen, sich zu erklären. Und dann habe ich mich oben mit ihm am Weinholdball getroffen, zusammen mit M, also einer Freundin von Amos. Ray und Amos kam dann hinterher auch dazu. Und dort hat er sich dann entschuldigt, hat gesagt, dass das alles sehr scheiße war und dass er mich ungerecht behandelt hätte und dass er das wieder gut machen wollen würde und M hat dann irgendwann vorgeschlagen, dass er das vielleicht auch mal öffentlich richtig stellen könnte, weil er das sogar das hat er da auch erzählt, sogar irgendwelchen random Personen während des Taxifahrens, die er gar nicht kannte, erzählt hat, wie scheiße ich bin. Und da meinte er, ja, das hatte ich auch schon im Kopf gestern, aber ich wollte erst mit dir reden und ja, das mache ich noch. Das Gespräch war vor was sagen wir in der Woche oder so. War das nicht letzten Sonntag? 5.11. Letzten Sonntag. Genau. Ja, ja, Peter war nice. Und bis heute kam nichts auf Venture, gar nichts. Und vorhin waren wir oben, weil Ray dann einen Termin hatte bei World of Music. Und da stand er dann plötzlich, als wir rausgekommen sind und hat nicht mal ein Wort zu mir gesagt. Und hinterher bekomme ich eine SMS mit Sorry, dass ich nicht Hallo sagen konnte, es tut mir alles so unglaublich leid. Ende der Geschichte. gefilterte Aussage oder ehrliche Aussage? Do it. Los, alles raus mit damit. Du hast das Verhalten, scheiß auf die Person, gib bessere Menschen in deinem Leben. Das ist die Mühe nicht wert. Also von dem, was ich da jetzt rausgehört habe, ist das halt wirklich absolut miserables Verhalten dir gegenüber. Und du solltest nicht deine wertvolle Zeit verschwenden. Im Prinzip machst du ja eh eine Art Neustart gerade durch und zu diesem Neustart sollte er nicht gehören. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ich kann es nur immer noch nicht verstehen, warum das plötzlich so war. Und ich kann auch nicht verstehen, ich wollte tatsächlich einen Vertrauensbeweis von ihm und dass es ihm wirklich leid tut. Und habe ihn gefragt, wie er mir das denn so erzählt hat. Und vor allem hat er ja auch tatsächlich behauptet, dass ihm Personen erzählt hätten, dass ich den Verein gegen die Wand gefahren hätte. Also irgendwelche Personen kamen zu ihm und haben ihm das erzählt. Mehrere Leute. Und dann habe ich ihn gefragt, wer waren die Leute denn so? Und er meinte, er könnte sich nicht erinnern. Genau. Mhm. Genau. Die Geisterdiari wahrscheinlich. Tja. Wenn man bedenkt, dass er auch Drogen und Alkohol konsumiert, ja. Aber er war sich nicht zu schade übrigens Max mit reinzuziehen und zu meinen, ja, ich hätte erzählt, was für ein Scheißkerl Matthew Dunaham ist. Ich schätze Max eigentlich gar nicht so ein. keine Ahnung, ich habe mit Max noch nicht geredet. Werde ich noch. Ich werde ihn jetzt auch nicht direkt beleidigen oder sowas. Wie gesagt, ich höre mir gerne beide Seiten von. Ja, finde ich, aber es passt einfach nicht zu Max. Ja. Keine Ahnung, vielleicht war Max jetzt auch einfach nur ein Bauernopfer für ihn oder so, damit er irgendeinen Namen sagen kann. Das kann ich mir nämlich halt auch vorstellen. Ich weiß es nicht. Mir kommt es halt nur nicht, ich verstehe es halt einfach nur nicht wie, warum. Ich bin ja nicht zu der, du willst auch niemals eine Antwort darauf bekommen, warum. Wahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Mit der Wahrheit hat er es ja nicht. Wenn er dir irgendwann irgendwas erzählt und dass er seine Wahrheit verkauft, wird es eventuell gar nicht die Wahrheit sein. Das ist halt die Schwierigkeit hier. Das Vertrauen hat er bei dir verspielt, indem er dich schon angelungen hat. Mehrfach. Selbst vor Ort. Im Prinzip selbst darüber nachzudenken, was das Warum ist, ist reine Zeitverschwendung und solltest du dich deine Gedanken daran verschwenden. Denk an was Positiveres oder was Cooleres, aber nicht daran. Auch wenn es gerade einfach gesagt ist, es hat es getan. Du wirst keine Antwort bekommen und das kann dich irgendwann unglücklich machen. Ich habe euch, ihr seid positiv. Für mich auf jeden Fall. Meistest negative raus aus dem Leben. Das war ich gerade auch. Ari und Ray sind da positiv. Das ist richtig. Du doch auch. Ich nehme es auch. Ja, siehst du, das macht dich positiv. Du bist kein Arsch, Joske. Du bist nicht so. Nun. Ja, nun. Du hast mir auch schon ein paar Mal geholfen. Ja, vielleicht war, ne, wir hatten auch mal so den ein oder anderen nicht so guten Lauf, aber Na ja, du warst ein Schützling von Thiele und mir und wir würden jedes Mal dir helfen und das solltest du eigentlich noch wissen. Das weiß ich ja, also mittlerweile. Du weißt, es gab eine Zeit, bei der ich nicht so sicher war. Ich weiß. Aber das hat sich ja geklärt. Hat sich geklärt. Das ist richtig. Nachdem du ja ein Teil der Behörde warst, war es doch deutlich einfacher. Ja. Richtig. Hättest du es mir überhaupt irgendwann mal sagen können, wenn ich nicht ins PD gegangen wäre? Tatsächlich nicht. Das ist halt das Komplizierte in der Hinsicht. Und das hat auch mit dem Credo halt zu tun. Das ist immer ein bisschen komplizierter, wie du weißt. Aber dann hast du mich damals in der Hinsicht da irgendwie hast du mir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Weil du hast gesagt, irgendwann erzähle ich dir das. Ja. Außer du hast damals schon gerochen, dass ich irgendwann ins PD gehe. Ich habe damals einen Weg gesucht, eine Möglichkeit zu finden. Tatsächlich. Aber mir wurde das ausgeredet die ganze Zeit durch eine sehr negative Partei. Ich nicht jetzt hier beim Namen nennen, aber du dir denken kannst, welche, die nicht mehr Teil es ist der State Police sind. Arbeit bei der State Police und ich kann es dir sagen. Da? Da. Okay. Nun. Das habe ich mir auch geschrieben nach seinen letzten SMS. Nun ist ein super. Ja, Ariane und Ray haben es vorgeschlagen. Ich soll ihm einfach nur nicht schicken. Ja, Souvenirladen, ne? Ja, Souvenirladen. Wo würdest du den denn hier hinpacken wollen? Ich hatte schon an mehreren Spots geguckt, tatsächlich. Weil es bräuchte halt einen Ort, wo man easy rankommt eigentlich und der relativ gut zugänglich ist. Auch von Touristen zum Beispiel. Ich meine, hier würde der an sich gut reinpassen. Es stellt bloß die Frage, wo genau. Es müsste, dürfte halt nicht zu groß sein, weil es halt, ne, im schlimmsten Fall zu verlaufen wäre. Also im Sinne dessen, dass es nicht mehr sympathisch wirkt oder nicht mehr dass es einfach zu offen ist. Zu leer. Vor allem nicht am Anfang. Und man, reicht das Konzept ein? Müsste ich mal gucken. Eventuell Anfang nächsten Jahres. Ich könnte es mir tatsächlich da vorstellen, wo Masquerade war. Hm. So schön auf dem Weinrott Boulevard. Merke ich auch cool. Da würde ich einen Souvenir-Shop sehen. Ich habe tatsächlich auch am Pier geguckt, tatsächlich. Ja, da natürlich auch. Also halt direkt auf dem Pier. Da gibt es ja so kleine Geschäfte. Manche sind ein bisschen leer stehen. Manche sind halt überladen. Hm. Hm. Aber es ist halt so Sache, vor allen Dingen mit dem Mofag zur Zeit. Wenn man sich es gefühlt irgendwie nie meldet oder irgendwie nicht mehr halt so. Also es ist halt sehr beschäftigt, sagen wir mal so. Das, was man so mitkriegt. Naja, du musst es ja über das Casa anreichen. Ja, das stimmt. Aber das Mofag gibt ja die Lizenzen am Ende raus. Ja, klar. Aber ich sage mal, ähm, Casa hat ja nochmal eine andere Connection zum Mofag wahrscheinlich. Ja, ne, also, mehr oder weniger direktere. Aber ich gehe mal ganz kurz da vorne auf, Toilette. Alles klar. Dann müsste ich mir noch ein paar Grundkonzepte schon überlegen, was da zum Beispiel mit rein könnte und sowas. Also wir hatten ja schon ein paar Sachen überlegt gehabt. Man wollte ja eigentlich schlafen, gell? Ach so, ich habe bestimmt noch so eine 5-Stunde-Zeit. Ist das so? Hm. Ist das so? Äh, ja. Wieso? Jetzt alone time? Nur so. Wieso? Small talk. Mhm. Ah, ah ja. Ähm. Ja, wenn, also, wenn ihr alone time wollt, dann ist das auch okay, so. wir können uns auch verziehen. Ach Quatsch, alles gut. Mhm. Aber ich habe heute halt ein bisschen Zeit. Ich habe zu viel Kaffee getrunken, weißt du? Das ist doch super. So lange ich nicht von Ari wieder irgendwelche komischen SMS kriege von wegen Ray G. Was? Also wenn die beiden alleine sein wollen, dann sind wir hoffentlich in der Lage, das zu sagen. Das ist auch eine andere Zeit. Das war wirklich eine andere Zeit. Ich nehme es auch nicht persönlich. Wie gesagt, das war noch eine andere Zeit. Okay. Wie komisch, als wäre es eine andere Dynastie war. Boah. Ari und Jo. Und nach Ari und Jo. Und dazwischen. Bitte was? Ja, weil es eben so klang von mir, als wäre es eine andere Dynastie war. Wobei es was? Mit den SMS von Ari. Mich darauf hingewiesen hat. Dass ich doch bitte gehen soll. Tänien, vielen Dank für den verschenken. Zapper. An die Community, dankeschön. Ja, sie dank für den Vordergrund. Und? Oh, nix. Worüber redet ihr denn gerade? Wer hat irgendwelche kruten SMS von dir bekommen mit du sollst die soll verschwinden oder so? Ne, warte mal. Ich habe gerade keine Hässe nicht geschrieben. Nein, nicht heute. Sie hat mir gesagt, dass wir gerne eine Dynastie sind oder so. Nein. Bitte was? Keine Ahnung, ich war auch irritiert. Sag, wir sind irgendwie eine Dynastie oder ist es besser. Zum Königreich. Oh Gott, bitte. Ich will jetzt nicht schon wieder alles. Ich habe mich gerade beruhigt. Ist das mit einem Königreich? Gar nix. So ein Lama. Ja, nix. Also ihr habt über kein Märchen gesprochen, über keine Königreiche, aber sagt es die ganze Zeit. Ah, ja. Okay. Ich finde einfach Dinge, die haben aber wirklich nichts mit dir zu tun. Alles gut. Also, also so. Also in dir und ja. Langweilige Frauenthemen. Genau. Eigentlich gibt es ja keine langweiligen Themen, aber okay. Es gibt keine langweiligen, okay, Rauhfasertapete. Ja, Rauhfasertapete sind doch super. Ich wusste ja, dass Ari eine Rauhfasertapete an der Decke hatte. Hatte, ja. Hatte. Hatte ja draufgeguckt. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ich habe nur, ich, ich musste nur daran winken, wo es denn, ich dachte, ich hatte da eine Sternstippe gesehen, aber es war die Graufasertapete. Ja, kann man schon mal verwechseln. Kann man schon mal verwechseln. kleben sich auch Sternchen da dran, das ist okay. Ich meine, wir haben gerade bei Morten, über Schlepphoden geredet. Das wäre jetzt auch kein Thema, wo ich dich jetzt unbedingt dabei haben wollen würde. War da ein bisschen wild. Ja, ich verstehe. Seht ihr, dass es in Deutschland entsprechendes Brot gibt? Schlepphodenbrot? Nee. Es steht auf Graufasertapete, deswegen kann es mir nicht sehen. Ach, ist das so? Ja. Was? Ja, zwischendurch haben wir über sehr, sehr ernste Themen auch geredet, die uns sehr betroffen haben und dann haben wir uns gegenseitig ausgetauscht und am Ende haben wir uns in den Armen geweint. Nee, also ich zumindest nicht. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank habe ich so ein Problem mit mir nicht. Der Entzug ist halt hart. Oh mein Gott, schuldigung. Ich muss gerade ein bisschen an meinen Fettnippchen gerade denken. Dass du das nicht verstanden hast, irgendwie. Das habe ich sehr gewundert. Ich weiß nicht, ich habe es mir selbstverständlich genommen. Ist halt auch noch nicht so ganz bei mir raus. Joske, weißt du, da kommt Ariane auf uns zu und sagt, boah, ich muss jetzt was trinken. Nein, ich habe gesagt, Leute, wir müssen losfahren. Was denn? Wir haben jetzt 10,45, wir müssen nur um dich was trinken gehen. Dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich jetzt gesagt? Und plötzlich hat sie unauffällig losgeredet. Ganz herzlich losgeblubbelt. Ja, das kann ich natürlich sehr gut. Einfach random Wörter reinwerfen, ohne nachzudenken. Ist er eigentlich noch anwesend, Joske? Ich bin anwesend, ja. Ah, okay. Ich dachte, du schläfst mit offenen Augen. Nee, ich höre sehr gespannt zu. Okay. Wir haben heute einiges erlebt. Okay, ja. Danach haben wir uns über Finanzen und die aktuellen Aktienkurse unterhalten. So im Ausland. Und haben Eis gegessen. Und haben Eis gegessen, ja. Ganz langweilige Themen, Alter. Aber es wurde nicht... Ja? Bitte? Bitte? Was denn? Nein? Ich wollte nur noch mal betonen, dass Märchen nicht das Thema ist. Das wird niemals noch ausgelangt zwischen uns und dann niemals. Okay, ich gehe jetzt glaube ich auch mal kurz wohin. Mach das. Übrigens, dass Märchen da stehen, wo sie sind. Ich lasse sie doch noch auftauchen. Ja. Was macht ihr denn dieses Weihnachten? Die Ballschlacht. Oh ja, bitte. Zeit mit jemandem verbringen. Mit wem denn? Und wir müssen uns aufmachen um den Kampf um den, um eine der ersten Weihnachtsbäume. Jedes Jahr. Spannend, tatsächlich. Das ist ein, das ist ein Mord und Totschlag. Oh mein Gott. Kriegen wir hin? Denke ich. Aber auch zwei Tannenbäume. Willst du zwei? Oben ein, unten ein. Oben? Okay. Oben wird schwierig. Wahrscheinlich. Es gibt nichts, was nicht funktionieren könnte. Mhm. Kannst du mir auf der Klappe stehen? Also, ich hätte schon einen Ort oben. Okay. Ich bin gespannt. Da, wo dein Laptop steht. So am Fenster. Da könnte man oben einen hinstellen. Hm. Ja, wenn du das möchtest, machen wir das. Ja. Hauptsache, es sind keine, äh, Weinflaschen in der Nähe oder was das für Flaschen waren. Okay. Ja. Mhm. Ja, solange du den Eider nicht hinpackst. Ari. Genau, und am 24. hat Josuke ja Geburtstag. Mhm. Ja, direkt an Weihnachten bin ich ja nicht da. Ist ja lustig, wenn wir die Däften helfen. Oh, ist ja auch egal. Oh, scheiße, stimmt. Hockey Day. Achso. Ja. Was ist jetzt der, oh mein Gott. Hm? Was schon ein bisschen heilig ist. Oh, heute ist Larrys Geburtstag und der feiert ihn jedes Jahr ohne mich, weil wir uns immer getrennt haben. Entschuldigung, das ist ein Kleiner, das ist zum Lachen jetzt gewesen. Ja. Ja. Er war schuld. Also er. Nö, er sowieso. No, Yuki. Ich mach's immer noch fertig, dass er Anwalt werden will, ehrlich gesagt. Weißt du eigentlich, was hat Yosuke niemals sein Geburtstag in Osanthus gefeiert? Weißt du, da warst Ray? Hm, ist das, ich wüsste. Also ich hab ihm nachträglich kategoriert, ja, aber war er gefeiert? Weiß ich nicht. Was ist zu dem Zeitpunkt überhaupt im Lande? Äh, jo. Hm? Ja. Was? Oh. Letztes Jahr war ich, äh, im Koma. Na, ist noch spät, Ja. Ja, gut. Ja, das war, glaub ich, später. Unwesentlich, den 29. glaub ich. Ja. Ja, Mhm. War super. Aber nein, ich hab mein Geburtstag gar nicht gefeiert. Generell, naja, egal. Gibt es denn irgendwas, worum? Gibt es denn irgendwas, wo du, äh, weiß ich nicht, was du mal bei anderen Menschen auf nem Geburtstag gesehen hast, wo du jemanden hattest, das hätt ich gerne auch bei mir. Ne, das hab ich noch nie so drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Auch nicht als Kind? Auch nicht als Kind. Hm. Ähm. Ich reiß den Baum gleich da vorne ab. Nein, der bleibt dir stehen. Alright, das war aber jetzt gerade strategisch unvorteilhaft. Das war gerade strategisch unvorteilhaft. Nun, ähm, Joske, darf ich dich denn gleich noch mal, äh, für 20 Minuten alleine nach Hause entführen? Ja, gerne, auch länger. Ja, so um 3.31 Uhr. Kann ich uns vorher wegschmeißen, äh, rausschmeißen? Um 2.31 Uhr oder 3.31 Uhr? Wir hatten 2.31 Uhr. Achso, ich, ich hab das gerade falsch verstanden. Alles okay. Sie hat auch 3.31 Uhr gesagt. Mhm. Oh, du wolltest es geheim, okay. Ja, nein, sie hat 2.31 Uhr gesagt, okay. Hm? 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 Jetzt steh ich gerade wirklich auf dem Schnau. Nein, für mich klang es auch wie 3.31 Uhr, Ja, ja, ich sollte lernen, deutlicher zu sprechen. Vielleicht. Aber du redest noch deutlich. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich nuschle am Anfang ein bisschen. Hm. Nuschel? Nuschel, genau. Nuschel, nuschel, nuschel. Ist okay. Ist doch nicht schlimm. Ich vermisse das mit Kaya, wirklich. Ich vermisse das so. Sie muss den Weg für sich entscheiden. Also, wenn sie das möchte. Ja, aber so an sich wird es glaube ich gar nicht mehr so sein. Es ist glaube ich zu viele Änderungen. Änderungen. Kommt auf an. Ich wollte mal mit Herrn Weiss reden. Ich weiß jetzt schon, dass es abgeschmettert wird. Aber ich habe da eine Idee und wollte mal mit ihm reden. Wenn er irgendwann mal greifbar ist. Mach es einfach. Sobald er greifbar ist. Ja, ich muss das noch ein bisschen ausarbeiten. Ich hatte die Idee tatsächlich. Es hört sich ganz simpel eigentlich an. Und so ein Mix aus Officerin, Sozialarbeiterin und Ermittlerin. Weil dadurch, dass man wirklich so eine Art Sozialarbeit machen würde und dann mit den ganzen Leuten irgendwie zu tun hätte und ihm was Gutes tun würde und so wird man automatisch auch in Informationen kommen. Das ist nicht mal böse gemeint oder so. Das ist eine positive und dann noch eine hilfreiche Komponente einfach. Das ist, ich bin nicht die Einzige, die solche Gedanken hat. Ich habe mit ein paar Officioren geredet, die würden tatsächlich auch sowas gerne machen. Zuarbeiten einfach. Naja, egal. Ich hatte heute ein langes Gespräch mit Herrn Dieks. Da habe ich auch noch ein paar Zusätze, hier mit denen. Wenn du es richtig vorträgst, gehe ich davon aus, dass du es auch schon auf Gehör verstoßen Gehör verstoßen kann. Mach es einfach. Selbst wenn ein Nein kommt, dann ist es so, aber du hast es halt dann gemacht. Ja, ich mache es auf jeden Fall. Kaya hatte genau das gleiche Problem wie ich. Wir waren keine guten Streifenpolizisten. Wir waren halt gut in anderen Sachen, aber nicht als Streifenpolizisten. Beide. Hat uns irgendwie zusammengeschmissen. Ich habe es nicht gut. Ich mache es nicht, ich habe es nicht. Ich habe es nicht gut. bin ich. Hm. Hm? man möchtest du dann los kann ja noch wir müssen ja sowieso ja wir müssen hier beide mitnimmt und was laufen wir rüber das ist nicht so weit ist schon okay wenn immer noch viel gütig ein kofferraum ist immer platz was das produziert werden wir auf dem dach sitzen das ist eine vollbremsung macht das ok öfter aus dem auto gefallen im auto wird fallen wird wahrscheinlich nicht so viel unterschied machen du fährst lieber leute an stimmt ich erinnere mich direkt erstmals sporttraining was machst du fährst jemanden ja vielleicht er ist nicht dann eher der bowling ball ja die bowling kugel mehr oder weniger ja dinge die ich nicht hören darf okay nein ich fahre leute um ansonsten nichts wichtiges ok wenn es nur das ist ja eben alles normal unter die 200 verbringen wollen ihr beide seid richtig müde habe ich gehört dann bringen wir euch jetzt nach hause naja ja klar wir gehen auch mongos spielen oder so ja ein stündchen noch oder so ja würde ich sagen es passt ja je nachdem wie müde wir sind aber ein bisschen angst oder fahrt jetzt ja ich auch ich bin froh dass ich heute dann doch nicht unbedingt nach hause muss dieses extrem lange treppenhaus macht das kann ja ich bin wirklich bei deinem so richtig frech anfragen nach ja ist recht okay ja alles gut heute mit den arschstädt vom jugular noch mal kurz angucken angeschneid ja besser ist mit seinem fahrstil ich bin doch nicht erfährt sehr sicher was ist mit seinem fahrstil das ist just das triggert mich so chatt ne scheinwerfer ach scheiß gamecrash irgendwann habe ich auch das geld für den jugular am tags wieviel kosten der 125.000 was ja und dann will ich den halt noch lackieren lassen ne dann lieber eine eigentumswohnung lange habe ich schon schön für dich ich kann auch auf dich niedergucken das weißt du ich weiß ich habe einen tode oder einen delikatten mein tipp niemals heiraten und das land verlassen ja gut ich das eine wird nicht vorkommen und das andere auch nicht also tut mir leid ich bin verbittert was naja verstehe ich nicht ich hab einfach die klappe ja alles gut das ist mit mir tatsächlich auch ein blödes thema immer gewesen boah meine güte wie der wunderschöne wagen der wunderschöne wagen der wunderschöne wagen meine güte die scheiß kackare die kack nachbarin mit dem blöden zettel stimmt lass mich kurz ich muss erst böse blicke rüber werfen vielleicht aber so ganz passt der komet aber auch nicht da rein schwarz weiß rot gehört dahin ja aber das rot hat kein andere keine andere karre da ja doch wenn wir die komet da drüben der würde da rein jetzt kommt schon wieder dieser hässliche tulip dahin ich glaube es ja nicht ich muss noch mal wieder hin 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 das ist daran so schlimm dass du deine auto da parkst weil es eine farbreihe gibt und da dürfen nur weiße schwarze und rote autos dann parken jetzt hat sie das wieder gemacht da muss ich mal mal wieder hin 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 ja auch warum so eine explizite zeit 20 minuten ach so ich wollte dich nicht länger belästigen tatsächlich ich bin einfach nur vorsichtig wie belästigen ja wenn es zu spät ist ich kann doch nicht sagen keine ahnung sitze hier bis 4 Uhr nachts mit mir hinten auf dem hinterhof dann sitze ich bis 4 Uhr nachts hinten auf dem hinterhof mit dir ich will nie wieder aus dem mund hören belästigen hallo du hast mir gesagt dass eine der damen mit denen du mal kurz zu tun hattest du hast gesagt dass sie meinte du hättest wenig zeit für sie und ich will nicht dass du bist du und das fort das davor ist uninteressant ich verbringe gerne sehr viel zeit mit dir ja aber wenn du schon nein wenn ich schlafen möchte sag ich dir das auch okay ja mhm du brauchst gar nicht so schnell die Treppen runter laufen ich bin überhaupt gar nicht in die Treppen runter gelaufen und da ist ein Zettel und ich habe tatsächlich die Kürbisse schon ähm die Kürben habe ich schon heißt Kürben oder Kürbis äh habe ich schon entfernt aus der Wohnung ja der riecht auf PV nicht mehr so gut ne ich glaube wir werden hier gleich auch zu etwas was ich nicht kenne genau Bogen und so mhm ich habe da mal ne einen Trailer zu einer Serie gesehen da musste ich gerade dran denken das war auch irgendwas mit Pilzsporen und sowas das war voll eklig ah okay und ich war heute die ganze Zeit so gut gelaunt ich war die ganze Zeit so gut gelaunt und ich wollte irgendwelche gut gelaunten Sachen mit dir zu machen aber dann waren wir da und alles war so traurig und so ruhig mit so langen Gesprächspausen da weist euch ja immer mehr zu und ich bin gut gelaunt ja das sprudelt richtig aus dir raus die gute Laune ja siehst du wow fantastisch nein wenn du gute Laune hast dann musst du du musst es halt richtig fühlen du musst halt wirklich weißt du so einfach äh nein so am besten genau so ja wow wow okay ja das zählt natürlich auch ich ähm warte mal wie machst du wie soll ich machen weiß ich nicht du jubelst einfach so oh mein Gott Herr da tut mir ein bisschen nicht hinter mir ich bin heute ein paar Treppen gelaufen also so wow also es würde sehr zu dir passen aber nein nicht so wow komm mit mir mit was was ja okay stell dich mal da vorne hin wo genau ja ja bisschen weiter hier hin mittel und schau mich einfach bisschen weiter auf mich zu laufen bitte der war ein brunnen ist wirklich laut ein bisschen weiter auf mich zu laufen ja bisschen weiter bisschen weiter bisschen weiter na weiter 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 Stopp! Ich muss mal ganz kurz was visualisieren, ja? Okay. Wunderbar. Okay. Ja. Können wir fragen? Freue mich. Ne, frag nicht. Also frag, aber ich beantworte sie denen. Was hast du gerade gemacht? Warum? So, ich musste mir was vorstellen. Nein. Keine Sorge, ich mach dir keinen Antrag. Hab da keine Angst. Warum Sorge? Ähm, hä? Wie? Ne, das ist jetzt mal hier, Miss Bidi Gonzales ist mal vorbei. Ich habe dir was versprochen, vor zwei Tagen. Du versprichst mir viel, du erzählst mir viel, du versprichst mir viel und ich bin einer der aufmerksamsten Menschen der Welt. Oh, langsam platzt mein Kopf. So, so Mimassen. Nein, du kannst dir ja nichts für, aber... Hm. Ich möchte ja nicht, dass dein hübsches Köpflein sehr platzt. Ein bisschen ekelhaft, wenn das passieren würde. Ja, das wäre auch sehr traurig, wenn das passieren würde. Nö, alles total schmutzig hier. Das wäre natürlich die größte Sorge, die ich habe und nicht, dass du irgendwie hier mit deinem zerplatzen Kopf am Boden liegst und dann ich da stehe und mir denke, ja, was mache ich jetzt? Jetzt überlebe ich dir wieder. Warte, das wäre ein bisschen schwierig. Mhm. 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 Und du hast heute richtig viel gute Laune. Ich hatte heute richtig viel gute Laune, ja. Das tat sehr gut mit Kaya und Ray. Ich war, äh, erst Arbeit und dann war ich wieder so, ach ja, kündigen und danach, äh, hatte ich mit den Beinen zu tun und dann war ich, jo, das nehme ich doch ganz toll und dann habe ich mich auf dich gefreut und danach, das war der Peak heute. Es freut mich, dass du so einen schönen Tag hattest, dass du so lebensfroh bist. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Ich möchte, dass du aber genauso fühlst. Ich möchte, dass du lebensfroh bist, dass du einen schönen Tag hast und vielleicht auch mal den Kopf ausschalten kannst. Ja. Ich bin auch lebensfroh. Aber wenn ich dich sehe. Ja. Schon. Ich bin sehr bemüht, das zu zeigen. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Ja. Du bist für mich der schönste Mann in ganz Los Santos. Nein, ganz San Andreas. Nein, auf der ganzen Welt. Weißt du das eigentlich? Ähm. Was? Ja. Du ehrt mich? Bist du? Nein, nein, nicht ich. Du musst es nicht zurückgeben. Und zwar innerlich und äußerlich. Bist du eine der schönsten Personen, die mir hier begegnet sind. Du bist die schönste Person. Ich darf mir nix sagen. Du darfst nichts sagen. Genau. Aber schön hier, oder? Sehr schön. Nein. Das stimmt. Ich könnte mir hier Dinge vorstellen. Was denn zum Beispiel? Erzähl. Lass mich daran heilhaben. Nein. Doch. Nein, bitte. Nein. Nein. Lass mich daran heilhaben. In Kleinigkeiten. Nein. Bist. Bitte? Nö. Du bist. Oh Gott. Du bist ja jetzt wie ich. Das ist ja nervig. Ja. Echse? Selber, ne? Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts. Ah, alles gut. Gut. Hm. 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 Ich war gestern ein bisschen unterwegs. Okay. Ich hab tatsächlich, ich hab den, ich hab einen Ort gesucht und hab ihn leider nicht gefunden. Was hast du denn für einen Ort gesucht? Einen, den du mir gezeigt hast, relativ zu Anfang, als wir mal unterwegs waren. Im Norden oder im Süden? In der Mitte. In der Mitte? Ah, meinst du da mit dem Wasserfall? No, hab ihn nicht gefunden. Kann ich den dir nochmal zeigen? Dann mach das, was ich vorhatte, jetzt keinen Sinn. Okay. Was hast du denn vor? Sag ich dir nicht, weil ich es an anderen Orden gemacht hab. Okay. Mehr sag ich nicht. Kann ich das finden, was du gemacht hast? Machst du schöne Augenbrauen, ich bin wirklich neidisch. Ist das so? Du hast so perfekte, wohlgeforscht, volle Augenbrauen. Ist das so? Also ich wurde sehr massiv kritisiert für meine Augenbrauen, wie schlimm die werden bei mir. Bitte was? Okay, das sind Augenbrauen bei draußen, denn tatsächlich habe ich da eine Expertise. Okay, ja. Die Person ist ja auch nicht mehr da, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Wer hat das denn gesagt? Wer hat das denn gesagt? Wer hat das denn gesagt? Der Name, den ich nicht nennen soll. Kannst euch den Namen nennen? Was selber will ich malen. Die Person hat aber nicht unbedingt einen guten Geschmack. Aber lass dir das von jemandem sagen, die Co-CEO bei Mountain Hands Diver und zahlreiche Augenbrauen gezeichnet hat und selber mit ihren sehr unzufrieden ist. Die stehen dir wirklich sehr gut und sieht mir ganz toll aus. Dann pflege ich sie weiterhin so, wenn es dir gefällt. Mhm. Ja. Warum magst du denn deine Augenbrauen nicht? Ah ja, Josuke, guck mich mal an. Wie nett guck ich gerade. Guckst süß? Nein, ich gucke nicht süß. Doch, du guckst gerade süß für mich. Ich gucke bitterbösisch. Nein. Ist das so? Ja. Okay. Ein Murmelchen kann ja nicht böse gucken. Ich bereue den Tag, an dem ich das wirklich gesagt habe. Weißt du das eigentlich? Weil ich keinen Gegenpart für dich habe. Noch nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo du einen Gegenpart hast, höre ich auf damit. Ist das so? Ja, ich möchte aber auf Kampf kein Findnis. Es muss sich ergeben. Ich kann auch aufwändig Murmelchen nennen. Nein, finde ich insgeheim tatsächlich sehr süß. Ich würde es noch nie zugeben. Hm. Du hast es nicht gerade zugegeben? Habe ich nicht. Ich habe ja gesagt, ich würde es nie zugeben. Hm. Du bist meine Kirschblätter für mich. Eine Sakura. Hm. Ist nicht gut? Noch nichts für dich. Bei mir dauert sowas immer. Kann mir auch Ewigkeiten Zeit lassen für sowas, wenn du möchtest. Nein, alles gut. Ich kann dich ja auch nicht Stinkstiefeln nennen oder sowas. Das ist das einzige, was mir gerade einfällt. Weil wir standen genau hier und genau da habe ich gesagt, dass du ein Stinkstiefel manchmal bist. Ja, und heute habe ich mal versucht netter zu sein, aber irgendwie haben die Leute dann Angst vor mir, wenn ich nett bin. Ist das so? Ja. Erzähl mal. Nee. Nicht so wichtig. Okay. Aber heute habe ich herausgefunden, dass ein Officer sehr unglücklich war. Mhm. Dann hat er gemeint, dass da mal ein Funkspruch lag. Und dann habe ich mehr gebohrt. Und dann meinte er, nee, eigentlich liegt es an was anderem. Dann habe ich herausgefunden, dass der nicht so nett behandelt wurde. Und man ihn nicht ernst genommen hat, dass er dort einen Ermittlungsansatz zieht. Oh. Okay. Mhm. Oh mein Gott, der Arme. Ja, das hat sich jetzt geregelt, nachdem ich ihn die Hälfte davon aus der Nase ziehen musste. Und dann habe ich Kilo gerufen. Und Kilo hat dann sich mit dem Unterhalten sehr lange. Aber Ziel erfüllt. Ist immer sehr schade, wenn die Leute nicht automatisch einfach zu uns kommen oder zu mir kommen. Weil, klar, ich habe meinen Ruf wahrscheinlich. Aber eigentlich versuche ich Lösungen zu finden für die Leute. Ich würde mich sowas auch nicht trauen. Weil wir ja niemanden zu Last fallen oder einer dieser Schwächeren sein. Was hat das mit Schwächeren zu tun? Egal. Ich habe heute zum Beispiel zu Dix gesagt, dass meine größte Angst tatsächlich ist, dass ich gekündigt werde, weil ich zu schlecht bin. Weil das ein Riesenversagen wäre. Das wäre das einzige, wo es mir wirklich wehtun würde. Das wird aber nicht passieren. Ja, aber es kann passieren. Nein. Ja, aber mir wurde schon manchmal durch die Blume gesagt, sie sind schon seit Oktober da. Warum können sie das nicht? Und ich habe immer Angst. Weißt du, Justin, es ist okay, wenn ich einen Fehler mache und dadurch rausbiege. Das ist alles völlig okay. Aber ich möchte nicht rausbiegen, weil ich zu schlecht bin. Wer hat das denn gesagt? Ach, das ist immer mal wieder. Ich kann dir keinen wirklichen Namen geben. Mhm. Ja, würde mich schon interessieren. Aber du kannst auch gerne jemand anderen damit gehen, wenn du mir den Namen nicht sagen möchtest. Ich finde das nicht okay. Das ist in der ganzen Zeit jetzt gewesen. Das sind keine speziellen Namen. So in der Art wurde es mir natürlich nicht wortwertig, aber so in der Art wurde es mir immer wieder gesagt. Deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, okay, irgendwann wird es halt daran scheitern. Und das wäre das, was mir ziemlich wehtun würde. Weil lieber durch einen Fehler oder selber, aber nicht weil man zu schlecht ist. Das wird nicht passieren. Wie gesagt, ich kenne dich im Dienst. Ich bekomme genug Feedback oder habe genug Feedback. Nein. Ich habe genug Feedback bekommen, bevor wir zusammenkommen. Du kennst mich überhaupt. Nein, du kennst mich überhaupt gar nicht. Wir haben genug Feedback bekommen. Du weißt schon, dass ich überall meine Augen und Ohren habe für die, oder? Ja, aber das kannst du doch gar nicht wissen. Du bist doch gar nicht. Ja, aber ich kriege ja Feedback von den ganzen Leuten. Und du bist ein Teil, noch ein Teil von Lamesa. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht zusammen waren, habe ich auch Feedback über dich bekommen. Oh Gott, ist das unangenehm. Du hast es provoziert, dass ich das gerade sage. Und ich sage dir, wie es ist. Das Feedback ist nicht so schlecht, wie du die ganze Zeit dich darstellst. Und du wirst niemals gekündigt, weil du schlecht bist. Never. Wir haben Schreiber immer noch bei uns. Also wirklich, komm schon. Entschuldigung. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Nee. Du reduzierst dich zu sehr auf irgendwelche Sachen wirklich, Ari. Und das sage ich nicht als dein Freund. Das sage ich dir gerade objektiv. Ja, ist auch ein blödes Thema. Ich hatte heute nur so ein kleines Tief. Ist alles in Ordnung. Ja, aber du musst es trotzdem hören. Und ich will mit dir auch gar nicht eigentlich über solche Sachen reden, sondern eher nur über private Sachen. Aber das gehört trotzdem zu unserer Beziehung. Und ich höre dir auch dazu. Das ist mir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig zu sein. Warum lenkst du vom Thema ab? Warum lenkst du vom Thema ab? Warum lenkst du vom Thema ab? Wenn ich dir das unbedingt sagen möchte, das blaue Hemd steht dir wirklich verdammt gut. Ja, dir steht dein Schall, deine Pullover, deine Mütze und deine Hose auch so verdammt gut. Ja, und ich weiß, dass du die... Deine Würfelohrringe. Oh, ja, danke. Ja, Modeschmuck. Nicht so teuer. Und wenn er geklaut wird, dann hole ich mir einfach neun. Ich habe mir nur neun wirklich Schmuck geholt, bis auf die Totenkopfkette. Oh. Wie ist das so? Dann sollten wir irgendwo mal nach Kronio wählen und ich kann dir was holen. Können wir gerne machen. Ich muss eh... Ja. Ich kann auch... Was musst du? Nix. Muss ich. Ich muss dir zuhören. Okay. Also, ich kann auch... Warte mal, Kronio wählen. Wir können generell mal achten. Nein. Hör zu. Oh Gott. Siehst du mich mal schon wieder? Ich weiß, du hast wenig Zeit. Ich will dich auch nicht irgendwo raus... Ari, stopp. Hör doch mal. Hör doch mal. Arianne. Ich will doch... Nein. Jetzt will ich sein. Nein. Erstmal muss ich hier was glauben. Nein. Muss ich hier was klarstellen. Du hast so wenig Zeit. Bullshit. Wenn du mir schreiben würdest... Hey, Joske. Möchtest du mit mir was machen um 20 Uhr? Dann würde ich versuchen, aus 20 Uhr aus der Dienst zu kommen und mit dir was machen. Hä? Jetzt wirklich? Ja, klar. Hä? Natürlich. Das traue ich mich überhaupt gar nicht. Aber ich will mit dir... Das ist doch voll okay. Wir müssen ja nicht immer um so ganz spät sehen. Ich nehme dir gerne Zeit für dich. Ariane. Wir waren... Am letzte Woche Freitag haben wir richtig viel Zeit miteinander verbracht. Und es war schön. Und Thilo war auch dabei. Ja, irgendwie bin ich immer dabei. Gott sei Dank nicht überall. Aber ja. Wie? Und... Außerdem steht hier immer noch was im Raum. Wir wollten wandern gehen. Und... Ich muss... Ich weiß immer noch nicht, warum wandern. Aber ja. Wir haben uns überwandern unterhalten. Hä? Ich dachte, du wolltest wandern. Ja, du hast mir gesagt, dass du... Ist egal, was... Was meintest du? Ich möchte eigentlich eine Sache sagen. Und... Eigentlich ist es wieder fies, wenn ich das jetzt so sage. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Weißt du, was ich an dir sehr schätze? Du versprichst mir nichts... Du versprichst mir Sachen und... Tust es auch wirklich. Und lässt... Lässt da nicht wieder einfach rumliegen oder lässt mich da hängen. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du wirklich auch was mit mir unternehmen möchtest. Und wirklich Sachen gerne untermachen möchtest. Yusuke. Ja? Ich halte mein Handy so lange in meiner Hand und vermeide dir zu schreiben. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus und ich schicke dir wenigstens ein kleines Emote. Ich will die ganze Zeit dir schreiben. Und jedes Mal, wenn mein Handy vibriert und ich einen Emote sehe, freue ich mich sehr darüber. Und manchmal denke ich so, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil du mir nicht schreibst. Ich will dir die ganze Zeit schreiben, aber ich weiß doch, wie viel du zu tun hast. Deswegen schreibe ich dir nicht. Was ist denn hier los? Ari... Jana... Du... ...darfst... ...mir... ...huch... ...hierer Zeit schreiben. Und du störst mich nicht. Ja, ich habe eine Menge zu tun, aber das ist mir egal, weil... ...du ein sehr wichtiger Teil meines Lebens bist. Gut, ich habe hinterfragen gerade, wie sehr ich das alles falsch gesehen habe. Oh, ich will dich jetzt auch nicht hier irgendwie in eine doofe Ecke drängen oder sowas, aber... ...du bist wichtig. Ja. Ja. Und... ...sehr wichtig. Und ich soll nicht darauf hören, was andere mir sagen. Richtig? Das hattest du doch gesagt, ja? Wie meinst du? Dass der Weiß mir gesagt hat, dass ich mit dir das Gleiche mache wie mit Larry, dass ich schuld bin, wenn du deinen Job verlierst, weil du den Fokus zu sehr auf mich legst? Ich werde nicht meinen Job wegen sowas verlieren, weil... ...ich ganz klar Sachen differenziere... ...und... ...keine Fehler oder emotionalen Entscheidungen begehen werde. Ab dem Zeitpunkt... ...ich verstehe schon, was man... ...ich werde vernachlässige. Gar nichts. In der Hinsicht. Ich kümmere mich darum und outsource Dinge. Ich bin nicht Lamos. Ich muss ein paar Sachen wirklich verdenken. Aber nicht unsere Beziehung, oder? Nein, auf keinen Fall. Das ist für mich Prio Nummer eins. Ja, bei mir auch. Wird es gerade hell? Ja. Oder würde ich... Aber es ist egal, dass es gerade hell wird, weil wir gerade über etwas sehr Wichtiges sprechen. Also ich habe mich richtig hart zurückgehalten einfach die ganze Zeit. Und? Ich gebe zu, wenn ich in den Dienst komme, gucke ich einmal kurz ins Büro. Ich würde nur gucken und dann gehe ich mich umziehen und dann gehe ich mal ganz schnell nach vorne. Aber ich gucke immer, ob du da drin bist. Ist das süß. Ist das süß. Und... ... bin ich gerade wirklich sehr süß. Und manchmal, wenn ich dich im Funk höre, versuche ich aus meinem Büro zu schauen, ob ich dich sehe. Bitte mach das nicht. Du musst dir vorstellen, ich sitze dann meistens in einem Streifenwagen und schwitze und hasse mein Leben. Hm. Ich erzähle dir jetzt mal was, ja? Ja. Also, ich bin heute mit X gefahren. Und er hat quasi wie eine Prüfung mit mir abgelegt. Und das tatsächlich auch ohne Rücksicht. Er meinte, ich soll jetzt funken, fahren, ich soll alles gleichzeitig machen. Und Multitasking ist nun mal nicht mein Ding. Es ist nun mal so. Und ähm... Oder wo es keine Prüfung war, war ich wieder nervös. Ich hatte schon wieder fast angefangen zu heulen. Aber ich konnte seine Fragen, die er mir gestellt hat, halt fast alle beantworten. Bis auf eine. Ich konnte ihm nichts sagen, und das ist das Ding bei mir, in welche Himmelsrichtung wir fahren. Weil ich mir schwierigere Sachen besser merken kann, als diese ganz einfachen Sachen. Und das ist so ein riesen Problem bei mir. Weil ich... Er meinte, ich soll aufhören zu denken. Und das ist halt immer ein Problem. Ich denke sehr, sehr viel. Aber das würde ich auch nicht loswerden. Und dadurch, dass ich so viel denke, kann ich aber halt gut Informationen aus Leuten rauskriegen. Weil ich immer denke, bevor ich rede. Also, jetzt gerade nicht so, aber wenn es drauf ankommt. Ich werde niemals eine gute Streifenpolizisten sein, weil ich will das auch überhaupt gar nicht. Ich will das andere machen. So. Du kannst eine Sache von zig Fragen nicht. Und das ist jetzt schlimm. Eine Sache, die, wenn man 1960 hat, die sollte man schon können. Und was hast du immer noch Kollegen im Auto, die das mit übernehmen können? Mhm. Versuch, mit Ankerpunkten zu arbeiten. Ein bisschen. Ja. Du kennst dich ja in der Stadt etwas aus. Und wenn es so banal das klingt, du kannst ja auch Geschäfte als Orientierungspunkte nehmen, in welche Himmelsrichtung die sind, wenn du an einem gewissen Ort bist. Ja, natürlich. Das... Ich... Ich... Es ist... In Situationen, wo es drauf ankommt, funktioniert das einfach nicht. Ja, und ordentliche Kollegen werden dich nicht hängen lassen. Ja, es... Aber ich will auch gar nicht darüber reden. Ich... Ähm... Aber du... Es liegt dir auf dem Herzen. Ja, aber irgendwie will ich nicht... Und dein Freund hört dir zu. Ja, das Problem ist halt, wer mein Freund ist. Irgendwie, ich weiß... Ja, dein Freund ist der Assistant Chief, der... Von Lamesa. Dein Freund ist Yozuka Korayame. Dein Freund ist derjenige, der oft einige Dinge macht. Ist mir schon bewusst, aber es spielt ja keine Relevanz. Oh mein Gott, ich kann mir nicht... Es ist so verumfassbar. Du bist mein Freund. Und du bist meine Freundin. Meine bessere Hälfte. Frau an meiner Seite, die mir sehr wichtig ist. Sehr, sehr, sehr wichtig. Dann, wir gehen rein. Okay, wenn du das möchtest, gehen wir rein. Du möchtest das doch bestimmt auch, oder? Wir können auch reingehen, ja. Ich bin gern da, wo du bist. Und du stehst heute wieder im Bett neben mir. Ja, das tue ich. Das klappte doch jetzt ganz gut, oder? Ja. Muss ich dazu gleich nochmal was fragen. Ähm... Okay. Keine Sorgen. Ich zieh mich kurz um. Ich würde mich auch umziehen. Also... Ich kann auch warten. Okay. Nein. Nein, komm ruhig. Ich hab's ja... Alles noch so ungewohnt. Ja, für mich auch. Aber ich versuche... damit klar zu kommen. Ja, dazu wollte ich dich gleich was fragen, aber naja. Okay. Nee, da kommt die nicht raus mehr. Das ist Joos persönliches Projekt, wenn das so weitergeht. Für Joos ist halt sehr wichtig, dass er ihr halt zuhören kann. Und dass sie sich auch mal auskotzt über Dienst und so. Ich muss den Gedanken verlieren, dass Jo halt auch natürlich ihr Vorgesetzter ist. Aber Joos ist halt sehr wichtig, für sie halt da zu sein. Ich hab ganz tief in meinen Schrank reingeguckt. Ist das so? Wollte ich nicht anstarren. Was? Oh... Kein... Kein Problem. Ich bring nur kurz meine Ohrringe weg. Okay. Das macht mich so fällig, ey. Moment. 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 Komm mal mit. Okay. Also, du musst mir nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Okay? Du hast mir ja erzählt... Ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen. Ich versuch's mal gerade ein bisschen zu umschreiben. Weißt du, viele Sachen muss ich mir gerade zusammenreiben, tatsächlich. Erzähl mir nochmal ganz genau, was der genaue Grund ist, weil es sind eigentlich mehrere gerade in meinem Kopf. Dass du ein Problem bist und so verschüchtert bist, wenn du neben mir stehst oder wenn wir uns voneinander umziehen. Ich weiß es selbst nicht so ganz. Ich würde es gerne verstehen, damit ich darauf Rücksicht nehmen kann. Mit der Ruhe schon gesprochen? Ich hab gerade voll den Brain Lag, deswegen... Weiß nicht so... Ist wieder so diese Situation, was falsch zu machen. Was sollst du denn falsch machen? Weiß nicht. Ich hab... Ich zerdenke auch zu viel in der Hinsicht wahrscheinlich. Ja, das tust du sicher nicht. Kannst du nichts falsch machen? Wir liegen nur nebeneinander. Du weißt, wie ich ein Bikini aussehe. Du weißt, wie ich ein Unterwäsche aussehe. Mehr ist doch da gar nicht. Ja, ich weiß schon, aber... Irgendwie... Ich weiß nicht. Ich hab immer das Gefühl, was falsch zu machen. Und das ist etwas, was ich nicht rausbekomme. Das ist sehr schwierig. Dann sag ich dir jetzt auch was, wenn du mir genau das sagst. Ich hab das Gefühl auch. Und ich hab's dir gerade oben gesagt. Du hast gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Du würdest deinen Job nicht vernachlässigen. Drei Jahre lang hab ich genau das von Herrn Weiß gehört. Und das bekommt man so schnell nicht wieder raus, was dauert. Drei Jahre lang musste ich mir das anhören, dass ich schuld bin. Und da hatte Larry mir auch gesagt, dass ich nichts damit zu tun hab. Es ist genauso wie mit meiner Heifersucht. Ich halte mich extrem zurück. Ich will dich nicht verunsichnen. Ich will dich nicht vergraulen. Aber ich hab natürlich trotzdem Angst, dass da irgendjemand vorbeikommen könnte und besser ist als ich. Auch wenn du mir das Gefühl bist, dass ich nicht so denken muss. Weil ich das so lange Zeit und in meiner Vergangenheit jetzt hatte. Das dauert. Aber es dauert immer. Und jetzt stehst du vor mir und sagst, du hast auch Angst, was falsch zu machen. Ich versuche da schon sehr entgegenzuwirken im Moment. Und ich meditiere. Das klingt für dich weird wahrscheinlich jetzt. Aber ich meditiere auch viel darüber und versuche so immer mehr das wegzukriegen, weil du mir sagst, dass ich nichts falsch machen kann. Aber du hast die Dinge auf meinem Rücken gesehen und du weißt, was mit mir immer wieder passiert ist, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich wurde geschlagen, gefoltert, also und sonstiges. Dann liegt es mit daran. Dann ist das der Hauptgrund. Hauptgrund. Ich meine, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass du mich jetzt schlagen würdest oder so. Nein, ich verstehe dich schon. Das sind immer so die Momente, wenn ich was falsch mache, tut mir halt gefühlt der Rücken weh. Und ich will dich halt auch nicht verlieren irgendwie. Wirst du nicht. Und und du kannst mich nicht vertreiben. Das ist dir bewusst, oder? So und jetzt hör mal. Das Problem ist das. Du sagst jetzt, ich kann dich nicht vertreiben. Ich denke mir aber, Entschuldigung, ja, aber wenn ich halt daran denke, was du beruflich machst und wie wir uns kennengelernt haben, denke ich mir, was will der überhaupt mit mir? Und du hast mich wahrscheinlich schon in Situationen gesehen, wo ich nicht wirklich geglänzt habe. Weiß ich nicht. Was willst du mit mir? Ich ich verstehe es einfach nicht. Wie das ich glaube, wir haben beide einfach das gleiche Problem. Verstehst du? Aber und ich habe dir gesagt, ich gehe nicht weg. Ich Okay. Da müssen wir wohl beide versuchen, uns zu bessern. Ja, das ist ein Problem. Aber ja, ich denke auch, das ich das Ding kommt sicherlich mit der Zeit. Aber das bist du, ja? Ja. Nein, du rierst. Du. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, tatsächlich. Wirklich? Ja, irgendwie gerade schon. Müsste ich jetzt auch? Warte, Egal was du tust, egal was du machst, kannst du mich wirklich nicht verkraulen, weil ich mag dich so, wie du bist. Und das habe ich dir schon gesagt. So eine tolle Person für mich. So ein toller Mensch. Jetzt nicht wieder irgendwie Sachen runter rattern und nachher denkst du irgendwie Nein, überhaupt Nein, 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 überhaupt musst du auch nicht. Ich will das auch gar nicht. Was meinst du? Also du musst nicht irgendwelche netten Sachen sagen oder so. Ich habe heute mit Ray und Kaya geredet und habe gesagt, Larry war ein Mann der Worte und Josuke ist einfach ein Mann der Taten. Er macht es einfach. Er sagt es nicht nur, sondern er macht es direkt meist. das schätze ich so sehr an dir. Das ist mir auch sehr wichtig. Die eine Sache von Montag ist direkt, wie es ist. Ich habe kurz überlegt, ins Genki zu fahren, die Schreibe kaputt zu schlagen und dort eine Sakeflasche zu holen. Bitte was? Bitte was? Achso, das, was auf Venture auch stand. Da meinst du oder wie? Nein. Wie? Ich meine schon so, wie ich das gerade gemeint habe. Oh mein Gott, du meinst, ähm, okay, ja, ich verstehe. Nee? Aber ich habe eine gute Alternative gefunden. bin ich wie ein Vampir an dir, den du nicht mehr los wirst. Ja gut, aber du wirst mich auch nicht mehr los. Ich weiß, dass wir uns da völlig klar sind, aber wieso fühlt sich das dann irgendwie so an, als ob man den anderen vergrauen könnte? Mhm. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind gerade und hier stehen und auf die schöne Stadt blicken, sind wir ein bisschen dumm in der Hinsicht, oder? Dumm oder einfach nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht? Ja, aber ich weiß im mein Innern, dass das Richtige ist. Und eigentlich weiß ich auch, sollte ich es besser wissen. Und ich gerne neben dir. Liege auch gerne neben dir. Und das tue ich auch. Ich gebe mir super Mühe nicht zu schüchtern zu sein. Nein, also, nein, 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 das fing ich dazu nicht. Ich wollte nur wirklich den Grund wissen, damit ich da einfach Dinge beachten kann. Ich glaube, da spielen einfach so viele Sachen halt mit rein, die Leute, die da von mir weggerannt sind. das, was mit mir gemacht wurde, du weißt schon, erst so, ne? Und das sind alles so, ich habe einfach nicht so gute Erfahrungen halt gemacht. Ja, und die Frauen, die von dir weggerannt sind, die sind ganz schön dumm und Gott sei Dank haben sie den Weg für mich freigemacht. Ja, das stimmt, Gott sei Dank haben sie den Weg für dich freigemacht. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Und irgendwie finde ich es gut, dass du es gesagt hast. Kann man das da so sagen? Fühlst du dich von mir gewollt? Wie meinst du das? Einfach so. Fühlst du dich von mir gewollt? Gebe ich dir das Gefühl, dass ich dich wirklich haben möchte und behalten möchte und sehr, sehr mal. Ja. Gut. Ist es denn andersrum auch so? Tatsächlich ja. Weißt du, es sind nur Ängste, die halt da sind. Noch ein bisschen, dass irgendwas passiert, was einen den Boden unter den Füßen wegreißt und tatsächlich, dass irgendjemand reinfuscht. Aber da haben wir uns ja ein Versprechen gegeben. Mhm. Aber es tut ja bei mir eigentlich keiner, sondern irgendwie freuen sich alle. Wie wir auch in der Hochzeit gesehen haben. Ja, das war schon sehr süß. Darf ich dir eine Sache erzählen? Du darfst mir immer Sachen erzählen. Ich war tatsächlich nicht gewollt. Ich sollte eigentlich ein Junge werden. Denn da war das einzige Mädchen bei uns in der Familie und meine Mutter natürlich logischerweise. Ich habe immer das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Und das habe ich zum Beispiel im eigenen Live zu spüren gekriegt. Zusammen mit meiner Mutter. Und wenn wir irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit haben, dann würde ich dir das gerne erzählen. Ich höre dir zu. Okay. Lass uns schlafen gehen. Wenn du möchtest. Mhm. Wenn du möchtest. Ja. Es gibt auch eine Sache, die ich dich einmal fragen möchte. Aber das wollte ich am Montag nicht tun. Und das werde ich jetzt auch nicht tun. Aber ich... Nein, ich möchte nicht, dass du traurig wirst. Du triff deine Vergangenheit. Weil du es mir nämlich was erzählt und... Ich wollte da nichts nachbauen. Okay. Und ich möchte es jetzt auch nicht machen, weil ich möchte nicht, dass du traurig wirst. Dann... Nein, komm. Ja, gut. Okay. Murmelchen. Das... Das musste jetzt sein, oder? Ja, das musste jetzt sein. Äh... Apropos... Apropos Murmel? Oh mein Gott. Ist es mein Hintern? Ist er größer geworden? Ich wusste es. Ich komme mich endlich nämlich nicht mehr durch. Okay. Nein. Aber dann pose ich immer gut. Oh, danke schön. Ähm... Nee, eigentlich geht es darum, dass du vielleicht doch bald die Möglichkeit hast, auch mal Lulu kennenzulernen. Ist das so? Ja, ist das so? Oh. Ja, sie hatte sich mal gemeldet. Halt, dass sie... Nicht gut? Nein. Ah, ist sie noch... Ja, aber ich... Ich werde euch auf Anhieb verstehen und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird für mich sehr unangenehm. Er erzählt halt irgendwelche Merkwading-Stories. Okay. Komm mit dem großen Buch da um die Ecke. Es ist für mich ungewohnt, dass... Eigentlich nur Doppelmoral. Es ist für mich ungewohnt, dass mein Freund weibliche Freundinnen hat, dass... Keine Sorge, ich werde dann jetzt nicht eifersüchtig sein, aber ich muss trotzdem mal ganz kurz dann für mich die Situation irgendwie einschätzen, weil das hatte ich so in der Form noch nicht. Nur beste Freundin. Mehr nicht. Ich vertraue dir. Das ist angepäcklich. Wenn du eifersüchtig bist und da ein bisschen Sorge hast, ist das okay. Ich verstehe es von dem, was du mir erzählt hast. Nimm mir jetzt nicht eifersüchtig. Ich bin nicht... Ich versuche mich wirklich... wirklich zu bessern. Du gehst ja nicht mal zu Leuten hin vor mir und sagst, ja, holy lady und sowas. Mir wird mir gerade schlecht. Ja? Ja. Also, wenn... Ich stand da in meinem Eben. Ari, wenn du mal das Gefühl hast, irgendwie... irgendwie ist das merkwürdig, sag's mir. Mach ich. Und es ist vollkommen okay, wenn du es mir sagst. Und wir sehen es mal als gleich hören. Mhm. Dass du dir keine Sorgen machen sollst. Mhm. Und... Es ist in meinen Augen auch massiv ehrenlos. Du weißt, wir haben uns schon darüber unterhalten. Und du bist meine einzige Mummel. Toll. Super. Ich glänze. Warum Mummel? Das ist, weil ich gerade so komisch gekaut habe. gibt es zu. Nein. Wirst du hin? Was ist doch in deinem Mummel? Nein, ist okay. Oh mein Gott, die große Mummel. Was ist denn los? Ist okay, du bist süß. Hey, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Nein, ist okay. Okay, gut. Auf jeden Fall lebt sie noch und... dann könnt ihr aber shoppen gehen. Hurra. Ja, gerne. Ja, natürlich. Ich sage mal so... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wow. Es ist sehr spät. Ich... Es ist sehr spät, ja. Das hatte ich heute, als ich mich beim PD eingestimmt habe. Ja, beste Voraussetzung, ne? Nein, es war nur ein Spaß. Ich hatte es für den Mänenreis. Ich weiß, dass es nur ein Spaß war. Dürf ich? Okay, ich schlafe hier. Willst du auf der anderen Seite schlafen? Nein, alles gut. Ach, Jana. Ach, blöde Kissen, ja. Es ist auch okay, wenn du hier schlafen möchtest. Nein, nein. Das ist die Einbrecherseite. Ich brauche die Toilettenseite. Die Einbrecherseite auch auf der Toilettenseite? Äh, nein. Da kann ja... Ja, stimmt eigentlich schon, oder? Ich wollte gerade sagen... Also, ich liege eigentlich immer nur hier, weil ich aus dem Fenster gucken kann. Aber eigentlich gucke ich meistens auf dich. Ähm, naja. Ja? Okay, also, wenn ich irgendwann mal irgendetwas habe, könnte ich dir schreiben... Hey, aber das heißt ja nicht immer, dass du es einrichten kannst. Das kommt ja auch drauf an. Aber ich dürfte schreiben... Hey, magst du vielleicht was machen? Hier hat gerade dieses Lokal am Mirror Park gerade geöffnet. So was zum Beispiel. Du kannst jeder Satz schreiben, wenn du was machen möchtest. Also, eigentlich ist mein Ziel, immer um 21 Uhr außer Dienst zu gehen. Tatsächlich. Um 21 Uhr. Hm. Hm. Wie bitte? Hm. Ja, Sonntag ist, ähm... Oh, okay. Ja, stimmt. Du bist ja... Oh mein Gott, warte. Nee, 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 nee. Hä? Sonntag bin ich wahrscheinlich zu Hause und... Gucke, was... Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein, das ist okay. Dann frage ich einfach ganz spannend. Montag... Bin ich... Also, Montagnacht auf Dienstag fliege ich, ne? Soll ich dich zum Flughafen fahren? Ich würde mich freuen, wenn du mich zum Flughafen fährst. Und wenn wir vorher noch was machen, wenn du möchtest. Justa... Ja? Ich möchte nicht, dass du mich für völlig verpeilt hältst. Was haben wir heute für einen Tag? Ähm, mittlerweile Samstag. Oh, oh, okay, gut. Heute ist Samstag. Ja, okay. Ja, das ist... Ich verstehe das. Ich muss jetzt schlafen, glaube ich. Ich fahre dich Montag zum Flughafen dann. Und ja, bei einem anderen entscheide du einfach. Ich wäre bereit hier. Ich wäre alle Schandharten bereit. Das ist bereit. Also, okay. Dann schaffe ich es ja Sonntag. Nein, nein. Alles gut für dich. Ja, ich... Es kommt ein bisschen... Nein, weißt du was? Es kommt mir erst darauf an, wie anstrengend der Videocall ist. Okay. Ich gucke so ein Videocall über Sperrmüll. Hä? Was? Was ist das auch noch mit dir? Wieso war Sperrmüll? Ja, wir gehen schlafen. Dann, gute Nacht, Juske. Oh, ja, Sperrmüll. Oh, ja, Sperrmüll. Und... Ich bin... Ich bin voll... voll voll lost, ey. Ich bringe ja, ich die Sache ist, am Samstag, nee, am Sonntag ist halt Sperrmüll rausbringen und ich weiß nicht, das Problem ist, ich bin vielleicht IC, dann wahrscheinlich eher off-stream, I don't know, weil ich weiß nicht, wie sehr ich im Arsch bin davon. So ein bisschen, das sind so ein paar Sachen halt und I don't know, so, ihr wisst, das stehe schon mal, nun, nun, nun. So, mein Lieben, aber ich bin voll müde. Ich hab nicht mal gerechnet, dass es so lange heute geht, aber es ist immer cool, es freut mich immer, ich hab immer sehr viel Spaß. Und so, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, vielen lieben Dank für euren krassen Support heute wieder. Ich schick euch mal nicht zu fahren, ich schick euch woanders hin, weil ich weiß, dass ihr auch schlafen gehen möchtet. In diesem Sinne, Chat, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns vielleicht morgen. Ich gucke, wie ich es einrichten kann. Kommt ein bisschen darauf an, weil ich eigentlich morgen versuche auch mal wieder Sport zu machen. Gucken wir mal. Schlaft schön, wir sehen uns. Tschüss.